Sie sind dort unten, auf der anderen Seite des Hügels. Vielleicht 20, möglicherweise auch mehr. Abuduns Atem ging so ruhig, als wäre er gerade aus einem tiefen, erholsamen Schlaf erwacht. Dabei hatte er die gut 100 Meter den steilen, mit tückischem Geröll übersähten Hang hinab im Laufschritt zurückgelegt. Und das mit einer Behändigkeit, die man einem Mann seiner Statur und Masse niemals zugetraut hätte. Sein Gesicht verfinsterte sich, als er fortfuhr. Du hattest recht. Sie verbrennen wieder Hexen. Andrei sagte nichts. Was auch. Er hatte gewusst, dass er recht hatte, schon als sie den flackernden roten Widerschein des Feuers am Nachthimmel gesehen hatten und lange bevor Abudun losgelaufen war, um sich mit eigenen Augen zu vergewissern, was auf der anderen Seite des Hügels geschah. Vielleicht lag es an seinen schärferen Sinnen, dass er den Gestank von brennendem Menschenfleisch lange vor dem Piraten wahrgenommen hatte. Er war dem Tod so oft begegnet, dass er seine Nähe deutlicher spürte als andere. Wie viele? fragte er nach einer Weile. Abudun hob die Schultern. Mit seiner schwarzen Kleidung und dem ebenholzfarbenen Gesicht war der Nubier selbst für Andres scharfe Augen kaum zu erkennen. Er ahnte die Bewegung mehr, als dass er sie sah. Ich habe zwei Schalterhaufen gezählt, sagte Abudun. Wie viele sie daran gebunden haben, konnte ich nicht erkennen. Er spie aus. Diese Unmenschen. Sie nennen uns Barbaren. Aber sie selbst tun Dinge, vor denen selbst der Teufel zurückschrecken würde. Der Teufel vielleicht. Aber du? fragte Andrei. Ich war einmal auf einem Schiff, auf dem ich Dinge gesehen habe, die selbst den Teufel erschreckt hätten. Wie hieß doch gleich sein Kapitän? Abudun beantwortete die Anspielung auf seine Vergangenheit mit einem Grinsen, das seine Zähne in der Nacht fast unnatürlich weiß aufblitzen ließ. Ich habe auch nie behauptet, besser zu sein als du, sagte er. Das stimmt, erwiderte Andrei. Du bist der ehrlichste Pirat, den ich kenne. Ich war Kaufmann, verbesserte ihn Abudun. Nur, dass du lebende Waren verkauft hast, ich weiß. Jedenfalls habe ich meine Waren pfleglich behandelt und sie nicht lebendig gebraten, verteidigte sich Abudun. Er grinste erneut und auch Andrei lachte leise, aber nur für einen ganz kurzen Moment. Zugleich fragte er sich, wieso sie eigentlich so ausgelassen waren, angesichts der unaussprechlichen Gräueltaten, die gerade auf der anderen Seite des Hügels stattfanden. Aber vielleicht war es der einzige Weg, um diese Geschehnisse überhaupt zu ertragen. Und? fragte Abudun nach einer Weile. Was tun wir? Was wir tun? Abudun machte eine Kopfbewegung in Richtung des roten Widerscheins am Himmel. Gehen wir unsere Wege und tun so, als hätten wir nichts bemerkt? Was sonst? Du hast es selbst gesagt. Es sind zwanzig, vielleicht sogar dreißig. Dreißig Bauern, Töppel und hysterische Weiber. Aber Abudun machte eine wegwerfende Geste. Keine Gegner für uns. Sie werden weglaufen, wenn wir die ersten zwei oder drei erschlagen haben. Ich verstehe. Verbitterung lag in Andres Stimme. Du meinst, wir erschlagen zwei oder drei Unschuldige, um zwei oder drei Unschuldige zu retten. Du weißt sehr genau, dass das ein Unterschied ist, Hexenmeister, antwortete Abudun immer noch grinsend, aber mit deutlich schärferer Stimme. Du könntest dich ja auch in eine Fledermaus verwandeln und sie erschrecken. Und ihn damit einen Grund liefern, um noch mehr Scheiterhaufen aufzustellen, sagte André kopfschüttelnd. Außerdem kann ich mich nicht in eine Fledermaus verwandeln. Wie oft muss ich dir das noch erklären? Hast du es denn je ernsthaft versucht? Beharrte Abudun. Hast du je ernsthaft versucht, dich in einen vernünftigen Menschen zu verwandeln? André machte eine Kopfbewegung in die Richtung, in der sie ihre Pferde zurückgelassen hatten. Verschwinden wir. Ja, es gibt eine Herberge nicht weit von hier. Vielleicht finden wir dort noch ein Quartier für die Nacht. Abudun sah ihn überrascht an. Anscheinend hatte er erwartet, dass sein Freund irgendetwas unternehmen würde. Und natürlich hatte André darüber nachgedacht. Aber er wusste nichts über die Menschen hier, über ihre Beweggründe und Absichten. Schließlich konnte er nicht die ganze Welt retten. Lass uns gehen, sagte er noch einmal. Ganz wie ihr befehlt, Sahib, wollte Abudun. André verzichtet auf eine Antwort. In den gut zehn Jahren, die er den nubischen Piraten und Sklavenhändlern nun kannte, waren sie von Todfeinden zuerst zu widerwilligen Verbündeten geworden und hatten später gelernt, einander so zu nehmen, wie sie waren. Mittlerweile waren sie Freunde, aber es gab Bereiche, in denen sie niemals eine Einigung erzielen würden. André's scheinbare Unverwundbarkeit gehörte dazu. Sie sprachen selten über das Leben, das der Pirat und Sklavenhändler geführt hatte, bevor das Schicksal sie zusammengebracht hatte. Aber André vermutete, dass Abudun während seiner Zeit als Seeräuber mehr Menschen getötet hatte als so mancher Söldner, und er wich auch heute noch keinem Kampf aus. André war dennoch der weit bessere Schwertkämpfer und überlegenere Taktiker. Umso weniger konnte Abudun verstehen, wie sehr es ihm zuwider war, die Waffe gegen einen anderen Menschen zu erheben, obwohl, aber vielleicht auch gerade weil, André keinen Gegner zu fürchten brauchte. Vielleicht war er einfach zu oft gezwungen gewesen zu töten. Sie banden die Pferde los, stiegen auf und wandten sich nach Westen, in die Richtung, in die André zuvor gedeutet hatte. Als sie zehn Schritte weit gekommen waren, stieg auf der anderen Seite des Hügels ein wirbelnder Funkenschauer zum Himmel auf, und fast im gleichen Augenblick erscholl ein so gellender Schrei, dass sich etwas in André zusammenzuziehen schien. Abudun zischte. Hör gut hin, Hexenmeister. Vielleicht wird dir der Klang den Geschmack des Nachtmahls versüßen, wenn du dich daran erinnerst. André schluckte die scharfe Entgegnung hinunter, die ihm auf der Zunge lag. Abudun wollte ihn reizen, aber das würde er nicht zulassen. Es war Monate her, dass er das Schwert das letzte Mal gezogen hatte, und noch länger, dass das letzte Mal Blut auf der Klinge des damascenen Schwertes gewesen war. Er war des Kämpfens müde. Das vom Krieg geschüttelte Siebenbürgen hatte er nicht verlassen, um sich in einem neuen Krieg wiederzufinden. Nach einem Augenblick wiederholte sich der Schrei noch gellender und noch entsetzlicher, und etwas in André reagierte darauf. Abrupt brachte er sein Pferd zum Stehen, das Tier schnaubte unwillig, und auch Abudun zog hart am Zügel. Was? André machte eine abwehrende Handbewegung und legte den Kopf schräg, um zu lauschen. Der Schrei wiederholte sich nicht. Aber nun, da er einmal darauf aufmerksam geworden war, spürte er es immer deutlicher. Es war kein Gefühl, das er wirklich mit Worten hätte beschreiben können, aber da war plötzlich etwas Vertrautes in ihm. Unersättlicher Hunger und eine Gier, die umso schlimmer war, dass sie kein bestimmtes Ziel zu haben schien. Auf der anderen Seite des Hügels war ein Wesen wie er, ein anderer Unsterblicher. Oder, wie Abudun es ausgedrückt hätte, ein anderer Hexenmeister. Was hast du? fragte Abudun noch einmal. Er klang alarmiert. Statt zu antworten riss André sein Pferd in engem Bogen herum und ritt den Hügel hinauf. Auf der anderen Seite stroben keine Funken mehr, aber der Himmel glühte jetzt in einem helleren Rot, und er hörte eine schrille Stimme, die verzweifelt um Gnade flehte. André achtete ebenso wenig darauf wie die, denen dieses verzweifelte Flehen vermutlich galt. Stattdessen lauschte er in sich hinein. Die Präsenz des anderen Vampirs war noch immer zu spüren, aber sie hatte sich verändert. Die unstillbare Gier, die so sehr Teil seines Wesens war, war zum allergrößten Teil Furcht und Entsetzen gewichen. Vielleicht war es auch die Stimme des anderen Vampirs, die dort drüben dieser gellenden Schreie ausstieß. Das Pferd kam immer langsamer voran. Seine Hufe fanden auf dem lockeren Geröll, das diese Seite des Hanges bedeckte, kaum Halt, und es drohte immer öfter auszurutschen. Vor allem aber polterten die Steine, die das Tier lostrat, mit einem derartigen Getöse den Hügel hinab, was er ernsthaft befürchtete, das Geräusch könnte auf der anderen Seite zu hören sein. Lange, ehe sie auch nur die Hälfte des Weges zurückgelegt hatten, stieg André aus dem Sattel und lief zu Fuß weiter. Abudun, der schon eine Weile vor ihm abgesessen war, eilte so leichtfüßig und lautlos neben ihm her, dass sich für einen Augenblick ein Gefühl von Neid in André breitmachte. Oben angekommen, ließen sie sich in die Hocke sinken und legten die letzten Meter bis zur Hügelkuppe auf Händen und Knien zurück. André erschauerte, als er des Geschehens auf der anderen Seite des Hügels ansichtig wurde. Die Ansammlung ärmlicher, strohgedeckter Hütten, ein Dorf zu nennen, wäre übertrieben gewesen. Es waren weniger als ein Dutzend Gebäude und das Einzige, das aus Stein erbaut zu sein schien und ein massives Dach hatte, war die Kirche im Zentrum des Halbkreises, um den sich die übrigen Hütten gruppierten. Der Ort war fast taghell erleuchtet. Dutzende von Fackeln, die einfach in die weiche Erde gesteckt worden waren, verbreiteten ein flackerndes rotes Licht, und genau in der Mitte des Dorfplatzes brannte ein gewaltiger Scheiterhaufen. Wie zur Verhöhnung allen christlichen Glaubens bestand sein Mittelpunkt nicht aus einem Pfahl, sondern aus einem aus Oberschenkel starken Rundhölzern zusammengefügten Kreuz, an das eine einzelne Gestalt gebunden war. Obwohl die Flammen bereits fast so hoch wie das Kirchendach loderten und André die Hitze selbst hier oben noch auf dem Gesicht zu spüren glaubte, schien sich die dunkle Gestalt im Zentrum dieser Feuerhöhle noch zu bewegen. Aber vielleicht war das auch nur eine Täuschung, hervorgerufen durch das grelle Licht der Flammen, das ihm die Tränen in die Augen trieb, und seine eigene Angst. Feuer! André hatte panische Angst vor Feuer, nicht nur, weil er seine fürchterliche Schärfe schon mehr als einmal am eigenen Leib gespürt hatte, sondern weil es zu den wenigen Dingen gehörte, die ihm wirklich gefährlich werden konnten. Feuer vermochte ihn durchaus zu töten. Aber da gab es noch etwas. Seine Angst vor Feuer war in den letzten Jahren beständig gewachsen, und zwar in einem Maße, das über das mit reiner Logik Erklärbare hinausging. Vielleicht sei die Erklärung dafür gerade vor sich. Er hatte irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Scheiterhaufen er erblickt, die gellenden Schreie, wie vieler bedauernswerter Opfer er gehört hatte, die bei lebendigem Leibe verbrannt waren. »Nun«, flüsterte Abudun neben ihm, »Du hast doch nicht etwa dein Gewissen entdeckt, Hexenmeister.« »Still«, zischte André, »und hör endlich auf, mich so zu nennen.« Abudun grinste breit, aber er hielt gehorsam den Mund, während sich Andrés Blick weiter aufmerksam über den Dorfplatz tastete. Das Bild erfüllte ihn mit einer Mischung aus Entsetzen und blanker Wut. Er hatte gewusst, was er sehen würde. Abudun hatte es ihm gesagt, und er hatte ein solches Szenarium schon zahllose Male erblickt. Trotzdem fiel es ihm schwer, die Fassung zu bewahren. Es kostete ihn fast seine gesamte Selbstbeherrschung, nicht das Schwert zu ziehen und den Hang hinunter zu stürmen, um dem grausamen Geschehen ein mindestens ebenso grausames Ende zu bereiten. Er tat nichts dergleichen, sondern musterte die Vorgänge mit großer Aufmerksamkeit und versuchte, sich jedes Detail einzuprägen. Abuduns Schätzung war ziemlich präzise gewesen. Es mussten knapp dreißig Personen sein, die rings um den Scheiterhaufen herum Aufstellung genommen hatten. Männer, Frauen und Alter. Selbst einige Kinder waren gekommen, um sich an dem grausigen Schauspiel zu weiden. Aber es waren nur sehr wenige Männer, eine Handvoll, denen André selbst über die Entfernung hinweg ansah, dass sie in keiner guten Verfassung waren. Diesem Dorf musste es ergangen sein wie so vielen, durch die sie in den letzten Jahren gekommen waren. Nahezu alle waffenfähigen Männer waren zum Kriegsdienst gezwungen worden und die Zurückgebliebenen kämpften verzweifelt ums Überleben. Im Moment zerstreuten sie sich allerdings damit, dem qualvollen Tod der vermeintlichen Hexe zuzusehen. André schloss die Augen und lauschte konzentriert in sich hinein. Die fremde Präsenz war noch immer da, sie schien sogar zugenommen zu haben. Vermutlich war es also nicht die Gestalt auf dem Scheiterhaufen, deren Nähe er spürte. »Also«, drängte Abudun, »was willst du jetzt tun?« André hob die Hand, um ihn zum Verstummen zu bringen, aber er führte die Bewegung nicht zu Ende. Die Kirchentür hatte sich geöffnet, und ein Mann in schwarzer Priesterrobe trat heraus. Ihm folgten zwei weitere Gestalten, die in eine merkwürdige Uniform gehüllt waren. Topfälme, Kettenhemden und kurze Röcke aus Lederstreifen, die mit blitzenden Kupfernieten beschlagen waren. Sie trugen Breitschwerter. Ihrer Aufmachung nach zu urteilen, stammten die beiden aus einem anderen Jahrhundert. Dennoch waren sie vielleicht die einzigen im Ort, um die er sich Gedanken machen musste, sollte es zu einem Kampf kommen. Seine Hand schloss sich um den Schwertgriff, ohne dass er sich der Bewegung auch nur bewusst gewesen wäre. Die beiden Bewaffneten zerrten eine dritte Gestalt zwischen sich her, deren Handgelenke mit langen Seilen gefesselt waren. Sie trug ein einfaches, schmutzstarrendes Gewand, und das lange Haar hing ihr Wirre in die Stirn, sodass André ihr Gesicht nicht erkennen konnte. »Was haben die vor?«, murmelte Abudun. Genau das fragte sich André auch. Zweifellos war die gefesselte Gestalt das nächste Opfer, das für den Scheiterhaufen vorgesehen war. Aber die Hitze des brennenden Reisigstapels war so gewaltig, dass sich ihm niemand auf mehr als fünf Schritte nähern konnte, ohne sich selbst zu verbrennen. Feuer dieser Intensität pflegten sich in ihrer Wut rasch, selbst zu verzehren, aber André schätzte, dass es noch eine Weile dauern würde, bis die Flammen weit genug heruntergebrannt waren, um sich dem Pfahl zu nähern. Sie hatten also Zeit. André beobachtete Stirnrunzeln, wie die beiden Bewaffneten langsam auf den Scheiterhaufen zugingen, wobei sie sich immer weiter voneinander entfernten. Die Stricke in ihren Händen hielten sie dabei straff gespannt, sodass ihr unglückseliges Opfer gezwungen wurde, mit weit ausgebreiteten Armen zwischen ihnen auf den Scheiterhaufen zuzustolpern. Als es die Hitze des Feuers spürte, räumte es sich verzweifelt auf und warf den Kopf in den Nacken. Und André erkannte zum einen, dass es sich um eine Frau handelte, und zum anderen … »Maria!« André riss in der gleichen Bewegung das Schwert aus der Scheide, in der er aufsprang und losstürmte. Immer wieder Marias Namen schreiend raste er den Hang hinab, fuhr wie ein Wirbelsturm unter die völlig verblüfften Dorfbewohner und stieß zwei oder drei Männer, die sich ihm in den Weg stellen wollten, einfach zu Boden. Die anderen wichen erschrocken vor ihm zurück, und André stürmte weiter auf den Scheiterhaufen zu. Er wusste nicht, ob Abudun ihm folgte, aber es war auch nicht von Bedeutung. Einer der beiden Bewaffneten hatte ebenfalls von ihm Notiz genommen. Er ließ den Strick um Marias Handgelenk nicht los, und er hörte auch nicht auf, sie auf den Scheiterhaufen zuzuzerren. Aber er fuhr trotzdem zu André herum und riss dabei mit der linken Hand das Schwert aus dem Gürtel. André's Waffe verführte eine blitzartige, halbkreisförmige Bewegung, und das Schwert des Soldaten wirbelte davon, zusammen mit der Hand, die es hielt. Der Mann starrte seinen eigenen Armstumpf aus hervorquellenden Augen an, dann begann er in hohen, schrillen Tönen zu kreischen und sank auf die Knie, und André stürmte in unvermindertem Tempo an ihm vorbei und griff seinen Kameraden an. Der Mann hatte das Seil losgelassen und sein eigenes Schwert gezogen, das er nun mit beiden Händen hielt, und er erwies sich als weitaus wendiger als sein Kamerad. André musste dreimal zuschlagen, bis er ihn überwand. Mit dem dritten Hieb enthauptete er den Mann. Doch bevor der plötzlich kopflose Leichnam zu Boden sank, wirbelte André herum, war mit einem einzigen Satz bei dem Priester und stieß ihm das Schwert bis ans Heft in die Brust. Der Mann starb schnell, aber André erkannte an dem Ausdruck in seinen Augen, dass es kein gnädiger Tod war. Er starb in der festen Überzeugung, dem Satan gegenüber zu stehen, und André hoffte inständig, dass er ihm nach seinem Ableben auch wirklich begegnen würde, falls es so etwas wie ein Jenseits tatsächlich gab. Er riss das Schwert aus der Brust des Sterbenden vorherum und war mit zwei gewaltigen Sätzen bei Maria, die zu Boden gesunken war und sich vor Angst und Schmerz krümmte. Aber es war nicht Maria. Sie sah ihr nicht einmal ähnlich. Das Mädchen war allerhöchstens sechzehn und hatte strähniges, rotblondes Haar, und sein Gesicht war vermutlich hübsch, wenn man sich den Schmutz, die zahlreichen blauen Flecke und Prellungen und die nässenden Brandblasen wegdachte. Ihre Augen waren riesig und fast schwarz vor Furcht, und obwohl sie André direkt anblickten, war er sicher, dass sie ihn nicht sah. Trotzdem sagte er, »Du musst keine Angst mehr haben. Du bist in Sicherheit. Niemand wird dir etwas tun.« Er bekam keine Antwort. Der Blick des Mädchens blieb weiter auf etwas Unfassbares gerichtet, das sich in unendlicher Entfernung zu befinden schien. André richtete sich auf, drehte sich um und ergriff sein Schwert fester. Nicht, dass es notwendig gewesen wäre. Ganz wie Abudun vorausgesagt hatte, waren die Dorfbewohner in heller Panik davongerannt, spätestens in dem Moment, in dem sie gesehen hatten, wie er die beiden Soldaten erschlug. Zwei oder drei reglose Körper, deren genauen Zustand André im Licht des Feuers nicht beurteilen konnten, gehörten wohl den wenigen, die entweder dumm genug oder zu langsam gewesen waren, Abudun aus dem Weg zu gehen, und er hörte entfernte Schreie und hastige Schritte. Abudun selbst kam ohne sonderliche Eile auf ihn zu und hätte es hinter Andrés Stirn nicht noch immer gewütet, dann hätte er vielleicht den Anblick bemerkt, den sein Freund bot. Denn der hühnhafte Nubier schleifte eine reglose Gestalt hinter sich her, die er kurzerhand am Fußgelenk gepackt hatte. Der Ausdruck auf Abuduns Gesicht war fast noch schwärzer als seine Haut und er spießte André mit Blicken regelrecht auf. »Maria, wie?« rollte er. »Daher also dein plötzlicher Sinneswandel. Ich habe gedacht, du hast gedacht!« unterbrach ihn Abudun wütend. »Dass einer von deiner Art in Gefahr wäre, nicht wahr? Was ist jetzt mit deiner hehren Gesinnung, hä? Wie war das doch gleich? Wir haben nicht das Recht, Unschuldige zu töten, um Unschuldige zu retten, hä? Sind die Leute hier plötzlich weniger unschuldig, nur weil diesmal einer von deiner eigenen Art in Gefahr war?« »Du hast recht«, sagte André leise. »Es tut mir leid, aber ich konnte plötzlich nicht anders. Ich dachte, es wäre Maria.« »Deine Maria«, antwortete Abudun böse, »ist vermutlich seit zehn Jahren tot. Und wenn nicht, dann will sie nichts von dir wissen. Begreif das endlich!« André musste sich mit aller Macht beherrschen, um den Piraten nicht anzugreifen. Rasende Wut verschleierte seinen Blick und das Schwert in seiner Hand schien sich fast gegen seinen Willen heben zu wollen, um nach der Kehle des Piraten zu züngeln. Dann, so schnell wie sein Zorn gekommen war, verschwand er auch wieder und er fühlte sich so erbärmlich, als hätte er sein Ansinnen laut ausgesprochen. Abudun schien zu ahnen, was in ihm vorging. »Wir sollten von dir verschwinden«, sagte er. »Sie sind zwar weg, aber wenn Sie Ihren ersten Schrecken überwunden haben, können Sie auf den Gedanken kommen, sich zusammenzurotten und uns als neues Brennmaterial für Ihren Scheiterhaufen zu benutzen. »Hast du etwa Angst?«, fragte André spätisch. »Nein«, antwortete Abudun, »aber ich bin nicht versessen darauf, noch ein paar Schädel einzuschlagen. Es langweilt mich. Die beiden einzigen richtigen Gegner hast du ja für dich beansprucht.« André blieb ernst. »Wer ist das?«, fragte er mit einer Geste auf den Mann, den Abudun am Fuß hinter sich herzerrte. Abudun sah mit gespielter Überraschung auf den Bewusstlosen herab, dann runzelte er die Stirn, als müsse er angestrengt nachdenken. »Ach, das«, sagte er dann, »das habe ich gefunden. Willst du es haben?« »Nur, wenn es sprechen kann,« antwortete André. »Lebt es noch?« »Das werden wir gleich herausfinden,« sagte Abudun. Er grinste, ließ den Fuß des Bewusstlosen los und beugte sich über ihn. André konnte nicht erkennen, was er tat, aber es verging nur ein kurzer Moment, bis der Mann die Augen aufschlug und prompt zu schreien begann. Abudun versetzte ihm eine schallende Ohrfeige und die Schreie des Mannes verstummten. »Schlag ihn nicht tot!« mahnte André absichtlich so laut, dass ihr Gefangener es hören musste. »Wenigstens noch nicht. Ich will mit ihm reden.« Abudun machte ein enttäuschtes Gesicht, erhob sich aber gehorsam und wich einen Schritt zurück, und André nahm seinen Platz ein. Auf dem Gesicht des Mannes machte sich vorsichtige Erleichterung breit und er versuchte, sich aufzurichten. André versetzte ihm einen Fußtritt und er sank Japsen vor Schmerz wieder zurück. »Bleib liegen!« sagte er drohend. »Du wirst mir jetzt ein paar Fragen beantworten. Hast du mich verstanden?« »Wenn ich mit deinen Antworten zufrieden bin, dann lassen wir dich vielleicht am Leben.« Der Mann wimmerte nur und versuchte davonzukriechen und André versetzte ihm einen weiteren Fußtritt. »Ob du mich verstanden hast?« »Ja, Herr!« japste der Mann. »Bitte ich! Sag euch alles, was ihr wissen wollt, aber bringt mich nicht um!« »Wie ist dein Name?« fragte André. Als der Mann nicht sofort antwortete, holte er aus, als wollte er ihn noch einmal treten und der Mann krümmte sich und hob furchtsam die Hände vor das Gesicht. »Raditsch, Herr!« stammelte er. »Ich bin Raditsch.« »Raditsch, gut. Du lebst hier?« »Ja!« antwortete Raditsch hastig. Sein Blick irrte immer wieder zwischen Andrés Gesicht und seinem Fuß hin und her. Er wimmerte. Der plötzliche Gestank bewies André, dass er sich vor Angst besudelt hatte. »Wer waren die Leute, die ihr da verbrannt habt?« fragte André. »Und warum habt ihr das getan?« »Zigeuner, Herr!« sagte Raditsch hastig. »Es waren Zigeuner, aber sie waren auch Hexen. Hexen und Teufelsanbeter. Alle!« »Alle?« fragte André. »Wie viele waren es denn?« »Fünf, Herr!« sagte Raditsch. »Fünf und das Mädchen.« »Fünf haben wir verbrannt und das Mädchen wäre die letzte gewesen. Sie war die schlimmste von allen. Sie hat den bösen Blick und sie muss mit dem Teufel gebucht haben, weil...« André versetzte ihm einen Fußtritt, diesmal so hart, dass er spüren konnte, wie mehrere Rippen brachen. Raditsch kreischte vor Schmerz und Abudun warf André einen warnenden Blick zu. »Hör auf zu wimmern, du Memme!« sagte André kalt. »Was soll das heißen? Sie waren mit dem Teufel im Bunde. Wer hat euch das gesagt?« »Vater Karol!« antwortete Raditsch keuchend. »Unser Vater, den ihr erschlagen gehabt.« »Ich hätte gute Lust, dasselbe mit dir zu tun,« zischte André. »Und mit dem Rest von...« »Wieso hat er gesagt, dass sie Hexen sind?« mischte sich Abudun ein. Er bedachte André mit einem tadelnden Blick, ehe er sich wieder an Raditsch schwante. »Welche Beweise hatte er dafür?« »Jeder weiß, dass die Zigeuner schwarze Magie ausüben,« antwortete Raditsch. Trotz des Zitterns in seiner Stimme klang es fast trotzig. »Seit drei Jahre werden unsere Ernten immer schlechter. Im letzten Winter mussten wir schon hungern und jedes Mal waren die Zigeuner vorher bei uns.« »Oh, und du meinst nicht, es könnte an den strengen Wintern oder den verregneten Sommern liegen?« fragte André böse. »Oder vielleicht daran, dass es kaum noch genug Männer im Dorf gibt, um die Arbeit auf den Feldern zu tun?« Raditsch sah zu ihm hoch. Er verstand nicht einmal, wovon André sprach. »Und welche Beweise hatte euer Vater Karol für seine Anschuldigungen?« fragte Abudun. »Ich meine, es gab doch sicherlich eine Gerichtsverhandlung.« »Wir haben über sie Gericht gehalten,« bestätigte Raditsch. »Überall verbrennen sie Hexen, die Kirche hat das Recht dazu, denn sie handelt im Namen Gottes.« »Hoffentlich weiß euer Gott auch etwas davon,« sagte Abudun böse. »Hä?« fragte Raditsch verständnislos. »Wie hast du das gemeint, sie wäre die Schlimmste von allen?« fragte André mit einer Geste auf das Mädchen. »Sie hat sich verraten,« antwortete Raditsch. »Gestern Abend, als sie ihre Kunststücke aufgeführt haben, da haben es alle gesehen. Sie war ungeschickt und hat sich mit dem Messer geschnitten. Eine wirklich schlimme Wunde, aber heute Morgen war sie verschwunden. Das muss Teufelswerk sein.« »Ich verstehe,« sagte André finster. »Und deshalb habt ihr sie kurzerhand der Hexerei bezichtigt und auf den Scheiterhaufen geworfen. Ihr habt fünf Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt, nur weil ihr Zeuge von etwas geworden seid, das ihr nicht versteht?« »Ich frage mich, wer hier vom Teufel besessen ist.« »Gib es auf,« sagte Abudun. »Ich glaube nicht, dass er versteht, was du meinst. Soll ich ihn töten?« »Nein,« antwortete André. »Ich habe eine bessere Idee.« Er ließ sich vor Raditsch in die Hocke senken, hob das Schwert und fuhr sich mit der scharfen Klinge über den Handrücken. Raditsch ächzte, als er die klaffende Wunde sah, die der Stahl hinterlassen hatte. Und er ächzte noch einmal und lauter, als die Wunde schon nach einem Augenblick aufhörte zu bluten und sich wenige Sekunden später wie durch Zauberei widerschloss. Wie du siehst, gibt es durchaus noch mehr Menschen mit denselben Kräften. André sah ihn scharf an und ich kann dir versichern, dass das noch lange nicht alles ist.« Raditsch starrte aus riesigen Augen auf Andrés Hand. »Was? Was seid ihr?« stammelte er. »Ich bin nicht mit dem Teufel im Bunde, wenn du das meinst,« antwortete André. »Ich bin etwas Schlimmeres. Etwas, das du dir nicht einmal vorstellen kannst. Ich werde dich nicht töten. Noch nicht. Aber eines Tages werde ich kommen und dann wirst du Rechenschaft über dein Leben ablegen müssen. Du bist noch jung. Du hast noch Zeit, es wieder gut zu machen. Aber denke daran, ich bin kleinlich und ich sehe alles. Und wenn du über uns oder das, was hier geschehen ist, auch nur mit einem Menschen sprichst, dann werde ich wiederkommen und deine Seele fressen. »Hast du das verstanden?« Raditz schnickte und André lächelte ihm zu und versetzte ihm einen Fausthieb vor die Schläfe, den augenblicklich das Bewusstsein verlieren ließ. Dann stand er auf. »Hm. Beeindruckend.« Abudun klatschte spöttisch in die Hände. »Überaus beeindruckend. Aber auch ziemlich dumm. Was sollte das?« »Wir war danach«, sagte André finster. Das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Ihm war danach gewesen, dem Kerl die Kehle aufzuschlitzen. »Und du glaubst, du hättest ihn damit geläutert?« »Wahrscheinlich nicht«, gestand André. »Aber wenn sie das nächste Mal eine Hexe verbrennen, dann wird er nicht der Erste sein, der es gut heißt.« »Wahrscheinlich würde die Fackel halten«, grollte Abudun. Er schüttelte den Kopf. »Können wir jetzt gehen? Ich meine, bevor sie zurückkommen und uns einen Becher Wein und Kuchen zu unserem Plauderstündchen kredenzen.« Er machte eine Kopfbewegung in Richtung des Mädchens. »Deine neue Freundin können wir ja mitnehmen.« »Gleich«, murmelte André. Er drehte sich langsam im Kreis. Ohne das brennende Kreuz auf dem Platz hätte das Dorf einen fast friedlichen Anblick geboten. Ein armes, aber sauberes Dorf, voller einfacher, aber arbeitsamer und ehrlicher Menschen, die ein gottesfürchtiges Leben führten und zur Kirche gingen und die dann und wann zur Kurzwahl ein paar Menschen verbrannten. »Gleich«, sagt er noch einmal, »gibst du mir eine von diesen Fackeln?« Sie waren nach Westen geritten, hatten aber nicht an der Herberge Halt gemacht, in der André eigentlich hatte übernachten wollen, sondern waren ein gutes Stück davor von der befestigten Straße abgewichen und in die dichten Wälder eingedrungen, die das Bild in diesem Teil des Landes bestemmten. André war noch niemals dort gewesen und wusste sehr wenig über diese Gegend, und so überließ er es Abouduns Instinkt, den Weg für sie zu finden. Eine Entscheidung, die sich als durchaus richtig herausstellte. Eine ganze Weile waren sie durch die nahezu vollkommene Dunkelheit der Wälder geritten, und gerade als André angefangen hatte, sich zu fragen, ob er Aboudun vielleicht doch überschätzt hatte, wurde es vor ihnen hell. Licht, das sich auf still daliegendem Wasser brach, schimmerte durch die Bäume. Wenige Augenblicke später standen sie am Ufer eines ruhigen Sees, der so groß war, dass sein jenseitiges Ufer mit der Nacht verschmolz. Ich glaube, hier sollten wir rasten, sagte Aboudun. Eine gute Wahl, pflichtete ihm André bei. Wir haben Glück, dass wir diesen Platz gefunden haben. Tja, das hat nichts mit Glück zu tun. Aboudun machte ein verächtliches Geräusch. Ich bin Nubier, Hexenmeister. Wir können Wasser wittern. Tja, das dachte ich mir, antwortete André. Deshalb habe ich auch darauf verzichtet, mich in eine Fledermaus zu verwandeln und davon zu fliegen, um mir ein gemütliches Plätzchen zu suchen. Er glitt aus dem Sattel, drehte sich einmal im Kreis, um die Umgebung abzusuchen, als hätte er etwas sehen können. Der Wald war selbst für seine übermenschlich scharfen Augen undurchdringlich und sah dann nach Osten in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Der Himmel war auch dort pechschwarz. Jetzt. Sie hatten den Feuerschein der brennenden Kirche noch lange gesehen, länger eigentlich, als die zunehmende Entfernung es hätte möglich machen dürfen. Andere nahmen an, dass die Flammen auf die benachbarten Gebäude übergegriffen, vielleicht sogar das ganze Dorf verschlungen hatten. Bei diesem Gedanken empfand er nicht das geringste Bedauern. Er wandte sich wieder zu seinem Pferd um und streckte die Arme aus, um dem Mädchen beim Absteigen zu helfen. Es hatte die ganze Zeit wortlos und wie erstarrt hinter ihm gesessen und es reagierte auch jetzt nicht. Sein Blick war noch immer in eine schreckliche Leere gerichtet und Andere fragte sich, ob es jemals wieder daraus zurückfinden würde. Warte. Abudun trat mit zwei schnellen Schritten neben ihn, hob das Mädchen ohne die geringste Anstrengung vom Pferd und setzte es behutsam zu Boden. Kümmere dich um sie, sagte er grob. Ich bereite das Lager. Andere nickte dankbar. Abudun war nicht glücklich darüber, dass sie das Mädchen mitgenommen hatten, obwohl es genau genommen sein Vorschlag gewesen war. Natürlich hätten sie das Mädchen unmöglich zurücklassen können. Es wäre sein sicheres Todesurteil gewesen. Dennoch war sie schon jetzt eine Last für sie und falls die Dörfler Hilfe holen würden und sie schnell verschwinden müssten, was wahrscheinlich war, dann würde sie mehr als nur eine Last sein. Komm mit, sagte er. Die Zigeunerin reagierte noch immer nicht und Andere nahm sie bei der Hand und führte sie die wenigen Schritte zum Wasser hinunter. Sie folgte ihm willenlos. Wenigstens etwas. Er setzte das Mädchen direkt am Wasser ab, ging zu seinem Pferd zurück und kramte ein halbwegs sauberes Tuch aus der Satteltasche. Nachdem er wieder zum See zurückgegangen war und es ins Wasser getaucht hatte, begann er vorsichtig zuerst die Hände und dann das Gesicht der Zigeunerin vom gröbsten Schmutz zu reinigen. Darunter kam ein Mädchen zum Vorschein, das in wenigen Jahren durchaus zu einer Schönheit heranwachsen konnte. Andere spürte, wie sich ein schon fast vergessen geglaubtes Gefühl in ihm regte. Wie lange war es her, dass er keine Frau mehr gehabt hatte? Monate. Zehn Jahre, dachte er bitter, seit er Maria verloren hatte. Natürlich hatte er seit er Frauen gehabt, Dutzende, vermutlich Hunderte, aber das war nicht dasselbe. Andere war ein körperlich junger Mann in den besten Jahren. Er suchte Frauen für eine Nacht oder die kurze Zeit, die sie das unstete Leben an einem Ort bleiben ließ. Es waren Frauen, die aus einer Laune heraus oder nach einem Becherwein zu viel das Lager mit ihm teilten, oft genug auch für Geld. Dieses Mädchen war etwas anderes. Sie war wie er, ein Wesen von seiner Art. Das Blut, das in ihren Adern floss, war dasselbe wie seines. Und sie war jung genug, um seine Tochter sein zu können, wenn nicht gar seine Enkelin. Andere verscheuchte seine Gedanken und konzentrierte sich wieder darauf, ihr Gesicht zu reinigen. Was er sage, fiel ihm nicht. Die Prellungen und Brandblasen hatten bereits zu heilen begonnen, aber längst nicht in dem Ausmaß, in dem sie hätten heilen müssen. Außerdem fühlte er, dass sie Fieber hatte. Hohes Fieber. Er tauchte das Tuch noch zweimal ins Wasser, bis er mit dem Ergebnis seiner Bemühungen so zufrieden war, wie er es unter den gegebenen Umständen sein konnte, und warf das Stück Stoff anschließend fort. Er hatte das Gefühl, dass es besudelt war, als hafte etwas von dem, was man diesem Kind angetan hatte, nun an dem Blut und Schmutz, die das Tuch aufgenommen hatte. Langsam hob er die Hand, zögerte noch einmal und legte sie dann auf die Stirn des Mädchens. Sie war heiß, und er konnte spüren, wie schnell ihr Puls ging. André schloss die Augen, wenn er ihr doch nur helfen könnte. Wie viele Leben hatte er genommen, auf genau diese Art, nur durch eine Berührung mit der Hand? Warum war es so leicht, etwas zu nehmen und so unmöglich, auf die gleiche Weise zu geben? Nach einer Weile zog er die Hand wieder zurück und hob die Leder. Der Blick des Mädchens war noch immer leer. Es hatte mit den Lippen zu zittern begonnen, aber in seinen Augen stand weiterhin das Entsetzen. Glaubst du, dass sie sich jemals wieder erholt? André schrag gleich zusammen und sah über die Schulter hoch. Er hatte nicht gehört, dass Abudun hinter ihn getreten war, aber das überraschte ihn nicht. Trotz seiner Größe und Massigkeit vermochte sich der ehemalige Pirat so lautlos zu bewegen wie eine Katze. Ich weiß es nicht, sagte André ehrlich. Ich weiß nicht, was sie ihr angetan haben. Ich dachte immer, außer einem Stich ins Herz oder Feuer kann euch nichts umbringen, sagte Abudun. Er grinste, aber André spürte auch, dass diese Worte bitter ernst gemeint waren. Das dachte ich bisher auch. André betrachtete besorgt das Gesicht der jungen Zigeunerin und Abudun sagte, hätten ihre Wunden nicht längst heilen müssen. Sie ist noch sehr jung, antwortete André ausweichend. Vielleicht ist sie noch nicht lange so wie du. Abudun war immerhin rücksichtsvoll genug, das Wort Vampir nicht zu benutzen. Hast du vergessen, was Saralic erzählt hat? Gestern Abend hat sie sich geschnitten und die Wunde war am Morgen verheilt. Vielleicht ist sie morgen wieder gesund, antwortete André. Allerdings fehlte seiner Stimme jegliche Überzeugungskraft. Ich kann kein Feuer machen, sagte Abudun, aber wir haben noch etwas kaltes Fleisch. Bist du hungrig? Nein, antwortete André. Aber vielleicht möchte sie etwas essen. Er wandte sich an das Mädchen. Hast du Hunger? Wie erwartet gab es keine sichtbare Reaktion, aber André glaubte, ein schwaches Flackern in ihrem Blick zu bemerken, wie ein winziger, fast schon immer sterben begriffener Funke in der erkalteten Asche eines Feuers. Wahrscheinlich braucht sie einfach nur Ruhe, antwortete André. Schlaf ist manchmal die beste Medizin. Ich könnte auch etwas von dieser Medizin gebrauchen, sagte Abudun. Aber vorher sollten wir uns unterhalten. Das hatte André befürchtet. Er wollte nichts weniger als dieses Gespräch führen, aber er kannte Abudun zur Genüge. Er würde ihm nicht entgehen, nur weil er das Gespräch hinaus zögerte. Indem er so tat, als müsse er sich davon überzeugen, dass mit der Zigeunerin auch wirklich alles in Ordnung war, gewann er noch einige Augenblicke. Dann stand er auf und folgte Abudun. Sie entfernten sich ein paar Schritte, als ob es nötig gewesen wäre, außer Hörweite des Mädchens zu gelangen. André war sehr sicher, dass sie nichts von dem sah oder hörte, was um sie herum geschah. Und? fragte er, als Abudun stehen blieb. Was und? Diese Frage wollte ich dir gerade stellen, sagte Abudun. Was denkst du, sollen wir jetzt tun? Dir ist klar, dass sie spätestens nach Tagesanbruch anfangen werden, nach uns zu suchen, oder? Hast du vergessen, wessen Idee es war, die Hexenverbrennung zu stören? Ich hatte dabei nicht im Sinn, wie der Leibhaftige aufzutreten und möglichst allen zu beweisen, dass ihr Aberglaube vielleicht nicht ganz so unbegründet ist. Und ich hatte auch nicht vor, den ganzen Ort niederzubrennen. Um ganz ehrlich zu sein, hatte ich etwas Zurückhaltenderes vor. Ich weiß, sagte André. Gut, du hast recht, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe die Beherrschung verloren. Sobald ich eine passende Route gefunden habe, werde ich mich ein bisschen Kastein. Darf ich das übernehmen? fragte Abudun grinsend. Dann wurde er sofort wieder ernst. Du hast sie nie vergessen, nicht wahr? Maria? André schüttelte den Kopf. Nein, ich weiß nicht, ob ich dich verstehen kann, sagte Abudun leise. Ich habe niemals erfahren, was es heißt, jemanden zu lieben, aber wenn ich mir dich ansehe, dann bin ich froh darüber. Du weißt nicht, was du redest, erwiderte André. Ich weiß, dass du besessen bist, sagte Abudun. Wie lange ziehen wir jetzt schon durch die Welt und suchen nach ihr? Zehn Jahre? Wie oft hast du geglaubt, sie gefunden zu haben? Zehnmal? Hundertmal? Und wie oft hast du dich selbst gequält, wenn du zugeben musstest, dass ihr es doch nicht war? Heute Abend hättest du uns beide fast umgebracht, nur weil du geglaubt hast, dieses Mädchen wäre Maria. Niemand zwingt dich, bei mir zu bleiben, antwortete André Spröde. Du kannst gehen. Wie einfach. Abudun wurde böse. Aber das wäre feige, und Abudun ist kein Feigling, der einen Freund im Stich lässt, wenn dieser ihn am meisten braucht. André wollte auffahren, aber sein Zorn war nicht stark genug, weil er aus dem Verstand kam, nicht aus dem Gefühl. Statt den Piraten anzubrüllen, flüsterte er leise, du hast recht, Abudun, du weißt nicht, was es heißt, einen Menschen zu lieben. Für endlose Augenblicke standen sie einfach schweigend da und starrten einander an und schließlich drehte sich Abudun um und ging davon. Auch André blieb nur noch einen Moment stehen, ehe er zum Waldrand zurückging und sich gegen einen Baum lennte. Er schloss die Augen. Für Abudun oder jeden anderen zufälligen Beobachter musste es so aussehen, als ob er schlafe, aber hinter seiner Stirn jagten sich die Gedanken immer schneller. Abuduns Worte hatten ihn mehr aufgewühlt, als er zugeben wollte, und seine Gedanken kehrten gegen seinen Willen zu jener schrecklichen Nacht vor zehn Jahren zurück. Er wehrte sich mit aller Macht gegen die Bilder, die in seinem Geist Gestalt annehmen wollten, aber es war ein Kampf ohne Aussicht auf Erfolg. Es hatte in den letzten zehn Jahren kaum einen Tag gegeben, an dem er sich nicht an die entsetzlichen Minuten erinnert hatte. Die Bilder hatten sich unauslöschlich und für alle Zeiten in sein Bewusstsein eingebrannt. Sie hatten Drakuls Burg verlassen und waren zum Waldrand geeilt, wo Maria auf sie warten wollte. Aber Maria war nicht da gewesen. Stundenlang war André durch den Wald geirrt, hatte ihren Namen gerufen und sich an die immer verzweifelter werdende Hoffnung geklammert, dass sie vielleicht am falschen Ort gesucht hatten, dass Maria sich in der Dunkelheit vielleicht verirrt haben könnte. Was wirklich passiert war, hatten das erste Licht des neuen Tages und Abuduns Talent als Pferdensuche offenbart. Sie hatten Spuren gefunden, die eine eindeutige Geschichte erzählten. Maria war am vereinbarten Treffpunkt gewesen, aber jemand war gekommen und hatte sie gewaltsam entführt. Er war selbst in einem weit entfernten Land und hatte vergessen, dass es ihn gab und ganz bestimmt hatte er recht, wenn er sagte, dass er sich nur selbst quälte. Aber er konnte sie einfach nicht vergessen. Vielleicht gab es in seinem Leben nur Platz für diese eine Liebe und möglicherweise, neben ihm ertönte ein Stöhnen, gefolgt von einem halberstickten Schluchzen. André fuhr zusammen und sprang in die Höhe. Die Zigeunerin war aus ihrer Starre erwacht. Sie war auf die Seite gesunken und hatte sich zusammengerollt wie ein schlafendes Baby, aber sie zitterte am ganzen Leib und schluchzte ununterbrochen. Und als André bei ihr ankam und die Hand nach ihr ausstreckte, schrie sie auf und schlug nach ihm. André fing ihren Schlag ab und hielt ihre Hand fest, aber sehr vorsichtig, um ihr nicht wehzutun. Sie schlug auch mit der anderen Hand nach ihm und traf ihn zweimal hart im Gesicht, bevor es ihm gelang, auch ihr zweites Handgelenk zu packen und festzuhalten. Im nächsten Moment rammte sie ihm das Knie mit solcher Wucht in den Unterleib, dass ihm die Luft wegblieb. André ächzte, drehte sich halb auf die Seite, um einem weiteren harten Tritt zu entgehen und presste die Zigeunerin mit seinem ganzen Körpergewicht zu Boden. Er war ungleich stärker als sie und dennoch kostete es ihnen seine ganze Kraft, sie auch nur halbwegs im Zaum zu halten. Hör doch auf, schrie er. So beruhige dich doch. Wir wollen dir nichts tun. Als Antwort riss sie ihre linke Hand los und versuchte ihm, die Augen auszukratzen. André drehte hastig den Kopf zur Seite, sodass sie ihm nur die Wange zerschrammte. Wüten packte er ihr Handgelenk und hielt es diesmal mit deutlich größerer Kraft fest. Die Zigeunerin bäumte sich so überraschend und mit solcher Kraft auf, dass er beinahe umgeworfen worden wäre. André fluchte, presste ihre Hände und Schultern auf den Boden und benutzte sein Knie, um ihre strampelnden Beine zu blockieren. Sie hob den Kopf und versuchte, ihn zu beißen, und André drehte hastig das Gesicht weg, bevor er ein Ohr einbüßte. Hinter ihm lachte Abudun leise. Braucht ihr Hilfe, Sahib? fragte er spöttisch. André schluckte einen Fluch hinunter, buxierte sich in eine Position, in der er das zappelnde Bündel unter sich zuverlässig festhalten konnte, ohne dabei ein Auge, ein Ohr oder irgendwelche anderen Körperteile zu verletzen, und presste ihre Hände mit noch größerer Kraft gegen den Boden. Die Zigeunerin tobte noch einige Sekunden weiter, dann erschlaffte sie plötzlich, als hätte der jäher Ausbruch von Gewalt all ihrer Energie aufgezehrt. Im ersten Moment befürchtete André schon, sie könne wieder in jenen Zustand dumpfen Brütens zurückfallen, in dem sie bisher gewesen war, aber ihr Blick blieb klar, und auch die Angst war noch immer in ihren Augen. Hast du dich jetzt beruhigt? fragte er. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir sind deine Freunde. Du, du tust mir weh, antwortete das Mädchen. Wenn du mir versprichst, nicht wieder auf mich loszugehen, dann lasse ich dich los, antwortete André. Einverstanden? Die Zigeunerin zögerte für sein Empfinden eine Winzigkeit zu lange, bevor sie endlich nickte. Dann aber tat sie es, und André ließ vorsichtig ihre Hände los und stand auf. Sofort richtete sie sich in eine sitzende Position auf, sah sich hastig nach allen Seiten um und rutschte dann weit genug zurück, um sich an einen Baum lehnen zu können. Sie zog Angst vor die Knie an den Körper und schlang die Arme um den Leib. Vielleicht glaubte sie ihm ja, dachte André, aber das änderte nichts daran, dass sie noch immer halb von Sinn verfurcht war. Erneut ergriff ihn ein kalter Zorn auf die Menschen, die ihr das angetan hatten, aus keinem anderen Grund als dem, dass sie etwas verkörperte, was sie nicht verstanden. Wie ist dein Name, Kind? fragte er. Alessa, antwortete die Zigeunerin. Alessa, ein hübscher Name, ich bin André, und das da ist Abudun. Er lächelte flüchtig, als Alessa in Abuduns Richtung sah und bei seinem Anblick erneut zusammenzuckte. Keine Angst, er sieht nur bedrohlich aus. Dir wird er nichts tun. Wir sind deine Freunde. Alessas Blick wanderte unsicher von einem zum anderen. Sie hatte immer noch Angst. Vielleicht würde sie den Rest ihres Lebens in Angst verbringen. Und ihr Anblick gefiel ihm auch in anderer Hinsicht nicht. Sie sah nicht gut aus. Weit über die Spuren der Verletzungen hinaus, die man ihr zugefügt hatte, wirkte sie krank und das war eigentlich unmöglich. Wesen wie sie wurden nicht krank. Niemals. Sag es ihr, verlangte Abudun auf Arabisch, seiner Muttersprache, die André in den letzten Jahren von ihm gelernt hatte. Sag ihr, was passiert ist. Hältst du das für klug? erwiderte André in derselben Sprache. Hältst du es für klug, sie zu belügen und ihr in ein paar Tagen zu erzählen, dass ihre ganze Familie umgebracht worden ist? fragte Abudun. Erinnerst du dich, was passiert ist? fragte er leise und wieder direkt an Alessa gewandt. Im ersten Moment reagierte sie gar nicht, sondern starrte ihn nur aus Augen an, die noch dunkler geworden zu sein schienen. Dann nickte sie ganz sacht. Sie sind alle tot, nicht wahr? Sie haben sie alle umgebracht. Sag es, du brauchst mich nicht zu schonen. Du hast es doch nicht etwa mit ansehen müssen, fragte André entsetzt. Alessa verneimte. Ich habe ihre Schreie gehört, sagte sie, und irgendwie konnte ich fühlen, wie sie starben. Ich habe sie sich bis zum Schluss aufgehoben. Wenn ihr nicht gekommen wärt, dann hätten sie mich auch getötet. Ihre Stimme wurde bitter. Ich weiß nicht, ob ich euch danken soll. Vielleicht wäre ich besser tot. Unsinn, sagte André. Du bist noch jung. Du hast dein Leben noch vor dir. Der Schmerz wird vergehen. Er kam näher, blieb aber nach ein paar Schritten widerstehen, als Alessa mit neuerwachender Furcht zu ihm hochsah. Aber jetzt erzähl uns, was geschehen ist, bat er. Sie blickte stumm zu Abudun. André konnte sie sogar verstehen. Auf jeden, der Abudun nicht kannte, machte der Nubia einen beeindruckenden und oft genug furchteinflößenden Eindruck. An die zwei Meter groß, massig gebaut, mit seiner ebenholzfarbenen Haut und stets ganz in Schwarz gekleidet, kam er vielen vermutlich wie der Leibhaftige vor. Als André ihn kennengelernt hatte, da war diese Einschätzung nicht einmal vollkommen falsch gewesen. Aber das war lange her. Abudun war noch immer ein gefährlicher Mann, vor allem für seine Feinde. Aber er hatte sich geändert. Er betrachtete nicht mehr jeden als Feind, der nicht sein Freund war. Warum haben sie euch das angetan? fragte nun auch er. Sie haben behauptet, wir wären Hexen, antwortete Alessa zögernd. Zuerst, zuerst haben sie uns in ihrem Dorf willkommen geheißen und uns sogar gestattet, unsere Zelte am Stadtrand aufzuschlagen, aber dann, dann fing sie an zu reden, mit Fingern auf uns zu zeigen und zu tuscheln. Der Pfaffel war der Schlimmste. Du hast ihn erschlagen, nicht wahr? André nickte. Er war überrascht, dass Alessa es überhaupt bemerkt hatte. Wir haben uns nichts dabei gedacht, fuhr Alessa fort. Die Leute sind immer so, überall, wo wir hinkommen. Zuerst treiben sie Handel mit uns und lassen uns Kunststücke vorführen, dann fangen sie an zu reden und am Ende jagen sie uns davon. Sie lachte bitter. Weißt du, woher das Wort kommt, mit dem sie uns bezeichnen, Zigeuner? André schüttelte wahrheitsgemäß den Kopf und auch Abudun hob nur die Schultern. Aus dem Deutschen, sagte Alessa. Es heißt so viel wie ziehende Gauner und mehr sind wir auch nicht für sie. André sah eher deutlich an, wie Bitterkeit und die Erinnerung an das Geschehene sie zu überwältigen drohten und um sie abzulenken, fragte er hastig, Kommt ihr von dort aus dem Deutschen? Alessa nickte. Wir waren dort, sagte sie. Sie schluckte einige Male, um die Tränen niederzukämpfen. Den ganzen vergangenen Winter über. Auch da haben sie mit dem Finger auf uns gezeigt und uns davon gejagt, aber sie haben uns wenigstens nicht verbrannt. Und warum hier? Wollte Abudun wissen. Was ist vorgefallen? Das weiß ich nicht, antwortete Alessa. Gestern Abend haben sie uns plötzlich gefangen genommen und uns den Prozess gemacht. André tauschte einen fragenden Blick mit Abudun. Warum log sie? Einfach so? fragte er. Ohne besonderen Grund? Der Pfaffe hat einige Dorfbewohner zum Schloss geschickt und zwei Soldaten sind zu uns gekommen, sagte Alessa, womit sie seine Frage ganz eindeutig nicht beantwortete. Ihr habt die beiden gesehen. Zum Schloss? Abudun klang alarmiert. Wo liegt dieses Schloss? Nicht weit von hier, Alessa machte eine Geste. Auf der anderen Seite des Sees. Wäre es hell, könnten wir es von hier aus sehen. Oh, machte André. Sind dort noch mehr Soldaten? fragte Abudun. Ich weiß nicht, antwortete Alessa. Wir waren nicht dort, aber ich glaube schon. Weiter, sagte André rasch. Sie haben euch also den Prozess gemacht. Unter welcher Anklage? Alessa schwieg. Ihr Blick verriet, wie sehr es hinter ihrer Stirn arbeitete. Du traust uns immer noch nicht, stellte er fest. Doch, das ist es nicht, aber das kann ich verstehen, fuhr André mit einem Nicken fort. Ich an deiner Stelle würde nicht anders reagieren, glaube ich. Aber ich habe etwas, um dich zu überzeugen. Er zog seinen Dolch. Die Augen der Zigeunerin weiteten sich erschrocken. Statt dir etwas anzutun, nahm André das Messer jedoch in die linke Hand und zog die Klinge mit einer kraftvollen Bewegung über seinen Unterarm. Alessa keuchte und schlug erschrocken die Hand vor den Mund. Dann wurden ihre Augen noch größer, als sie sah, wie sich die Wunde binnen weniger Herzschläge wieder schloss. Für einen Moment war noch eine dünne, weiße Narbe zu sehen. Doch auch diese verschwand. André steckte den Dolch ein und wischte sich das Blut vom Unterarm. Aber, aber das, stammelte Alessa. Sie starrte ihn an, dann bekreuzigte sie sich. Du siehst, ich kenne dein Geheimnis, sagte André. Ich kenne es sehr gut. Ich bin wie du. Dann, dann bin ich nicht die Einzige, murmelte Alessa. Es gibt noch mehr Menschen wie mich. Nicht sehr viele, antwortete André. Alessas Blick irrte zu Abudun und André schüttelte rasch den Kopf. Er gehört nicht dazu, nur ich. Ich habe einige andere getroffen, aber nur wenige. Und die meisten hatte er getötet. Du bist nicht allein, Alessa. So das heißen, du bist noch nie einem anderen Wamm. Bekan Abudun stockte und verbesserte sich. Ähm, einem anderen Menschen wie dir begegnet. Alessa sah unsicher zu ihm hoch. André war sicher, dass ihr das halbe Wort, das Abudun um ein Haar ausgesprochen hätte, keineswegs fremd war. Ich, ich bin noch nicht, noch nicht lange so, sagte sie stockend. Nun war André an der Reihe, überrascht zu sein und alarmiert. Was soll das heißen, du bist noch nicht lange so? Das Mädchen um die Schultern, ihr Blick verharrte für einen Moment auf André's nun wieder unversehrtem Unterarm, als wären die Antworten auf alle Fragen dort zu lesen. Erst seit dem letzten Frühjahr, sagte sie. Ich war krank. Viele von uns sind krank geworden. Fast die Hälfte unserer Familie hat den Winter nicht überlebt und auch ich habe eine Woche mit schwerem Fieber gelegen. Ich wäre fast gestorben, aber nachdem ich wieder gesund war, da war ich so. Es hat mir große Angst gemacht. Und die anderen aus deiner Familie? Ich war die Einzige, die das Fieber überlebt hat, antwortete Alessa. Niemand weiß. Sie brach ab, starrte einen Moment an André vorbei ins Leere und verbesserte sich dann. Niemand wusste davon, nur meine Mutter und Anka, die Purida in unserer Sippe. André blickte sie fragend an. Ja, unsere heilige Frau. Jede Sinti-Familie hat eine Puridan. Die Alten bewahren das Wissen. André musste sich beherrschen, um das Mädchen nicht mit Fragen zu überschütten. Plötzlich war er sehr aufgeregt. Wissen. Was hätte er darum gegeben, endlich zu erfahren, wer er war, was er war und vor allem, wie er dazu geworden war. Aber er zügelte seine Neugier und sagte nur, Rede weiter, Kind. Da gibt es nicht viel zu erzählen, sagt Alessa. Sie waren sehr erschrocken. Anka hat mir eingeschafft, mit niemandem zu reden und mein Geheimnis für mich zu behalten. Und das habe ich getan. Ich war sehr vorsichtig. Niemand hat etwas bemerkt, aber gestern Abend, sie begann zu weinen. Es war meine Schuld. Wenn ich mich nicht mit dem Messer geschnitten hätte, dann wären die anderen jetzt noch am Leben. André legte ihr mit fühlend die Hand auf die Schulter. Ihr Herz klopfte wie rasend und er konnte selbst durch den Stoff ihres Kleides hindurchspüren, dass ihre Haut glühte. Ihr Fieber musste noch gestiegen sein. Mach dir keine Vorwürfe, sagte er. Früher oder später musste es passieren. Es ist nicht deine Schuld. Anka hat gesagt, dass ich aufpassen soll, beharrte Alessa schluchzend. Sie hat mich gewarnt, was passiert, wenn andere sehen, was ich bin. Selbst in unserer Sippe wusste es niemand. Und was hat sie dir sonst noch über dich erzählt? fragte André. Er konnte Abuduns ärgerliches Stirnrunzeln geradezu körperlich spüren, aber er beachtete es nicht. Sein Herz begann vor Aufregung heftig zu klopfen. Alessa schüttelte den Kopf. Nichts. Nichts? Sie sagte, sie würde es mir später erklären, antwortete Alessa leise, wenn ich etwas älter wäre und es besser verstehen könnte. Sie hat nur gesagt, ich sollte mein Geheimnis für mich behalten und mich vor Blut in Acht nehmen. Ich habe das nicht verstanden. Sie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und sah André fragend an. Kannst du es mir erklären? Ja, sagte André. Später. Wenn du etwas älter geworden bist. Er wartete gerade lange genug, um die Enttäuschung in Alessas Augen erkennen zu können, ehe er grinsend hinzufügte, morgen. Alessa war nun völlig verwirrt. André lächelte, zog die Hand zurück und zögerte einen kurzen Moment, ehe er sich mit untergeschlagenen Beinen vollends neben sie ins Gras sinken ließ. Ich weiß auch nicht sehr viel mehr als du, begann er. Eure Puridan hätte es dir sicher erklären können, aber nun, wo sie tot ist. Anker ist nicht tot, sagte Alessa. André hob mit einem Ruck den Kopf. Was sagst du da? Jedenfalls war sie es im Frühjahr noch nicht, antwortete Alessa. Ihre Tränen waren versiegt und sie zog lautstark die Nase hoch. Sie war alt und die Reise war ihr wohl zu anstrengend. Wir wollten im Herbst wieder zu ihr zurückkehren. Wohin? schnappte André. Alessa dachte einen Moment angestrengt nach und hob dann die Schultern. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Ort hieß. Es war irgendwo im Bayerischen, vielleicht einen Tag von der Grenze entfernt. Wir wollten uns im Herbst dort wieder treffen. Und du bist sicher, dass sie noch lebt? Sie ist sehr alt, antwortete Alessa zögernd und hob abermals die Schultern. Aber eigentlich war sie gesund, nur alt. Sie fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen. Ich, ich habe Durst. André stand auf, ging zu seinem Pferd und kam mit seiner Wasserflasche zurück. Alessas Hände zitterten, als sie nach der ledernen Flasche griffen und sie leerte sie fast zur Gänze. Hast du dieses Fieber öfter? fragte André, als er die Flasche zurücknahm. Alessa schüttelte den Kopf. Ich war nicht mehr krank seit dem letzten Winter. Sorge dich nicht, sagte André mit einer Zuversicht, die er ganz und gar nicht empfand. Er machte sich Sorgen. Große Sorgen. Dennoch fuhr er fort. Du wirst dich erholen, wahrscheinlich ist morgen schon wieder alles in Ordnung. Versuch ein bisschen zu schlafen, das wirkt manchmal Wunder. Alessa nickte dankbar und rollte sich gehorsam im Gras zusammen. Sie schlief sofort ein. André sah lange Zeit wortlos auf sie herab, ehe er seinen Mantel von den Schultern löste und sie damit zudeckte. Dann ging er zum See, um seine Wasserflasche zu füllen. Abudun folgte ihm. Als André am Ufer niederkniete und die Flasche ins Wasser tauchte, fragte er, was soll das zu bedeuten? Ich dachte, ihr werdet nicht krank. André hob die Schultern. Nichts, sagte er. Vielleicht ist sie einfach noch nie zuvor so schwer verletzt worden. Unsinn, widersprach Abudun heftig. Du bist selbst auch meine Wunden heilen heute schneller als vor zehn Jahren, unterbrach ihn André. Vielleicht werden wir immer stärker, je länger wir, er zögerte, je länger wir sind, was wir sind. Irgendetwas sagte er mir doch, dass das nicht die Erklärung war. Es entsprach zwar seinen Erfahrungen, aber es war nicht die Erklärung für Erlässers Zustand, der ihm weit mehr Sorgen bereitete, als er Abudun gegenüber zugeben wollte. Und wie soll es jetzt weitergehen? fragte Abudun. Wir lassen sie eine Weile schlafen, dann reiten wir weiter. André verschloss die Flasche und stand auf. Es ist vielleicht nicht so klug, bei Tagesanbruch in Sichtweite dieses Schlosses zu sein, von dem sie gesprochen hat. Oh, du Begnadetste aller Fährtenleser. Tja, ich bin keine Eule, die in der Nacht sehen kann. Abudun schürzte beleidigt die Lippen. Das habe ich mit meiner Frage aber auch nicht gemeint. Sondern? Du weißt ganz genau, wovon ich rede, antwortete Abudun mit einer verärgerten Kopfbewegung auf das schlafende Mädchen. Manchmal ist es ganz leicht, deine Gedanken zu lesen. Im Moment leuchten sie dir regelrecht aus den Augen. Du würdest am liebsten jetzt gleich losreiten, um nach dieser alten Frau zu suchen, habe ich recht? Nein, antwortete André. Später ist es immer noch früh genug. Abudun seufzte. Spiel keine Spielchen mit mir, Hexenmeister. Dazu bin ich zu müde. Ein Grund mehr, ein wenig zu schlafen, versetzte André. Sobald es hell wird, reiten wir weiter und dann können wir immer noch entscheiden, wohin. Wer weiß, vielleicht findest du ja bei Tageslicht sogar aus diesem Wald heraus. Abudun starrte ihn feindselig an. Dann drehte er sich um und ging. Schon nach wenigen Schritten war er in seiner schwarzen Kleidung mit der Nacht verschmolzen. André überzeugte sich noch einmal davon, dass er lässertief schlief. Dann entfernte auch er sich ein paar Schritte und streckte sich im Gras aus. Es war kalt. Er fror und während er einschlief, dachte er voller Bedauern an den Mantel, den er in einer plötzlichen Anwandung von Ritterlichkeit über dem schlafenden Mädchen ausgebreitet hatte. Aber es war eine seltsam wohltuende Art von Bedauern. Er war nicht mehr allein. Abudun weckte ihn. Doch bevor André die Augen aufschlug, wusste er, dass noch immer tiefste Nacht war und er spürte, dass etwas nicht stimmte. Mit einem Ruck öffnete er die Augen. Das Gesicht des Nubias schwebte über ihm schwärzer als der Nachthimmel und von einem Ernst erfüllt, den André schon lange nicht mehr daran erblickt hatte. »Alyssa«, sagte er. André sprang so hastig in die Höhe, dass Abudun zurückpreilte und ungeschickt auf dem Hinterteil landete. Mit zweigewaltigen Sätzen war André bei dem Zigeunermädchen und ließ sich neben ihr auf die Knie fallen. Alyssa lag auf der Seite und schien zu schlafen, ihre Augen waren geschlossen und auf ihrem Gesicht lag ein friedlich, entspannter, fast schon glücklicher Ausdruck. Sie atmete nicht und als André die Hand ausstreckte und sie an der Schulter berührte, spürte er, wie kalt ihre Haut war. Hinter ihm stemmte sich Abudun ächzend in die Höhe und kam dann zögernd näher. »Es tut mir so leid«, murmelte er, »aber sie war schon lange tot, als ich aufgewacht bin. Ich glaube nicht, dass sie gelitten hat. Wahrscheinlich hat sie gar nichts gespürt.« André hörte nicht einmal hin. Seine Hand lag noch immer auf Alessa Schulter und die Kälte ihrer Haut schien mit jedem Herzschlag, auf den er vergeblich wartete, zuzunehmen. Er fühlte sich wie gelähmt. Es war unmöglich. Sie konnte nicht tot sein. Menschen dieser Art starben nicht einfach so. Niemals. Niemals. »Es tut mir wirklich leid«, sagte Abudun. Er ließ sich neben André in die Hocke sinken und versuchte, seine Hand von Alessa Schulter zu lösen. André stieß ihn weg. Es war unmöglich. Es konnte einfach nicht sein. Der Nubi richtete sich wieder auf, hielt aber jetzt einen respektvollen Abstand zu ihm ein. Er sprach nicht mehr, sondern wartete geduldig, bis André von sich aus das quälende Schweigen brach. Es dauerte lange, sehr lange. André konnte hinterher nicht sagen, wie viel Zeit vergangen war, bis er endlich aus seiner Starre erwacht war und die Hand vom Körper des toten Mädchens gelöst hatte. Als er sich aufrichtete, schmerzten seine Muskeln vor Verspannung. Abudun saß ein halbes Dutzend Schritte entfernt an einem Baum gelehnt und kaute auf einem Stück Fladenbrot herum, das er aus seiner Satteltasche geholt hatte. Dieser Anblick versetzte André in rasende Wut. Dass Abudun jetzt aß, kam ihm würdelos vor. Der Nubi erschien seine Gedanken zu erraten, denn er ließ sofort das Brot senken, schluckte den letzten Bissen hinunter und stand auf. »Wir müssen Sie begraben,« sagte er. André's Zorn war schon wieder verraucht. Er sah auf das tote Mädchen hinab und nickte. Er fühlte sich leer. Das Gefühl, das Gefühl, dass etwas Schreckliches geschehen war, das er beim Aufwachen gehabt hatte, hatte sich bewahrheitet. Er hatte Alessas Nähe in sich gespürt, so wie er stets die Nähe eines anderen Unsterblichen gespürt hatte. Nun war dieses Gefühl fort und in ihm herrschte eine tiefe, fast körperlich schmerzende Leere. Mit Alessa schien ein Teil von ihm gestorben zu sein. »Ich verstehe das nicht,« flüsterte er. »Warum?« Abudun zuckte nur mit den Schultern. Wenn André es nicht wusste, woher sollte der Nubier die Antwort kennen? Immerhin versuchte er, eine Erklärung zu finden. »Wir wissen nicht genau, was Sie ihr angetan haben,« sagte er mit leiser, mitfühlender Stimme. »Vielleicht haben Sie sie vergiftet.« »Man kann uns nicht vergiften,« sagte André. »Immerhin kannst du dich betrinken, wie du oft genug bewiesen hast,« sagte Abudun trocken. »Das ist auch eine Art von Vergiftung, oder?« »Bitte, Abudun,« sagte André leise. »Mir ist nicht nach Scherzen.« »Das sollte auch kein Scherz sein,« antwortete der Nubier. »Wenn es etwas gibt, das dich umbringen kann, dann interessiert es mich. Ich soll es übrigens auch interessieren.« André fuhr mit einer zornigen Bewegung herum und funkelte ihn an. »Abudun!« Abudun versuchte, sich in ein Lächeln zu retten, das aber reichlich verunglückt ausfiel. Endlich nickte er. »Ich begrabe sie, und danach sollten wir von ihm verschwinden. Wir sollten möglichst weit weg sein, wenn es hell wird. Sie beerdigten Alessa mit André's Mantel in einer flachen Grube, die Abudun im Wald ausgehoben hatte. Der Nubier hatte gewollt, dass sie ihren Körper nur mit Steinen bedeckten, um Zeit zu gewinnen, aber André hatte dieses Ansinnen empört abgelehnt. Der Gedanke, dass wilde Tiere den Körper des Mädchens finden und anfressen konnten, war ihm schlichtweg unerträglich. Ganz davon abgesehen, dass die Gefahr bestand, dass der Leichnam gefunden werden und eventuelle Verfolger auf ihre Spur bringen konnte. Dass es Verfolger geben würde, das bezweifelten weder Abudun noch André. Ganz bestimmt waren die Dörflein ihrer Panik zum Schloss gerannt, um Beistand gegen die Dämonen zu erflehen, die sie so feige und vollkommen grundlos angegriffen hatten, falls man im Schloss nicht ohnehin den Feuerschein gesehen und Truppen losgeschickt hatte. André fürchtete sie nicht. Wenn die beiden Männer, die er im Dorf erschlagen hatte, die Schlagkraft der Truppen widerspiegelten, dann würden Abudun und er auch mit einem Dutzend von ihnen fertig werden. Aber sie konnten sich keinen Kampf leisten. Sie hatten sieben Bürgen verlassen, um endlich ein ruhiges Leben zu führen und vielleicht sogar Frieden zu finden, nicht um eine Spur aus Blut hinter sich herzuziehen. André hatte sich längst eingestanden, dass sein überstürzter Rettungsversuch vom vergangenen Abend ein schwerer Fehler gewesen war. Abudun und er waren so auffällig, dass die Kunde dessen, was sie getan hatten, ihnen zweifellos über Tage vorauseilen würde und zweifellos würde das, was sie den unschuldigen Menschen angetan hatten, mit jedem Mal düsterer ausgeschmückt werden, wenn jemand die Geschichte weitererzählte. Vermutlich würden sie das Land verlassen müssen, bevor sie sich wieder einigermaßen sicher unter Menschen wagen konnten. Sie folgten dem Ufer des Sees in westlicher Richtung, bis sie auf eine Straße stießen. André war dagegen, ihr zu folgen, aber diesmal war es Abudun, der sich durchsetzte. Es war tiefste Nacht. Nirgendwo war ein Licht oder irgendein anderes Zeichen menschlichen Lebens zu sehen, und bis die Sonne aufging, würde noch viel Zeit vergehen. Zeit, in der sie auf der gepflasterten Straße ungleich schneller vorwärts kommen würden als im Wald. Sollten sie auf eine Ortschaft stoßen, so konnten sie die Straße immer noch verlassen und sich wieder in die Wälder schlagen. Abuduns Ausführungen waren zu zwingend, um ihnen widersprechen zu können, und so willigte André schließlich ein. Er hätte auch gar nicht die Kraft gehabt, sich auf eine Auseinandersetzung mit dem Nubia einzulassen. Noch immer fühlte er sich leer und so erschöpft, als kämen sie aus einer Schlacht. Er empfand keine wirkliche Trauer über Alessas Tod, dazu hatte er sie nicht gut genug gekannt, aber er war auf eine Weise enttäuscht, die er sich vorher nicht einmal hätte vorstellen können. Enttäuscht und beunruhigt. Auch wenn er Abuduns Worte einfach weggewischt hatte, so enthielten sie doch ein furchteinflößendes Maß an Wahrheit. Wenn es etwas gab, das in der Lage gewesen war, dieses Mädchen zu töten, dann sollte er dem auf den Grund gehen. Sie ritten, bis sich das erste Grau der Dämmerung am Horizont zeigte, dann zogen sie sich wieder in die Wälder zurück. Die Sterne waren längst verblasst, als sie endlich aus den Sätteln stiegen und ihre Pferde festbanden. Eigentlich bin ich noch gar nicht müde, sagte André, während er seinen Sattel vom Rücken des Pferdes wuchtete und ein Gähnen unterdrückte. Wir könnten auch weiter reiten. Das ist keine gute Idee, erwiderte Abudun. Während der nächsten Tage sollten wir lieber nur nachts reiten. Wahrscheinlich ist jetzt schon das ganze Land in Aufruhr und sucht nach uns. Und du meinst, das tun sie nachts nicht? Ich kenne mich in der Dunkelheit aus, erwiderte Abudun in einer Schärfe, die keinen Widerspruch zu dulden schien. Außerdem wäre es unklug, blind in der Gegend herumzustolpern. Wir müssen uns orientieren und darüber nachdenken, wohin wir gehen. Ich weiß, wohin ich gehe, antwortete André. Er legte seinen Sattel ins taufeuchte Gras und dachte voller Bedauern an seinen Mantel zurück, in dem sie Alessa beerdigt hatten. Abudun zog die Augenbrauen zusammen. Die Art, in der André das Wort Ich betont hatte, war ihm nicht entgangen. Das habe ich befürchtet, wollte er. Was? Lass mich raten, sagte Abudun scharf. Dein Ziel liegt im Norden und Westen. Du willst diese Zigeunerin finden. Manchmal bist du mir unheimlich berat, antwortete André in nicht ganz so scherzhaftem Ton, wie er eigentlich beabsichtigt hatte. Liest du meine Gedanken? Ja, schnappte Abudun, vor allem, wenn sie so verrückt sind wie jetzt. André streckte sich im Gras aus und versuchte, seinen Hinterkopf in eine einigermaßen bequeme Stellung auf dem Sattel zu legen. Das gelang ihm nicht. Ich bin nicht müde, sagte er, und ich hätte eigentlich erwartet, dass du mich verstehst. Ich muss diese alte Frau finden. Wozu? Abudun lachte rau. Glaubst du, du müsstest nur zu ihr gehen und sie würde dir erklären, was ich bin? Ja, unterbrach ihn André. Genau das glaube ich. Du bist verrückt. Ich wäre verrückt, wenn ich es nicht versuchen würde, widersprach André. Er setzte sich auf. Seit mehr als zehn Jahren versuche ich herauszufinden, was mit mir geschehen ist, Abudun. Was ich bin und warum sich das Schicksal diesen, diesen bösen Scherz mit mir erlaubt hat, niemand weiß etwas. Die wenigen anderen Menschen, auf die ich gestoßen bin und die so wahren wie ich, sind entweder verschwunden oder haben versucht, mich umzubringen. Diese alte Frau ist vielleicht die einzige, die mir meine Fragen beantworten kann. Wahrscheinlich wird sie nur irgendein abergläubisches Gewäsch von sich geben, wie alle anderen, sagte Abudun. Alessa, hätte sie die Wahrheit gesagt. Alessa, antwortete Abudun, hat möglicherweise gelogen, weil sie Angst vor uns hatte oder sie hat im Fieber gesprochen oder diese, diese alte Zigeunerin hat sie oft später vertröstet, weil sie ihre Fragen auch nicht hätte beantworten können. Hast du darüber auch schon mal nachgedacht? Ja, sagte André, das habe ich. Es gibt sicher noch tausend andere Gründe, nicht zu gehen. Du hast recht, Abudun, tausendmal recht. Aber ich muss es versuchen. Es ist die einzige Möglichkeit, vielleicht endlich, endlich zu verstehen, was mit mir geschieht. Abudun seufzte. Und ich dachte, es wäre endlich vorbei, murmelte er. Aber du hast nur eine Besessenheit gegen die andere eingetauscht, scheinbar. Das stimmte nicht. Jedes Wort, das André gesagt hatte, entsprach der Wahrheit, aber dazu kam noch etwas, das er Abudun in diesem Moment unmöglich sagen konnte. Wenn er mehr über sich erfuhr, wenn er endlich begriff, was und wer er war, dann würde er vielleicht Maria wiederfinden. Der Weg ist sehr weit und nicht ungefährlich, Abudun gab sich immer noch nicht geschlagen. Wir würden Wochen brauchen, wenn nicht Monate und wir wissen nicht einmal genau, wo wir suchen sollen. Das Mädchen hat uns keine Stadt genannt, eine alte Zigeunerin namens Anka, irgendwo im Bayerischen, eine Stunde von der Grenze entfernt. Weißt du, was für ein riesiges Gebiet das ist, du Narr? Wir können ein Jahr lang suchen, ohne sie zu finden, falls sie überhaupt noch lebt. Du musst mich nicht begleiten, sagte André ruhig. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns trennen. Was soll denn das heißen? Ich meine es ernst, Abudun, unterbrach ihn André. Meine Freundschaft bringt den Tod. Wenn du noch ein wenig leben willst, dann solltest du vielleicht nicht mit mir kommen. Wenn dich schon niemand bedauert, dann wenigstens du selber, wie? antwortete Abudun finster. Er schüttelte den Kopf. Wohin sollte ich schon gehen? Wenn ich hier bleibe, ende ich auf dem Scheiterhaufen, dafür hast du ja gesorgt. Und wenn ich zurückgehe, begegne ich früher oder später meinen Landsleuten, die dabei sind, euer verfluchtes Christenreich Stück für Stück zu erobern. Sie sind auch nicht gerade gut, auf mich zu sprechen. Trotzdem solltest du, ich sollte dich begleiten, sagte Abudun entschieden. Du überlebst doch keine zwei Tage, wenn ich nicht auf dich aufpasse. Aber ich bleibe dabei, dass es Wahnsinn ist. Habe ich je das Gegenteil behauptet? fragte André. Abudun schüttelte den Kopf. Sie brauchten nicht Monate, wie Abudun befürchtet hatte, aber mehr als fünf Wochen, von denen sie anfangs noch dem Lauf der Donau folgten, der sie getreulich nach Norden führte. Dann aber wichen sie vom direkten Weg ab, um einen großen Bogen um Wien zu schlagen. Die Nachrichten über das, was in Vater Karols Ort geschehen war, waren längst hinter ihnen zurückgeblieben und würden bald vergessen sein, oder zu einer der zahllosen Schreckensgeschichten verblassen, die die Menschen sich abends am Feuer erzählten, um sich an dem wohligen Schauer zu erfreuen, der einen überkommt, wenn man vom Unglück André hört, während man sich selbst in Sicherheit weiß. Aber André, kaum weniger schlechte Nachrichten, holten sie ein und warteten vielerorts bereits auf sie. Neuigkeiten vom Krieg, die André mit tiefer Beunruhigung erfüllten. Der Vormarsch der Türken war ungebrochen. Noch waren ihre Heere nicht in diesen Teil des Landes vorgedrungen, aber die Kunde von ihren angeblichen Gräueltaten eilte ihnen weit voraus, und dass Abudun kein Türke war und selbst vor ihnen auf der Flucht stand ihm schließlich nicht auf die Stirn geschrieben. Menschen mit dunklen Gesichtern, die Turbane trugen, waren in Zeiten wie diesen nicht sonderlich beliebt. André schlug vor, zumindest die großen Städte zu umgehen, und Abudun hatte nichts dagegen einzuwenden. Sie überschritten die Grenze in der Nähe eines kleinen Ortes, der bereits den deutschen Namen Kuschenwalde trug, aber noch nicht auf deutschem Boden lag, und als sie den unauffälligen Grenzstein am Wegesrand passiert hatten, zügelte Abudun sein Pferd und sagte, »Irgendwo im Bayerischen. Da sind wir.« André antwortete nicht gleich, sondern erst nach einer geraumen Weile. Zu seiner großen Überraschung hatte Abudun während der gesamten Reise darauf verzichtet, ihn noch einmal auf die vermeintliche Sinnlosigkeit dieser Mission anzusprechen. Aber natürlich hatte er gewusst, dass dieser Moment kommen würde, und versucht, sich entsprechend darauf vorzubereiten. Statt all der geschliffenen und wohlfeilen Worte jedoch, die er sich zurechtgelegt hatte, sagte er ziemlich lahm, »Das ist wohl mehr das Fränkische hier. Wir haben noch ein gutes Stück vor uns. Eine Woche, wenn nichts dazwischen kommt. Vielleicht etwas mehr.« »Wie beruhigend«, sagte Abudun spöttisch. »Dann haben wir ja noch eine Woche Zeit, bevor wir anfangen, unsere Zeit zu verschwenden.« »Ich schlage vor, wir suchen uns erst mal eine Herberge, um eine vernünftige Mahlzeit zu bekommen«, sagte André. »Und gegen eine Nacht in einem sauberen, weichen Bett hätte ich auch nicht unbedingt etwas einzuwenden. Du, wenn wir es bezahlen können?« Abuduns Antwort erinnerte André schmerzhaft daran, wie beunruhigend schnell ihre Barschaft in den letzten Wochen zusammengeschmolzen war. Sie waren aus naheliegenden Gründen nur selten in Gasthäusern angekehrt und hat nur zu oft unter freiem Himmel geschlafen und sich von dem ernährt, was ihnen die Wälder und die Natur lieferten, sodass die Reise nur wenig Geld gekostet hatte. Aber sie hatte Geld gekostet, und sie war lang gewesen. So bedeutungslos dieser Umstand nach allem, was hinter ihnen lag, auch sein mochte. Sie waren nahezu mittellos, und es wurde allmählich Zeit, dass sie sich Gedanken darüber machten, wie sie ihre zusammengeschmolzene Barschaft wieder aufbessern konnten. Abudun hatte auch schon einige Vorschläge gemacht, die André aber allesamt abgelehnt hatte, denn es war genau die Art von Vorschlägen gewesen, wie er sie von einem ehemaligen Piraten und Sklavenhändler erwartet hatte. Wir könnten auf dem nächsten Jahrmarkt auftreten, spottete nun André. Und womit? Tja, wir könnten kämpfen, antwortete André. Ich bin sicher, die Leute bezahlen gerne dafür, zusehen zu dürfen, wie ein Musemane geschlachtet wird. Abudun zog eine Grimasse, war aber klug genug, auf eine Antwort zu verzichten. André hingegen fragte sich, ob er möglicherweise einen gar nicht so dummen Vorschlag gemacht hatte, ohne es zu beabsichtigen. Sie waren immerhin auf der Suche nach einer Zigeunerin. Und wo sollte man mit dieser Suche beginnen, wenn nicht beim fahrenden Volk? Sie ritten weiter. Eine kalte Brise schlug ihnen ins Gesicht, als solle ihnen klargemacht werden, dass sie in diesem Land nicht willkommen waren. Der Sommer neigte sich dem Ende zu, und der Herbst versprach, früh und kalt zu kommen. Eine Weile folgten sie der nur teilweise gepflasterten Straße, die sich in manchmal vollkommen sinnlos scheinenden Kehren und Windungen in ein langgestrecktes Tal schlängelte, in dem sich eine lockere Ansammlung von Häusern und vereinzelt stehenden Gehöften befand. Zu weit auseinandergezogen, um eine richtige Ortschaft zu bilden, aber trotzdem mit einer Kirche in der Mitte und einem großzügig bemessenen Dorfplatz ausgestattet. Es waren hübsche, saubere Gebäude mit weißgestrichenen Wänden und roten und schwarzen Schindeldächern. Die größtenteils schon abgeernteten Felder, die sich an die Hänge schmiegten, machten allesamt einen ordentlichen Eindruck. Dennoch erfüllte der Anblick André mit Unbehagen, aber Dunn schien es ganz ähnlich zu ergehen, denn er knurrte leise. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht, sagte André, aber jetzt fragt mich nicht warum. Weil es eine Falle ist, erklärte Abudun. Sieh dir dieses Radenloch an. Niemand kommt dort raus, wenn die da unten es nicht wollen. Zweifellos war es ursprünglich anders geplant worden, überlegte André. Man musste schon ein so geschultes Auge haben wie Abudun, aber einmal darauf aufmerksam geworden, war es nicht zu übersehen. Das Tal bildete eine natürliche Festung, die auch von wenigen Verteidigern lange gegen eine Übermacht gehalten werden konnte. Aber wenn die Bewohner des Dorfes dort unten jemanden in ihrem Tal festhalten wollten, dann konnten sie es tun. Aber warum sollten sie es tun, dachte André? Die Leute dort unten kannten sie nicht und sie hatten somit auch keinen Grund, sie zu fürchten. Sie mussten aufhören, nur an Jagd und Flucht zu denken. Letzten Endes hatten sie Transsilvanien und Siebenbürgen verlassen, weil sie des Lebens als ständig Gejagte überdrüssig waren. Sie näherten sich dem Dorf nur langsam und André legte auch keinen besonderen Wert darauf, sich unauffällig zu benehmen. Ganz im Gegenteil, die Menschen dort unten sollten ruhig sehen, dass sie furchtlos kamen und sich nicht etwa anschlichen. Seltsamerweise kam ihnen niemand entgegen, als sie das erste Haus erreichten und daran vorbeirenden. Keine neugierigen Kinder liefen ihnen entgegen oder rannten ein Stück hinter ihnen her. Keine ängstlichen Frauen lugten durch Fensterläden oder durch Türritzen zu ihnen heraus. Keine Männer unterbrachen ihr Tagewerk, um sie misstrauisch zu beäugen. Zumindest der kleine Teil des Ortes, den sie von hier aus überblicken konnten, schien wie ausgestorben zu sein. Aber von der Höhe des Berghanges aus hatte André Bewegungen wahrgenommen und aus einigen Kaminen kräuselte sich Rauch. Das gefällt mir nicht, sagte Abudun zum wiederholten Male. Wo sind die Leute? Vielleicht ist ihnen bei deinem Anblick so sehr der Schrecken in die Knochen gefahren, dass sie Hals über Kopf die Flucht ergriffen haben, erwiderte André spöttisch. Abudun lachte nicht. Sein Blick tastete sich ebenso misstrauisch wie aufmerksam nach rechts und links, und seine Hand legte sich auf den Griff des Krummsäbels, den er anders als sonst an der rechten Seite trug, obwohl er kein Linkshänder war. Das gefällt mir nicht, sagte er noch einmal. Die unheimliche Stille, die sie umgab, änderte sich nicht, bis sie den gepflasterten Platz in der Mitte des Dorfes erreichten. Hier standen die Häuser ein wenig dichter. Sie bildeten einen fast geschlossenen Dreiviertelkreis, in dessen Mitte sich eine weiß getünchte Kirche mit einem schlanken Glockenturm erhob. Das zweiflügelige Tor stand weit offen, sodass André erkennen konnte, dass der Raum dahinter ebenfalls leer war. Aber nun wusste André, dass sie nicht mehr allein waren. Abudun sah oder hörte mit Sicherheit nichts von der Falle, in der sie sehenden Auges hineingeritten waren. Aber Andrés übermenschlich scharfen Sinnen entgingen die winzigen verräterischen Zeichen menschlichen Lebens keinesfalls. Ein leises, aber hörbares Atmen da, das Rascheln von Stoff dort, ein Schleifen von Metall oder das Knarren einer Bodendiele. Sie sind da, sagte er leise und ohne sich zu Abudun herumzudrehen. Ich weiß, antwortete der Nubia ebenso leise und nahezu, ohne die Lippen zu bewegen. Woher? Wenn sie nicht hier sind, dann sind sie nirgendwo, antwortete Abudun. Ich würde mich genau hier verstecken, wenn ich einem Dummkopf auflauern wollte, der direkt in eine Falle läuft, obwohl ihn sein Freund davor gewarnt hat. André warf ihm einen schrägen Blick zu, lenkte sein Pferd bis in die Mitte des Dorfplatzes und hielt an. Nachdem auch Abudun neben ihm zum Stehen gekommen war, richtete er sich im Sattel auf, sah sich nach allen Seiten um und rief dann mit hocherhobener, klarer Stimme, Ihr könnt ruhig herauskommen. Wir wissen, dass ihr hier seid. Wir wollen euch nichts zu Leide tun. Aber sie vielleicht uns, murmelte Abudun. Sein Blick tastete sich weiter misstrauisch und unstet über die Häuser, die den Dorfplatz säumten. Er nahm zwar die Hand vom Schwert, wirkte aber noch immer angespannt und aufs Höchste konzentriert. Es verging noch eine geraume Weile, in der rein gar nichts geschah, und André fing gerade an, sich Sorgen zu machen, aber dann wurde eine Tür geöffnet und ein Mann mittleren Alters und ein halbwüchsiger Knabe traten heraus. Beide wirkten angespannt, und sie sahen ihn und insbesondere Abudun mit einer Mischung aus Neugier und Misstrauen an, die für André's Empfinden weit über die normale Vorsicht hinausging, die man Fremden gegenüber walten ließ. Andererseits wusste er wenig über dieses Land und noch weniger über seine Bewohner. Er wollte sein Pferd herumdrehen, um sich den beiden zu nähern, aber Abudun schüttelte den Kopf und deutete dann in die entgegengesetzte Richtung zur Kirche hin. Als André sich im Sattel herumdrehte, erkannte er eine schmalschultrige Gestalt, die eine zerschlissene Mönchskutte trug und unter dem Kirchenportal aufgetaucht war. Der Geistliche war ihm ein gutes Stück näher als die beiden anderen, sodass er sein Gesicht deutlicher erkennen konnte. Er war uralt und hatte dünnes, schmutzig-graues Haar. Um den Hals trug er ein hölzernes Kreuz und der Ausdruck auf seinem Gesicht war eindeutig als Feindseligkeit zu erkennen. Trotzdem stieg André vom Pferd, warf Abudun einen mahnenden Blick zu sich, nicht von der Stelle zu rühren und näherte sich mit langsamen Schritten der Kirche. Die Blicke des greisen Mönches ließen ihn keinen Augenblick los. Gleichzeitig hörte er Geräusche hinter sich. Ohne sich herumdrehen zu müssen, wusste er, dass weitere Dorfbewohner aus ihren Häusern getreten waren. André blieb stehen, als er den Fuß der aus drei Stufen bestehenden Treppe erreicht hatte. »Wer seid ihr?«, fragte der Alte, ohne sich mit einer Begrußung oder irgendeiner Höflichkeitsfloskel aufzuhalten. »Mein Name ist André,« antwortete der Angesprochene. Er konnte die Feindseligkeit des Mönches fast körperlich spüren. Möglicherweise hatte Abudun recht gehabt. Sie hätten nicht herkommen sollen. Trotzdem fuhr er mit einem Lächeln und einer Geste auf den Nubier fort. »Das ist Abudun, wir...« »Und was seid ihr?«, fiel ihm der Alte ins Wort. André konnte hören, wie noch mehr Menschen ihre Häuser verließen und ins Feier traten. Abuduns Pferd begann, unruhig mit den Hufen zu scharren. »Wir sind nur Reisende,« sagte er. »Wir führen nichts Böses im Schilde.« Die Augen des Alten wurden schmal, und André hatte das sichere Gefühl, etwas Falsches gesagt zu haben. »Wie kommt ihr darauf, dass ich das annehme?«, fragte er. Da der Geistliche offenbar nicht viel von überflüssigen Worten hielt, beschloss André auch, direkter zu werden. »Ihr seid nicht besonders erfreut von unserer Anwesenheit,« scheint mir. »Dabei habe ich gehört, dass Gastfreundschaft zu einer der vornehmsten Tugenden eures Landes gehört.« Der letzte Satz war eine glatte Lüge. Er hatte das Gegenteil gehört, und die letzten Wochen hatten dies auch bewiesen. Je weiter sie nach Norden gekommen waren, desto stärker hatte die Gastfreundschaft der Menschen ab und ihr Misstrauen Fremden gegenüber zugenommen. André war verwundert darüber. Immerhin kam sie aus einem Land, in dem seit zehn Jahren Krieg herrschte, in eines, in dem die Menschen wenigstens einigermaßen in Frieden leben konnten. »Es wird sich zeigen, wie sehr wir von eurem Besuch erfreut sind,« antwortete der Mönch. »Ihr seid Reisende, sagt ihr. Woher kommt ihr? Wohin seid ihr unterwegs und warum?« André fand nicht, dass das den Alten irgendetwas anging. Die Menschen hier hatten möglicherweise Schlimmes mit Fremden erlebt. Vielleicht waren sie auch nur in einem ungünstigen Moment gekommen. Er setzte dazu an, seinem Gegenüber eine höfliche, aber entschiedene Antwort zukommen zu lassen, als er Schritte hinter sich hörte und eine tiefe Stimme sagte. »Lass es gut sein, Vater Ludowig. Ich glaube, sie sind harmlos.« André drehte sich um und musste überrascht den Kopf in den Nacken legen, um in das Gesicht des Mannes blicken zu können, der hinter ihm aufgetaucht war. Er war fast so groß wie Abudun, allerdings viel schlanker, und er hatte ein breitflächiges Gesicht mit buschigem Braun, dem aber trotzdem etwas sehr Offenes anhaftete. Der Blick, mit dem er André maß, war aufmerksam und ein wenig abschätzend, aber ohne Misstrauen und frei von der Feindseligkeit, die er in Ludewigs Augen gesehen hatte. »Ich bin Bürger«, fuhr er fort, nachdem er es zugelassen hatte, dass André ihn eine Weile musterte. Er streckte die Hand aus, und André griff danach und drückte sie kurz. »Ihr müsst Vater Ludowigs Unhöflichkeit entschuldigen, André. Er hat nichts Gutes mit Fremden erlebt.« »Wir haben nichts Gutes mit Fremden erlebt«, sagte Vater Ludowig. »Und vielleicht wird sich das heute wiederholen.« Bürger schien von dieser Bemerkung keine Notiz zu nehmen, aber er warf André einen Blick zu, der klar machen sollte, dass er es vorzog, das Gespräch nicht fortzuführen. »Ihr und euer Freund seid uns herzlich willkommen, André,« fuhr er fort. »Wenn ihr ein Lager für die Nacht sucht,« »frisches Wasser für die Pferde und ein paar Auskünfte werden wohl ausreichen,« mischte sich Abudun ein. Er war nicht abgesessen. André sah aus den Augenwinkeln, dass sich der Platz mittlerweile mit Menschen gefüllt hatte. Es mussten weit mehr als fünfzig sein, die einen sich allmählich enger zusammenziehenden Kreis rings um sie herum bildeten. »Ihr wollt heute noch weiter reiten?«, fragte Bürger. »Wir haben noch einen weiten Weg vor uns,« antwortete André. »Und nur noch wenige Stunden Tageslicht,« fügte Bürger hinzu. »Ihr werdet die nächste Stadt nicht vor Mitternacht erreichen. Es bleibt natürlich euch überlassen, aber ich würde das Risiko nicht eingehen in den Wäldern zu übernachten. Es ist nicht ungefährlich, vor allem für Fremde.« »Wieso?«, fragte Abudun. Bürger warf einen raschen Blick auf den schwarz gekleideten Riesen. »Die Wälder sind sehr dicht und unwegsam,« antwortete er. »Außerdem gibt es wilde Tiere und Ungeheuer darin. So mancher, der hineingegangen ist, ist nicht wieder herausgekommen.« André versuchte vergeblich, einen Unterton von Spott oder gar einer Drohung in seiner Stimme auszumachen, aber Bürger schien durchaus ernst zu meilen, was er sagte. André sah zu Abudun hoch und las die Antwort auf seine unausgesprochene Frage überdeutlich in dessen Augen. Wenn es nach dem Nubier gegangen wäre, dann hätte auch André längst wieder am Sattel sitzen müssen. »Außerdem kommen nur selten Fremde nach Trenklamm,« fuhr Bürger fort. »Wir würden uns freuen, wenn ihr eine Nacht bleiben würdet. Wir haben kein Gasthaus, aber in meinem bescheidenen Haus ist Platz genug und etwas zu essen werden wir auch finden.« Er grinste und hatte plötzlich etwas von einem zu groß geratenen Jungen an sich. »Ihr könnt euch ja erkenntlich zeigen, indem ihr uns ein paar Geschichten von eurer Reise erzählt. Wir erfahren nicht viel von dem, was in der Welt vor sich geht.« André überlegte einen Moment. Abudun wollte weiterreiten, und auch er selbst glaubte, eine ganz leise mahnende Stimme tief in seinem Inneren zu vernehmen, die ihm zuflüsterte, dass er auf Abudun hören und so schnell von ihr verschwinden sollte, wie es nur ging. Aber dann brachte er diese Stimme mit einer bewussten Anstrengung zum Verstummen und nickte. »Warum nicht? Wir haben so lange auf dem nackten Boden geschlafen, dass ich fast alles darum geben würde, mich wieder einmal in einem richtigen Bett auszustrecken. Und gegen eine warme Mahlzeit hätte ich auch nichts einzuwenden.« »Gut«, sagte Bürger. »Dann kommt mit mir. Mein Haus liegt ganz am anderen Ende des Dorfes, aber ihr könnt gerne reiten und dort auf mich warten. Und ihr anderen«, fügte er mit erhobener, deutlich schärferer Stimme hinzu, »hört auf, unsere Gäste anzustarren, als wären sie zweiköpfige Kälber. Das ist unhöflich.« André wusste nicht, wer Bürger war und welche Stellung er hier im Orte inne hatte, aber die anderen hörten tatsächlich auf ihn. Die Menge begann sich rasch zu verteilen. Innerhalb kürzester Zeit war der Dorfplatz beinahe wieder menschenleer. Nur zwei oder drei Kinder blieben zurück, die die beiden Fremden, vor allem natürlich den schwarz gekleiderten Mohren mit unverblümter Neugier anstarten. Und natürlich Vater Ludowig. Er schien auch immer von tiefem Misstrauen erfüllt zu sein. André griff nach den Zügeln, saß aber nicht auf, sondern ging neben Bürger her, als diese sich auf den Weg machte. »Ihr müsst Vater Ludowigs Benehmen wirklich entschuldigen«, sagte Bürger, nachdem sie einige Schritte gegangen waren. »Er ist ein alter Mann, der allmählich wunderlich zu werden beginnt.« »Was hat er damit gemeint, dass ihr nichts Gutes mit Fremden erlebt habt?«, fragte André. Bürgers Gesicht verdüsterte sich. »Das ist eine schlimme Geschichte,« antwortete er. »Wir sind überfallen worden von Männern, die genau wie ihr herkamen und vorgaben, nur ein Quartier für die Nacht und eine warme Mahlzeit zu suchen. Sie haben beides bekommen und es uns gedankt, indem sie uns ausgeraubt und etliche von uns erschlagen haben.« »Eine Räuberbande?«, fragte Abudun. »Es ist lange her«, sagte Bürger, ohne seine Frage direkt zu beantworten. »Aber seither traut Vater Ludowig keinem Fremden mehr, der zu uns kommt und schon gar keinem, der eine Waffe trägt.« »Und ihr?«, fragte André. »Welchen Sinn hätte das Leben, wenn man niemandem mehr trauen würde?«, erwiderte Bürger mit einem Schulterzucken. »Ich glaube, dass Gott die meisten Menschen gut erschaffen hat.« Er deutete auf André Schwert und fragte. »Seid ihr Krieger?« »Manchmal«, André lächelte. »Wenn es sein muss.« »Wenn es sein muss?« »Wir haben einen weiten Weg hinter uns und einen vielleicht noch weiteren vor uns«, antwortete André. »Ihr habt es selbst gesagt, die meisten Menschen sind gut, aber leider nicht alle.« Bürger sah ihn stirnrunzelnd an, und André versuchte sich vergebens darüber klar zu werden, ob der Grund für dieses Stirnrunzeln der war, dass er über das Gesagte nachdachte, oder ob Bürger der Umstand aufgefallen war, dass André seine Worte nicht genau wiedergegeben hatte. »Man muss sich verteidigen«, sagte Bürger schließlich. »Ihr kommt aus dem Osten, nicht wahr? Dort wüten noch immer die Türken. Ist es wahr, dass sie auch hierher kommen werden?« »Ich weiß es nicht«, antwortete André ausweichend. »Aber selbst wenn, dann wird es noch sehr lange dauern. Sie sind weit weg. Sorgt euch nicht.« »Ich sorge mich nicht«, erwiderte Bürger. »Ich bin nur neugierig.« Er sah zu Abudun hoch. »Seid ihr ein Türke?« Abudun starrte ihn nur finster an, aber André war nicht ganz sicher, wem der Ärger an seinem Blick eigentlich galt, Bürger oder ihm. »Nein«, sagte er rasch, Abudun hat mit den Türken so wenig zu schaffen wie ich, und er mag sie wohl noch weniger als ich. Er ist Nubia. »Nubia? Ein Land in Afrika«, erklärte Abudun. »Es ist sehr weit weg. Und wie ist es dort?« »Warm«, gräute Abudun. Bürger blinzelte, sah den ehemaligen Piraten noch einen Herzschlag lang verwirrt an und zuckte dann mit den Schultern. »Da sind wir«, sagte er. Er deutete auf das letzte Haus am Ortsrand, das, an dem sie vorhin schon einmal vorbeigekommen waren und beschleunigte seine Schritte. »Ihr könnt eure Pferde dort im Schuppen unterbringen«, sagte er. »Ich hatte früher selbst ein Pferd, das immer darin stand. Es ist kein Heu mehr da, aber ich werde gleich welches holen.« »Macht euch keine Umstände«, André führte sein Tier in den kleinen Holzverschlag. Er war so niedrig, dass zwar das Pferd, aber er nicht mehr aufrecht daran stehen konnte, band den Zügel an einen Pfosten und trat wieder ins Freie. Abudun schwang sich ächzend aus dem Sattel und trat weit nach vorne gebeugt an ihm vorbei, und André ließ seinen Blick durch die Gegend schweifen, während er darauf wartete, dass der Nubier zurückkam. Einige Kinder waren ihnen gefolgt und standen tuschend auf der anderen Straßenseite, aber ansonsten wirkte der Ort noch immer wie ausgestorben. Seltsam. Sie betraten das Haus, dessen Inneres einen weitaus geräumigeren Eindruck machte, als sein Äußeres vermuten ließ. Die Decke war ein gutes Stück höher als allgemein üblich. André vermutete, dass Bürger das Haus selbst gebaut und dabei seinen überdurchschnittlichen Körpermaßen angepasst hatte. Auch das Mobiliar war robust und eine Spur größer als gewöhnlich, ansonsten von ziemlich einfacher Machart. Ihr Gastgeber eilte voraus und machte sich hastig an, irgendetwas zu schaffen, das auf dem Tisch lag. André hörte ein Klimpern, während Bürger sich herumdrehte und mit einem kleinen Lederbeutel zu einer Truhe eilte, in die er ihn scheinbar achtlos hineinwarf. Dann drehte er sich heftig gestikulierend zu ihnen herum. Ihr werdet müde von der Reise sein, sagte er. Es gibt ein zweites Zimmer, das ohnehin leer steht. Warum ruht er euch nicht ein wenig aus? Ich muss noch gewisse Vorbereitungen treffen. Vorbereitungen? fragte Abudun. Ich habe selten Gäste, antwortete Bürger verlegen. Macht euch unsretwegen keine Umstände, Bürger, sagte André, aber Bürger winkte ab und ließ ihn gar nicht, weiter zu Wort kommen. Es sind keine Umstände, im Gegenteil. Ich habe so selten Gäste, dass ich froh bin, dass ihr da seid. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich noch einmal mit Vater Ludwig rede und mit einigen anderen. Anderen, hackte Abudun nach. Macht euch keine unnötigen Gedanken, sagte Bürger und begann wieder mit den Händen in der Luft herumzufuchteln. Ich bin bald zurück. Ruht euch aus oder seht in der Speisekammer nach, ob ihr etwas findet, was eurem Geschmack entspricht. Ich bin bald zurück. Bevor André oder Abudun auch noch eine weitere Frage stellen konnten, lief er an ihnen vorbei und zur Tür hinaus. André blickte ihm kopfschüttelnd nach, während sich Abuduns misstrauische Stirnrunzel noch vertiefte. Wie hat er das gemeint? Wir sollen uns keine unnötigen Gedanken machen, murmelte er. Vielleicht reicht es ja, wenn wir uns die Gedanken machen, die nötig sind. André seufzte, aber Abudun schien Gefallen an dem Wortspiel gefunden zu haben. Weißt du, wie du es am schnellsten schaffst, jemanden zu beunruhigen? fragte er nur, um seine eigene Frage gleich selbst zu beantworten, indem du ihm versicherst, dass es keinen Grund gibt, beunruhigt zu sein. Wieder seufzte André. Abudun, dein gesundes Misstrauen in Ehren, aber man kann es damit auch übertreiben. Genau wie mit der Vertrauensseligkeit, murrte Abudun. Er wartete einen Moment vergebens auf eine Antwort, dann hob er die Schultern und ging mit langsamen Schritten zu der Truhe, an der sich Bürger zu schaffen gemacht hatte. Er klappte den Deckel auf, griff hinein und nahm den Beutel heraus, den Bürger zuvor dort hineingeworfen hatte. André zog missbildigend die Augenbrauen zusammen, als Abudun ihn öffnete und eine Anzahl Silber- und Kupfermünzen auf seine Handfläche schüttete. Lass das, wies er Abudun zurecht. Das gehört uns nicht. Du vergisst, mit wem du redest, sagte Abudun. Keineswegs, antwortete André. Abudun machte ein beleidigtes Gesicht, legte den Beutel jedoch nicht zurück, sondern schüttete sich auch noch den restlichen Inhalt auf die Handfläche und zählte den Betrag, ehe er ihn mit deutlichen Bedauern in den Beutel zurückgleiten ließ und diesen wieder in der Truhe verstaute. Das ist eine höllische Menge Geld, sagte er. Genug für unsere Reise. Zu schade, dass du mir dein Wort gegeben hast, nicht mehr zu stehlen, erinnerte André ihn. Hey, hey, wieder sprach Abudun. Wann soll das gewesen sein? Jetzt gerade, antwortete André. Ich weiß, was du denkst. Vergiss es gleich wieder. Ich möchte keine Schwierigkeiten. Die Leute hier haben uns freundlich aufgenommen. Freundlich? Abudun riss die Augen auf. Dann möchte ich die Menschen in diesem Land nicht erleben, wenn sie unfreundlich sind. Hör jetzt auf, wenn du keinen Wert darauf legst, mich unfreundlich zu erleben, riet ihm André. Abudun ließ sein prachtvolles Gebiss zu einem breiten Grinsen aufblitzen, aber er hatte auch begriffen, dass Andrés Worte nicht ganz so scherzhaft gemeint gewesen waren, wie sie vielleicht geklungen hatten. Also ging er nicht weiter auf die vermeintliche Unfreundlichkeit der Dorfbewohner ein, sondern blickte kopfschüttelnd zu der Tür, hinter der Bürger verschwunden war. Dieser Bürger ist ein seltsamer Mann, murmelte er. Wieso? Der Nubier hob die Schultern. Er ist entweder der größte Dummkopf, dem ich hier begegnet bin, oder der raffinierteste Lügner, den ich jemals gesehen habe. Eine ganze Weile später kehrte Bürger in Begleitung einiger anderer Dorfbewohner zurück, und nachdem beide Seiten ihr noch immer vorhandenes Misstrauen allmählich überwandten, kamen sie mehr und mehr miteinander ins Gespräch. Weitere Männer und Frauen und auch etliche Kinder erschienen, sodass Bürgers an sich geräumiges Haus schon bald zu klein wurde, und sie den lauen Abend nutzten und sich draußen um ein Feuer setzten, das umso höher noderte, je größer der Kreis wurde, der sich darum bildete. Es war kein wirkliches Fest, aber die Stimmung war entspannt und nahezu fröhlich, und nach und nach geserte sich fast das gesamte Dorf zu ihnen. Abgesehen von Vater Ludowig, der den gesamten Abend in seiner Kirche verbrachte und Gott um Beistand gegen die fremden Teufel anflehte, wie das hell erleuchtete Gotteshaus vermuten ließ. Bislange nach Mitternacht saßen sie zusammen, und die Dörfler lauschten den Erzählungen von fremden Ländern und abenteuerlichen Reisen, die André und später auch Abudun zum Westen gaben. Die meisten dieser Geschichten hatten sie sich gerade in dem Moment ausgedacht, in dem sie sie erzählten. André vermutete, dass zumindest Bürger dies ahnte, manchmal glomm ein sonderbares Lächeln in seinen Augen auf, aber welchen Unterschied machte das schon? Sie hatten versprochen, sich für die Gastfreundschaft dieser Menschen erkenntlich zu zeigen, indem sie von dem erzählten, was draußen in der Welt vor sich ging. Die meisten der Dorfbewohner würden Zeit ihres Lebens ohnehin nicht aus ihrem Dorf herauskommen. Spät zogen sie sich in die Kammer zurück, die Bürger ihnen zugewiesen hatte. André's Kopf war schwer von dem süßen Wein, dem er in größerem Maß zugesprochen hatte, als gut war, und auch Abudun kämpfte mit den Folgen des Gelages. André schlief ein, kaum dass er sich auf dem einfachen, aber sauberen Lager ausgestreckt hatte, und erwachte mit dem intensiven Gefühl, nicht mehr allein zu sein. Er blieb mit geschlossenen Augen liegen und konzentrierte sich ganz auf die Eindrücke, die ihm seine Sinne lieferten. Selbst wenn er nicht über die übermenschlich scharfen Sinne eines Unsterblichen verfügt hätte, wäre ihm nicht verborgen geblieben, dass sich jemand bei ihnen im Zimmer aufhielt. Der Eindringling gab sich zwar alle Mühe, leise zu sein, aber er stellte sich nicht sonderlich geschickt an, Stoff raschelte. André hörte scharfe, nur unzureichend unterdrückte Atemzüge, die die Furcht des Eindringlings verrieten, und er glaubte sogar, seinen rasenden Herzschlag zu vernehmen. Er roch den kalten, leichtsäuerlichen Schweiß eines alten Menschen, und als er die Augen öffnete, nahm er einen verschwommenen Umriss im Halbdunkel des Zimmers wahr. Metall blitzte unmittelbar über seinem Gesicht auf. André reagierte so schnell, dass der andere vermutlich nicht einmal begriff, wie ihm geschah, ehe er auch schon hilflos in seinem Griff zappelte und vergebens nach Luft rang. Die Waffe polterte mit einem Geräusch zu Boden, das seltsam falsch klang, und obwohl André noch immer kaum mehr als einen Schatten sah, hatte er doch sofort das Gefühl, dass irgendetwas nicht so war, wie es sein sollte. Auch Abudun sprang auf die Füße. Er hatte am vergangenen Abend sehr viel mehr getrunken als André und hätte demzufolge schlafen müssen wie ein Stein, reagierte aber mit der gewohnten Schnelligkeit. Mit einem einzigen Satz war er aus dem Bett und stieß die Läden auf, die Bürger vorgelegt hatte. Silbernes Mondlicht strömte ins Zimmer, und für einen unendlich kurzen Moment glaubte André, einen Schatten davonhuschen zu sehen. Etwas Großes, Dunkles, mit Flügeln, die auf falsche Weise schlugen. Aber er war nicht sicher, und in der nächsten Sekunde, als er das zappelnde Bündel in seinen Händen betrachtete, war er auch viel zu verblüfft, um einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden. Vater Ludowig, murmelte er überrascht. Der Greisemönch strampelte vergebens mit den Füßen, die sich eine gute Handbreit über dem Boden befanden, und schlug schwächlich mit beiden Fäusten auf Andrés Hände ein. Sein Gesicht begann sich allmählich blau zu färben. Was tut ihr hier? wollte André wissen. Vater Ludowig ächzte, und Abudun, der am Fenster stand und sich den Brummschädel rieb, murmelte. Ist wahrscheinlich fällt ihm das Antworten leichter, wenn du die Hände von seinem Hals nimmst. André ließ den Mönch so hastig los, dass Vater Ludowig die Balance verlor und gestürzt wäre, hätte Abudun nicht rasch zugegriffen und ihn aufgefangen. Obwohl er heftig japsend nach Luft rang und zweifellos starke Schmerzen hatte, riss Ludowig sich hastig los, wich bis in die entfernteste Ecke des Zimmers zurück und schlug das Kreuzzeichen vor Brust und Gesicht. In seinen weit aufgerissenen Augen stand die nackte Angst, während er abwechselnd André und den Nubier anstarrte. Vater Ludowig, versuchte es André noch einmal, nun in verändertem Ton. Wir haben euch gestern Abend vermisst. Schön, dass ihr doch noch gekommen seid. Er bedauerte die Worte augenblicklich. Vater Ludowig war nicht in der Verfassung, den Spott darin zu verstehen. Vermutlich würde er alles, was André in diesem Moment tat oder sagte, als Drohung empfinden. Statt auf ihn zuzutreten und seine Furcht damit noch zu nähren, richtete André seinen Blick nach unten und hielt nach dem Gegenstand Ausschau, den Vater Ludowig fallen gelassen hatte. Die vermeintliche Waffe entpuppte sich als kupferner Becher, der in einer bereits eingetrockneten Pfütze auf dem Boden lag. André ging in die Knie, hob ihn auf und roch daran. Dann tauchte er den Zeigefinger in den winzig verbliebenen Rest von Flüssigkeit, der sich noch darin befand, und kostete. Weihwasser? mummelte er überrascht. Aber Dun blinzelte, während sich auf Ludowigs Gesicht eine Mischung aus Unglauben und nur ganz allmählich aufkommende Erleichterung breitzumachen begann. »Habt ihr eure Meinung geändert?« fragte André. »Ihr seid tatsächlich gekommen, um uns zu segnen? Das ist überaus großzügig von euch.« Abudun warf ihm einen mahnenden Blick zu, und auch André selbst rief sich in Gedanken zur Mäßigung. Ludowig erbleichte schon wieder. André war klar, dass er dem alten Mann wahrscheinlich Unrecht tat, aber nach allem, was er mit Männern der Kirche erlebt und durch sie erlitten hatte, war es ihm einfach nicht mehr möglich, wohlwollend mit ihnen umzugehen. Er wollte es auch nicht. »Was sucht ihr hier?« fragte er gerade heraus. Vater Ludowig starrte ihn nur stumm und aus immer noch weit aufgerissenen Augen an. »Erklärt euch, wieso kommt ihr mitten in der Nacht hierher?« Ludowigs Blick saugte sich schier an dem Becher an Andrés Hand fest. Er sprach noch immer nicht. André wusste selbst nicht warum, aber aus einem plötzlichen Gefühl heraus, setzte er den Becher an und trank die wenigen Tropfen aus, die sich noch auf seinem Boden befanden. »Ihr seht, heiliger Mann, wir sind nicht mit dem Teufel im Bunde und auch nicht von ihm besessen«, sagte Abudun lachend. »Was also wollt ihr von uns?« »Ihr müsst gehen«, kriegte Vater Ludowig. Er hatte Mühe zu sprechen und massierte mit der linken Hand seinen schmerzenden Kehlkopf. André hatte nicht mit aller, aber doch mit großer Kraft zugedrückt. Ludowig konnte von Glück sagen, dass er ihm nicht sein vom Alter schon mürbe gewordenes Genick gebrochen hatte. »Das hier ist kein Platz für Fremde. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, dann steigt auf eure Pferde und reitet davon.« »Das hatten wir ohnehin vor«, antwortete André kühl. »Aber nun, wo ihr uns so nett darum bittet, bleiben wir vielleicht noch ein paar Tage.« »Ihr wisst nicht was«, setzte Vater Ludowig an, aber er wurde unterbrochen. Draußen polterten Schritte. Dann wurde die Tür aufgerissen und Bürger stürmte herein, nackt bis auf einen schmuddeligen Ländenschurz. In der rechten Hand hielt er einen Knüppel und auf seinem Gesicht lag ein wütend entschlossener Ausdruck, der aber in Überraschung und dann Betroffenheit umschlug, als er Vater Ludowigs und danach des Messbechers in Andrés Hand ansichtig wurde. »Oh!« »Was wollt ihr mit dem Prügel? Uns wachklopfen?«, worte Abudun. »Es ist nicht nötig. Mein Schädel dröhnt schon genug von eurem süßen Wein.« Bürger starrte den Knüppel in seiner Hand einen Moment lang verwirrt an, als könne er sich tatsächlich nicht erinnern, wie er überhaupt dorthin kam, und flüchtete sich schließlich in ein Lächeln. »Ich war verzeiht«, stammelte er, räusperte sich und setzte neu an. »Ich habe Lärm gehört und wollte nachsehen.« Er ließ den Knüppel sinken und wandte sich stirnrunzelnd an Vater Ludowig. »Was geht hier vor?« Vater Ludowig starrte ihn verstockt an. Er schwieg. Bürger setzte dazu an, seine Frage in schärferem Ton zu wiederholen, aber André kam ihm zuvor. »Ich glaube, der gute Vater Ludowig ist nur gekommen, um sich bei uns zu entschuldigen.« Bürger Stirnrunzeln vertiefte sich, während er von einem zum anderen blickte. Schließlich hob er die Schultern und wandte sich direkt an Ludowig. »Wird es nicht Zeit, die Morgenandacht vorzubereiten, Vater?« Ludowig nickte hastig, nahm den Messbecher an sich, den André ihm hinhielt, und floh aus dem Zimmer. Er schloss die Tür nicht hinter sich, und es blieb eine ungute, schwer mit Worten zu beschreibende Stimmung zurück. André war aber nicht sicher, ob sie nun von Vater Ludowig oder von Bürger ausgegangen war. »Ich muss mich in Vater Ludowigs Namen für die Störung eures Schlafes entschuldigen,« sagte Bürger. »Er ist ein alter Mann, aber das rechtfertigt nicht sein Handeln. Ich werde mit ihm sprechen.« »Das ist nicht nötig,« wiegelte Abudun ab. Er sah aus dem Fenster. »In Kürze wird es ohnehin, wir können ebenso gut jetzt aufbrechen.« »Ganz wie ihr wünscht,« Bürger wirkte enttäuscht. »Ich hoffe nur, es hat nichts mit diesem, äh, diesem dummen Zwischenfall zu tun.« »Bestimmt nicht,« versicherte ihm André. »Abudun hat recht, wisst ihr, ähm, wir haben noch einen weiten Weg vor uns.« »Aber ihr bleibt, bis es hell ist.« Bürgers Vorschlag klang eindeutig wie ein Befehl. »Es ist viel zu gefährlich, nachts durch die Wälder zu reiten. Ihr könnt euch draußen am Brunnen waschen, wenn ihr wollt. Das Wasser ist kalt, aber sauber. Ich werde die Zeit nutzen, um ein Mahl vorzubereiten. Ihr könnt es auf dem Weg brauchen, glaubt mir.« André tauschte einen raschen und, wie er hoffte, von Bürger nicht bemerkten Blick mit Abudun, aber der Nubier zuckte nur mit den Schultern. Wie Bürger vorausgesagt hatte, war das Wasser des gemauerten Brunnens hinter seinem Haus sauber und klar, aber auch eiskalt. Es kostete andere Überwindung, sich damit zu waschen, und auch Abudun schnaubte und pustete, dass man es im ganzen Tal hätte hören müssen. Rasch trockneten sie sich ab, hüllten sich wieder in ihre Kleider, und als sie ins Haus zurückkamen, erlebten sie eine Überraschung. Bürger hatte nicht nur überall Kerzen angezündet, was dem großen, nur spärlich möblierten Raum etwas sonderbar Sakrales zu verleihen schien. Er hatte auch bereits den Tisch gedeckt und Speisen aufgetragen, die das Mahl eher zu einem Festmahl geraten ließen. Und er war nicht mehr allein. André hatte nicht bemerkt, dass noch jemand das Haus betreten hatte. Doch neben Bürger saß jetzt eine dunkelhaarige junge Frau, die sehr zierlich war. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen, und ihre Haut war mit einem kränklichen, grauen Schimmer überzogen. »Da seid ihr ja schon«, begrüßte Bürger seine Gäste. Er klang jetzt wieder so fröhlich wie am vergangenen Abend. Von dem Gräuel, der ihnen Ludewigs Gegenwart überkommen hatte, war nichts mehr geblieben. Eifrig deutete er auf den Tisch und fuhr mit einer Kopfbewegung in Richtung der jungen Frau fort. »Helga kennt ihr ja bereits. Nehmt Platz. Die Suppe ist gleich fertig.« André nickte wortlos in Helgas Richtung, doch obwohl sie ihn ansah, reagierte sie nicht einmal mit einem Wimpernzucken darauf. Er erinnerte sich jetzt, sie schon am vergangenen Abend am Feuer gesehen zu haben. Während André Bürgers Einladung Folge leistete und sich setzte, sagte dieser, »Helga ist meine Schwester, alles, was von meiner Familie geblieben ist.« Das dunkelhaarige Mädchen ging an André vorüber, und er registrierte einen schwachen, aber unangenehmen Geruch, den er nur dank seiner überscharfen Vampir-Sinne wahrnahm. Es war der gleiche Geruch, den auch Bürger verströmte. Jedem anderen Menschen wäre er verborgen geblieben, aber André wusste nun, dass die beiden das Lager miteinander geteilt hatten. Schwester, nun, was ging es ihnen an? Auf Abuduns Gesicht erschien ein kurzes, aber anzügliches Grinsen, als er sich auf der anderen Seite des reichgedeckten Tisches niederließ, und André warf ihm einen warnenden Blick zu. Anscheinend bedurfte es nicht zwingend des wölfischen Geruchssinns und der Eulenaugen eines Unsterblichen, um gewisse Dinge erkennen zu können, aber sie hatte nicht das Recht, über diese Leute zu urteilen. Dennoch, André musste Abudun im stillen Recht geben. Zwar hatte es gut getan, wieder einmal unter Menschen zu sein und in einem richtigen Bett zu schlafen, aber sie hätte nicht herkommen sollen. Irgendwas war mit diesem Dorf und seinen Menschen nicht in Ordnung. Bürger trug eine heiße Gemüsebrühe auf, der sie ebenso ausgiebig zusprachen wie dem frischgebackenen Brot und dem Salzfleisch, das Helga kredenzte. Es begann zu dämmern, als sie mit dem Mal fertig waren. Bürger redete die ganze Zeit belangloses Zeug, während Helga kein Wort sprach. Nur dann und wann warf sie André verstohlene Blicke zu, unter denen er sich immer unwohler zu fühlen begann. In ihren Augen, die scheinbar vollkommen ausdruckslos waren, schien etwas wie eine Aufforderung zu liegen, beinahe schon etwas Gieriges. Unsinn, dachte er. Der Einzige, der hier Gier verspürte, war er. Er hatte keine Frau mehr gehabt, seit sie Transsilvanien endgültig den Rücken gekehrt hatten, was mittlerweile mehr als drei Monate zurücklag. Aber daran würde sich vorerst nichts ändern. Ihr graues Gesicht zeugte nicht nur von Müdigkeit. Er konnte riechen, dass irgendetwas in ihrem Körper wühlte, tief innen, und ihr selbst noch nicht bekannt, dass sie am Schluss zerstören musste. Schuldbewusst senkte er den Blick in seine fast gelehrte Suppenschale. Bürger deutete ihn offenbar falsch. Noch ein Nachschlag? Nein, antwortete André rasch. Er sah zum Fenster, hinter dem der Himmel mittlerweile hellgrau geworden war. Es ist wirklich an der Zeit. Auf ein Wort noch, wandte Bürger ein, als André aufstehen wollte. Bitte. André ließ sich wieder zurücksenken. Er war plötzlich angespannt. Bürger hielt ihn nicht nur unter allen möglichen Vorwänden hier fest, weil er ihre Gesellschaft genoss. Das spürte er plötzlich. Ja? Ich, äh, ich weiß nicht recht, wie ich beginnen soll, sagte Bürger und Abudun unterbrach ihn. Nur immer gerade heraus, du hast unsere Sachen durchfühlt, nicht wahr? André sah ihn fragend an und Abudun nickte finster. Als du dich vorhin gewaschen hast, war ich bei den Pferden. Jemand hat sich an unserem Gepäck zu schaffen gemacht. Er war sehr vorsichtig, aber ich hab es gemerkt. Ich wollte mir nur darüber klar werden, wer ihr seid, sagte Bürger. Ich hab nichts gestohlen. Ich weiß, sagte Abudun. Wäre es anders, dann wärst du jetzt schon tot. Warum? fragte André. Haben wir euch irgendeinen Grund gegeben, uns zu misstrauen? Im Gegenteil, antwortete Bürger. Er lächelte verlegen. Immerhin habt ihr mein Gold nicht angerührt. Gold? In der Truhe, in die ich das Geldsäckchen gelegt habe, antwortete Bürger mit einer Kopfbewegung. Darunter liegt ein ganzer Beutel voller Gold. Fünfzig Gold-Dukaten, um genau zu sein. Fünfzig? Abudun riss die Augen auf. Das war ein regelrechter Schatz, den man bei einem einfachen Bauern wie Bürger ganz gewiss nicht erwartet hätte. Sie sind falsch, sagte Bürger leichthin. Aber es sind gute Fälschungen. Kaum jemand hat bisher den Unterschied bemerkt. Ihr wolltet, dass wir euch dabei beobachten, wie ihr euer Geld in die Truhe legt, vermutete André. Warum? Ich bin nicht so über die Maßen misstrauisch wie Vater Ludowig und einige andere hier, antwortete Bürger. Aber ich bin auch nicht dumm. Zu viel Vertrauensseligkeit ist ebenso schädlich wie zu großes Misstrauen. Du wolltest uns auf die Probe stellen, stellte Abudun fest. Er zog eine Grimasse. Tja, was hättest du gemacht, wenn wir dein Geld und dein falsches Gold einfach genommen hätten und davon geritten wären? Ihr hättet Trennklamm nicht lebend verlassen, antwortete Bürger. Es hörte sich nicht wie eine Drohung an, sondern eher wie etwas, woran es für Bürger nicht den geringsten Zweifel gab. Abudun wollte auffahren, aber André brachte ihn mit einer hastigen Geste zum Schweigen. Und nun, wo wir eure Probe bestanden haben, wollte er wissen. Bürger sah kurz zu Helga hin, ehe er antwortete. Ich habe euch einen Vorschlag zu machen, sagte er. Wir sind an keinerlei Vorschlägen, Interest, begann Abudun, wurde aber erneut von André unterbrochen. Welchen? Ihr seid Söldner, nicht wahr? Fragte Bürger. Und? Fragte Abudun. Wenn es so wäre? Und ihr seid nicht besonders wohlhabend, fuhr Bürger fort, noch immer direkt an André gewandt. Die Reise hat eure Geldmittel aufgezehrt, habe ich recht? Selbst wenn, glaube ich, kaum, dass du dir unsere Dienste leisten könntest, sagte Abudun unfreundlich. Wir kämpfen nicht für falsches Gold. Ich habe Geld, widersprach Bürger. Keine 50 Goldstücke, aber genug für eine so leichte Aufgabe wie die, für die ich euch brauche. Wenn sie so leicht ist, warum erledigt ihr sie dann nicht selbst? Fragte André. Leicht für Männer wie euch, antwortete Bürger. Unmöglich für mich. Abudun wollte schon wieder auffahren, aber André kam ihm erneut zuvor. Wir kämpfen nicht für Geld, Bürger, sagte er. Jedenfalls nicht mehr. Es gab eine Zeit, da haben wir es getan, aber die ist vorbei. Es bringt nichts Gutes ein, Menschen für Geld zu töten. Abudun schien Mühe zu haben, ihn nicht unglaublich anzustarren. Sie hatten sich in den zurückliegenden zehn Jahren so oft und in so vielen Kriegen als Söldner verdungen, dass sie längst aufgehört hatten, sie zu zählen. Ich habe euch gestern nicht die ganze Wahrheit erzählt, fuhr Bürger vollkommen unbeeindruckt fort. Stell dir vor, das ist uns aufgefallen. Giftete Abudun. Bürger missachtete den Einwand. Es ist wahr, dass wir einst überfallen wurden, fuhr er fort, aber es waren keine Räuber. Sondern? Fragte André. Bürger antwortete nicht gleich. Er sah André an, aber während er sprach, begann sich ein sonderbarer Ausdruck in seinem Blick auszubreiten. Eine Furcht, als sähe er gar nicht mehr sein Gegenüber, sondern etwas anderes, Schreckliches, das weit zurück lag. Wir leben seit einer Generation im Streit mit den Bewohnern eines anderen Dorfes, einen halben Tagesmarsch von hier, sagte er. Es liegt hoch in den Bergen an einem fast unzugänglichen Pass. Seine Bewohner sind, äh, sind Heiden, die den Satan anbeten und einem uralten Teufelskult huldigen. André musste sich beherrschen, um Bürger nicht schon jetzt zu unterbrechen. Wie oft hatte er solche Geschichten schon gehört? Es war immer dasselbe, und es würde immer dasselbe bleiben, solange es Menschen gab. Vor zwei Jahren haben sie uns überfallen, fuhr Bürger fort. Wir hatten immer schon Streit mit ihnen, und manchmal kam es auch zu Tätlichkeiten. Aber in dieser Nacht sind sie gekommen und haben uns im Schlaf überrascht. Sie haben fast die Hälfte von uns erschlagen und etliche unserer jungen Frauen und Knaben mitgenommen. Das halbe Dorf haben sie niedergebrannt. Und nun wollt ihr, dass wir die Hälfte ihres Dorfes niederbrennen? Fragte André leise. Er schüttelte den Kopf. Ich kann euch verstehen, Bürger, aber diese Art von Söldern waren wir nie. Euer Streit geht uns nichts an. Sie haben meine Frau und meine Tochter mitgenommen, fuhr Bürger fort. André sah überrascht zu Helga hin. Sie hielt seinen Blick ruhig und sehr ernst stand. Meine Frau ist tot, fuhr Bürger fort. Ich bin ihnen gefolgt, nachdem meine schlimmsten Wunden verheilt waren. Ich fand ihre Leiche auf halbem Weg in den Bergen. Sicher? Seine Stimme versagt und seine Hände begannen für einen Moment so heftig zu zittern, dass er sie zu Fäusten beilen musste. Dann hatte er sich wieder in der Gewalt. Ich will keine Rache, André. Einst wollte ich sie. Hätte ich es damals gekonnt, dann hätte ich ihr Dorf bis auf die Grundmauer niedergebrannt und jede lebende Seele ausgelöscht. Oh ja, ich wollte Rache. Ich hätte mein Leben geopfert, um mich zu rächen. Ich habe Gott verflucht und meine Seele dem Teufel angeboten, wenn er mir dafür geholfen hätte, mich an dem feigen Mörderpack zu rächen. Doch er hat nicht geantwortet. Er stönte auf. Aber es ist vorbei. Rache nutzt niemandem. Es macht die Tod nicht wieder lebendig, wenn man noch mehr Menschen erschlägt. Man kann nicht ein Unrecht durch ein anderes aufwiegen. Amen, sagte Abudun spöttisch. André schenkte ihm einen verärgerten Blick. »Und was wollt ihr dann?« fragte er an Bürgergewand. »Meine Tochter,« antwortete Bürger, »sie ist jetzt zwölf Jahre alt. Ich möchte, dass sie sie befreit.« »Eure Tochter,« André nickte nachdenklich und sah wieder, diesmal für länger, zu Helga hin, aber sie erwiderte seinen Blick so ruhig und ausdruckslos wie zuvor. »Wieso glaubt ihr, dass sie noch lebt?« »Ich weiß es,« antwortete Bürger in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. »Ich spüre, dass sie noch am Leben ist, genauso wie ich gespürt habe, dass meine Frau tot war und dass sie schrecklich leidet. Sie ist jetzt genau in dem Alter, in dem sie den teuflischen Gelüsten dieser Bestien am besten dienen kann.« Ein gequälter Ausdruck erschien auf seinem Gesicht, und für einen Moment schimmerten seine Augen feucht. »Soll ich euch sagen, was Sie meiner Frau angetan haben?« »Nein,« antwortete André, »ich kann es mir vorstellen. Er versuchte, einen verständnisvollen Ton in seine Stimme zu legen. Ich kann nachempfinden, was ihr jetzt fühlt, Bürger, aber es ist lange her. Zwei Jahre sind eine lange Zeit, eine sehr lange Zeit. Selbst wenn eure Tochter noch am Leben wäre, so könnte es sein, dass«, er zögerte unmerklich, »dass sie vielleicht nicht mehr die ist, als die ihr sie gekannt habt,« schloss er. »Ich weiß, was ihr meint, André,« antwortete Bürger. »Er hatte sich jetzt wieder in der Gewalt.« Seine Stimme klang fest. »Aber ich spüre, dass sie noch lebt, und ich spüre, wie sehr sie leidet. Ich höre ihre Seele in jeder Nacht um Hilfe flehen. Ich hätte sie längst befreit, aber diese Teufel sind auf der Hut, und ihr Dorf ist eine fast uneinnehmbare Festung.« »Und wir sind nur zu zweit,« sagte Abudun. »Ihr seid Krieger,« beharrte Bürger. »Wir sind das nicht, und Sie sind es auch nicht.« »Immerhin haben sie die Hälfte von euch erschlagen,« Bürger machte eine abfällige Geste. »Sie haben uns überrascht. Wir wussten nicht, dass sie kommen. Alle haben tief geschlafen. Für Männer wie euch wird es sicher nicht schwer sein, in ihr verfluchtes Kloster vorzudringen und meine Tochter zu befreien.« Er wandte sich nun direkt an Abudun. »Solltet ihr herausfinden, dass meine Tochter tot ist, so bezahle ich euch trotzdem. Macht euch darum keine Sorgen.« »Das ist es nicht,« sagte André rasch. »Wir führen solche Aufträge für gewöhnlich nicht aus, das ist alles. Es muss doch hier eine Obrigkeit geben.« »Tja, den Landgrafen, ja,« rollte Bürger. Allein der Ton, der sich dabei in seine Stimme schlich, machte André's nächste Frage überflüssig. Trotzdem stellte er sie. »Und warum bittet ihr nicht den Landgrafen um Hilfe?« »Er ist weit weg,« sagte Bürger. »Die hohen Herren in ihren Schlössern interessieren sich doch nicht für das Schicksal solch einfacher Leute. Sie schicken einmal im Jahr ihre Steuereintreiber, sonst kümmert sie nichts.« »So sehr,« dachte André, »schien sich dieses Land gar nicht von dem zu unterscheiden, aus dem sie geflohen waren.« Er schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid, Bürger, aber habt ihr jemals geliebt, André?« unterbrach ihn Bürger. »Habt ihr jemals einen Menschen geliebt wie nichts anderes auf der Welt? Und ihn dann verloren?« André schwieg. Er dachte an Maria. Auch an Alessa, aber vor allem an Maria. Er wusste, dass er diesen Gedanken nicht zulassen sollte, aber es war zu spät. Bürgers Worte brannten wie Säure in seinem Inneren und Bürger schien sein Schweigen auch richtig zu deuten. »Habt ihr das hier, André?« »Selbst, wenn wir es täten,« antwortete André ausweichend. »Was, wenn ihr euch irrt und eure Tochter ist doch tot?« »Dann wüsste ich, dass ihre Seele endlich Frieden gefunden hat,« antwortete Bürger. »Ich wäre zufrieden, damit es zu wissen. Ich ertrage den Gedanken nicht, dass sie womöglich Tag für Tag von diesen Bestien gequält wird, solange bis sie anfängt, mich zu verfluchen, weil ich sie gezeugt habe.« »Wir haben keine Zeit,« sagte Aboudun. »Der Weg, der noch vor uns liegt, ist weit und so weit, dass zwei oder drei Tage wohl kaum ins Gewicht fallen,« fiel dem Bürger ans Wort. Er schüttelte heftig den Kopf. »Ihr wollt nach Nürnberg?« »Das stimmt,« sagte André, »aber ihr seid fremd in diesem Land. Wenn ihr den Straßen folgt, verliert ihr eine Woche, wenn nicht mehr. Ich kenne eine Abkürzung durch die Wälder, die zeige ich euch.« »Nachdem wir zurück sind,« vermutete André. »Nachdem wir zurück sind,« bestätigte Bürger. »Ihr müsstet uns begleiten,« sagte André. Abouduns bohrende Blicke beachtete er nicht. Er wusste, dass der Nubier es nicht gut hieß, dem Drängen Bürgers nachzugeben, und er hatte Recht damit, tausendmal Recht. Aber André konnte auch Bürgers Frage nicht vergessen, ob er wüsste, was es hieß, einen geliebten Menschen zu verlieren. Es verging seit zehn Jahren kein Tag, an dem ihn dieses Gefühl nicht quälte. »Wir kennen den Weg zu diesem Dorf nicht, und wir wissen auch nicht, wie eure Tochter aussieht.« »André,« sagte Aboudun nachdrücklich. »Ich werde euch begleiten,« sagte Bürger, »und ein paar von den anderen auch. Wir haben gestern Nacht darüber gesprochen.« Er hob die Schultern. »Ich will ehrlich sein. Nicht alle sind mit meinem Plan einverstanden. Sie haben Angst, die alte Fede damit neu zu beleben.« »Nicht ganz zu Unrecht,« gab André zu bedenken. »Sie war niemals zu Ende,« antwortete Bürger heftig. »Glaubt ihr, sie lassen uns jetzt in Ruhe? Bestimmt nicht. Sie werden wiederkommen, vielleicht in diesem Jahr, vielleicht im nächsten, aber sie werden kommen. Und dir deine Tochter vielleicht wieder wegnehmen,« schloss Aboudun. »Euer Streit geht uns nichts an. André!« Aboudun hat Recht, wisst ihr? André's Stimme wurde sanft. »Wir würden alles nur noch schlimmer machen.« »Das soll nicht eure Sorge sein.« Bürger blieb hartnäckig. »Ich flehe euch an, André, helft mir. Nennt mir euren Preis und ich werde ihn bezahlen. Ich bin kein armer Mann.« »Was mich zu der Frage bringt, woher dein Reichtum eigentlich stammt,« hakte Aboudun nach. »Wie kommt ein einfacher Bauer wie du an einen Beutel mit 50 Goldstücken, selbst wenn sie falsch sind?« »Sie gehörten den Letzten, die der Verlockung meines Geldbeutels nicht widerstehen konnten,« antwortete Bürger. »Außerdem war dies einmal eine wohlhabende Gemeinde, bevor sie uns überfallen und die meisten von uns erschlagen und unser Vieh gestohlen haben.« »Ihr seid ein Mann, der anscheinend das offene Wort lebt.« »Das bin ich,« antwortete Bürger. »Nun, wie entscheidet ihr euch?« André konnte Abouduns flehende Blicke spüren, und er hatte das Gefühl, einen schrecklichen Fehler zu begehen. »Trotzdem.« »Drei oder drei Tage, habt ihr gesagt?« »Nicht mehr?« »Und danach bringe ich euch auf dem kürzesten Weg hier heraus,« bestätigte Bürger. Aboudun seufzte vernehmlich auf. Kurz vor Einbruch der Dämmerung erreichten sie die Schneegrenze. Sie hatten eine Weile damit zugebracht, sich zu streiten, denn schließlich war es Aboudun gewesen, der immer öfter auf ihre bedrohliche finanzielle Lage hingewiesen und mehr als einmal darauf gedrängt hatte, etwas zu unternehmen, das ihnen die notwendigen Geldmittel für den Rest der Reise einbringen würde. Infolge ihres Streites hatten sie den ganzen Tag über kaum noch ein Wort miteinander gewechselt. Sie waren zu fünft. André, Aboudun, Bürger und zwei schweigsame junge Burschen aus dem Dorf, die keinen besonders aufgeweckten Eindruck machten, dafür aber kräftig wirkten. André hatte sich nicht die Mühe gemacht, sich ihren Namen zu merken. Wäre es nach Bürger gegangen, dann hätten sich ihnen noch ein Dutzend weitere Männer angeschlossen. Aber sowohl André als auch Aboudun waren dagegen gewesen. Sie beide hatten nicht vergessen, was Bürger selbst über sich und die anderen gesagt hatte. Sie waren keine Krieger, sondern einfache Bauern und Kuhhirten. Ihre Anwesenheit war keine Hilfe, sondern stellte allenfalls eine Belastung, vielleicht sogar eine Gefahr dar. André war schon nicht erfreut über die Begleitung dieser beiden, hatte es aber bei einem erfolglosen Einspruchsversuch belassen. Mittlerweile war auch das fast bedeutungslos geworden. Er fuhr erbärmlich. Sie waren den ganzen Tag über immer tiefer in die Berge hinein und zugleich immer höher geritten. Dort war die Luft so kalt, dass das Atmen fast schmerzte. Nicht weit vor ihnen schimmerte es weiß zwischen den spärlicher werdenden Bäumen. »Wohin führt ihr uns eigentlich?«, fragte André. Er ritt unmittelbar neben Bürger. Abudun hatte es vorgezogen, weiterhin kein Wort zu sprechen und ein gutes Stück hinter ihn zu bleiben. André's Atem dampfte in der Kälte. Noch bevor Bürger antwortete, drehte er sich halb im Sattel herum und sah in die Richtung zurück, aus der sie gekommen waren. Er war erstaunt festzustellen, welche große Entfernung sie an nur einem Tag zurückgelegt hatten. Dennoch konnten sie Trennklamm noch tief unter sich im Tal liegen sehen. Der Ort lag in hellem Sonnenschein da und bot angesichts der prickelnden Kälte, die André auf der Haut fühlte, einen geradezu unglaublichen Anblick. »Es ist jetzt nicht mehr allzu weit,« antwortete Bürger. »Vielleicht sollten wir hier rasten und warten, bis es dunkel wird. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange, wie wir brauchten, um hierher aufzukommen,« mischte sich Abudun ein, der mittlerweile zu ihnen aufgeschlossen hatte. »Wir konnten nicht auf dem direkten Weg reiten,« antwortete Bürger. »Sie sind misstrauisch und hätten uns gesehen.« Er machte eine Kopfbewegung nach vorne zu den scheinbar noch immer unendlich weit entfernten Berggipfeln, die in ewigem Weiß vor ihnen schimmerten. »Wir brauchen nicht mehr lange, um den Berg zu umgehen und uns dem Dorf von der anderen Seite zu nähern. Über den Pass kämen wir niemals ungesehen hinweg.« André tauschte einen raschen Blick mit Abudun. Für jemanden, der immer wieder betonte, dass er kein Krieger war, dachte Bürger ziemlich strategisch. »Ich hätte nichts gegen einen Rast einzuwenden,« sagte Abudun. »Es ist widerlich kalt.« Er schüttelte sich. André nahm an, dass er weit mehr unter der Kälte litt als die anderen, stammte er doch aus einem Land, in dem es nicht einmal ein Wort für Schnee gab. »Wir können kein Feuer machen,« gab Bürger bedauern zu bedenken. »Es wäre in der Nacht deutlich zu sehen.« Er wandte sich mit einer auffordernden Geste an seine beiden Begleiter. Sie sagten nichts, setzten sich aber gehorsam in Bewegung und tritten voraus, und Bürger fuhr mit einem neuerlichen Wedeln der Hand fort. »Rasten wir gleich hier.« »Stefan und sein Bruder geben darauf Acht, dass sich niemand heimlich anschleicht.« »Seid ihr eigentlich alle miteinander verwandt?«, fragte Abudun. Bürger schwang sich aus dem Sattel des grobschlechtigen Ackergaules, den er ritt, und ließ die Züge los. Das Pferd entfernte sich ein paar Schritte und begann dann, an den Grasheimen zu zupfen, die spärlich auf dem steinigen Boden wuchsen. André hatte am Erfolg ihrer Reise zu zweifeln begonnen, als er die Tiere der drei Dörfler gesehen hatte. Aber die Pferde hatten ihn ebenso überrascht wie ihre Reiter. Sie hatten sich nicht besonders schnell, aber so beharrlich wie Ochsen und geschickt wie Bergziegen bewegt. Abudun und er saßen ebenfalls ab, banden ihre Pferde aber an die Äste eines nahegelegenen Baumes. Abudun sah sich missmutig nach einem Platz um, an dem er halbwegs weich sitzen konnte, und steuerte schließlich das einzige Mooskissen weit und breit an. André setzte sich auf einen Stein und sah wortlos zu, wie Bürger seine Packtaschen lehrte, und Brot, kaltes Fleisch und Ziegen, die deiner Schläuche mit Wein vor ihnen ausbreitete. »Schon wieder ein Festmahl?«, fragte Abudun. »Ich bin eigentlich nicht hungrig. Ihr solltet etwas essen,« erwiderte Bürger. »Wir werden hier rasten, und danach haben wir noch einen Fußmarsch vor uns. Wollt ihr auch noch hungern, wenn ihr schon friert?« Abudun bedachte ihn mit einem verdrossenen Blick, griff aber dann doch zu, und auch andere nahmen sich ein Stück Fleisch und eine Scheibe helles Brot und begann zu essen. Bürger hatte recht. Sie hatten noch eine lange Nacht vor sich und würden jedes bisschen Kraft bitter nötig brauchen. »Erzählt uns von diesen angeblichen Teufelsanbetern,«, fragte André. »Wer sind sie? Was tun sie genau, und welchem Kult hängen sie an?« »Das weiß niemand.« Bürger kniete sich so zwischen sie, dass er André und Abudun zusammen im Auge behalten konnte. »Sie tarnen sich mit den Zeichen des Christentums. Das Dorf ist kein richtiges Dorf, sondern ein altes Kloster mit einer Handvoll Häusern an der Westseite. Angeblich sind es fromme Männer, aber nachts feiern sie schwarze Messen und die Figur an dem umgedrehten Kruzifix, vor dem sie beten, ist nicht unser Herr Jesus Christus.« Er legte den Kopf schräg und sah Abudun an. »Aber damit habt ihr ohnehin nicht viel im Sinn, nehme ich an.« »Ist das für dich von Bedeutung?«, fragte Abudun. »Nein,« antwortete Bürger. »Es klang ehrlich.« »Und ihr, André?« »Warum fragt ihr das?« Bürger wackelte mit dem Kopf. »Gestern Abend, als ihr Vater Ludowig gegenüberstandet, ich hatte den Eindruck, dass eure Vorsicht mehr seinem Gewand galt als seinen Worten. Ihr seid ein guter Beobachter,« entgegnete André. »Ich hatte in der Vergangenheit einige Begegnungen mit Männern der Kirche.« »Weiter,« sagte Abudun, »sie leben also in einem angeblichen Kloster. Was genau tun Sie dort? Wieso unternimmt niemand etwas gegen Sie, wenn Sie doch den Teufel anbeten?« »Sie sind sehr vorsichtig,« antwortete Bürger. »Für die meisten sind sie einfach nur Bergbauern und Schäfer, die das Kloster versorgen. Aber wir kennen Ihr Geheimnis. Deshalb hassen Sie uns auch so. Sicher hätten Sie unser ganzes Dorf ausgelöscht, hätten Sie nicht Angst gehabt, damit zu viel Aufsehen zu erregen.« Nachdenklich kaute André auf dem Stück gesalzenen Fleisches, das Bürger ihm gegeben hatte. Die Antworten Bürgers klangen glaubhaft und überzeugend. Wieder hatte er das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmte. So wie am Abend zuvor, als sie ins Dorf hineingeritten waren und er gespürt hatte, dass sie in eine Falle tappten. »Vielleicht sollten wir uns wirklich ausruhen,« schlug Abudun vor. »Es wird eine lange Nacht.« Bürger stand auf. »Ich sehe nach Stefan und seinem Bruder.« Sie warteten, bis es dunkel wurde. Der Himmel hatte sich fast lückenlos mit Wolken zugezogen, sodass es sehr dunkel war und die Kälte wurde grausam. André zitterte am ganzen Leib. Er war nicht mehr sicher, ob es wirklich gut gewesen war, so lange zu rasten. Inzwischen war er steif gesessen und sein Rücken schmerzte. Abudun drehte sich in Richtung der Pferde, aber Bürger schüttelte den Kopf. »Von hier aus gehen wir besser zu Fuß,« sagte er. »Mit den Pferden kommen wir nicht mehr sehr weit. Das Gelände wird bald unwegsam.« Sie marschierten los, Bürger an der Spitze, André und Abudun dicht hinter ihm. Die Kälte schien schlagartig zuzunehmen, als sie die unsichtbare Grenze überschritten und unter ihren Stiefeln nun endgültig verharschter Schnee knirschte. Das Gelände war so unübersichtlich, dass sie mit den Pferden keine hundert Schritte weit gekommen wären, und ohne Bürgers Führung hätten sie sich schon nach fünfzig Schritten hoffnungslos verirrt. Der Boden schimmerte in einem unheimlichen Knochenweiß, und die Bäume verkrochen sich in den Schatten. Selbst André mit seinen überscharfen Sinnen war beinahe orientierungslos. Abudun musste es vollkommen sein. André nahm an, dass Bürger sich hier gut genug auskannte, um sich auch mit verbundenen Augen zurechtzufinden. Die unheimliche Nacht trübte auch Andrés Zeitgefühl. Er hätte nicht sagen können, wie lange sie schon unterwegs waren. In der Wolkendecke über ihnen erschienen einige Lücken, und bald sahen sie sogar eine bleiche Mondsichel. Plötzlich hörte André ein Geräusch. Es war unendlich leise, gerade an der Wahrnehmungsgrenze selbst seiner unvorstellbar scharfen Sinne, aber etwas daran war so unheimlich, dass er mitten in der Bewegung innehielt und sich halb in die Richtung drehte, aus der das Geräusch gekommen war. »Was habt ihr?« fragte Bürger. Abudun sagte nichts, aber seine Hand senkte sich auf das Schwert. »Da ist etwas«, murmelte André. »Ich habe etwas gehört.« Bürger lauschte angespannt, und genau im gleichen Moment, in dem er den Kopf schüttelte und sagte, »Ich höre nichts«, erklang das Geräusch wieder, etwas wie ein klagenes Seufzen unendlich weit entfernt und voll abgrundtiefem Schmerz und noch tieferer Furcht. Er deutete nach rechts in die Dunkelheit hinein. »Dort!« »Aber da ist nichts«, befand Bürger. Er hatte nichts gehört. »Und wie auch. Selbst André hatte Mühe, die genaue Richtung zu orten, aus der das Stöhnen kam. Er beachtete Bürgers Einwand nicht und ging los. Abudun zog das Schwert und folgte ihm, und nach kurzem Zögern schloss sich ihnen auch Bürger an. »André, was tut ihr?« »Jabste er.« »Wir haben nicht viel Zeit, ich versichere euch, da ist nichts.« André missachtete ihn weiterhin, aber Abudun sagte, »Wenn André sagt, dass dort etwas ist, dann ist dort etwas. Verschwindete Zeit!« Bürger wurde zornig. »Zeit, die wir nicht haben. Glaubt mir, wenn da vorne etwas wäre, dann hätten uns Stefan und Johann längst gewarnt.« »Ein guter Einwand«, knurrte Abudun. »Wo sind sie überhaupt?« »Sie sind vorausgeeilt, um den Weg zu sichern«, antwortete Bürger. »Sie hätten uns gewarnt, wenn sie etwas bemerkt hätten.« »Wird sie nicht gerade irgendwo dort vorne im Schnee liegen und verbluten?« fügte Abudun hinzu. Er furchtete mit dem Krummsäbel und blitzenden Lichtreflexe sprangen aus der Klinge und schienen ihn ein Stück vorauszueilen. Bürger gab auf und André beschleunigte seine Schritte noch ein wenig. Das Geräusch wiederholte sich nicht, aber nun nahm er einen ganz sachten, aber nur zu vertrauten Geruch wahr. Blut. Frisches, warmes Blut. Er ging schneller, geleitet von dem Blutgeruch, und so rasch, dass Bürger und Abudun Mühe hatten, ihn nicht zu verlieren. Er entdeckte den Toten, als er eine flache Hügelkuppe hinter sich gebracht hatte. Der Mann lag mit dem Gesicht nach unten im Schnee, und es hätte der Unmeng von Blut, das im Mondlicht eher schwarz als rot aussah, gar nicht bedurft, um auf den ersten Blick zu erkennen, dass er tot war. Seine Glieder waren auf schreckliche Weise verdreht und verringt, und eine seiner Hände war abgerissen und lag ein Stück entfernt im Schnee. Hinter ihm sog Bürger hörbar die Luft ein, und Abudun stieß einen halblauten Fluch aus und beschleunigte seine Schritte, so dass er gleichzeitig mit André neben dem Toten anlangte. Während André neben dem Mann im Schnee niederkniete, nahm er mit leicht gespreizten Beinen und erhobenem Schwert neben ihm Aufstellung und drehte sich langsam um seine eigene Achse, um André gegen einen eventuellen Angreifer zu schützen, der sich in der Dunkelheit verborgen halten mochte. André drehte den Toten behutsam auf den Rücken und hatte Mühe, ein Stöhnen zu unterdrücken. Er war auf genügend Schlachtfärdern gewesen, um zu glauben, dass ihn nichts mehr erschrecken konnte. Er irrte. »Großer Gott!« bruchte Bürger. »Wer tut so etwas?« André schloss für einen Moment die Augen. Als er sie wieder öffnete, hatte sich sein rebellierender Magen immerhin weit genug erholt, damit er den Leichnam einer zweiten und etwas eingehenderen Musterung unterziehen konnte. Sein Gesicht war nicht mehr zu erkennen, ebenso wenig sein Alter oder seine Herkunft, aber man konnte zumindest sehen, dass er wohl eine Art Soldat oder Krieger gewesen war. Im Schnee neben ihm lag ein zerbrochenes Schwert. »Habt ihr diesen Mann schon einmal gesehen?« fragte er. »Seid ihr sicher, dass es ein Mann war?« gab Bürger mit belegter Stimme zurück. André sah zornig zu ihm hoch und Bürger schüttelte hastig den Kopf. »Er könnte zum Kloster gehören,« sagte er. »Sie tragen diese Art von Schwertern.« »Sagtest du nicht, sie wären keine Krieger?« fragte Aboudun misstrauisch. »Sie haben ein paar Wachen,« antwortete Bürger. »Männer des Landgrafen.« »Ein paar Wachen, so«, rollte Aboudun. Seine Stimme bebte vor Zorn. Aber er hörte nicht auf, sich langsam am Kreis zu drehen und die Dunkelheit ringsum mit Blicken abzusuchen. »Wie viele sind ein paar?« »Nicht viele,« antwortete Bürger stockend. »Vielleicht ein halbes Dutzend. Bestimmt nicht mehr.« »Und wann wolltest du uns das sagen?« fragte André ruhig. Bürgers Blick tastete mit wachsender Unruhe den grässlich verstümmelten Leichnam ab. »Wir wären Ihnen vielleicht nicht einmal begegnet,« verteidigte er sich. »Ich hatte nicht vor, das ganze Kloster zu überfallen.« »Das hatten wir auch nicht,« sagte Aboudun. »Was hat den Mann umgebracht, André?« »Auf jeden Fall kein Mensch,« André wandte sich um. »Gibt es Raubtiere hier in den Bergen, Bürger?« »Wölfe,« antwortete Bürger, aber André schüttelte sofort den Kopf. »Kein Wolf könnte so etwas tun.« »Seht ihr seinen Kopf?« »Der Schädelknochen eines Menschen ist härter als Eisen.« »Vielleicht ein Bär,« überlegte Bürger. »Es ist lange her, dass Bären hier gesehen wurden, aber es könnte sein.« »Was immer es war, es war ziemlich groß,« stellte Aboudun fest. »Und du hast recht, André. Es war kein Mensch.« André blickte in die Richtung, in die Aboudun mit dem ausgestreckten Säbel wies und stand auf. In dem blutigen Schnee war ein einzelner Fußabdruck zu erkennen. Es war nicht der Fußabdruck eines Menschen, aber auch nicht der eines Wolfes oder Bären oder irgendeines anderen Tieres, das André jemals gesehen hatte. Er war nicht einmal besonders groß, aber auf unheimliche Weise verzerrt und missgestaltet. Tiefe Eindrücke im Schnee zeugten von schrecklichen Krallen. »Allah!« entfuhr es Aboudun. »Welche Kreatur hinterlässt solche Spuren?« Er keuchte. »Ich weiß es nicht,« antwortete André wahrheitsgemäß. »Aber was immer es ist, es ist verletzt.« Er deutete auf die frischen Blutspuren neben dem Fußabdruck. »Und es ist noch nicht sehr weit weg.« Börger häpste als André aufstand und ebenfalls seine Waffe zog. »Was habt ihr vor? Ihr... Ihr wollt dem Ungeheuer doch nicht etwa folgen.« »Ich werde gewiss nicht weitergehen, wenn ich etwas hinter mir weiß, das zu so etwas fähig ist,« sagte André entschlossen. »Aber du kannst ruhig hierbleiben und auf uns warten,« sagte Aboudun grinsend. »Wir sind bestimmt bald zurück, und wenn nicht wir, dann etwas anderes.« Börger wurde noch bleicher, aber er verschwendete keinen weiteren Atem auf den Versuch, sie von ihrem Entschluss abzubringen, sondern hatte es im Gegenteil plötzlich sehr eilig, zu ihnen aufzuschließen. Nach einer Weile fanden sie einen weiteren Fußabdruck, dann noch einen, bevor die Spur abbrach, weil der Boden felsiger und die Schneedecke darauf dünner wurde. Dennoch fiel es André nicht schwer, der Spur weiter zu folgen. Der Blutgeruch wies ihm den Weg. Sie bewegten sich sehr vorsichtig. Alle ihre Sinne waren bis zum Zerreißen angespannt, und André lauschte mit seinen schärferen Vampirsinn in die Nacht hinein. Dennoch sah das Ungeheuer beinahe zu spät. Es erschien plötzlich von einem Moment auf den anderen aus dem Nichts, als hätte sich die Dunkelheit vor ihnen zusammengeballt, um schreckliche Gestalt anzunehmen. André fand gerade noch Zeit, einen warnenden Schrei auszustoßen, aber Aboudun fand nicht mehr genügend Zeit, um darauf zu reagieren. Das Ding hieb mit einer schrecklichen, krallenbewährten Hand nach ihm. Aboudun duckte sich und rettete sich damit das Leben, denn der Hieb streifte ihn nur, statt ihm den Kopf von den Schultern zu trennen, aber die Wucht des Schlages reichte immer noch aus, den Nubier von den Füßen zu reißen und hilflos davonrollen zu lassen. André erstarrte vor Entsetzen. Niemals zuvor hatte er etwas Schrecklicheres gesehen. Das Geschöpf war weder ein Mensch noch ein Tier, sondern eine abscheuliche Mischung aus beidem. Es war nicht einmal besonders groß, und es wirkte eher schmächtig, aber ganz und gar nicht zerbrechlich, sondern auf jene abscheuerregende Weise dünn, wie sie besonders abstoßenden Insekten zu eigen ist. Seine Haut glänzte nass wie rohes Fleisch, und auf dem entsetzlich missgestalteten Schädel wuchsen drahtige, dünne Haarbüsche. Sein Gesicht war der schiere Albtraum. Es hatte eine flache, fliehende Stirn, boshafte Augen, die tief unter dreieckigen Knochenwülsten lagen, und eine stumpfe Wolfsschnauze voller schiefer, spitzer Zähne. Das Schlimmste aber war, dass die gesamte Gestalt völlig unproportioniert zu sein schien. Ihre Glieder waren unterschiedlich lang, und die Pfote, mit der sie nach Abodun geschlagen hatte, hatte mehr und längere Finger als die andere. Das linke Bein, von dem der unheimliche Abdruck stammte, schien gleich zwei Kniegelenke zu haben, während das andere kürzer war und in einem gespaltenen Huf endete. Es war eine dämonische Missgeburt, eine Kreatur, die es nicht geben durfte. »SCHETAN!«, keuchte Abodun. Das Wort ließ nicht nur den Dämon herumfahren, sondern riss auch André aus seiner Erstarrung. Als der Unhold sich umdrehte, um sich auf sein gestürztes Opfer zu werfen, riss er das Schwert in die Höhe und stürmte los. Abodun riss entsetzt die Arme vor das Gesicht und trat nach dem dämonischen Geschöpf. André wusste aus eigener leidvoller Erfahrung, wie unglaublich stark der Nubier war, aber das heranstürmende Ungeheuer vermochte er nicht aufzuhalten. Immerhin verfehlte sein Krallenhieb Aboduns Gesicht und wühlte nur den Schnee neben seinem Kopf auf. Bevor die Bestie zu einem zweiten Schlag ausholen konnte, war André zur Stelle und schlug mit dem Schwert zu, seine Klinge biss tief in das gottlose Fleisch des Dämons. Der Damascenstahl vermochte, mühelos Eisen zu zerschneiden, aber mit der so verwundbar aussehenden Haut des Dämons hatte er alle Mühe. Blut spritzte, und die Bestie stieß ein hohes, schrilles Schmerzgeheul aus. Doch sie stolperte nur einen Schritt zurück und wandte sich geifernd zu André um, statt zu Tode getroffen, zu Boden zu stürzen. Das Ungeheuer blutete aus einer tiefen Wunde im Oberarm, doch es hätte tot sein müssen. André setzte ihm entschlossen nach. Sein Schwert stieß nach der Brust des Dämonenwesens, zerriss sein Fleisch und glitt von den eisenharten Rippen darunter ab, und die Bestie sprang mit einem triumphierenden Geheul auf ihn zu und schlug ihm das Schwert aus der Hand. André versuchte zurückzuweichen, aber es war zu spät. Die schrecklichen, asymmetrischen Arme der Bestie schlossen sich zu einer tödlichen Umklammerung. Er spürte, wie die Krallen des Unheuts seinen Rücken aufrissen. Dann wurde ihm die Luft aus den Lungen gepresst, und mehrere seiner Rippen brachen. Er begriff zu spät, dass er einen furchtbaren Fehler gemacht hatte. Das Ungeheuer war deutlich kleiner als er, und es wirkte trotz seiner abstoßenden Hässlichkeit fast komisch. Aber es war ungeheuer stark, und es schien nur aus Wildheit und reiner Mordlust zu bestehen. André stemmte sich mit verzweifelter Kraft gegen seine Umklammerung, aber seine Kraft reichte nicht aus. Noch mehr Rippen brachen, aber er hatte keine Luft mehr, um zu schreien. Wogen aus rotem Schmerz drohten, sein Bewusstsein auszulöschen. Wie durch einen wabernden roten Nebel hindurch sah er, wie das grässliche Maul des Ungeheuers aufklappte und sich seine Zähne näherten, um ihm die Kehle aufzureißen. Er hatte nur noch eine Wahl. André schloss die Augen, entspannte sich, so gut es die furchtbaren Schmerzen in seinem Rücken und seiner Brust zuließen, und griff nach dem Geist der Bestie. Er wusste nicht, was er erwartet hatte. Nur sehr wenige Male in seinem Leben hatte er die Katharsis vollzogen, und diese wenigen Male hatte er sie an Menschen vollzogen, nicht an Dämonen. Es war, als hätte er die Hölle selbst berührt. Hass, brodelnder roter Hass, der keinen Grund brauchte und kein Ziel kannte, schlug ihm entgegen. Der absolute Wille zu töten, zu vernichten, da war kein Ziel, keine wirkliche Absicht. Schwarze Energie floss in seinen Geist, ein brüllender Strom von solcher Macht, dass er André's Geist für einen schrecklichen Moment einfach mit sich zu reißen drohte. Es war die große Gefahr beim Wechsel, dass der Nebende zum Opfer wurde, und niemals war er diesem Schicksal näher gewesen als jetzt. Nicht lange. Vielleicht für die Dauer eines Herzschlages war der Kampf unentschieden, eine Winzigkeit nur, und André wäre unterlegen und sein Geist in dem schwarzen Strudel untergegangen und aufgelöst worden. Er gewann diesen Kampf, aber nur mit äußerster Mühe, und er erlangte keine Kraft aus der gestohlenen Lebensenergie, sondern spürte eine so gewaltige Erschöpfung und Müdigkeit, dass er zurücksank und nicht einmal mehr wahrnahm, wie ihn das zusammenbrechende Ungeheuer unter sich begrub. Als er erwachte, konnte kaum mehr als eine kurze Zeitspanne vergangen sein, denn das Ungeheuer lag noch immer über ihm, und Abudun war gerade dabei, den leblosen Körper von ihm herunterzuzerren. André spürte, wie die messerscharfen Klauen des Dämons seinen Rücken erneut aufrissen und biss die Zähne zusammen, um einen schmerzenslaut zu unterdrücken. Für einen Moment drohten ihm schon wieder die Sinne zu schwinden. Er schoss die Augen und konzentrierte sich mit verzweifelter Kraft darauf, wach zu bleiben. Tief am Grunde seiner Seele brodelte noch immer die Schwärze, die die Lebenskraft des Dämons in ihn hineingespült hatte. Er fürchtete, sie könne sich seiner bemächtigen, wenn er das Bewusstsein verlor. Endlich löste sich das Gewicht des Dämons ganz von seiner Brust, und anstelle der schrecklichen Fratze des Mensch-Tierwesens erschien Abuduns besorgtes Antlitz über ihm. »André, bist du...« »Es ist alles in Ordnung,« wisperte André hastig und leise, damit Bürger die Worte nicht hören konnte. »Und ich bin auch noch ich.« Abudun atmete auf. »Kannst du aufstehen?« André deutete ein Kopfschütteln an. »Ich blute,« flüsterte er. »Du musst Bürger ablenken.« Der Nubier verstand. Rasch richtete er sich auf, drehte sich halb herum und versetzte dem dahingerafften Ungeheuer einen Fußtritt. »Gottlose Bestie,« rollte er. »Was ist das für ein Ding? Sehen alle Raubtiere in eurem Land so aus?« »Ich habe euch gesagt, dass es Ungeheuer in den Wäldern gibt,« antwortete Bürger. Seine Stimme klang eher verstockt als erschrocken. André lauschte in sich hinein. Er spürte, dass sich die Wunden in seinem Rücken schon wieder zu schließen begannen, allerdings nicht so schnell, wie sie es hätten tun sollen. Nicht annähernd so schnell. Er war so oft verwundet worden, dass er fast auf den Augenblick genau vorhersagen konnte, wie lange welche Art von Verletzung brauchte, um zu heilen. Die lächerlichen Schnitte hätten längst spurlos verschwunden sein müssen. Seine Verschmelzung mit dem Ungeheuer hatte ihn nicht nur Kraft gekostet, es war, als hätte sie ihn vergiftet. War das möglich? Noch vor kurzem hätte er diese Frage mit einem überzeugten Nein beantwortet. Aber nun musste er an Alessa denken, und ein eisiger Schauer lief ihm über den Rücken. »Was ist mit André?« erkundigte sich Bürger. »Lebt er noch?« »Sorgt euch nicht um mich,« sagte André. Behutsam richtete er sich auf, wobei er darauf achtete, Bürger nicht den Rücken zuzukehren. »Ich bin nicht verletzt.« Bürger riss ungläubig die Augen auf, und André hoffte, dass er nur gesehen hatte, wie das sterbende Ungeheuer ihn unter sich begrub, nicht, was ihm seine Klauen angetan hatten. »Unverletzt?« fragte Bürger ungläubig. »Ihr seid unverletzt?« André stand unsicher auf. Sein Taumeln war nicht gespielt. Er war so schwach, dass er um ein Haar wieder gestürzt wäre, als er sich nach seinem Schwert bückte. »Aber das ist doch unmöglich.« Bürger sucht scharf die Luft ein. »Großer Gott, euer Rücken.« André musste sich beherrschen, um nicht laut zu fluchen. Selbstverständlich hatte Bürger seinen Rücken gesehen, als er sich nach dem Schwert bückte. »Was ist damit?« »Euer Gewand hängt in Fetzen,« antwortete Bürger. »Aber ihr habt nicht einen Kratzer und all das Blut.« »Das ist nicht meines,« antwortete André. Er rammte das Schwert in die verzierte Scheide. »Ich hatte Glück, Bürger. Wäre es euch lieber, es wäre nicht so?« »Natürlich nicht,« antwortete Bürger hastig. »Es ist nur...« »Warum erzählst du uns nicht lieber, was das für ein Ungeheuer ist?« fiel ihm Abudun ins Wort. »So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen.« »Es hat niemand zuvor gesehen.« Bürgers Blick flackerte, während er abwechselnd das erschlagene Untier und André anstarrte. Aber es war unmöglich zu sagen, vor wem er mehr Furcht empfand. »Das ist eine sehr kärgliche Antwort, meinst du nicht auch?« fragte Abudun. »Ich weiß es nicht,« behauptete Bürger. »Vielleicht kommt es vom Kloster. Sie beten dort den Teufel an, das habe ich euch doch gesagt. Vielleicht ist das einer seiner Dämonen, den sie heraufbeschworen haben, um sich zu beschützen.« »Zuerst Soldaten und jetzt auch noch Dämonen,« sagte Abudun finster. »Gibt es da vielleicht noch etwas, was du uns sagen solltest, Bürger? Noch etwas, was uns dort erwartet?« Bürger schwieg verstockt, und nach einer Weile drehte sich André in die Richtung, aus der sie gekommen waren. »Das werden wir schon sehen, Abudun,« sagte er. »Das werden wir schon sehen.« Gegen das graue Zwielicht des Nachthimmels betrachtet, wirkte das Kloster wie das Schloss eines finsteren Magiers, das aus Schwärze und der Materie der Hölle erschaffen worden war, nicht aus Mörtel und Stein. Seine Umrisse waren nicht genau zu erkennen, als wäre es von einer düsteren Macht umhüllt, die mit aller Kraft versuchte, es ihren Blicken zu entziehen. André blinzelte, und aus dem Geisterschloss wurde wieder das, was es war, ein dunkel, darliegendes, nicht einmal besonders großes Bergkloster, das von einem einzelnen Turm überragt wurde. »Ist alles in Ordnung?« Es verging ein Moment, bis André begriff, dass es Abuduns Stimme war, die er hörte, und ein weiterer, bis ihm klar wurde, dass die Frage ihm galt. Mühsam wandte er den Kopf und sah dem Nubi ins Gesicht. Sein Rücken brannte, er froh. »Warum fragst du?« »Weil du zitterst,« antwortete Abudun. »Das ist nur die Kälte,« sagte André. Er wandte seinen Blick wieder dem Kloster auf der anderen Seite des steinigen Kammes zu. Auch wenn er nicht in Abuduns Richtung blickte, spürte er doch ganz deutlich, dass der Freund ihn musterte. »Bürger müsste längst zurück sein,« sagte Abudun. Sein Ton machte klar, dass er lieber über etwas anderes gesprochen hätte. Er wartete vergebens auf eine Antwort. »Bürger war vorausgegangen, um nach den beiden anderen Männern zu suchen. Zumindest hatte er das gesagt.« »Traust du ihm?« fragte er André schließlich. »Bürger?« »Na wem sonst? Natürlich Bürger.« André deutete einen Schulterzucken an. »Für diese Frage ist es zu spät, meinst du nicht?« »Es ist niemals zu spät, um Vernunft anzunehmen,« sagte Abudun tadelnd. »Niemand hindert uns, daran aufzustehen und unseres Weges zu gehen.« »Wir haben eine Abmachung,« erinnerte André ihn. Abudun schnaubte abfällig. »Es war nie die Rede von einem halben Dutzend Soldaten,« stieß er hervor. »Und schon gar nicht von dieser Ausgeburt der Hülle. Ist dir klar, dass diese Kreatur uns fast getötet hätte?« »Mehr als du vielleicht ahnst, mein Freund,« antwortete André, bis Abudun zu einem besorgten Stirnrunzeln veranlasste. »Jetzt, wo wir allein sind,« Abudun senkte die Stimme. »Kannst du mir sagen, was für ein Ungeheuer das war? Tatsächlich ein Dämon?« André zuckte mit den Schultern. »Ich glaube nicht an Dämonen,« sagte er, »außer an solche in Menschengestalt.« »Dann habe ich mir das wahrscheinlich alles nur eingebildet,« sagte Abudun spöttisch, »genauso wie ich mir einbilde, dass deine Hände zittern.« »Das kommt daher, dass ich sie kaum noch daran hindern kann, sich um deinen Hals zu legen,« antwortete André ruppig. »Halt endlich den Mund!« »Wir befehlt, sahib,« kam die spöttische Antwort. André schluckte im letzten Moment die scharfe Antwort hinunter, die ihm auf der Zunge lag. Jetzt war wirklich nicht der Moment, um einen Streit anzuzetteln. André hatte sich stets geweigert, an die Existenz von Dämonen zu glauben. Aber er hatte sich auch stets geweigert, an die Existenz von Ungeheuern zu glauben. Und er hatte gerade mit Mühe und Not die Begegnung mit einem jener Ungeheuer überlebt, deren Existenz er bezweifelte. »Da kommt jemand,« zischte Abudun. »Bürger, er ist allein.« »Nein, doch nicht.« Er stemmte sich ein Stück in die Höhe und winkte Bürger und seine Begleiter zu. André sah den beiden schemenhaften Gestalten erstaunt entgegen. Wieso hatte Abudun sie eigentlich vor ihm entdeckt, ehe er sich wieder auf die dunkleren Umrisse dahinter konzentrierte? Viel gab es in das Nichts zu sehen. Das Kloster hob sich kaum gegen die Dunkelheit ab, und von dem Dorf, von dem Bürger gesprochen hatte, war überhaupt nichts zu erkennen. Die Finsternis dort drüben schien allumfassend, als sauge etwas das ohnehin sperrliche Licht auf. André fuhr sich mit der Hand über die Augen. Abudun hatte recht. Er war es, mit dem etwas nicht stimmte. »Wenn wir wieder einmal unterschiedlicher Meinung über eine Abmachung sind, Pirat,« sagte er, »dann schlag mich einfach nieder und binde mich auf mein Pferd.« »Tsch, mein Wort darauf, Hexenmeister,« knurrte Abudun. Bürger und sein Begleiter näherten sich ihrem Aufenthaltsort, und als sie ihn erreicht hatten, ließen sie sich lautlos neben ihnen nieder. Noch bevor Bürger etwas sagen konnte, fragte Abudun misstrauisch. »Wo ist der Dritte von euch?« »Stefan hält auf der anderen Seite des Passes Wache,« antwortete Bürger so rasch, als hätte er diese Frage erwartet. »Damit wir keine unliebsamen Überraschungen erleben.« »Wie umsichtig,« sportete Abudun. »Ich beginne mich zu fragen, wozu du uns überhaupt brauchst.« Bürger runzelte verärgert die Stirn, zwang sich aber dann zu einem verkniffenen Lächeln. »Im Dorf ist alles ruhig, dasselbe gilt für das Kloster. Es gibt eine Wache am Tor, aber es dürfte euch nicht schwerfallen, sie auszuschalten.« »Uns?«, wiederholte Abudun fragend. Er machte eine Geste, die ihn selbst, André und auch Bürger einschloss. »Du meinst sicher, uns alle.« »Weiter als bis hier gehe ich nicht,« entgegnete Bürger. »Das war nicht vereinbart. Ich wäre nur eine Last für euch.« Bürger blieb beharrlich. Der Weg in den Kerker ist nicht zu verfehlen. Gleich hinter dem Tor steht ein kleines Gebäude ohne Fenster. Darin befindet sich die Treppe nach unten. Es ist sicher verschlossen, aber die Wache am Tor hat einen Schlüssel. Du kennst dich ziemlich gut aus, stellte Abudun misstrauisch fest. »Ich habe einen der Karle gefangen, die bei dem Überfall dabei waren,« antwortete Bürger ungerührt, »im vergangenen Frühjahr, als ich noch auf Vergeltung aus war. Er war sehr rätselig, aber es hat ihm nichts genützt. Die Treppe führt direkt ins Verlies ihn unter. Wahrscheinlich gibt es dort unten eine weitere Wache, vielleicht auch mehr. Ihr müsst vorsichtig sein.« Abudun wollte auffahren, aber André legte ihm rasch und beschwichtigend die Hand auf den Unterarm. »Lass gut sein, Abudun.« »Stimmt, er wäre nur eine Last für uns, vor allem, wenn wir schnell fliehen müssen. Wie erkennen wir deine Tochter?« »Ihr Name ist Imrit,« antwortete Bürger. »Sie ist zwölf Jahre alt und hat blondes Haar, fein wie Seide und lang bis auf den Rücken.« »Du meinst, das hatte sie, als du sie das letzte Mal gesehen hast,« sagte Abudun. Das Gesicht des Dörflers verfinsterte sich. André wünschte sich, Abudun hätte sich etwas vorsichtiger ausgedrückt. »Sie hat ein kleines Muttermahl auf der linken Wange,« ergänzte Bürger. »Ihr werdet sie erkennen. Sie ist das schönste Mädchen, das ihr je gesehen habt.« »Gut,« sagte André, bevor Abudun Gelegenheit fand, Bürger noch weiter zu quälen. »Das wird wohl reichen. Ihr wartet hier. Wenn irgendetwas geschieht, was euch nicht geheuer vorkommt, dann bringt euch in Sicherheit. Wir finden euch schon.« Er stand auf und huschte geduckt dem Schatten des Klosters entgegen. Abudun folgte ihm in geringem Abstand, aber schon bald liefen sie nebeneinander her, und als sie sich dem Eingang des Klosters näherten, übernahm der Nubier die Führung, bis er plötzlich stehen blieb, sich auf ein Knie herabsinken ließ und warnend die linke Hand hob. Die andere hatte er auf den Schwertgriff gelegt, die Waffe aber noch nicht gezogen, wo damit sich kein verirrter Lichtstrahl auf dem Metall des Krummsäbels brach und sie verriet. »Dort vorne,« zischte er. André starrte aufmerksam in die Richtung, in die Abudun wies. Erst nach einem Moment sah er den gedrungenen Schatten, der lässig an der Wand neben dem Tor lehnte. Abudun hatte den Mann vor ihm entdeckt. André ging mit schnellen Schritten an ihm vorbei, duckte sich noch tiefer und zog sein Schwert, als er noch zwei Schritte von dem Wächter entfernt war. Der Mann schrak aus seinem Halbschlaf auf, aber es war zu spät. André schlug ihm den Schwertknopf unter das Kinn und der Schädel des Mannes prallte mit einem Knirschen in laut gegen die Wand. Reglos sank er daran zu Boden, und André winkte Abudun heran, ehe er neben dem Post niederkniete und nach seinem Puls fühlte. Er lebte noch. Gut. »André, pass auf!« Abudun hatte seine Warnung laut gerufen. André schrak zusammen und fuhr herum, und aus der Wand über ihm sprühten Funken, als eine Schwertklinge dagegen schlug. André reagierte instinktiv und endlich wieder so schnell, wie er es gewohnt war. Er ließ sich zurückfallen und stieß zugleich das Schwert schräg nach oben. Noch während er mit einer fließenden Bewegung wieder auf die Füße kam, brach der Mann gurgelnd zusammen. Er starb noch, bevor sein Körper den Boden berührte. »Alles in Ordnung?« Abudun kam schwer, atmend neben ihm an. »Bist du verletzt?« André schüttelte Abudun. »Hoffentlich stimmt der Rest seiner Beschreibungen, aber ich glaube, niemand hat etwas gehört. Wir haben Glück gehabt.« »Zwei«, dachte André. Ein eisiger Schauer lief auf dünnen Spinnenbeinen in sein Rückgrat hinab. Es waren zwei Wächter gewesen. Aber wieso hatte er den zweiten Mann nicht bemerkt? Er hätte ihn riechen müssen, lange bevor er aufgetaucht war. Großer Gott, er hätte seinen Herzschlag hören müssen, so nahe, wie er ihm gekommen war. »Ist wirklich alles in Ordnung mit dir?« fragte Abudun nun leise, aber sehr besorgt. »Verdammt nochmal, ja«, schnappte André. »Ich warte nur darauf, dass sämtliche Klosterbewohner angestürmt kommen. Laut genug geschrien hast du ja.« »Du machst Fehler«, sagte Abudun. »Aber das passiert dir sonst nie. Nicht solche Fehler.« »Ich bin unruhig«, antwortete André fahrig. »Lass uns weitergehen. Wir haben nicht sehr viel Zeit.« »Aber diesmal gehe ich voraus«, antwortete Abudun. Er ging los, ohne André's Antwort abzuwarten, und trat geduckt durch die offenstehende Pforte, die in eine der großen Torflüge eingelassen war. André folgte ihm. Der kurze Torgang war vollkommen dunkel, und auch der dahinterliegende Hof lag völlig unbeleuchtet da. In dem wuchtigen Gefiert, das den Hof einrahmte, brannte nicht ein einziges Licht, und es war vollkommen still. André spürte etwas, etwas Altes und Wohlvertrautes, vor dem er trotzdem zurückschrag, wie eine Hand vor glühendem Eisen. Etwas regte sich in ihm. Zuallererst glaubte er, es wäre noch immer die Schwärze, die nach dem Wechsel am Grunde seiner Seele zurückgeblieben war. Aber das stimmte nicht. Es war nichts Fremdes, sondern etwas, das immer Teil seiner selbst gewesen war, auch wenn er es bisher mühsam unterdrückt hatte. Gier. Er spürte einen noch sachter, aber rasch stärker werdenden Gier, ziellosen Hunger, der sich langsam in ihm auszubreiten begann, bald aber schon zu einem unerträglichen Brennen und Wühlen ansteigen würde. Dort vorne, das muss der Eingang sein. Wenigstens was das betrifft, scheint Bürger die Wahrheit gesagt zu haben. André hatte Mühe, Abuduns Worten zu folgen. Er zitterte am ganzen Leib. Kalter Schweiß bedeckte seine Stirn, und es fiel ihm zunehmend schwer, auch nur das Schwert festzuhalten. Von der Klinge tropfte noch das Blut des Postens, den er erschlagen hatte, und sein Geruch schien immer intensiver zu werden. Ohne eine Antwort abzuwarten, schlich Abudun weiter und verschmolz nach wenigen Schritten mit dem Schatten des Treppenhauses. André folgte ihm erst, als er das Geräusch der Tür hörte und ein roter Schimmer auf den Hof fiel. Hinter der Tür, die so niedrig war, dass nicht nur Abudun, sondern auch er selbst sich bücken musste, um die Schwelle zu passieren, führte eine schmale, sehr steile Treppe in die Tiefe. An ihrem unteren Ende flackerte rotes Licht. Brandgeruch schlug ihn entgegen, vermischt mit den unverwechselbaren Ausdünstungen eines Kerkers. Blut und eingetrocknete Exkremente, saurer Angstschweiß und der Odem unendlichen Leidens, von dem dieser Ort so viel aufgesogen zu haben schien, dass es zu einem festen Bestandteil seiner Wände geworden war. Etwas in André schrak vor diesem Geruch zurück, aber etwas anderes Schreckliches schien zu jubilieren und dieses teuflische Gemisch einzuatmen und sich daran zu laben wie an einem Becher uralten köstlichen Weins. Es kostete ihn fühlbare Anstrengung, dem Nubier in die Tiefe zu folgen. Die Treppe endete in einem winzigen, halbrunden Raum, von dem zwei Gittertüren abzweigten, die in finstere Gänge mit niedrigen, gewölbten Decken führten. Am Ende des einen flackerte das rote Licht, dessen Schimmer sie schon gesehen hatten, am Ende des anderen herrschte vollkommene Dunkelheit. »Von zwei Gängen hat er nichts gesagt«, flüsterte Abudun. Er sah André fragend an, aber der konnte nur mit einem Schulterzucken antworten. Noch am Morgen hätte er Abudun sagen können, wie viele Männer sich am Ende des jeweiligen Ganges befanden, womit sie beschäftigt waren, und wie viele Gefangene es in den Zellen hier unten gab. Jetzt sah und hörte er nicht mehr als Denubier, vielleicht sogar weniger. »Wir können immer noch umkehren«, sagte Abudun. »Wir können auch hier stehen bleiben und zaudern, bis jemand kommt und uns einen Stuhl und einen Becher Wein bringt.« André's Stimme klang zornig. Auch das war nicht in Ordnung. Abudun und er stritten oft, aber meistens waren es nur halbscherzhafte Auseinandersetzungen. Er war selten wirklich ungeduldig. Etwas geschah mit ihm. Er wusste noch immer nicht genau was, aber es machte ihm Angst, große Angst. Abudun legte die Hand auf das in den dunklen Gang führende Gitter. Es schwang mit einem leisen Quietschen der eisernen Angeln auf, die lange Zeit nicht mehr benutzt worden waren. Sofort zog Abudun die Hand zurück und versuchte sein Glück bei der anderen Tür. Auch sie ließ sich öffnen, aber deutlich leiser als die andere. Abudun schob sie gerade weit genug weg, um seine breiten Schultern hindurchzwängen zu können, steckte das Schwert ein und huschte lautlos den Gang hinab. André folgte ihm, allerdings langsamer und somit in allmählich größer werdendem Abstand. Anders als Abudun hatte er das Schwert nicht eingesteckt. Der Blutgeruch, den die Klinge verströmte, schien immer stärker zu werden und im gleichen Maße nahm der Hunger zu, der an seinen Eingeweiden fühlte. Nachdem er die halbe Wegstrecke bis zum Ende des Ganges zurückgelegt hatte, blieb Abudun stehen und sah durch die vergitterte Sichtluke eine der zahrischen Türen, die sich in der rechten Tunnelwand befanden. Lange stand er reglos da. Sein Gesicht war vollkommen ausdruckslos. An seiner verkrampften Haltung erkannte André, dass irgendetwas in der Zelle seinen Blick bannte. Als er neben ihm angelangt war, ging er weiter und gab den Platz für André frei. Die Zelle, in die er blickte, war fensterlos, aber so klein, dass selbst das wenige Licht, das durch die vergitterte Luke fiel, ausreichte, um sie zu erhellen, an der Wand, auf die André blickte, lehnte ein schon halb mumifizierter Leichenarm, der angekettete Körper eines nackten Mannes, der zweifellos schon zu Lebzeiten in diese qualvolle Haltung gezwungen worden war. Der Mann war offenbar verhungert. Schaudernd wandte sich André ab. Abudun war am sichtbaren Ende des Ganges stehen geblieben und lugte vorsichtig um die Biegung. Die rechte Hand hatte er wieder auf das Schwert gelegt, die andere hatte er zu einer mahnenden Geste in André's Richtung erhoben. Es gab nun kein Zweifel mehr daran, wer die Führung übernommen hatte. Abudun wirkte auf André wie ein Riese, ein schwarzer Gigant, den nichts in Gefahr bringen oder erschüttern konnte, aber zugleich auch verwundbar, so zerbrechlich und voll verlockend im Leben, warm und pulsierend und André blieb stehen und presste die Lieder so fest aufeinander, dass bunte Lichtblitze vor seinen Augen tanzten, seine Hand, die das Schwert hielt, zitterte. Nur mit äußerster Mühe gelang es ihm, die mörderische Gier niederzuringen und das Schwert wieder in die Scheide zu schieben. Der Blutgeruch nahm nicht ab, er schien ganz im Gegenteil noch stärker zu werden, so, als könne er nun nicht mehr nur das Blut auf der Klinge, sondern auch das in Abuduns Adern riechen. »Zwei«, flüsterte Abudun, »es sind zwei«, er deutete auf die beiden Männer, die nur wenige Schritte hinter der Gangbiegung standen und sich mit gedämpften Stimmen unterhielten. »Bleib zurück, ich erledige das.« Er zog das Schwert und huschte los in einer schnellen, fließenden Bewegung. Trotz seiner Größe bewegte er sich fast vollkommen lautlos. Die beiden Wachposten konnten nicht den geringsten Widerstand leisten. Abudun kam über sie wie der Zorn Gottes. Noch bevor einer von ihnen auch nur einen Warnschrei ausstoßen konnte, packte Abudun den ersten, wirbelte ihn herum und stieß ihn in Andres Richtung. Den anderen ergriff er und schmetterte ihn mit solcher Wucht gegen die Wand, dass der Mann augenblicklich das Bewusstsein verlor. Andres fing den anderen Soldaten auf, schlug ihm hart mit dem Handrücken gegen den Kehlkopf, um seinen Schrei zu unterdrücken, und warf ihn dann ebenfalls gegen die Wand. Ein hundertfach geübtes Vorgehen, das sie in ihrer gemeinsamen Zeit als Söldner unzählige Male mit Erfolg durchexerziert hatten. Der Mann, unfähig zu schreien, prallte mit dem Kopf gegen die Wand, verdrehte die Augen und begann zusammenzubrechen. Andres fing ihn auf, um ihn zu Boden sinken zu lassen, nicht nur aus Barmherzigkeit, sondern auch, damit er kein unnötiges Geräusch verursachte. Der Mann lebte und war vermutlich nicht einmal schwer verletzt, aber er hatte sich einer Platzwunde an der Schläfe zugezogen. Blut lief über sein Gesicht, und dieser Anblick veränderte alles. Andres ließ den Mann nicht los. Einen Moment lang erstarrte er, dann gruben sich seine Hände tiefer in den Hals des Bewusstlosen. Statt ihn zu Boden zu schleudern, riss er ihn wieder in die Höhe und rammte ihn mit solcher Wucht gegen die Wand, dass sein Hinterkopf noch einmal und mit deutlich mehr Gewalt gegen den rauen Stein stieß. Obgleich er ohnmächtig war, stöhnte er halblaut, und die Platzwunde an seiner Schläfe begann stärker zu bluten. Süßes, warmes Blut lief über sein Gesicht, lebendig und voller pulsierender Energie. Andres Gier wurde übermächtig, ein Hunger, der zu schierer Qual explodierte und den er stillen musste. Jetzt! Wimmern vor Begierde drückte er den Kopf des wehrlosen Mannes nach hinten, hob die andere Hand und krümmte die Finger zu einer tödlichen Klaue, um ihm die Kehle aufzureißen. Eine riesige Pranke schloss sich um sein Handgelenk und riss ihn mit solcher Gewalt zurück, dass er glaubte, das Gelenk würde aus der Schulter gezerrt. Andres schrie vor Schmerz auf, riss sich los und fuhr mit kampfbereit erhobenen Händen herum. Abudun stug ihm die Faust unter das Kinn, und seine Knie wurden weich und gaben unter dem Gewicht seines Körpers nach. Sein Mund füllte sich mit Blut, seinem eigenen, und alles um ihn herum begann sich zu drehen. Dann fegte lodernde rote Wut, Schmerz und Schwäche davon, und er sprang mit einem Knurren auf die Füße. Abudun versetzte ihm eine schallende Ohrfeige, die bunte Sterne vor seinen Augen explodieren ließ. Andres taumelte, und Abudun versetzte ihm eine zweite, noch heftigere Maulschelle, die ihn endgültig in die Knie zwang. Seine Glieder begannen haltlos zu zittern, und mit einem Mal fühlte er sich nur noch schwach. Er sank nach vorne, versuchte vergebens, den Sturz abzufangen und schlug schwer mit dem Gesicht auf dem rauen Boden auf. Auch jetzt verlor er nicht das Bewusstsein, aber es verging lange Zeit, bis er die Gewalt über seinen Körper zurückerlangt hatte. Mühsam stemmte er sich in die Höhe, öffnete die Augen und sah direkt in Abuduns finsteres Gesicht. »Hast du dich wieder in der Gewalt?« fragte der Nubia. André nickte. Bevor er antwortete, tastete er mit spitzen Fingern seinen Unterkiefer ab, wie um sich davon zu überzeugen, dass er noch an Ort und Stelle war. »Was war los?« fragte Abudun. »Ich?« André blickte schaudern zu dem reglosen Körper auf der anderen Seite des Ganges hinüber. »Ich weiß es nicht.« »Aber jetzt ist es vorbei.« André lauschte einen Moment in sich hinein. Da war noch immer etwas Fremdes und Furchteinflößendes in ihm, aber die grauenhafte Gier war erloschen. Er nickte. »Ja. Ich weiß nicht was.« »Das ist jetzt unwichtig.« Abudun streckte die Hand aus, um ihm auf die Füße zu helfen. »Du wirst es mir später erklären. Jetzt müssen wir weiter. Ich hab das Mädchen gefunden.« »Bist du sicher, dass es das Richtige ist?« fragte André. Er stand unsicher auf seinen Füßen. Abudun ließ seine Hand los, und im ersten Moment wurde ihm schwindelig, als hätte der Nubier damit auch zugleich eine unsichtbare Verbindung gelöst, über die er ihm Kraft gespendet hatte. »Die Auswahl ist nicht besonders groß,« sagte Abudun. »Bist du sicher, dass du sie mitnehmen willst?« »Wieso?« Statt zu antworten, drehte Abudun sich herum und steuerte eine der niedrigen Türen an, die auch diesen Gang säumten. André folgte ihm mit schleppenden Schritten. Er hatte das Gefühl, Fieber zu bekommen. Es fiel ihm schwer, sich zu bewegen. Als er neben Abudun ankam, hatte er fast vergessen, was der Nubier zu ihm gesagt hatte. Dabei wusste er längst, was mit ihm geschah. Aber er weigerte sich, es hinzunehmen. Nicht nur, weil er Angst davor hatte, sondern weil es allem widersprach, woran er je geglaubt hatte. Abudun hatte bisher an der kleinen Sichtluke gestanden, die es auch in dieser Tür gab. Jetzt trat er zur Seite, um den Platz für André freizugeben. Auch diese Zelle war winzig, kaum größer als ein Narkoven. Das Mädchen stand nackt und auf die gleiche qualvolle Weise aufrecht an die Wand gekettet wie der Tote, den sie vorhin gefunden hatten, der Tür gegenüber und schien zu schlafen. Als André es sah, fuhr er zusammen wie unter einem Peitschenheb. Das Mädchen bot einen grauenerregenden Anblick. Bürger hatte gesagt, dass seine Tochter zwölf Jahre alt wäre. Doch André konnte erkennen, dass sie körperlich bereits zu einer Frau herangewachsen war. Ihr Körper war mit unzähligen Striemen, Narben und erst halbverschauften Wunden übersät, Spuren von Peitschenheben und anderen bestialischen Dingen, die man ihr angetan hatte. Ihre Handgelenke waren unförmig angeschwollen und zu dick vereiterten Wunden geworden, weil sie seit Tagen und Wochen, Wochen, sagte André schaudert, großer Gott, möglicherweise seit zwei Jahren mit hoch über den Kopf erhobenen Armen an die Wand gekettet waren. Sie stand fast knöcheltief in ihrem eigenen Schmutz, selbst hier draußen war der Gestank der André entgegenschlug, fast unerträglich. »Diese Teufel!«, rötte Abudun. »Sie nennen sich Christen. Bei Allah, für mich sind sie nicht einmal Menschen.« »Tritt zurück!« André gehorchte. Abudun machte sich nicht die Mühe, einen der bewusstlosen Wächter nach dem Schlüssel zu durchsuchen. Er trat mit solcher Wucht gegen den Riegel, dass dieser zerbarst. Wütend zerrte er die Tür auf, trat in die Zelle und schwang sein Säbel. Er musste zwei-, dreimal zuschlagen, bevor es ihm gelang, eines der Kettenglieder zu sprengen, die von Imrits Handgelenken zu einem eisernen Ring hoch oben in der Wand hinaufführten. Dann aber sagte das Mädchen so plötzlich in sich zusammen, dass Abudun sie nur mit Mühe und Not auffangen konnte. Sein Schwert klirrte zu Boden. André wartete, bis er die Zelle mit dem Mädchen auf dem Arm verlassen hatte. Dann bückte er sich und hob die Klinge auf. Abudun schüttelte den Kopf, als André das Schwert in seinen Gürtel schob und ihm das bewusstlose Mädchen abnehmen wollte. »Geh voraus«, sagte er knapp. André drehte sich gehorsam um und eilte voraus. Aber erst, nachdem er Imrit noch einen Herzschlag lang betrachtet hatte, der Anblick erfüllte ihn mit einer rasenden Wut. Das Mädchen war abgemagert bis auf die Knochen, war fast zu groß wie er, und es gab kaum eine Stelle an ihrem Körper, die nicht von Narben oder frischen Wunden bedeckt war. Er wünschte sich nichts mehr als Vergeltung für das, was diesem unschuldigen Kind angetan worden war. Sein Wunsch sollte sich rasch erfüllen. Sie hatten den Gang hinter sich gelassen, und André näherte sich der Treppe, als oben auf dem Hof ein gellender Schrei ertönte. Der Laut drang nur gedämpft zu ihnen vor, aber André hatte derartige Schrei zu oft gehört, um nicht sofort zu wissen, dass die beiden Wachen gefunden worden waren. »Verdammt«, fluchte Abudun, »das hätte nicht passieren dürfen. Lauf!« André stürmte gehorsamlos, aber er war nicht schnell genug. Jede Stufe kostete ihn Anstrengung. Es war, als müsse er seinen Körper zu jeder noch so winzigen Bewegung mühsam zwingen. Was immer das Ungeheuer ihm angetan hatte, es wirkte schnell. Sie stürmten auf den Hof hinaus, der nicht mehr dunkel und still war. Hinter mehreren Fenstern flackerte rotes Licht, und André hörte mindestens ein Dutzend Stimmen, die aufgeregt durcheinander riefen. Das Torgewölbe war von Fackellicht erfüllt, und auch aus der entgegengesetzten Richtung näherten sich ihnen rennende Gestalten, die heftig zuckende Fackeln schwenkten. Metall blitzte, jemand schrie das Wort Alarm! André schluckte, wirbelte herum und lief mit Riesenschritten auf den Ausgang zu. Doch noch bevor er das gemauerte Gewölbe erreicht hatte, traten ihm gleich vier Männer entgegen. Drei von ihnen trugen die gleichen Uniformen wie die Männer, denen sie bereits begegnet waren, der vierte, ein einfaches Priestergewand. André riss seine Klinge in die Höhe und empfing den ersten mit einem Schwerthieb, der ihn hätte enthaupten müssen. Aber der Hieb war zu langsam, schlecht gezielt und mit viel zu wenig Kraft geführt. Es gelang dem Mann, sein eigenes Schwert hochzureißen, und André sieb den größten Teil seiner Wucht zu nehmen. Zwar reichte die Kraft immer noch, ihm das Schwert aus der Hand zu schlagen und ihn rücklings gegen die Wand zu schmettern, aber er war nicht einmal verletzt. Und seine beiden Begleiter bewiesen, dass sie keine verkleideten Bauern waren, die mit Mühe und Not wussten, an welchem Ende sie ein Schwert anfassen mussten, sondern gut ausgebildete Soldaten, die ihr Handwerk verstanden. Während der Mann im Priestergewand hastig ein paar Schritte zurückwich, um sich in Sicherheit zu bringen, zogen sie ihre Waffen und bewegten sich auseinander, wohl um André von zwei Seiten zugleich attackieren zu können. Und auch ihr Kamerad schüttelte benommen den Kopf und sah sich bereits wieder nach dem Schwert um, das er fallen gelassen hatte. André hätte nur einen Augenblick brauchen dürfen, um mit den drei Männern fertig zu werden. Aber er war krank. Die Welt verschwamm immer wieder vor seinen Augen, und das Schwert in seiner rechten Hand schien einen Zentner zu wiegen. Aus dem Augenwinkel sah er, dass weitere Männer heranstürmten. Nur mit Mühe gelang es ihm, den Schwertieb eines der Männer abzuwehren. Dem des anderen entging er um Haaresbreite und hätte Abudun ihm nicht beigestanden, dann wäre es bereits im nächsten Augenblick um ihn geschehen gewesen. Der Nubier stürmte heran wie der Leibhaftige, ein schwarzer Riese, der wie ein Wirbelwind zwischen die Männer fuhr. Den Soldaten, den André entwaffnet hatte, rannte er kurzerhand über den Haufen, gerade als sich dieser nach seinem Schwert bücken wollte. Einen zweiten fegte er mit einem fürchterlichen Fußtritt von den Beinen. Der dritte zögerte einem winzigen Moment, welchem der beiden Gegner er sich zuwenden sollte, und seine Unentschlossenheit kostete ihn das Leben. André rammte ihm das Schwert in den Leib und stolperte weiter und auf den Priester zu, noch während der Soldatsterben zusammenbrach. Für den Bruchteil einer Sekunde begegneten sich ihre Blicke, und trotz seiner Schwäche und des Fiebers, das immer heißer und qualvoller in ihm brannte, registrierte er, wie erstaunlich jung der Priester noch war und wie vollkommen anders, als er ihn sich vorgestellt hatte. Nicht der grausame Folterknecht, den er erwartet hatte, sondern ein offenes Gesicht mit klaren blauen Augen, in denen maßlose Verwirrung und allmählich aufkeimender Schrecken zu lesen waren, blickte ihn an. André verscheuchte den Gedanken und stach mit dem Schwert nach ihm. Der Geistliche machte einen hastigen Schritt zur Seite, und die Klinge verfehlte ihn und scharrte funken sprühend über die Wand. Bevor André zu einem weiteren Hieb ausholen konnte, versetzte Abudun ihm an seiner Stadt einen Stoß, der seinen Gegner haltlos in das Torgewölbe und auf der anderen Seite wieder herausstolpern ließ. Er fiel auf die Knie, rappelte sich mühsam wieder hoch und wollte sich herumdrehen. Hinter ihnen polterten die Schritte der Verfolger über den gepflasterten Innenhof der Klosterfestung. Schreie gelten und flackerndes rotes Licht fiel durch das offenstehende Tor. »Nimm sie!« Ohne eine Antwort abzuwarten, drückte ihm Abudun das bewusstlose Mädchen in die Arme und wirbelte herum. »Ich halte sie auf! Renn!« André taumelte blind los. Er wusste nicht mehr, was er tat oder warum er es tat. Er führte einfach Abuduns Befehl aus, aber er war nicht einmal sicher, ob seine Kraft dafür reichen würde. Das reglose Mädchen wog Tonnen, sein Gewicht drohte ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen und zu Boden zu ziehen. Er brauchte all seine Kraft, um auch nur einen Fuß vor den anderen zu setzen und in die Richtung zu taumeln, in der er Bürger vermutete. Hinter sich hörte er Schrei und das vertraute Klirren von Metall. Als er den Kopf drehte, bot sich ihm ein fast unheimlicher Anblick. Abudun stand vor dem weit geöffneten Tor und kämpfte mit zwei Schwertern gleichzeitig. Mindestens ein halbes Dutzend Krieger bedrängte ihn, beschienen vom flackernden roten Licht der Fackeln, das durch das Tor herausfiel. Er sah aus wie ein Dämon, der das Tor zur Hölle bewachte. Abudun war ein furchteinflößender Gegner, aber diese Übermacht war zu gewaltig, selbst für ihn. Er würde unterlegen. André verbrauchte seine letzten Kräfte, um weiterzustolpern. Die wenigen ärmlichen Hütten, die sich im Schutze der Klosterfestung aneinanderdrängten wie eine Horde verängstigter Tiere, die den Wolf gewittert hatten, blieben hinter ihm zurück und er wankte den Hügel hinauf. Als er ihn überschritten hatte, tauchten wie aus dem Nichts zwei schattenhafte Gestalten vor ihm auf. Bürger und einer der beiden Brüder. Von dem anderen war noch immer nichts zu sehen. Imrett! Bürger war mit einem Satz bei ihm und nahm ihm das bewusstlose Mädchen aus den Armen. Er sog entsetzt die Luft zwischen den Zähnen ein, als er sah, in welchem Zustand sie war. Sie lebt, sagte André schwach. Obwohl er vom Gewicht des Mädchens befreit war, taumelte er und wäre fast gestürzt. Er spürte, wie Stefan hinter ihn trat. Vielleicht, um ihn aufzufangen, sollte er tatsächlich fallen. Diese Teufel, keuchte Bürger. Was haben sie ihr angetan? Sie lebt, murmelte André schwach. Sie ist ein starkes Kind. Sie wird durchkommen, ich bin sicher. Aber ich muss zurück. Aber du und er hat die Wachen aufgehalten. Ich muss zu ihm. Aber euer heidnischer Freund ist doch links tot, sagte Bürger. Etwas an diesen Worten war seltsam. André sah auf. Bürger starrte ihn aus brennenden Augen an. Er grinste aber. Es war kein menschliches Grenzen. Ihr werdet ihn trotzdem wiedersehen. Keine Sorge, fuhr Bürger fort. Schon bald. André bemerkte eine Bewegung hinter sich und er wusste, was sie zu bedeuten hatte. Aber er war nicht mehr in der Lage, sie abzuwehren. Er spürte nur noch den grausamen Schmerz, als Stefan ihm den Dolch in den Rücken stieß. Dann nichts mehr. Es folgte eine Zeit der Qual. Doch obwohl sie aus nichts anderem bestand, als aus einem schieren Überlebenskampf, gepaart mit wüsten Fieberträumen, begriff er doch zweierlei. Er lebte noch, und er würde auch weiter am Leben bleiben. Und er hatte anscheinend seine Unsterblichkeit verloren oder zumindest einen großen Teil davon eingebüßt. Was er nun erlebte und vor allem erlitt, war ihm nicht fremd. Er war unzählige Male verletzt worden, nur dass nun Tage, wenn nicht Wochen vergingen, während seine unglaubliche Wandlungsfähigkeit die Verletzungen sonst binnen wenige Augenblicke geheilt hatte. Irgendwann erwachte er, fiebernd und in Schweiß gebadet, und so schwach wie nie zuvor. Geräusche waren rings um ihn herum, Schritte und Stimmen und Gesichter, die sich über ihn beugten, Hände, die größtenteils unangenehme Dinge mit seinem Körper taten. Er schlief ein, er wachte wieder, schlief wieder ein, und er wachte wieder, und irgendwann erwachte er endgültig. Es war dunkel. Er lag auf dem Rücken, auf einem harten Bett, und es war sehr kalt. Er wollte etwas sagen, aber sein Kehlkopf war wie ausgedörrt und fühlte sich an wie heißer Wüstensand. Irgendwo neben ihm brannte eine Kerze, aber ihr Licht reichte nicht wirklich aus, um Einzelheiten zu erkennen, sondern verwandelte die Schmerze nur in ein mattes Glühen aus Gelb und verschiedenen Brauntönen. Er versuchte, sich zu bewegen. Es gelang ihm nicht, aber der Versuch erzeugte eine andere Bewegung links neben ihm, in der Richtung, in der sich die Kerze befand. Etwas raschelte. Dann nahm er einen noch dunkleren Schatten in der Dämmerung wahr, ein Gesicht. Es kam ihm seltsam vertraut vor, aber er wusste nicht, wieso. Beugte sich über ihn, helle und sehr klare Augen blickten mit eindeutiger Sorge auf ihn herab. Versucht nicht, euch zu bewegen, sagte der Fremde. Ich bringe euch Wasser. Er löste sich in der falschen Dämmerung auf, ohne sich wirklich zu bewegen, und schien im gleichen Moment schon wieder zu erscheinen, einen aus Holz geschnitzten Becher in der einen und ein sauberes Tuch in der anderen Hand. André hätte sein Leben für einen einzigen Schluck aus diesem Becher gegeben, auch wenn ihm erst bei seinem Anblick überhaupt klar wurde, wie durstig er war. Aber der junge Mann tauchte nur einen Zipfel des Tuches hinein, beugte sich vor und betupfte seine Lippen. Sie waren so trocken, dass die Nässe im ersten Moment schmerzte, aber zugleich tat sie auch unglaublich gut. Sein Wohltäter, er trug ein schlichtes dunkles Gewand, fast wie eine Mönchskutte, wartete, bis die wenigen Tropfen auf seinen Lippen versiegert waren. Dann wiederholte er die Prozedur noch einige Male, bis er endlich den Becher ansetzte, und André gestattete, einige wenige Schlucke zu trinken. Das genügt, sagte er, während er den Becher absetzte. Ich weiß, diese wenigen Schlucke reichen nicht, um euren Durst zu löschen, aber mehr wäre nicht gut. Ihr würdet euch wahrscheinlich erbrechen. André wusste, dass er recht hatte, aber das machte die Qual nicht geringer. Er versuchte zu sprechen, doch es gelang ihm erst, nachdem er zum dritten oder vierten Mal dazu angesetzt hatte. Aber tun, krächzte er. Die beiden Worte brannten wie Feuer an seiner Kehle. Versucht nicht zu reden, sagte der Fremde. Wenn ihr euren dunkelhäutigen Freund meint, er ist am Leben, macht euch keine Sorgen. Jetzt schlaft. Ihr habt das Schlimmste überstanden, aber ihr habt vier Blut verloren und solltet mit euren Kräften haushalten, wenn ihr keinen Rückfall riskieren wollt. Also schlaft, André gehorchte. Als er wieder erwachte, war die Kerze heruntergebrannt, aber es war trotzdem heller geworden. Graues Zwielicht erfüllte das Zimmer, und es war noch immer bitter kalt. Er drehte mühsam den Kopf und erkannte eine schlanke Gestalt, die nach vorne gesunken auf einem Stuhl neben seinem Bett saß und schlief. Der junge Prediger, der ihm Wasser gegeben hatte. Es war derselbe Mann, den er nachts im Torgang beinahe erschlagen hätte. Der Folterknecht. Es fiel André schwer, in diesem Junggeistlichen mit den wachen Augen und der freundlichen Stimme eines der Monster zu säen, die dem unschuldigen Kind all diese Gräueltaten angetan haben sollten. Immerhin schien er die ganze Nacht an seinem Krankenlager gewacht zu haben, wie seine Anwesenheit bewies. Aber er hätte auch nicht vermutet, dass Bürger ihm seine Hilfe dankte, indem er ihm ein Messer in den Rücken stoßen ließ. Die Erinnerung ließ einen Schatten über sein Gesicht huschen. Bürger! Wie hatte er sich nur so in diesem Menschen täuschen kann? Vielleicht war die Frage auch falsch gestellt. Er hatte sich nicht wirklich in ihm getäuscht. Er hatte zumindest geahnt, dass mit Bürger etwas nicht stimmte. Und er hatte ganz tief in sich gespürt, dass er gefährlich war. Warum hatte er nicht auf seine innere Stimme gehört? Und wenn schon nicht auf sie, dann zumindest auf Abodon. Mit dem Gedanken an den Nubier schlief er ein. Und als er erwachte, hatte sich das Licht abermals verändert. Heller, sehr klarer Sonnenschein erfüllte das Zimmer. Es roch nach Schnee. Sein Wohltäter stand mit dem Rücken zu ihm vor einer Truhe an der gegenüberliegenden Wand und hantierte an etwas herum, das André nicht erkennen konnte. Gedämpftes Glockenläuten drang durch das offenstehende Fenster herein, und irgendwo weit entfernt wierte ein Pferd. André lauschte in sich hinein. Er fühlte sich noch immer sehr schwach, aber er hatte keine Schmerzen, und auch das Fieber war fort. Behutsam richtete er sich auf, stug die dünne Decke zur Seite und stellte fest, dass er nicht ganz so nackt war, wie er sich unter der rauen Rosshaardecke gefühlt hatte. Ein enger Ring aus Metall schmiegte sich um sein rechtes Fußgelenk, an dem eine massiv wirkende Kette befestigt war. Als er daran zog, stellte er fest, dass ihm die Kette gerade genug Bewegungsfreiheit ließ, um aus dem Bett aufzustehen und zwei oder vielleicht auch drei Schritte zu tun. Versucht lieber nicht aufzustehen, sagte der junge Priester. Ihr mögt euch vielleicht wieder kräftig fühlen, aber glaubt mir, ihr seid es nicht. Er drehte sich herum, lehnte sich gegen die Truhe und verschränkte die Arme vor der Brust. Habt ihr jetzt ausgeschlafen, André? André stemmte sich auf die Ellbogen hoch und fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen. Er versuchte nicht zu antworten, denn seine Kehle war so trocken, dass sie wehtat, aber der junge Priester verstand wohl auch so. Er füllte Wasser aus einem Krug in den geschnitzten Becher, den André schon kannte, und reichte ihn ihm. Allerdings trat er nicht nah genug an das Bett heran, um André eine Möglichkeit zu geben, ihn überraschend zu packen. André nahm den Becher, trank einen gierigen Schluck und hustete qualvoll. Nachdem sich sein Atem einigermaßen beruhigt hatte, leerte er den Becher mit sehr viel vorsichtigeren Kleinschlucken und leckte auch den letzten Tropfen mit der Zungenspitze vor den Lippen. Sein Durst war keineswegs gestillt, aber seine Kehle brannte wenigstens nicht mehr wie Feuer. Danke, sagte er, während er den Becher zurückgab. Er wäre fast vor dem Klang seiner eigenen Stimme erschrocken. Woher? Kennst ihr meinen Namen? Von meinem Vater, antwortete der Priester. Ich bin Bruder Tobias. Wie fühlt ihr euch? Besser, antwortete André, was zwar der Wahrheit entsprach, im Grunde aber so gut wie nichts besagte. Das freut mich, antwortete Tobias. Es klang ehrlich. Eine Weile sah es gar nicht gut um euch aus. Der Mann hat euer Herz nur knapp verfehlt. Ihr seid ein zäher Bursche. Aber ihr habt mich anscheinend auch gut gepflegt, erwiderte André mit einer Geste auf den straff angelegten weißen Verband um seine Brust. Ich nehme an, ich soll in möglichst guter Verfassung sein, wenn ihr mich auf die Folterbank spannt. Tobias Mine verfinsterte sich. Ihr wart unten im Verlies, sagte er. Sagt, habt ihr eine Folterbank gesehen oder irgendwelche anderen Marter-Werkzeuge? Ich habe die Zellen gesehen, antwortete André. Und das Mädchen. Ich weiß, was ihr gesehen habt, erwiderte Tobias ruhig. Aber ich glaube, ihr wisst nicht, was ihr gesehen habt. Er machte eine Geste, mit der er das Gespräch beendete. Wir werden später noch Gelegenheit haben, darüber zu reden. Vielleicht. Jetzt solltet ihr erst wieder zu Kräften kommen. Ich werde euch eine kräftige Mahlzeit bringen. Ich nehme an, dass ihr hungrig seid. Eigentlich nicht, antwortete André. Jedenfalls nicht sehr. Das wundert mich, sagte Tobias. Immerhin habt ihr zehn Tage lang nichts gegessen. Zehn Tage? entfuhr es André. Elf, den heutigen mitgerechnet, entgegnete Tobias. Ich sagte euch doch, eure Lage war sehr ernst. Einige Tage war ich nicht sicher, dass ihr es schafft. Ich habe für euch gebetet, und wie es aussieht, hat Gott meine Gebete erhört. Er gab sich einen Ruck. Aber nun hole ich euch erst einmal etwas zu essen, und danach sollten wir euch waschen und einigermaßen ansehnlich anziehen. Ihr müsst noch heute mit Vater Benedikt sprechen. Er sah Vater Benedikt an diesem Tag nicht mehr. Als Tobias nach wenigen Minuten mit der versprochenen Suppe zurückkam, fand er André in tiefem, traumlosem Schlaf vor, aus dem er erst am nächsten Morgen wieder erwachte, halbwegs erfrischt, aber mit knurrendem Magen und so ausgehungert, dass er nicht nur die kalte Suppe vom vergangenen Abend herunterschlang, sondern anschließend noch fast einen ganzen Laib Brot und ein gutes Stück einer Speckseite, und dazu trank er einen ganzen Krug des kalten, klaren Quellwassers. Vermutlich hätte er auch dann noch nicht aufgehört, hätte Tobias nicht lächelnd, aber unerbittlich den Kopf geschüttelt, als er ihn um Meer bat. Stattdessen kam er mit Wasser, einem gewaltigen Stück Kernseife und frischen Tüchern, sodass André sich reinigen konnte, was dringend notwendig war. Zehn Tage, in denen er fiebernd dargelegen hatte, forderten ihren Preis. Er stank kaum weniger schlimm als das Mädchen, das sie aus dem Kaker befreit hatten. Tobias trug nicht nur die schmutzigen Verbände, sondern auch seine Kleider und selbst das Bettzeug nach draußen, um es zu verbrennen. Bevor er ihm heifrische Kleider anzuziehen, bat er ihn, sich auf den Bauch zu legen, damit er sich die Wunde in seinem Rücken noch einmal ansehen konnte. André gehorchte. Tobias betastete die Stichwunde zwischen seinen Schulterblättern mit kundigen Fingern und trug anschließend eine angenehm kühle, nach Kräutern riechende Salbe auf. Erstaunlich, sagte er, während er einen frischen Verband anlegte. Ich habe schon eine Menge schlimmer Verletzungen gesehen, aber selten einen Mann, der sich so schnell erholt. Die Wunde sieht aus, als wäre sie zwei Monate alt, nicht zwei Wochen. Gehen eure Krankheiten ebenso schnell vorbei? Ich weiß es nicht, antwortete André wahrheitsgemäß. Ich war noch nie krank. Niemals? fragte Tobias zweifelnd. Niemals. André griff nach dem Hemd, das Tobias ihm reichte und schlüpfte hinein. Der Stoff war so grob, dass er auf der Haut scheuerte. Gott muss euch wirklich lieben, mein Freund, sagte Tobias kopfschüttelnd. Gott hat damit wenig zu tun, dachte André. Ganz im Gegenteil. Wenn es ihn wirklich gibt, dann muss er mich ganz außergewöhnlich hassen. Und ich weiß nicht dann mal warum. Er sprach nichts von all dem aus, aber Tobias musste seine wahren Gefühle wohl gespürt haben. Er sagte nichts, aber sein Lächeln erlosch. Vater Benedikt wird gleich hier sein, sagte er. Es wäre klug, wenn ihr nicht darüber reden würdet. Worüber? Dass ihr nie krank werdet, antwortete Tobias. Oder wie schnell eure Wunden heilen. Vater Benedikt ist ein sehr strenggläubiger Katholik, der das falsch deuten könnte. André war plötzlich auf der Hut. Tobias' Worte mochten Zufall sein, ebenso gut aber auch eine geschickte Falle, die er ihm stellte. Aber als er in seine Augen blickte, sah er keinerlei Hinterlist oder Tücke daran. Und ihr? fragte er. Auch ich bin ein strenggläubiger Katholik, wenn ihr das meint, antwortete Tobias. Aber ich bin nicht wie viele hier. Ich glaube nicht, dass Satan es uns so leicht macht. Doch wie gesagt, ihr solltet Vater Benedikt gegenüber vorsichtig mit dem sein, was ihr redet. Und noch etwas. Ja? fragte André, als Tobias nicht sofort antwortete. Tobias sah ihm in die Augen, aber sein Blick war nicht mehr so fest wie bisher. André hatte das sichere Gefühl, dass ihm das, was er zu sagen hatte, nicht sehr angenehm war. Schließlich räusperte er sich und sagte, ich will ganz offen zu euch sein, André. Ich bin der Meinung, dass ihr mir etwas schuldig seid. Zum Beispiel? fragte André. Zum Beispiel euer Leben, antwortete Tobias. Die Wachen wollten euch töten. Immerhin habt ihr und euer Kamerad fünf von ihnen erschlagen und fast alle anderen übel zugerichtet. Es hat mich meine ganze Überredungskunst gekostet, dass sie euch nicht getötet oder einfach liegen gelassen haben, was auf das Gleiche hinausgelaufen wäre. Und was erwartet ihr nun von mir? wollte André wissen. Tobias räusperte sich, um seine Verlegenheit zu überspielen. Vater Benedikt ist unser Abt, sagte er. Aber er ist nur selten hier. In seiner Abwesenheit leite ich das Kloster. Aber das ändert nichts daran, dass er das Sagen hat. Und er ist ein sehr harter Mann. Bedenkt man, womit wir es zu tun haben, so muss er das wohl sein. Aha, sagte André. Er verstand immer weniger. Und was wollt ihr jetzt von mir? Nur zu, ich weiß, dass ich nur noch lebe, weil ihr es so wollt. Bitte sagt ihm nicht, wer euch geschickt hat und woher ihr kommt, sagte Tobias. Niemand hier weiß, dass Bürger euer Auftraggeber ist und ihr und euer Freund aus Trenklamm gekommen seid. Warum? fragte André misstrauisch. Tobias wich seinen Blick aus. Er wurde zunehmend unruhiger. Die Menschen in Trenklamm sind aufrechte und gottesfürchtige Leute. Urteilt nicht über alle, nur weil einige von ihnen schlecht sind. Ich weiß, dass ihr Bürger hassen müsst, aber lasst nicht die Unschuldigen für ihn bezahlen. Und? fragte André. Vater Benedikt würde Trenklamm niederbrennen und jede lebende Seele dort auslöschen lassen, wüsste er, wer hinter dem Überfall steckt, antwortete Tobias. Ich habe bereits mit eurem Freund gesprochen. Er ist einverstanden zu sagen, dass ihr von einem Fremden in einem Gasthaus einen halben Tagesritt westlich von hier angesprochen worden seid, das Mädchen für Geld zu befreien. Abudun hat euch das zugesagt? fragte André zweifelnd. Zugesagt vielleicht nicht direkt, stand Tobias, aber ich habe mit ihm gesprochen und er hat meinen Vorschlag zumindest nicht abgelehnt. Genau genommen hat er eigentlich gar nichts gesagt. Ja, das klingt nach Abudun, sagte André. Kann ich ihn sehen? Vielleicht später, antwortete Tobias. Sobald ihr mit Vater Benedikt gesprochen habt. Seid ihr bereit dazu? Warum nicht? fragte André. Tobias nickte knapp und ging. Ziemlich schnell. Beinahe ein wenig zu schnell für Andrés Empfinden. Der Greiserabt entsprach Andrés Vorstellungen von einem altgewordenen, verbitterten Kirchenoberern. Er ähnelte Vater Ludowig, musste aber einige Jahre jünger sein und war besser genährt und auch deutlich gesünder, aber der Ausdruck von niemals versiegenem Misstrauen und einem tief eingebrannten Groll gegen die ganze Welt in seinen Augen, war derselbe wie der in denen Ludowigs. Er kam nicht allein, sondern in Begleitung zweier Soldaten, die rechts und links von ihm Aufstellung nahmen und die ganze Zeit über die Hände griffbereit auf den Waffen ruhen ließen. Und das, obwohl Benedikt streng darauf achtete, nicht in Reichweite der Kette zu gelangen, mit der André gefesselt war. Die Männer wussten anscheinend, wie gefährlich er war. André meinte, einen von ihnen wiederzuerkennen, war aber nicht sicher. Seiner Erinnerung nach hätte der Kampf auf dem Hof auch zehn Jahre her sein können. Vater Benedikt sah ihn lange und durchdringend an, ohne ein Wort zu sprechen. Sein Gesicht war wie Stein, eine zerfurchte Landschaft aus verästelten Runzeln und Falten, die so tief eingeschnitten waren wie Messernarben. André versuchte in seinen Augen zu lesen, aber es gelang ihm nicht. Ihr seid also dieser Söldner, sagte Vater Benedikt schließlich. Allein die Art, in der er das Wort Söldner aussprach, beantwortete eine Menge der Fragen, die sich André noch gar nicht gestellt hatte. Ich bin kein Söldner Benedikt, antwortete André. Wir ziehen die Anrede durchlaucht vor André, sagte Vater Benedikt, oder auch Vater. Durchlaucht, André hob die Schultern, ganz wie er wünscht, aber wir sind keine Söldner, nicht in dem Sinne, in dem ihr das Wort benutzt. In Vater Benedikts Augen blitzte es auf. André wusste, dass er ein gefährliches Spiel spielte. Er durfte nicht den Fehler begehen, sich von Benedikt scheinbarer Würde und Gebrechlichkeit täuschen zu lassen. Vater Benedikt war wie Vater Ludowig. Allerdings ein Vater Ludowig mit Macht und ziemlich wenig Skrupeln diese Macht zu nutzen oder zu missbrauchen. Wie benutze ich es denn, fragte Vater Benedikt. Wir töten nicht für Geld, antwortete André. Dann nehme ich an, ihr und euer Muselmanenfreund habt die fünf tapferen Kameraden dieser Männer hier, er deutete auf die beiden Soldaten, nur aus reiner Freude am Töten erschlagen. Die Tür ging auf und Tobias kam herein, was André Bedenkzeit verschaffte, um über die Antwort auf die Frage nachzudenken. Er hatte den Eindruck, dass eine Menge davon abhängt, vielleicht sein Leben. Schließlich zog er es vor, gar nichts zu sagen. »Ihr schweigt«, stellte Vater Benedikt fest. »Nun, das wird euch nichts nützen, André. Was sollte mich daran hindern, euch auf der Stelle hinrichten zu lassen? Ich hätte das Recht dazu.« Tobias hatte neben Benedikt Aufstellung genommen. Er schwieg und er verzog auch keine Miene. »Ihr seid ein Mann der Kirche«, antwortete André. »Heißt es in eurer Bibel nicht, du sollst nicht töten?« »In unserer Bibel«, Vater Benedikt dachte einen Moment über diese Formulierung nach, und André rief sich in Gedanken abermals zur Ordnung. Er durfte diesen alten Mann nicht unterschätzen, und er sollte ihn erst recht nicht reizen. »Wir wurden getäuscht durchlaucht«, sagte er. »Abudun und ich wussten nicht, dass dies hier ein Kloster ist.« »Wofür habt ihr es denn gehalten?«, erkundigte sich Vater Benedikt. »Wir trafen einen Mann einen Tagesritt westlich von hier«, begann André. »Er erzählte uns, dass er und seine Familie von Räubern überfallen worden seien, die seine Tochter entführt hätten. Er hat uns um Hilfe gebeten.« »Und selbstlos wie ihr seid, habt ihr dieser Bitte natürlich sofort entsprochen, ja?« meinte Vater Benedikt spöttisch. »Nicht sofort«, antwortete André. »Aber er war sehr überzeugend, und er hat uns Geld geboten, wenn wir seine Tochter zurückbringen.« In Tobias' Augen erschien ein Ausdruck vorsichtiger Erleichterung. Offensichtlich war diese Geschichte dieselbe, die auch er dem Greisenabt erzählt hatte. Vater Benedikt wäre ein Narr gewesen, hätte er sich mit einer so simplen Erklärung zufrieden gegeben. Er stellte Fragen, hakte nach, versuchte André durch geschickte Formulierungen zu verwirren und verlegte sich mehr als einmal auch auf ganz unverholene Drohungen, aber André blieb bei seiner Geschichte. Trotz der aufgesetzten Ruhe des Greisenabtes war ihm klar, dass er um sein Woduns ebenfalls. Schließlich schüttelte Vater Benedikt den Kopf und seufzte tief. »Ich weiß nicht, ob ihr die Wahrheit sagt, André,« murmelte er, »und es spielt im Grunde auch keine Rolle, nicht für das, was euch erwartet.« »Wir haben nichts Unrechtes getan,« beteuerte André. »Ihr und euer Freund seid hier eingedrungen und habt mehrere unserer Wachen erschlagen, und ihr habt eine Gefangene der heiligen römischen Inquisition entführt,« antwortete Vater Benedikt hart. »Dafür werdet ihr euch verantworten müssen, und ich fürchte, das Urteil wird so oder so der Tod sein.« Inquisition. André musste sich beherrschen, um nicht vor Schreck zusammenzufahren. »Falls ihr die Wahrheit sagt, André,« fuhr Vater Benedikt fort, »wird dies vielleicht nicht euer Leben retten, doch möglicherweise etwas Ungleichwertvolleres, nämlich euer Seelenheil.« »Für den Heiden, der in eurer Begleitung war, kann ich nicht sprechen. Sein Schicksal liegt ganz allein in Gottes Hand.« Tobias räusperte sich. »Verzeiht, ehrwürdiger Vater,« begann er. Benedikt warf ihm einen unverhohlen, ärgerlichen Blick zu, nickte dann aber. »André und sein Freund,« fuhr Tobias fort, »könnten sich als äußerst wertvoll für uns erweisen.« Vater Benedikt zog die Augenbrauen zusammen. Er sagte nichts, aber er schwieg auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die Tobias' Unruhe noch weiter schürte. »Immerhin sind sie die einzigen, die den Mann gesehen haben, der sie hergeschickt hat,« fuhr Tobias fort. »Sie könnten uns helfen, ihn zu finden. Ihr wisst, wie wichtig das für uns wäre.« Vater Benedikt nickte langsam. »Und du traust diesem Mann, Tobias?«, fragte er. »Einem Söldner, einem Mann, der er für Geld tötet?« »Nicht weiter als ihr, Vater,« antwortete Tobias. Wenn er log, dann äußerst überzeugend. Aber welchen Grund hätte er jetzt noch zu lügen? Und er ist seinem Auftraggeber nicht verpflichtet. Immerhin hat er ihm seine Hilfe gedankt, indem er ihm einen Dolch in den Rücken gestoßen hat. »Das kommt dabei heraus, wenn man sich mit dem Teufel einlässt,« sagte Vater Benedikt. Dennoch schien er einen Moment angestrengt, über Tobias' Worte nachzudenken, kam aber offensichtlich zu keinem endgültigen Schluss. »Ich kann das nicht entscheiden,«, sagte er schließlich. »Du magst Recht haben, Tobias, aber es bleibt der Umstand, dass diese beiden mit Waffengewalt hier eingedrungen sind und mehrere Männer erschlagen haben. Getäuscht oder nicht, sie müssen sich für dieses Verbrechen verantworten. Aber aber«, fuhr Benedikt betont und eine Spur lauter fort, »seine Worte entbehren nicht einer gewissen Logik. Ich werde von hier aus weiterreisen und den Fall dem Landgrafen vortragen, denn er betrifft zweifelsfrei auch die weltliche Gerechtigkeit.« Sein Blick richtete sich auf André und wurde bohrend. »Wir mögen hier keine Fremden, die in unser Land kommen und unsere Gesetze brechen.« »Aber es geht auch um ihr Seelenheil,« sagte Tobias. »Ihr habt es selbst gesagt, Vater.« »Ich weiß, was ich gesagt habe, Tobias,« wies Benedikt ihn scharf in seine Schranken. Er dachte erneut nach. »Ich werde zum Landgrafen reiten und den Fall dort vortragen. Bis ich zurück bin, überlasse ich die beiden Fremden deiner Obhut, Tobias. Aber auch deiner Verantwortung. Sollten sie fliehen oder gar weiteres Unheil anrichten, wirst du dafür gerade stehen müssen.« »Willst du das?« »Ja,« antwortete Tobias rasch. »Ich meine das so, wie ich es sage,« beharrte Vater Benedikt. Er klang sehr ernst. »Rechne nicht mit meiner Großmut oder dem Schutz der Kirche. Sollte etwas passieren. Ich weiß ohnehin nicht, wie lange ich dir diesen Schutz noch gewähren kann. Es gibt Stimmen, die meinen, dass das, was du hier tust, an Ketzerei grenzt. Noch kann ich sie zum Schweigen bringen. Aber nun, wo das Teufelskind wieder frei ist und offensichtlich wurde, dass es noch mehr von seiner Art gibt...« Er zuckte mit den Schultern und ließ den Satz unbeendet, was ihn mehr als alles andere zu einer Drohung machte, von der sich Tobias jedoch nicht beeindrucken ließ. »Umso wichtiger sind André und sein Freund für uns,« antwortete Tobias. »Sie sind die einzigen, die diese anderen kennen. Sie könnten uns helfen, sie zu finden.« »Was gehört, was ich dazu zu sagen habe?« sagte Vater Benedikt, bevor er sich mit einer schwerfälligen Bewegung zur Tür herumdrehte. Ohne ein weiteres Wort verließ er den Raum und nach kurzem Zögern und nachdem er einen fast flehenden Blick in Andrés Richtung geworfen hatte, folgte ihm Tobias. Es wurde Abend, bis er Tobias wieder sah, und er machte ein sehr ernstes und besorgtes Gesicht, als er mit dem letzten Licht des verblassenen Tages hereinkam. Kurz zuvor hatte André Hufgeklappe und das Geräusch des schweren Tores gehört, das für die Nacht geschlossen wurde. Er nahm an, dass Vater Benedikt und seine Begleitung das Kloster verlassen hatten, das entweder von außergewöhnlichem Mut oder von außergewöhnlicher Dummheit zeugte. Nach dem, was André in diesen Bergen erlebt und mit eigenen Augen gesehen hatte, hätte er es sich gut überlegt, die schützenden Mauern nach Einbruch der Dunkelheit zu verlassen. Er sprach Tobias sofort darauf an, aber der junge Geistliche schüttelte nur besorgt den Kopf. »Vater Benedikt nimmt die Angelegenheit sehr ernst. Er wird nicht mehr als zehn Tage brauchen, um zurück zu sein. Und ich fürchte, er wird nicht allein kommen.« »Der Landgraf?« »Die Inquisition«, antwortete Tobias. »Ich habe euer Erschrecken vorhin bemerkt, als dieses Wort das erste Mal fiel, André. Ihr fürchtet die heilige römische Inquisition?« »Die Inquisition«, wiederholte André, als ob er damit die Frage beantworten wollte. Tobias sah ihn aufmerksam an und nickte schließlich. Er fragte nicht, was geschehen war. »Warum tut ihr das, Tobias?« fragte André plötzlich. »Ihr wisst, dass ich nicht tatenlos hier sitzen und auf meinen Henk erwarten werde. Warum also geht ihr dieses Risiko ein? Immerhin habe ich versucht, euch umzubringen. Ihr seid mir also nichts schuldig.« »Ich halte euch für einen aufrechten Mann, André«, antwortete Tobias. »Das beweist allein der Umstand, dass ihr diese Frage stellt. Ihr wusstet nicht, was ihr tut.« »Das ist keine Antwort auf meine Frage«, sagte André. »Wenn Abudun und ich fliehen, sind eure Tage in diesem Kloster gezählt. Wenn Gott kein Wunder geschehen lässt, ist mein Leben verwirkt«, antwortete Tobias. »So oder so und nicht nur meines.« Er seufzte tief, schüttelte ein paar Mal den Kopf und kam näher. Mit einer Bewegung, die so mühevoll und schwerfällig war wie die eines um fünfzig Jahre älteren Mannes, ließ er sich auf die Bettkante sinken und faltete die Hände im Schoß. Seine Schultern sanken nach vorne. »Ihr könnt das nicht wissen, aber Benedikts Worte waren eine Warnung, die ich bitter ernst nehme, André. Die Inquisition ist stark in diesem Land und ihr Arm reicht weit. Es gibt viele, die insgeheim der Meinung sind, dass unser Tun hier nicht weniger als Hexerei ist und dass ich eigentlich auf den Scheiterhaufen gehöre. Verbrennen sie dort, wo ihr herkommt, auch Menschen, weil sie sie für Hexen halten?« André schwieg, aber das war Tobias anscheinend Antwort genug, denn er fuhr fort. »Hier tun sie es. Manchmal reicht es schon, den Neid eines Nachbarn zu erregen. Der Vorwurf allein ist oft genug das sichere Todesurteil. Die Menschen sind so dumm. Sie deuten auf ihren Nachbarn und schreien »Hexe«, weil sie sein Land oder sein Geld haben wollen, und sie klatschen vor Begeisterung in die Hände, wenn das Feuer lodert. Sie begreifen nicht, dass sie vielleicht die Nächsten sind, die brennen.« Seine Stimme wurde leiser. »Vielleicht bin ich der Nächste, der brennt.« »Wieso?« fragte André. Tobias drehte müde den Kopf und sah ihn an. André konnte erkennen, wie es hinter seiner Stirn arbeitete, aber er konnte ebenso deutlich erkennen, dass er in die Augen eines Mannes blickte, der zutiefst verzweifelt war. »Weil ich helfen wollte«, sagte Tobias schließlich. »Ich wollte den Menschen helfen, ihre Dummheit zu überwinden, ihnen zeigen, was hinter ihrem Aberglauben steckt, und ...« Er brach ab. »Indem ihr Kinder foltert?« Aus der Verzweiflung in Tobias Augen wurde Bitterkeit und André begriff, dass er ihn verletzt hatte. Das war nicht seine Absicht gewesen. Es tat ihm leid. Bruder Tobias stand auf, ließ sich vor André auf die Knie sinken und zog einen Schlüssel aus der Tasche seines Gewandes, mit dem er den eisernen Ring um sein Fußgelenk öffnete. »Hab ich euer Wort?«, fragte er. »Ja«, antwortete André, »auch wenn diese Frage spät kommt.« Tobias blickte den Schlüssel in seiner rechten und den geöffneten Eisenring in seiner linken Hand einen Moment lang an, dann zuckte er mit den Achseln und lächelte. »Kommt mit«, sagte er. Als sie das Zimmer verlassen hatten, schlossen sich ihnen zwei Wachen an, die auf dem Gang gewartet hatten. So vertrauensselig, wie Tobias sich gab, war er offensichtlich doch nicht. Seltsamerweise fühlte sich André durch diese Erkenntnis eher beruhigt. Er sah sich sehr aufmerksam um, während sie den langen, fensterlosen Gang und anschließend eine steinerne Treppe hinunterstiegen, bevor sie das Gebäude verließen und auf den Hof hinaustraten. Es war sehr still und niemand begegnete ihnen. André sah sich um. Der erste Eindruck, den er von der Klosterfestung gehabt hatte, bestätigte sich. Er wäre nicht sonderlich überrascht gewesen, zu erfahren, dass Tobias der einzige Geistliche hier war. Sie überquerten den Hof und gingen die Treppe zum Kerker hinab. Die Gittertüren standen nun beide offen und die Fackeln waren erloschen. Offensichtlich war Bürgers Tochter die einzige Gefangene hier unten gewesen. Sie betraten den Gang, den er und Abudun gemieden hatten. Tobias entzündete eine Fackel, steuerte mit raschen Schritten eine Tür am anderen Ende des Ganges an und öffnete sie mit Hilfe eines zweiten, sehr kompliziert aussehenden Schlüssels, den er aus den Tiefen seines Gewandes zutage förderte. Nachdem er geduckt durch die niedrige Tür getreten war, steckte er die Fackeln in einen schmiedeeisernen Halter an der Wand und entzündete anschließend eine stattliche Anzahl an Kerzen. Dann winkte er André zu sich herein und schloss die Tür, bevor die Wachen ihnen folgen konnten. Ich habe euer Wort, erinnerte er André. André antwortete mit einem abwesenden Nicken. Er blickte sich um. Der Raum war weder eine Kerkerzelle noch eine Folterkammer. Nichts von dem, was er hier unten erwartet hätte. Vielmehr entpuppte er sich als kleines, hoffnungslos überfülltes Studierzimmer, das mit Büchern, Pergamenten und Folianten vollgestopft war. Auf einem grob abgezimmerten Regal neben der Tür reihten sich Töpfe, Tiegel, Gläser und Beutel unbekannten Inhalts aneinander. Ihr seid ein weitgereister Mann, André, begann Tobias, nachdem er hinter dem schweren Schreibtisch Platz genommen hatte, der nahezu die Hälfte des vorhandenen Raumes einnahm. André blieb stehen, schon weil es gar keinen zweiten Stuhl gab. Ich vermute, dass ihr auf euren Reisen eine Menge Dinge gesehen habt, Dinge, die euch wie Zauberei vorgekommen sein müssen, oder wie Hexenwerk? Worauf wollt ihr hinaus, Tobias? fragte André. Tobias schwieg einen Moment. Es war ihm anzusehen, wie schwer es ihm viel weiter zu sprechen. Wir haben vorhin über Hexerei gesprochen, André, und über Aberglauben und darüber, wie leichtgläubig die Menschen doch sind. Sagt André, glaubt ihr an Vampire? André erstarrte. Wie? murmelte er. Eine eisige Hand schien aus seinem Herzen zu greifen. Oder an Wehrwölfe? fuhr Tobias fort. An Wiedergänger, Untote und Wechselbälger? Ich verstehe nicht, murmelte André, aber Tobias hörte gar nicht zu. Vielleicht hatte er sich die Worte mühsam zurechtgelegt und konnte nicht anders, als seinen Text aufzusagen. Ich habe früher nicht daran geglaubt, fuhr er fort, und ich glaube auch jetzt noch nicht daran, zumindest nicht in dem Sinne, in dem die meisten daran glauben. Obwohl ich das hier mit eigenen Augen gesehen habe. Er griff in eine Schublade seines Schreibtisches und zog ein Pergament heraus, das er über den Tisch in Andrés Richtung schob. Diesmal gelang es André nicht mehr, sein Erschrecken zu unterdrücken. Auf dem Pergament war eine mit wenig Kunstfertigkeit, dafür aber mit umso größerer Akribie angefertigte Tusche-Zeichnung zu sehen, die eine Kreatur aus Mensch und Bestie darstellte. Sie sah aus wie ein Wolf, aber zweibeinig und aufrechtgehend mit einem schrecklichen, schiefen Gebiss und furchtbaren Klauenhänden. Ich bin kein großer Künstler, sagte Tobias, als müsse er sich für die mangelnde Qualität seiner Zeichnung entschuldigen. Aber genau das ist es, was ich in jener Nacht vor drei Jahren gesehen habe. André legte das Pergament zurück. Sein Herz klopfte. Ich war damals noch ein junger Novize, fuhr Tobias fort. Ich dachte, ich wüsste alles und hätte die Antwort auf alle Fragen. Und natürlich wusste ich, dass es so etwas wie Ungeheuer und Hexen nicht gibt. Dann traf ich diese ... diese Kreatur. Sie tötete drei meiner Begleiter und verletzte meinen Vater und mich schwer, aber wir überlebten. Und seither versuche ich, das Geheimnis dieser ... Geschöpfe zu ergründen. Und was hat das Mädchen damit zu tun? Imrit, Bürgers Tochter? André war überrascht. Ihr kennt seinen Namen? Wir sind zusammen aufgewachsen, antwortete Tobias. Bürger und ihr? André war nicht sicher, ob er Tobias richtig verstand. Bürger, bestätigte Tobias. Er ist mein Pate. Hab ich das nicht erwähnt? André starrte den Junggeistlichen vollkommen verständnislos an. Tobias fuhr jedoch ohne Pause fort. Bis vor fünf Jahren war Trenklamm ein kleiner Ort mit gottesfürchtigen Menschen, die ihre Arbeit taten, in die Kirche gingen und sich um ihre Leben kümmerten. Und eigentlich ist das auch jetzt noch so. Hätte Tobias nicht diesen sonderbaren Blick gehabt und hätte mit einer Stimme gesprochen, als rede er mehr mit sich selbst, dann hätte André ihn an dieser Stelle unterbrochen, denn der Eindruck, den Abudun und er von diesem Ort und seinen gottesfürchtigen Menschen gewonnen hatten, war ein völlig anderer. Aber er war beinahe sicher, dass Tobias ihm gar nicht zugehört hätte. Man konnte dem jungen Priester ansehen, wie ihm die Erinnerung zu schaffen machte, die er mit seinen eigenen Worten heraufbeschwor, und so fasste er sich in Geduld und hörte weiter zu. Irgendwann begann es, berichtete Tobias. Seltsame Geräusche, die die Menschen nachts aus dem Schlaf rissen, unheimliche Spuren im Schnee und Dinge, die den Mond anheulten. Dann wurden die ersten Tiere gerissen. Und schließlich Menschen, vermutete André. Zu seiner Überraschung schüttelte Tobias den Kopf. Es wurde ein Toter gefunden, sagte er. Ein schrecklich verstümmelter Mensch, so schlimm, dass alle dachten, der Teufel selbst sei aus der Hölle emporgestiegen, um den Menschen zu zeigen, was sie im Jenseits erwartete. Auch ich dachte das damals, aber heute glaube ich, dass es eine dieser Kreaturen war. Niemand konnte sich vorstellen, dass es Gottes Wille sei, so etwas zu erschaffen. Wenn es euren allmächtigen Gott wirklich gibt, dann habt ihr aber ein seltsames Bild von ihm, sagte André. Er bedauerte die Worte schon, bevor er sie ausgesprochen hatte, aber es war zu spät. Tobias sah auf und funkelte ihn an. Der erwartete Zornesausbruch blieb jedoch aus. Stattdessen erlosch die Wut und machte einer Mischung aus Trauer und Bitterkeit Platz. So viele sind gestorben, murmelte er. So viele unschuldige Menschen, deren Leben ausgelöscht wurde. Ja, ihr sagtet diese … André deutete auf Tobias kraglige Tuschezeichnung. Seltsamerweise hatte er Schwierigkeiten, das nächste Wort auszusprechen. Diese … Monster hätten Menschen getötet. Nicht nur sie, antwortete Tobias. Es waren auch wir. Ich, André, nicht mit meinen eigenen Händen, aber mit dem, was ich getan habe, was ich gesagt habe. Wisst ihr, was für eine gefürchtete Waffe das Wort ist, André? Schlimmer als jedes Schwert und heißer als jedes Feuer. Ob er das wusste? André hätte beinahe laut aufgelacht. Nach jener schrecklichen Nacht, in der wir auf das Ungeheuer trafen, fuhr Tobias fort, hatte ich nichts Besseres zu tun, als zu Vater Benedikt zu gehen und ihm zu berichten, was uns widerfahren war. Ich habe es in bester Absicht getan, André. Das müsst ihr mir glauben. Ich dachte, ich wäre es den braven Menschen von Trenklamm schuldig, ihre Seelen vor dem Satan zu retten. Sein Blick und seine Stimme wurden hart. Keine drei Wochen später erschien die Inquisition in Trenklamm, zusammen mit einer Abteilung Soldaten des Landgrafen. Oh ja, sie haben den Menschen dort geholfen. Mit Feuer und Schwert haben sie den Teufel aus der Stadt getrieben. Seine Stimme brach. Er konnte nicht weitersprechen und seine Hände schlossen sich mit solcher Kraft um die Tischplatte, dass seine Knöchel knackten. Und was hat das alles mit dem Mädchen zu tun? fragte André, um Tobias aus der Hölle seine Erinnerungen zurück in die Wirklichkeit zu holen. Im Ritt, Tobias schluckte. Sie und Wenzel waren die einzigen, die das Strafgericht der Inquisition überlebten. Vater Benedikt und ich haben sie hierher gebracht, um sie zu foltern, murmelte André. Das haben wir nicht getan, behauptete Tobias. Ich weiß, was ihr gesehen habt, André, aber glaubt mir, es ist nicht das, wonach es aussieht. Wir haben diesen armen Menschen Schreckliches angetan. Ich habe ihnen Schreckliches angetan mit meinen eigenen Händen. Und wenn ich eines Tages vor Gottes Strafgericht stehe, dann werde ich ohne Zweifel dafür büßen müssen. Aber es geschah nicht aus Grausamkeit, sondern um ihnen zu helfen. Das sind genau die Worte, die ich einst aus dem Munde eines Inquisitors gehört habe, zischte André. Ich glaube, er sprach sie in dem Augenblick, als er die Zange ins Feuer legte. Er fragte sich, warum er das sagte. Erstens entsprach es nicht der Wahrheit, und zweitens war er auf dem besten Wege, sich um Kopf und Kragen zu reden. Trotz Tobias unerklärlicher Offenheit lag sein Leben in den Händen des jungen Geistlichen. Er wusste noch immer nicht, was er von seinem Gegenüber zu halten hatte. Vielleicht war Tobias wirklich das, was er zu sein vorgab. Aber möglicherweise war er auch einfach nur verrückt und gefährlicher als Vater Benedikt. Er wurde auch jetzt nicht zornig, sondern lächelte nur matt, als hätte er genau diese Antwort André's erwartet. Ihr habt völlig recht, André, sagte er. Es hieße, Gott zu erniedrigen, wollte man behaupten, dass er es zuließe, dass Satans Kreaturen frei auf der Erde wandeln. Er machte wieder eine Kopfbewegung in Richtung der Zeichnung. Ich habe diese Kreatur gesehen. Ich habe mit ihr gekämpft, André, und sie hätte mich fast umgebracht. Aber ich glaube nicht, dass es ein Dämon war. Das glaubte André ebenso wenig. Trotzdem fragte er. Was sonst? Das versuche ich seit zwei Jahren herauszufinden, antwortete Tobias. Er schüttelte den Kopf. Mein Vater und ich haben damals auf Vater Benedikt eingeredet, und am Ende gelang es uns, ihn zu überzeugen. Wäre es nach der Inquisition gegangen, hätten sie Trennklamm bis auf die letzte Seele ausgelöscht und das Dorf am Ende niedergebrannt. Aber es gelang uns, Vater Benedikt auf unsere Seite zu ziehen. Lasst euch nicht von seinem weißen Haar und seiner Art zu sprechen täuschen, André. Er ist ein sehr weltoffener Mann, der weiß, dass es töricht wäre, alles, was wir nicht verstehen, sofort dem Satan zuzuschreiben. Er gab uns dieses leerstehende Kloster und Zeit, um das Geheimnis der Ungeheuer zu ergründen. Ist es euch gelungen? fragte André. Er kannte die Antwort. Ich habe einiges herausgefunden, sagte Tobias traurig. Doch ich bin auf mehr neue Fragen als Antworten gestoßen. Und nun läuft unsere Frist ab. Ihr habt Vater Benedikt gehört. Es geht nicht nur um euch und euren Freund André oder um mich. Wenn Vater Benedikt zurückkommt, dann wird er nicht allein sein. Sie werden nachholen, was sie vor zwei Jahren versäumt haben und Trennklamm auslöschen. Und diesen Ort hier gleicht er zu. Er schwieg einen Moment, während er André durchdringend und auffordernd zugleich ansah. Es sei denn, wir finden den Beweis, dass die Menschen hier nicht vom Teufel besessen sind. Einen Beweis, der vor der Inquisition Geltung finden würde? André wusste, dass dies nahezu unmöglich werden würde. Selbst wenn sie einen unumstößlichen Beweis für die Behauptung hätten, dass der Teufel nicht Einzug in Trennklamm gehalten hatte, wäre das für die Inquisition nur ein weiteres Indiz für die Heimtücke Satans gewesen. Und diesen Beweis soll ich bringen, vermutete er. Als Tobias nicht antwortete, fügte er kopfschüttelnd hinzu. Wie stellt ihr euch das vor? Wir müssen sie finden, sagte Tobias. Bürger und die anderen, wir müssen sie dingfest machen, bevor Vater Benedikt zurückkehrt oder ganz Trennklamm wird brennen. Das war keine Antwort auf seine Frage, aber die hatte André auch nicht erwartet. Wieso vertraut ihr mir? Wollte ihr wissen. Ihr kennt mich nicht, ihr wisst nichts über mich, außer dass ich hier eingedrungen bin und ein paar eurer Leute erschlagen habe. Also, was sollte mich daran hindern, auf mein Pferd zu steigen und meiner Wege zu ziehen? Tobias überraschte ihn ein weiteres Mal, indem er nicht darauf verwies, dass er schließlich Abudun als Faust fand hätte. Stattdessen sah er ihn nur erneut auf diese sonderbar durchdringende Weise an und sagte, nennt es Verzweiflung, wenn ihr so wollt, André. Ich habe keine Wahl, als euch zu vertrauen und ich spüre, dass ich es kann. Ihr habt recht. Ich weiß nicht, was oder wer ihr seid, aber ich glaube, ihr seid ein aufrechter Mann. Ein dunnes Lächeln stahl sich für einen Augenblick in den Ausdruck von Trauer. Und außerdem habt ihr noch eine Rechnung mit Bürger offen, also kann ich auf euch zählen? Das war verrückt, dachte André, aber zumindest in einem Punkt erging es ihm nicht anders als Tobias. Er hatte keine Wahl. Das Dorf hatte sich verändert. Als er Trennklamm das erste Mal gesehen hatte, da war ihm der Ort wie ein verschlafenes kleines Bergdorf vorgekommen, außergewöhnlich durch diese besondere Lage zwischen den Hängen, die ihn fast zu einer natürlichen Festung machte. Jetzt wirkten die kleinen Häuser nur noch abweisend und feindselig. Jedes Einzelne eine kleine Festung, die sich wie ein sprungbereit zusammengekauertes Raubtier in die Bergflanken krallte. Etwas Feindseliges, Böses schien über dem Ohr zu liegen. André verscheuchte den Gedanken und fuhr sich müde mit dem Handrücken über das Gesicht. Trennklamm hatte sich nicht im Geringsten verändert. Es war sein Blick, der sich verändert hatte. Er spürte irgendwo eine leichte Bewegung und wich rasch in den Schutz des Waldes zurück, obwohl es wahrscheinlich gar nicht notwendig war. In den dunkelbraunen und schwarzen Kleidern, die Tobias ihm gegeben hatte, musste er vor dem Hintergrund der Bäume nahezu unsichtbar sein. Außerdem war die Sonne gerade erst aufgegangen und stand als grellweiß lodernde Scheibe genau über den Berggipfeln in seinem Rücken. Wer immer zufällig in seine Richtung blickte, würde nichts anderes sehen als weißes Licht, das grell genug war, um ihm die Tränen in die Augen zu treiben. Auch wenn er Trennklamm unrecht tat und sich der Ort nicht verändert hatte, etwas stimmte nicht mit ihm, mit seinen Menschen. André hatte das unheimliche Geschöpf nicht vergessen, dem er beinahe zum Opfer gefallen wäre. Etwas von der bemitleidenswerten Kreatur war noch immer in ihm, tief am Grunde seiner Seele, fast vergessen, wie ein schlechter Nachgeschmack, den ein an sich gutes Essen hinterlassen hatte. Indem er die Lebenskraft der Kreatur aufgenommen und zu seiner eigenen gemacht hatte, war er auch ein winziges Stück selbst zu dem Wesen geworden. Manchmal fragte er sich, wie viel von ihm selbst eigentlich noch in ihm war. Wie alle seiner Art kannte er die Gefahr, die der Wechsel mit sich brachte. Der Angreifer war naturgemäß im Vorteil, wenn sein Opfer geschwächt und verletzt war, und mit jedem Leben, das ein Vampir nahm, wuchs seine eigene Kraft, was zwangsläufig dazu führte, dass er stärker wurde, je länger er lebte und unbezwingbarer, je mehr Leben er nahm. Und doch, manchmal glaubte er die stummen Schreie, all derer in sich zu hören, deren Leben er geraubt hatte, das verzweifelte Flehen der verlorenen Seelen, die Opfer der Bestie geworden waren, die irgendwo tief in ihm schlummerte, und der er seine Unsterblichkeit und seine Kraft verdankte, die er aber zugleich fürchtete wie nichts anderes auf der Welt. Vielleicht war er schon längst nicht mehr er selbst, sondern sah nur noch so aus wie der Mann, der vor zehn Jahren sein Heimatdorf verlassen hatte. Das Geräusch von Schritten drang in seine trübsinnigen Gedanken. Ein trockener Ast zerbrach unter einem Fuß, und plötzlich stand Bruder Tobias wie aus dem Boden gewachsen vor ihm. André erschrak, weil der junge Priester so plötzlich vor ihm erschienen war. Seine Sinne hätten ihn warnen müssen. Es war unmöglich, sich an ihn heranzuschleichen. Sein Erschrecken war offensichtlich auch Tobias nicht verborgen geblieben, denn der Geistliche legte den Kopf schräg und sah ihn stirnrunzelnd an. »Was habt ihr, André?« fragte er. »Ihr seid gleich im Blass.« Er versuchte zu lachen. »Es misslang. Ihr seht aus, als hättet ihr einen Gespenst gesehen.« »Vielleicht habe ich das auch,« dachte André. Laut sagte er. »Nichts. Ich war ein Gedanken, das ist alles. Was habt ihr herausgefunden?« André rief sich zur Ordnung. Es gab eine ganz natürliche Erklärung. Er war noch nie im Leben so schwer verwundet worden wie jetzt. Genau genommen wusste er nichts darüber, wie es war, verletzt zu werden und sich nur allmählich wieder zu erholen. Er nahm an, dass nicht nur sein Körper Zeit brauchte, um seine gewohnte Leistungsfähigkeit zurückzuerlangen. »Bürger und seine Schwester sind verschwunden,« sagte Tobias. »Dazu weitere Männer aus dem Dorf. Niemand hat sie gesehen seit jener Nacht, in der ihr«, er zögerte unmerklich, »in der das Kloster überfallen wurde.« »Was habt ihr erwartet?«, fragte André. »Dass er zurückkommt oder darauf wartet, dass wir ihn holen?« Er drehte sich halb herum und warf einen langen, nachdenklichen Blick ins Tal hinab. Trennklamm schien immer noch zu schlafen, obwohl es auch dort unten bereits hell zu werden begann. André trat an Tobias vorbei einen halben Schritt aus dem Wald heraus, wobei er gegen das unangenehme Gefühl ankämpfen musste, schutzlos zu sein und vom Dorf aus gesehen werden zu können. Auch das hatte sich verändert. Er begann, ängstlich zu werden. »Wo sind sie alle?«, fragte er. »Die Leute müssten doch längst auf dem Bein sein.« »In der Kirche,« antwortete Tobias. »Ich sagte euch doch, die Leute hier sind sehr gottesfürchtig.« »Alle?«, fragte André zweifelnd. »Oder ist heute Sonntag?« »Ja,« antwortete Tobias, was wohl die Antwort auf beide Fragen darstellen sollte. Kurz darauf jedoch schüttelte er den Kopf und fuhr fort. Aber das ist nicht der hauptsächliche Grund. Es steht eine Beerdigung an. »Wer ist gestorben?«, fragte André. »Jemand, den ihr nicht kennt,« antwortete Tobias ausweichend. »Es spielt auch keine Rolle. Wichtiger ist, was ich darüber hinaus in Erfahrung gebracht habe.« Er sah André herausfordernd an, dann fuhr er fort. »Es sind wieder Tiere gerissen worden.« Nun wurde André hellhörig. Er sagte nichts, aber das Interesse in seinem Blick schien Tobias zufriedenzustellen. »Wie vor zwei Jahren,« fuhr er in deutlich verändertem Ton voll fort. »Zwei Kühe von der östlichen Weide, und einem anderen Bauern sind drei Schafe gerissen worden. Außerdem hat der Fuchs gleich einen ganzen Hühnerstall verwüstet.« »Nur, dass es in dieser Gegend gar keine Füchse gibt,« vermutete André. »Zumindest ist es etliche Jahre her, dass ein Fuchs gesehen worden ist,« bestätigte Tobias. »Das alles gefällt mir nicht. Es wird Benedikt und den Inquisitor in ihrer Meinung bestärken, dass der Teufel hier sein Unwesen treibt. Das macht es nicht gerade leichter für uns. Die Leute sind misstrauisch und trauen jetzt erst recht keinem Fremden mehr.« André dachte eine Weile angestrengt nach. Tobias hatte recht, und er hatte nicht die geringste Ahnung, was er tun sollte. »Bringt mich zu dieser Weide,« sagte er schließlich. »Welcher Weide?« Tobias blinzelte. »Der, auf der die Kühe gerissen wurden,« antwortete André. »Vielleicht finden wir irgendwelche Spuren, die uns weiterhelfen. Haltet ihr das für eine gute Idee?«, fragte Tobias. »Die Leute sind ängstlich geworden. Sie werden die Herde bewachen.« »Wir können auch hier stehenbleiben und darauf warten, dass sich die Ungeheuer freiwillig zeigen,« versetzte André. »Wer weiß, vielleicht geben sie ja auf und kommen mit erhobenen Armen aus dem Wald, um sich uns auszuliefern.« Tobias funkelte ihn an, aber dann drehte er sich einfach um und ging davon. André blickte ihm stirnrunzelnd nach. Seine bissige Antwort tat ihm schon wieder leid, aber er wurde einfach nicht schlau aus dem Junggeistlichen. Tobias schien vertrauenswürdig, aber eine leise, bohrende Stimme in ihm warnte ihn beharrlich, nicht zu vertrauensselig zu sein. Tobias hatte ihm zum Beispiel trotz seiner massiven Forderung bisher nicht erlaubt, mit Abudun zu sprechen oder ihn auch nur zu sehen. Und wenn er es recht bedachte, dann hatte er ihm auch von den Ergebnissen seiner Forschungen so gut wie nichts mitgeteilt, obwohl er sie doch angeblich seit zwei Jahren betrieb. André riss sich aus seinen Gedanken und drehte sich ebenfalls um, um Tobias nachzueilen, der schon auf dem Weg zur anderen Seite des schmalen, bewaldeten Streifens war, wo sie ihre Pferde angebunden hatten. Auf halbem Weg dorthin musste er einem dornigen Gebüsch ausweichen. Er tat es schon, um sich nicht die neuen Kleider zu zerreißen, die Tobias ihm gegeben hatte, aber er streckte wie zufällig die Hand aus und streifte einen der Äste. Die fast fingernagellangen, messerscharfen Dornen ritzten seine Haut tief genug, dass einige Blutstropfen über seinen Handrücken liefen. André wischte sie weg und betrachtete nachdenklich die vier tiefen Kratzer. Sie hörten auf zu bluten und begann zu heilen, aber viel langsamer, als sie es hätten tun sollen. Die Wunde schmerzte auch viel mehr, als sie sollte. Sie heilte, aber er verlangsamte seine Schritte, um nicht zu früh bei Tobias anzukommen und ihn etwas sehen zu lassen, was nicht für seine Augen bestimmt war. Er musste sehr langsam gehen. Die Weide, auf dem Weg dorthin hatte er von Tobias gelernt, dass man sie in diesem Teil des Landes Alm nannte. Die Alm also lag östlich des Dorfes und so weit oben in den Bergen, dass André sich vergeblich fragte, wie die Trennklammer ihre Kühe eigentlich hier heraufbekamen. Der Pfad, den sie ritten, schien allenfalls für Bergziegen bequem zu sein. Selbst sein Pferd kam ein paar Mal ins Stolpern, und auf dem letzten Stück saßen sie ab und gingen zu Fuß. Am Zügel führten sie die Tiere hinter sich her. Die Bergwiese schmiegte sich an die letzten sanften Ausläufer des Hanges, hinter dem das Bergmassiv jäh und fast senkrecht in die Höhe zu steigen begann. Es war eine zyklopische Wand, die geradewegs bis in den Himmel zu reichen schien. Hier oben war es noch warm, doch es gab bereits keine Bäume mehr, sodass sie die Pferde im Schutz der letzten Felsen zurückgelassen hatten. Sie näherten sich jetzt der kleinen Herde mit äußerster Vorsicht, wobei sie jede noch so kerkliche Deckung ausnutzten. André fand ihr Gebaren merkwürdig. Schließlich pirschten sie sich nicht an eine feindliche Festung voller falkenäugiger Schafschützen an, sondern an zwei Dutzend magerer Kühe, die wahrscheinlich nicht einmal dann von ihnen Notiz genommen hätten, wenn sie mit mehreren Fahnen und gellendem Kriegsgeschrei aus dem Wald gestaumt wären. Aber Tobias hätte darauf bestanden. Es gab eine kleine, roh aus Baumstämmen gezimmerte und fensterlose Hütte am anderen Ende der Alm, in der sich durchaus ein Wächter aufhalten hätte können. André hoffte inständig, dass dem nicht so war, nicht nur, weil er befürchtete, entdeckt zu werden, sondern vor allem, weil die Gefahr bestand, dass der Mann dem Raubtier begegnete, das die Kühe gerissen hatte. Bei der bloßen Erinnerung an das unheimliche Geschöpf lief ihm ein eisiger Schauer über den Rücken. Er selbst, der unter gewöhnlichen Umständen viel stärker als ein kräftiger Mann war, hatte es mit Mühe und Not besiegt und diesen Sieg um ein Haar mit dem Leben bezahlt. Ein ahnungsloser Bauer, der auf einen Wolf oder allenfalls einen Bären vorbereitet war, hätte keine Möglichkeit gehabt, sich zu verteidigen. Sie bewegten sich auf die Felswand zu und näherten sich der kleinen Herde, die träge im Sonnenlicht stand und einem saftigen Gras zupfte. Allerdings schlugen sie einen Zickzack-Kurs ein, auf dem sie gut die fünffache Entfernung zurücklegten. Tobias sah immer wieder zur Hütte hin und so unsinnig André seine Vorsicht auch fand, so schien sie doch anzustecken. Auch André verspürte eine immer stärker werdende Unruhe, der er sich nur mit Mühe erwehren konnte. »Hier irgendwo muss es gewesen sein.« Tobias machte eine Kopfbewegung in Richtung der Felswand. »Ich selber habe die Kadaver nicht gesehen, aber mein Vater hat mir die Stelle beschrieben. Dort drüben, bei der Felsspalte.« André blickte konzentriert in die angegebene Richtung. Er sah den Spalt auf Anhieb. Es war ein dreieckiger Einschnitt in der Felswand, der möglicherweise tiefer in eine Höhle hineinführte, vielleicht aber auch nur ein Schatten war. André verspürte ein eisiges Frösteln, als sie in den Schatten des Bergmassives traten, und diese Kälte wurde nicht nur vom fehlenden Sonnenlicht hervorgerufen. Irgendetwas Unheimliches ging von dieser Felswand aus. Etwas war hier. Er blieb stehen und zog prüfend die Luft ein. Da war ein ganz leiser, aber unverkennbarer Geruch, eine Mischung aus Blut und Verwesungsgestank, gerade noch an der Grenze des überhaupt wahrnehmbaren. Was habt ihr? Tobias sah ihn folgend an. Offensichtlich hatte er nichts bemerkt, was André mit einem leisen Gefühl der Erleichterung erfüllte. Anscheinend erholten sich auch seine Sinne allmählich wieder. »Nichts«, antwortete er, ohne den Blick von der schmalen Felsspalte zu nehmen. Es war nicht nur ein Schatten. Dahinter musste eine Höhle liegen, der Verwesungsgeruch kam eindeutig von dort. »Seid vorsichtig. Bleibt hinter mir.« André zog das Schwert aus dem Gürtel und legte die letzten zwanzig Schritte zwar geduckt, aber in gerader Linie zurück, ohne auf irgendeine Deckung zu achten. Dicht vor dem Höhleneingang, die bestehen, um mit geschlossenen Augen zu lauschen. Plötzlich stürzten die Sinneseindrücke wie eine Flut auf ihn ein. Jetzt, wo er einmal begriffen hatte, dass seine Vampirsinne zurückgekehrt waren, schien sie mit jedem Herzschlag schärfer zu werden. Er konnte Tobias Atemzüge hinter sich hören, das leise Knacken des Felsens, der sich vor ihnen auftürmte und sich auf seine unendlich langsame Weise ebenso bewegte wie ein lebendes Wesen, selbst das rülpsende Wiederkäuen der Kühe, dreißig Schritte entfernt, und das Geräusch des Windes, der sich hoch über ihnen an Felsvorsprüngen und Graten brach. Der Verwesungsgestank schien übermächtig zu werden, aber es war nur der Geruch des Todes, der aus der Höhle drang. Dort war nichts Lebendes, nichts, vor dem er Angst haben musste. Er behielt das Schwertig, dennoch in der Hand, als er gebückt und schräggehend durch den schmalen Spalt im Fels trat. Dahinter war es sehr dunkel. Tobias hätte vermutlich gar nichts erkennen können. Andres' nun wieder geschafften Blick offenbarten sich Felsformationen in den unterschiedlichsten Grau-, Schwarz- und Silberschattierungen. Er entdeckte harte, ungewöhnlich scharfe Konturen. Es war eigenartig, eine selbst für ihn vollkommen neue Art des Sehens. Dennoch war es ein Geruchssinn, der ihn zum Ziel führte, nicht seine Augen. Er konnte erkennen, dass die Höhle nicht besonders groß war. Hinter dem Eingang erweiterte sie sich zwar, verengte sich nach kaum zehn Schritten aber bereits wieder zu einem Spalt, der kaum breit genug war, um eine Hand hindurchzuschieben. Der Boden war mit Felstrümmern und Schutt übersät, und von der Decke hingen scharfkantige Zacken, unter denen er sich vorsichtig hindurchbücken musste. Steinerne Zähne, die nur darauf warteten, nach ihm zu schnappen. »Bleib draußen!« rief ja Tobias zu. »Hier drin ist es gefährlich!« Tobias folgte ihm dennoch. Andres' schwieg dazu. Sollte sich dieser leichtsinnige Naht auch ruhig den Schädel einrennen, wenn ihm danach war. Offenbar gehörte Tobias zu denjenigen, die am besten aus schmerzhafter Erfahrung lernten. Andres' folgte dem süßlichen Verwesungsgeruch, der mit jedem Moment stärker zu werden schien. Mittlerweile war er tatsächlich intensiv genug, um eine leise Übelkeit in ihm auszulösen. Aber zugleich empfand er ihn auch als fast angenehm. Er schüttelte den Gedanken ab und stieg vorsichtig über einen metergroßen Felsbrocken hinweg. Hinter ihm knallte es dumpf, und Tobias stieß schmerzerfüllt die Luft aus. Andres grinste in sich hinein. Im nächsten Augenblick erloschte ein Grinsen und machte einem angeekelten Verziehen der Lippenplatz, als er sah, was hinter dem Felsbrocken auf dem Boden lag. Es war ein Stück Fleisch, groß genug, um der Kadaver eines sehr großen Hundes zu sein, aber schon so sehr in Verwesung übergegangen, dass seine ursprüngliche Form kaum noch zu erkennen war. Andres ließ sich in respektvollem Abstand in die Hocke sinken und stocherte mit der Schwertspitze nach dem Fleischstück. Ein Schwamm Fliegenstub hochsummte einen Moment ärgerlich um ihn herum und ließ sich dann wieder auf sein Festmahl nieder. »Großer Gott«, wirkte Tobias neben ihm. »Was ist denn das?« Andres stocherte noch zweimal mit der Schwertspitze nach seinem grausigen Fund, ehe er antwortete. »Wenn mich nicht alles täuscht, der Hinterlauf eines Kalbes.« »Eher einer ausgewachsenen Kuh«, sagte Tobias angeekelt. Er bekreuzigte sich. »Grundkürtiger Jesus, seht euch das an. Es sieht aus, als wäre er einfach herausgerissen worden. Welche Kreatur ist imstande, so etwas zu tun?« »Vielleicht ein Bär«, antwortete Andres zögernd und ohne rechte Überzeugung. »Ja, ein sehr großer Bär«. Tobias sah zuerst ihn zweifelnd an, dann drehte er den Kopf und blickte zum Eingang zurück. »Der Spalt ist viel zu schmal für einen Bären, selbst für einen Kleinen. Und Wölfe schleppen ihre Beute nicht in Höhlen«, fügte Andres hinzu. Tobias nickte. Er sah erschrocken aus. »Was also? War es dann?« »Vermutlich die gleiche Kreatur, die er in jener Nacht gegenüber gestatten hatte«, dachte Andres. Wieder rannte eine Armee winziger, eisiger Spinnenbeine seinen Rücken hinab. Er hatte mehr als Glück gehabt, diese Begegnung überlebt zu haben. »Da sind Spuren«, sagte Tobias plötzlich. Andres sah in die Richtung, in die seine ausgestreckte Hand wies, und tatsächlich entdeckte er Spuren. Eine Anzahl verwischte Abdrücke, die weder von einem menschlichen Fuß noch von der Pfote irgendeines Tieres herrühren konnten. Es sah aus, als wäre jemand in Blut getreten und dann in Richtung des Ausgangs davongegangen. Andres war sehr überrascht, dass Tobias diese Spur überhaupt gesehen hatte. Das Licht in der Höhle schien doch besser zu sein, als er angenommen hatte. »Mindestens eine Woche alt«, sagte er, »sie werden uns nichts mehr nutzen.« »Aber die Kreatur war hier«, erwiderte Tobias. »Und sie wird wiederkommen, sobald sie hungrig ist. Wenn wir uns hier auf die Lauer legen, dann brauchen wir nur zu warten, bis sie die Hühner und sämtliche Schafe aus Trennklamm aufgefressen hat, und schon wird sie wieder hier erscheinen«, führte Andres den Satz zu Ende. Er stand auf. »So viel Zeit haben wir nicht, Tobias. Lasst uns hinausgehen. Ich bekomme keine Luft mehr«. Auch Tobias erhob sich und zog den Kopf ein, um sich nicht zu stoßen, während sie nebeneinander zum Ausgang gingen. Andrei verließ die Höhle als erster. Er blinzelte, da er im ersten Moment fast blind in der ungewohnten Helligkeit war. Nach dem Verwesungsgestang in der Höhle erschien ihm die saubere Luft hier draußen so süß und wohltuend, dass er für eine Weile nichts anderes tat, als dazustehen und tief ein- und auszuatmen. Dennoch registrierte er, dass sie nicht mehr allein waren. Während sie sich in der Höhle aufgehalten hatten, war ein Teil der Herde herangekommen. Als Andrei die Augen öffnete, blickte er direkt in das gutmütige Gesicht einer braun-weiß-gefleckten Kuh, die gemächlich wiederkeute und ihn anglotzte. Hinter ihm polterte Tobias aus der Höhle, und die Kuh stieß ein erschrockenes Muh aus und rannte davon. Tobias blickte ihr Kopf schüttelnd nach und grinste plötzlich. »Vielleicht muss ich meine Einstellung über natürlichen Dingen gegenüber noch einmal überdenken«, sagte er. »Wieso?« »Diese Kuh konnte anscheinend meine Gedanken lesen«, sagte Tobias. Sein Grinsen wurde breiter. »Als ich sie gesehen habe, musste ich an ein Stück saftigen Braten denken.« Andrei lachte, aber es klang ein wenig schal. Ihm war nicht ganz klar, wie Tobias jetzt an Essen denken konnte, nicht nach dem, was sie gerade in der Höhle gefunden hatten. Andres Magen rebellierte immer noch. »Es muss irgendwo hier sein«, fuhr Tobias nachdenklich fort. »Ich kann es spüren, Andrei. Fühlt ihr es nicht auch?« Statt direkt zu antworten, sah Andrei sich um. Zu rechten setzte sich die Felswand fort, bis sie im Dunst der Entfernung verschwamm, aber zur anderen Seite hin wurde der Berg karstiger. Die senkricht, emporstrebende Mauer verwandelte sich nach und nach in ein Gewirr von Feldspittern und Schluchten, in dem sich eine ganze Armee verstecken konnte, oder auch zwei. »Nein«, antwortete er mit einiger Verspätung auf Tobias' Frage. »Aber ich an seiner Stelle würde mich genau hier verstecken. Hundert Männer können ein Jahr lang nach ihm suchen, ohne ihn zu finden.« Er seufzte. »Wir brauchen Abudun.« »Nein«, sagte Tobias. »Ich meine es ernst, Tobias«, beharrte Andrei. Natürlich wusste er längst, wie die Antwort lauten musste, aber er versuchte es dennoch weiter. »Ihr überschätzt mich, Tobias. Ich bin nur ein Söldner, der gelernt hat, mit dem Schwert umzugehen. Abudun ist der beste Pferdenleser, dem ich jemals begegnet bin. Ich brauche ihn.« »Kommt nicht in Frage«, beharrte Tobias ruhig, aber auch sehr entschlossen. Er konnte nicht anders entscheiden, das war Andrei klar. Auch wenn er sich aus purer Verzweiflung entschlossen hatte, Andrei zu vertrauen, so war er doch nicht dumm. Abudun war sein einziges Pfand. »Dann brauchen wir Hunde«, sagte er nachgebend. »Gibt es Suchhunde bei euch?« »Im Kloster?« Tobias schüttelte den Kopf. »Wir hatten zwei Hunde, aber als Imret und ihr Onkel ins Kloster kam, mussten wir sie abschaffen. Sie haben sich wie wild gebärdet und waren nicht mehr zu bändigen.« »Und das ist mit Trennklamm?«, fragte Andrei. »Dort gibt es Hunde«, räumte Tobias ein, »aber ich weiß nicht, welchem Zweibeiner ich dort trauen kann.« »Wie wär's mit eurem Vater?«, schlug Andrei vor. Tobias sah wenig begeistert aus, aber nach einer Weile rang er sich trotzdem zu einem Nicken durch. »Ich werd ihn fragen«, sagte er. »Die Beerdigung müsste ohnehin vorbei sein, und solange es hell ist, werden wir hier nichts finden. Also reiten wir zurück.« Der Friedhof der kleinen Ortschaft befand sich außerhalb des Tales. Er lag am Ende einer schmalen, tief eingeschnittenen Schlucht, die nur von einer Seite aus zugänglich war und wurde zusätzlich von einer gutmannshohen Mauer eingefasst, in der sich nur eine schmale, massiv vergitterte Tür befand. Er erinnerte eher an eine Festung als an einen Gottesacker oder an ein Gefängnis. Tobias hatte Andrei angewiesen, in der kleinen Kapelle zu warten, während er nach Trennklamm zurückkehrte, um mit seinem Vater zu sprechen. Andrei hatte sich eine gute Weile in der winzigen, vollkommen leeren Kapelle aufgehalten, ehe er wieder hinausging und ziellos über den Friedhof schlenderte. Tobias hatte ihm zwar eingeschafft, die Kapelle nicht zu verlassen, aber er glaubte nicht, dass jemand zufällig hier vorbeikommen würde, und darüber hinaus schützte ihn auch die hohe Mauer vor neugierigen Blecken. Diese Mauer erwies sich bei näherem Hinsehen als mehr als sonderbar. Sie war fast zwei Meter hoch und aus massiven Felsbrocken erbaut, die kaum behauen, aber äußerst kunstvoll miteinander vermauert waren. Auf ihrer Oberkante befanden sich spitze eiserne Dornen, die nach innen geneigt waren, und auch der Riegel an der schweren Gittertür war außen angebracht. Es gab eine Unzahl von Kreuzen. Nun war ein Friedhof naturgemäß ein Ort, an dem es Kreuze in Massen gab, aber hier standen sie nicht nur auf den Gräbern. Auch die Innenseite der Friedhofsmauer war mit Kreuzen übersät, die aus Holz oder Metall gefertigt waren, manche aber auch gemalt oder grob in den Stein geritzt. Zum Teil mit großer Kunstfertigkeit, zum Teil in aller Hast. Das Gitter, das den Eingang verschloss, bestand bei genauerem Hinsehen aus einer Unzahl geschmiedeter Kozifixe. Es war ein durch und durch unheimlicher Ort, und was für seine Begrenzungsmauer galt, das traf auf die Gräber in beinahe noch stärkerem Maße zu. Die meisten waren vollkommen schlicht, aber es gab auch etliche, die mit Kreuzen und anderen christlichen und auch einigen ganz und gar nicht christlichen Symbolen nur so gespiegt waren. Auf einigen lagen tonschwere Steinplatten, als hätten die Menschen Angst, dass das, was sich darin befand, wieder aus seinem Grab herauskommen könnte. André fand ohne große Mühe das Grab, das an diesem Morgen frisch ausgehoben worden war, auch wenn es sich von jedem frischen Grab unterschied, das er jemals zu Gesicht bekommen hatte. Statt eines flachen, mit frischen Blumen oder grün bedeckten Hügels bestand es aus einer zweimal einen Meter messenden massiven Granitplatte, in die weder ein Name noch ein Geburts- oder Sterbedatum eingraviert war, dafür aber ein Kruzifix mit gespaltenen Enden und ein lateinischer Bibelspruch. Nicht nur, dass ein solches Grab für die einfachen Menschen aus Trennklamm unglaublich aufwendig war, zudem war es auch vollkommen unsinnig. Spätestens, wenn sich das Grab zu senken begann, musste die Grabplatte zerbrechen, egal wie massiv sie auch war. Es gab noch mehr Besonderheiten. Die vier Eckpunkte des Grabes wurden von vier gürtelhohen Kreuzen gebildet, und ungefähr dort, wo sich das Herz des Beerdigten befinden musste, stand eine mit Wasser gefüllte Schale, auf deren Boden etwas Silberner schimmerte. André tauchte zögernd die Finger hinein und roch an der Flüssigkeit. Wasser, aber kein gewöhnliches Wasser, sondern Weihwasser. Er beugte sich weiter vor und zog fragend die Augenbrauen zusammen, als er erkannte, worum es sich bei dem schimmernden Gegenstand handelte. Es war ein silbernes Medaillon in Form eines Drudenfußes. André streckte zögernd zum zweiten Mal die Hand aus und eine Stimme hinter ihm sagte, »Das würde ich nicht tun an eurer Stelle.« Erschrocken fuhr er hoch. Seine rechte Hand senkte sich auf den Schwertgriff, aber er zog die Waffe nicht, als er die Gestalt erkannte, die in Tobias' Begleitung den Friedhof betreten hatte. »Vater Ludewig«, mummelte er. Verwirrt blickte er von Tobias zu Vater Ludewig und wieder zurück. Ludewig funkelte ihn voll kaum unterdrücktem Zorn an, während Tobias' sichtliche Mühe hatte, sein Grinsen nicht allzu deutlich werden zu lassen. »Aber ihr sagtet doch, ihr kämmt...« »Mit meinem Vater, ganz recht«, feigste Tobias. André blickte abermals von einem zum anderen und plötzlich fragte er sich, warum er nicht schon längst von selbst darauf gekommen war. Ludewigs Gesicht war schmal und eingefallen und von Falten bedeckt und wo in Tobias' Augen ein niemals ganz erlöschendes Lächeln zu sein schien, waren Ludewigs Augen von einem unauslöschlich eingebrannten Misstrauen erfüllt, aber die Ähnlichkeit war unverkennbar. »Vater Ludewig«, mummelte André. »Nun ja...« »Strengt eure Fantasie nicht unnötig an, Heide«, ermahnte Ludewig ihn scharf. »Tobias kam zur Welt lange, bevor ich Gottesruf empfing und in den Orden eintrat.« »Nichts anderes habe ich angenommen, Vater«, erwiderte André. Ludewigs Augen begannen Feuer zu sprühen und Tobias bedeutete ihn mit Blicken, den Bogen nicht zu überspannen. Als er sprach, wandte er sich direkt an Ludewig. »Du hast es selbst gesehen, Vater. Er hat die Hand in Weihwasser getaucht und dies hier ist heiliger Boden. Du selbst hast das Grab noch heute Morgen gesegnet und, wie ich annehme, auch die eine oder andere Hostie vergraben. Wie viele waren es? Ein Dutzend?« »Was soll das für ein Beweis sein?«, fragte Vater Ludewig mürrisch. »Nun, er könnte kaum all diese Dinge tun, wenn er vom Teufel besessen wäre, nicht wahr?«, erläuterte Tobias. In seiner Stimme war noch immer ein sanfter Spott wahrzunehmen, aber André fühlte auch seine Anspannung. »Der Teufel ist mächtig«, sagte Vater Ludewig. Er klang eher störrisch als überzeugt. »Nicht einmal er selbst könnte diesen Ort betreten«, seufzte Tobias. »Du wolltest einen Beweis, dass wir ihm vertrauen können. Du hast einen Beweis, seine Seele ist rein.« »Er ist ein Heide«, beharrte Vater Ludewig. »Möglicherweise hat er gar keine Seele, die der Teufel ihm rauben kann.« Er klang jetzt einfach nur noch stur. André wäre nicht überrascht gewesen, wenn er mit dem Fuß aufgestampft hätte. Ludewig wollte sich nicht überzeugen lassen. »Was soll das?«, fragte André an Tobias gewarnt. »Mein Vater ist der einzige Mensch in Trennklamm, dem ich wirklich vertraue,« antwortete Tobias. Aber André schüttelte sofort und übertrieben heftig den Kopf. »Davon rede ich nicht«, sagte er. »Ich meine das hier, dieses Grab, dieser ganze Friedhof, wenn man ihn so nennen will.« »Spricht nicht so respektlos von Gottes Haus«, mahnte Vater Ludewig. »Gottes Haus?« André lächelte wieder und seine Stimme war voller Spott. Er bückte sich, griff in die Schale und nahm den silbernen Drohnenfuß heraus. »Das hier sieht mir nicht wirklich nach einem Symbol Gottes aus, Vater Ludewig.« Ludewigs Augen wurden schmal. »Was ist das?«, keuchte er. »Woher kommt das? Habt ihr es hierher gebracht, Heide?« Er wollte nach dem Medaillon greifen, aber sein Sohn kam ihm zuvor und nahm André den Drohnenfuß aus der Hand. Rasch schloss er die Forst herum und schüttelte den Kopf. »Das glaube ich kaum, Vater«, sagte er. »Ich fürchte, es war eines deiner Schäfchen, das der Meinung war, man könne des Guten niemals zu viel tun, und es schadet dir auch nicht, oder?« »Ketzerei«, rollte Vater Ludewig. »Ich werde keine Ketzerei in meiner Gemeinde dolden. Ich kann mir schon denken, wer dafür verantwortlich ist.« »Mit Verlaub, Vater Ludewig«, sagte André, »aber wenn wir nicht aufhören, unsere Zeit zu verschwenden, dann werdet ihr in neun Tagen keine Gemeinde mehr haben. Hat euch euer Sohn nicht gesagt, warum wir hier sind?« Vater Ludewig funkelte ihn nur an, aber Tobias nickte. »Ich fürchte, er hat recht, Vater, wir müssen jemandem vertrauen.« »Ausgerechnet ihm, einem Fremden, der noch dazu in Begleitung eines Muslimanen hier erschienen ist? Einem Mann, der dich um ein Haar getötet hätte. Alles hat erst wieder begonnen, nachdem sie gekommen sind.« Tobias war klug genug, diesen Einwand nicht aufzugreifen. Er warf André einen weiteren, beinahe flehenden Blick zu, es ihm gleich zu tun. Dann wandte er sich ganz zu André um und sagte, »Ihr hat damals alles angefangen.« Es dauerte eine Weile, bis André begriff, dass diese Worte die Antwort auf seine Frage darstellten. »Ihr?« »Es ist ein verfluchter Ort,« sagte Vater Ludewig. »Ihr müsst euch nur umsehen, Söldner. Spürt ihr nicht den Atem des Teufels? Vater,« rief Tobias. Er wandte sich wieder an André. Dies war schon eine Begräbnisstätte, als dieses Land noch von barbarischen Völkern besiedelt war, die heidnischen Riten nachhingen und die Naturgeister anbeteten. Er wies auf die Kapelle. Diese Kapelle wurde auf den Grundmauern eines viel älteren Gebäudes errichtet. »Eines heidnischen Tempels,« giftete Vater Ludewig. »Es ist ein Schlag in Gottes Gesicht, sein Haus auf den Grundmauern eines heidnischen Tempels zu errichten. Das ist gotteslästerlich.« »Was hat hier begonnen?«, beharrte André. Wie Tobias war mittlerweile auch eher zu dem Schluss gekommen, dass es das Vernünftigste war, Ludowigs Worte einfach zu überhören. Er fragte sich, warum Tobias ihn überhaupt mitgebracht hatte. »Es war vor drei Jahren,« antwortete Tobias. Er deutete einen Schulterzucken an. »Ungefähr. Ich selbst war nicht hier und die Leute sprechen nicht gern darüber.« Er sah seinen Vater auffordernd an. Aber Ludowig verstummte nun gänzlich. Nach einem Augenblick zog Tobias mit den Schultern und fuhr fort. »Es war im Frühjahr. Fremde kam ins Dorf. Gaukler, soweit ich gehört habe.« »Gaukler?« André wurde hellhörig. Abermals zog Tobias die Schultern. »Fahrendes Volk, Spielleute, Zigeuner. Ich weiß es nicht genau.« »Zigeuner,« vater Ludowig spiel das Wort regelrecht aus. »Gottloses Volk, das nachts nackt, um das Feuer tanzt und ohne Scham vor den Augen aller herumhurt.« »Nun ja, vielleicht nicht ganz nackt,« sagte Tobias besänftigend. »Ich habe nichts gegen das fahrende Volk, André. Im Gegenteil, die Menschen hier sind arm. Ihr Leben besteht zum größten Teil aus Arbeit und Mühsal und nur zu oft aus Not. Sie heißen jeder Abwechslung willkommen und was ist schon dabei? Ich glaube nicht, dass Gott etwas gegen ein wenig Freude im Leben hat. Sonst hätte er uns kaum die Fähigkeit zu lachen gegeben, oder?« Die letzte Frage war an Ludowig gerichtet, dass Tobias einen vernichten im Blick seines Vaters einbrachte. »In diesem Jahr aber«, fuhr Tobias fort, »brachten sie den Tod. Einer von ihnen war krank, vielleicht auch mehrere, und etliche Dorfbewohner haben sich wohl bei ihnen angesteckt.« »Angesteckt?«, vater Ludowig zog eine Grimasse. »So kann man es auch nennen. Es war die gerechte Strafe für ihr Tun. Sie haben Ehebruch begangen, herumgehurt haben sie. Was danach geschah, war keine große Tragödie,« fiel ihm Tobias ins Wort. Nachdem die Zigeuner fortgezogen waren, kam das Fieber, viele wurden krank und an die zwanzig starben. Er seufzte. Das allein wäre schrecklich genug gewesen, doch nachdem die Toten begraben und die Kranken wieder genesen waren, begann das, was auch jetzt wieder geschieht. Tiere wurden gerissen, Menschen verschwanden. Er hob die Schultern, starrte einen Moment wortlos zu Boden und begann schließlich mit kleinen Schritten vor André auf- und abzugehen. »Zwei der Gräber waren aufgebrochen und die Leichen verschwunden«, fuhr er nach einer langen Pause fort. »Von innen aufgebrochen, André. So als wären die Toten wieder aufgewacht und hätten sich aus ihren Gräbern befreit.« Er blieb stehen, sah André aus weit geöffneten Augen an und flüsterte. »Ich habe es gesehen, André, mit meinen eigenen Augen.« »Ihr wollt mir erzählen, dass die Toten aufgewacht sind und sich aus ihren Särgen befreit haben?«, murmelte André. Der Klang seiner eigenen Stimme erschreckte ihn, aber der Grund seines Schreckens war ein gänzlich anderer, als Tobias annehmen musste. Tobias' Geschichte ähnelte zu sehr der, die ihm Alessa erzählt hatte. »Ich weiß, wie sich das in euren Ohren anhören muss, André,« sagte Tobias. »Aber ich schwöre bei meiner unsterblichen Seele, dass es genau so war. Ich habe es selbst gesehen.« »Wechselrei«, murmelte Vater Ludowig. »Das ist das Werk des Teufels. Was muss noch passieren, bis du das begreifst? Habe ich dich so schlecht gelehrt, das Offensichtliche zu sehen?« »Du hast mich zu gut gelehrt, das Offensichtliche zu sehen,« antwortete Tobias in einem Ton, der André klar machte, wie oft die beiden ungleichen Männer dieses Gespräch schon geführt haben mussten. »Es ist zu leicht, alles auf den Teufel zu schieben, Vater. Ich glaube, dass es eine Krankheit ist.« »Eine Krankheit?« Vater Ludowig lachte böse. »Eine grausame und fürchterliche Krankheit, ja, aber doch nicht mehr als das,« antwortete Tobias überzeugt. »Niemand käme auf die Idee, den Teufel für die Pest verantwortlich zu machen oder für die Blattern. Aber eine Krankheit, die die Menschen von den Toten wiederauferstehen lässt?« fragte André zweifelnd. Tobias lachte bitter auf. »Ich könnte euch eine Menge Erklärungen dafür nennen, André,« sagte er. »Ich habe Nürnberg Anatomie studiert, bevor ich erfuhr, was hier geschieht, und zurückkam. Ihr wäret erstaunt, wie viele vermeintlich tot in ihren Särgen aufwachen und qualvoll ersticken, wenn sie Glück haben. Die weniger Glücklichen leben noch Tage. Sie reißen sich die Augen aus, zerfetzen sich selbst die Gesichter oder beißen sich in ihrer Verzweitung selbst die Adern durch, um endlich sterben zu können.« »Davon habe ich gehört,« antwortete André, »aber noch nie, dass sie sich selbst aus ihren Gräbern befreien und danach als Ungeheuer umherlaufen.« Tobias lächelte flüchtig. »Ich höre um mich selbst reden, damals vor drei Jahren,« fuhr er fort. »Ich sagte doch, ich habe Anatomie studiert. Glaubt ihr nicht, ich hätte nicht mindestens ein Dutzend überzeugende Erklärungen gefunden?« »Und wieso glaubt ihr dann nicht selbst an sie?«, wollte André wissen. »Ich habe euch von dem Ungeheuer erzählt, das mich beinahe getötet hat,« antwortete Tobias. André nickte. »Eine Sache habe ich euch bisher allerdings verschwiegen, André. Aus gutem Grund. So grässlich entstellt das Ungeheuer auch wahr, habe ich es trotzdem erkannt. Es war ein Mann hier aus dem Dorf. Ein junger Mann, gerade so alt wie ich. Als Kinder haben wir zusammen gespielt,« deutete auf die Gräber ringsum. »Und vor drei Jahren hat mein Vater ihn auf diesem Friedhof beerdigt, nachdem er in seinen Armen gestorben war.« Ein Zehntel der Frist, die den Menschen in Trennklamm noch zu leben blieb, war verstrichen, als sie ins Kloster zurückkehrten. Die Sonne sank bereits, aber noch herrschte ein helles Zwielicht, und Andrés immer schärfer werdende Sinne ermöglichten es ihm, sich das Kloster und den kleinen Ort zum ersten Mal wirklich anzusehen. Nicht, dass es der Mühe wert gewesen wäre. Der Ort bestand aus weniger als einem halben Dutzend wuchtiger Gebäude, die klein, aber allesamt aus Stein gebaut und mit Schiefer gedeckt waren. Materialien, die die Menschen vermutlich in unmittelbarer Nähe gefunden hatten. Holz als Baumaterial, so nahm er an, war hier oben viel zu schwer zu beschaffen und daher weit kostbarer als Stein. Nirgendwo war ein Zeichen von Leben zu erkennen. Obwohl auf den Felsen ringsum ebenso wie auf vielen Dächern Schnee lag, stieg aus keinem einzigen Kamin Rauch auf. Er musste nicht fragen, um zu erkennen, dass das Dorf verlassen war. Was für die Häuser galt, traf auf die Klosterfestung in noch viel stärkerem Maße zu. Es war ein wuchtiger, aus grobem Stein errichteter Bau, ohne überflüssigen Zierrad, der einzig nach Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit errichtet worden war. Er bestand nur aus einem Turm mit einer acht Meter hohen Umfriedungsmauer. Der Krieger in André erkannte sofort die Schwachpunkte dieser uralten Festungsanlage. Dennoch war sie allein durch ihre Lage fast unangreifbar, hoch oben über dem Pass und mit der unübersteigbaren Felswand am Rücken. Vor langer Zeit war das eine Raubritterburg. Tobias hatte André's forschende Blicke bemerkt und beantwortete seine unausgesprochene Frage, wobei sich kleine Dampfwölkchen vor seinem Gesicht bildeten. Aber das ist sehr lange her. Heutzutage leben wir in zivilisierteren Zeiten. Es gibt schon lange keine Raubritter mehr. Vielleicht, weil es auch nichts mehr gibt. Was sich zu rauben lohnt, murmelte André. Die Kälte, die sich wie ein dünner, eisiger Film auf sein Gesicht gelegt hatte und seine Züge lähmte, ließ sein Lächeln verunglücken. Da habt ihr wohl recht, sagte Tobias. Er maß André mit einem sonderbaren Blick, schwieg aber, bis sie das Tor erreicht hatten und aus den Sätteln stiegen. Zwei Wächter kamen ihm entgegen und nahmen ihn die Tiere ab, und obwohl sie sich im Hintergrund hielten, bemerkte André sehr wohl die beiden anderen Soldaten, die im Schatten standen und jede seiner Bewegungen misstrauisch beobachteten. »Ich möchte mit Abudun reden,« verlangte er, während sie durch das Torgewölbe gingen. Tobias wollte sofort widersprechen, aber André kam ihm zuvor und sprach mit deutlich schärferer Stimme weiter. »Und jetzt sagt nicht, wie der kommt nicht in Frage oder sonst etwas. Ich will nur mit ihm reden, das ist alles. Ich muss mit ihm reden. Wenn ihr meine Hilfe braucht, dann gestattet ihr es mir lieber.« Tobias zog eine Grimasse. »Ihr versteht es, euer Anliegen zu vertreten, André. Ich ziehe seit Jahren mit einem arabischen Piraten und Händler umher,« grinste André, »das schult.« »Und wenn ich dennoch Nein sage?« »Dann sterben wir in zehn Tagen gemeinsam.« André's Grinsen stand auf seinem Gesicht, als wäre es eingemeißelt. »Vielleicht sterbe ich auch zehn Tage vor euch. Das macht keinen so großen Unterschied.« »Also gut,« murmelte Tobias nach kurzem Überlegen. »Aber nur kurz, und ich werde dabei sein.« André war überrascht, wie schnell Tobias seiner Forderung plötzlich nachgab. Sie begaben sich unmittelbar ins Kellerverlies hinab, nahmen aber diesmal den rechten Gang. Eine Facke brannte und verbreitete rotes Flackerlicht und beißenden Gestank. Die beiden Soldaten begleiteten sie, ohne dass Tobias sie eigens dazu auffordern musste. André konnte die Unruhe der Männer spüren, und er roch tatsächlich ihre Furcht. Eine Furcht, unter der sich noch etwas anderes verbarg. Wut. »Hass!« André gemahnte sich zur Vorsicht. Diese Männer hatten Angst vor ihm, aber sie hatten auch nicht vergessen, was er ihren Kameraden angetan hatte und würden sich bei der ersten Gelegenheit dafür rächen. Vor der Zelle, in der das Mädchen untergebracht gewesen war, blieben sie stehen. Das Sichtfenster in der massiven Eichentür war mit schmutzigen Lappen verstopft, sodass André nicht in die dahinterliegende Zelle blicken konnte. Aber schon während Tobias einem der Soldaten einen Wink gab und dieser den schweren Riegel zurückschob, spürte er den erbärmlichen Gestank, der aus dem winzigen Raum drang. Es stank nicht nur nach menschlichen Exkrementen, nach Blut und Schweiß, sondern vor allem nach Leid. Eine wogekalter Wut stieg in André hoch, ein Gefühl, das in blanken Hass umschlug, als die Tür weiter aufschwang und er Abudun sah. Der Nubier stand aufrecht an der Wand. Seine Hände waren auf die gleiche Weise an einen eisernen Ring über seinem Kopf gefesselt, wie die Imrets zuvor, nur dass Abudun um ein gutes Stück größer war als sie, was ihn zu einer gebeugten Haltung zwang, die schon nach kurzer Zeit unerträglich geworden sein musste. Er war nackt. Aber vielleicht zum ersten Mal, seit André den Nubier kannte, beschlich ihn nicht ein sachtes Neidgefühl, als er den Körper des riesigen Piraten ansah. Abudun war immer noch ein Riese, der André und Tobias selbst in der gebeugten Haltung noch überragte, in der er dastand. Aber er war stark abgemagert, so als hätte er nichts zu essen bekommen, seit er in diese Zelle gebracht worden war. Seine Haut starrte vor Schmutz und seine Augen waren trüb und schien André im ersten Moment gar nicht zu erkennen. Dann verzog ein Lächeln seiner ausgetrockneten, rissigen Lippen. »Hüchsmeister«, murmelte er. Seine Stimme war ein schreckliches Krächzen, als wäre auch seine Kehle ausgedörrt und rissig. André musste sich zwingen, Abuduns Lächeln zu erwidern, und er spürte selbst, wie kläglich der Versuch scheiterte. »Pirat«, antwortete er. Abuduns Grinsen wurde noch breiter. Seine geschundene Unterlippe platzte auf, und ein einzelner Blutstropfen lief über das Kinn des Nubiers. »Nenn mich nicht so.« »Wenn du aufhörst, mich Hexenmeister zu nennen«, antwortete André. Die Worte klangen schal. Das zehn Jahre alte Ritual, mit dem sie sich begrüßten, kam ihm mit einem Mal wie grausamer Spott vor. Mit einem Ruck drehte er sich zu Tobias um. Er zitterte am ganzen Leib. »Warum?« Tobias hielt seinen Blick ruhig stand. Bevor er antwortete, wandte er sich mit einer Geste an die beiden Soldaten, um sie fortzuschicken. Sie gehorchten aber, sie zogen sich nur ein paar Schritte weit zurück. Ihre Hände lagen auf den Schwertern. »Es war der einzige Weg, ihn am Leben zu lassen«, antwortete Tobias, nachdem die Männer außer Hörweite waren, mit gesenkter Stimme. »Die Männer wollten ihn töten. Er hat ihre Kameraden erschlagen.« »Macht ihn los«, verlangte André. »Auf der Stelle. Das kann ich nicht«, antwortete Tobias. »Seht das doch ein, André. Ich bin nicht der Befehlshaber dieser Männer. Sie unterstehen dem Landgrafen und damit Vater Benedikt. Es hat mich all meine Überredungskunst gekostet, eurem Freund auch nur das Leben zu retten. Sie würden ihn nicht losmachen, auch wenn ich es ihnen befehle.« »Er stirbt, wenn er noch länger in diesem Kaker bleibt«, antwortete André. Er musste sich mit aller Gewalt beherrschen, um Tobias nicht zu packen und wie einen tollwütigen Hund zu schütteln und gegen die Wand zu werfen. »Lass's gut sein, Hexenmeister«, kriegste Abudun. »So schnell sterbe ich nicht«, André überhörte seine Worte. »Ihr werdet seine Fesseln lösen«, beharrte er, »gestattet ihm, sich zu setzen und sich zu waschen. Das ist menschenunwürdig.« »Ich kann das nicht«, sagte Tobias leise. »Ihr könnt mit ihm reden, und das ist schon mehr, als ich euch gestatten dürfte.« »Hing es nach den Männern hier. Dann stünde er schon auf dem Scheiterhaufen und würde brennen. Und nun behält euch. Eure Zeit ist fast um.« André schluckte die wütende Antwort hinunter, die ihm auf der Zunge lag. Sich mühsam beherrschend, drehte er sich zu Abudun um. Erst jetzt bemerkte er die schwerenden Wunden und Kratzer, die Abuduns Körper bedeckten. Sie hatten ihn nicht nur hungern lassen und in dieser qualvollen Haltung hier angekettet, sondern auch geschlagen. »Wie fühlst du dich?« Abudun stieß einen sonderbaren Laut aus. »Das ist die mit Abstand dummste Frage, die ich je gehört habe,« antwortete er. »Was glaubst du? Ich fühle mich so, wie ich aussehe.« »So schlimm.« Trotz allem atmete André auf. Abudun hatte mit schleppender Stimme und stockend geantwortet, aber die Wahl seiner Worte machte André deutlich, dass er noch immer bei Sinn war. »Du kommst bald hier raus,« sagte er. Im gleichen, bewusst aufmunternden wie beiläufigen Ton fügte er hinzu. »Sobald ich dieses Ungeheuer unschädlich gemacht habe.« Abudun musterte erst ihn, dann Tobias aus trüben Augen und wechselte ins Arabische. »Von welchem Ungeheuer sprichst du?« »Redet in einer Sprache, die ich verstehe,« verlangte Tobias scharf. »Heute Nacht,« sagte André ebenfalls auf Arabisch, »ich hole dich heraus.« »Ich sagte, ihr sollt so reden, dass ich euch verstehe,« stieß Tobias wütend hervor. »Verzeiht, aber ich habe ihm nur wiederholt, was ihr gesagt habt,« antwortete André. »Ich spreche auch nur wenige Brocken seiner Sprache und verstehe ihn sowieso nicht.« Er las in Tobias Augen, dass er ihm kein Wort glaubte. »Das reicht,« sagte er zornig. »Ihr habt euren Freund gesehen und euch davon überzeugt, dass er noch am Leben ist. Der Besuch ist beendet.« André wollte sein Wort halten und Abudun im Laufe der vor ihnen liegenden Nacht befreien. Er befürchtete, dass der Pirat den nächsten Morgen nicht mehr erleben könnte. Dass Abudun noch in der Lage gewesen war, sich klar und in zusammenhängenden Sätzen auszudrücken, täuschte ihn nicht über den bedrohlichen Zustand hinweg, in dem er sich befand. Abuduns Stärke, die ihnen schon so oft das Leben gerettet hatte, konnte ihm in dieser Situation durchaus zum Verhängnis werden, denn wie viele wirklich starke Männer neigte er dazu, seine Grenzen zu missachten. Wenn der Zusammenbruch kam, dann kam er mit aller Gewalt. Es sollte jedoch anders kommen. Ob Tobias nun seine Absicht erraten oder tatsächlich verstanden hatte, was er zu Abudun gesagt hatte, nachdem André in sein Zimmer zurückgebracht worden war, schloss ein grimmig dreinblickender Wächter den eisernen Ring wieder um sein Fußgelenk. Kaum hatte Tobias ihn allein gelassen, überprüfte er sorgsam den Ring und die Kette. Beide waren äußerst massiv. Er würde sich nicht selbst befreien können und hatte damit auch keine Möglichkeit, sein Versprechen Abudun gegenüber einzulösen. Weder bekam er Tobias an diesem Abend ein weiteres Mal zu Gesicht, noch wurde ihm Essen gebracht. Als André am nächsten Morgen mit knurrendem Magen erwachte, sah er sich einem ebenso schweigsamen wie ungewohnt übellaunigen Bruder Tobias gegenüber, der ihm eine Schale Suppe sowie ein Stück hartes Brot gebracht hatte. André verschlang beides mit Heißhunger, aber er war keineswegs satt. Tobias missachtete seine fordernden Blicke jedoch und wies ihn nur mit knappen Worten an sich anzukleiden und ihm zu folgen. Erst nachdem sie die Klosterfestung verlassen und sich schon ein gehöriges Stück entfernt hatten, besserte sich Tobias Stimmung ein wenig. Ich habe mit meinem Vater ausgemacht, dass wir uns bei Sonnenaufgang auf der Alm treffen, sagte er, bei der Höhle, in der wir den Kadaver gefunden haben. Er bringt zwei Hunde mit. Die Spur ist zwar schon älter, aber mit etwas Glück finden sie die Pferde trotzdem noch. Er sah André fragend an. Als er keine Antwort bekam, fuhr er fort. Ich werde euch nicht begleiten können. Es wäre nicht gut, wenn man uns zusammen sieht. Ich verstehe, antwortete André spöttisch. Ihr sorgt euch um euren guten Ruf. Tobias Gesicht verdüsterte sich, aber er verzichtete auf eine Antwort und konzentrierte sich für eine ganze Weile darauf, sein Pferd über den abschüssigen Pfad zu leiten. Während André ihm dabei zusah, fiel ihm auf, wie unruhig das Tier war. Sein Schweif peitschte und seine Ohren bewegten sich unentwegt hin und her. Tobias musste immer wieder an den Zügeln ziehen, um es unter Kontrolle zu halten, und er ging dabei grob genug zu Werke, um dem Tier Schmerzen zuzufügen. Er war kein besonders geschickter Reiter. Ihr lasst mich tatsächlich allein in die Berge gehen? Habt ihr denn keine Sorge, ich könnte nicht zurückkommen? Wollte André wissen. Habt ihr bisher den Eindruck gewonnen, ich wäre in der Lage, euch zu irgendetwas zu zwingen, was ihr nicht freiwillig tätet? Gab Tobias zurück. Er verzog die Lippen und hob die Schultern. Außerdem habe ich Befehl gegeben, euren schwarzen Freund bei lebendigem Leib zu verbrennen, sollte ich nicht zurückkommen. Ihr ist dennoch nicht wohl dabei, sagte André. Ich bin fremd hier, ich könnte mich verirren. Das glaube ich kaum, antwortete Tobias. Darüber hinaus ist mein Vater viel zu alt, um euch in die Berge zu folgen, und ich wüsste sonst niemanden aus Trennklamm, dem wir vertrauen könnten. Das Medaillon, sagte André nach kurzem Überlegen. Der Drudenfuß, den jemand in das Weihwasser gelegt hat. Euer Vater schien zu wissen, wer es war. Ihm können wir sicher vertrauen. Nein, rief Tobias entschieden. Nach einem kurzen Moment hob er die Schultern und fuhr einschränkend fort. Ich werde darüber nachdenken. Wieder machte er eine längere Pause, dann ergänzte er. Aber es wäre gefährlich. Das ist unser ganzes Unternehmen, oder? Tobias zog die Brauen zusammen und schwieg. Kurz nach Sonnenaufgang trafen sie Vater Ludowig bei der Höhle. Er war nicht allein gekommen, sondern in Begleitung eines dunkelhaarigen, kräftigen Burschen, den André in Trennklamm gesehen hatte, und zweierstruppiger Hunde, bei deren Anblick André erstaunt die Lippen verzog. Der eine war ein ausgemergelter Schäferhund, dessen linkes Ohr abgerissen und dessen Nase von Narben zerfurcht war, der andere von vollkommen undefinierbarer Rasse und Farbe und Klapperdürr. André machte eine abfällige Bemerkung, aber Tobias schüttelte heftig den Kopf. Lasst euch nicht vom ersten Eindruck täuschen, André. Die beiden sind ausgezeichnete Spürhunde. Tobias deutete auf den Dunkelhaarigen, der André mit einer Mischung aus Furcht und Misstrauen, aber auch mit unverholener Neugier musterte. »Günter hat sie eigenhändig abgerichtet. Er ist ein sehr guter Spurenleser.« »Ist er«, begann André, aber Tobias ließ ihn nicht zu Ende sprechen, sondern unterbrach ihn, kopfschüttelnd. »Nein, aber er wird tun, was wir von ihm erwarten. Das ist doch so, Günter, nicht wahr?« Der Angesprochene nickte, widerwillig, wie André schien, und ohne den Blick auch nur für einen Herzschlag von seinem Gesicht zu wenden. Mittlerweile überwog allerdings die Neugier in seinen Augen. »Weiß er, er weiß, was er wissen muss.« Diesmal war es Ludowig, der André ins Wort fiel. »Vor allem über euch.« André war klug genug, nicht darauf einzugehen. Stattdessen wandte er sich mit ernstem Gesicht an Günter, hielt seinem Blick eine kleine Weile stand und drehte sich nach einem begrüßenden Nicken direkt zu den Hunden um. Langsam ließ er sich in die Hocke sinken und streckte die rechte Hand aus. Der Schäferhund heulte schrill auf und rannte ein paar Schritte davon, während der Mischling die Zähne blickte und ein tiefes, drohendes Knurren hören ließ. André zog die Hand nicht zurück, hütete sich aber, den Arm noch weiter auszustrecken. Er spürte die Mischung aus Angst und Angriffslust, die die Tiere verströmten, und war zu gleichen Teilen erstaunt wie überrascht. Gewöhnlich schloss er sehr schnell Freundschaft mit Tieren, gerade mit Hunden, im gleichen Maße, in dem er sich von den Menschen abgewandt hatte, hatte er gelernt, die Sprache der Tiere zu verstehen. »Macht euch nichts daraus, André«, sagte Tobias hinter ihm. »Die Hunde sind nicht an Fremde gewöhnt. Günter wird sie führen.« André sah über die Schulter zu Tobias zurück. Der junge Geistliche war in einiger Entfernung stehen geblieben. Er lächelte, aber seine Haltung drückte Anspannung und Furcht aus. Kühe und Pferde waren ganz offensichtlich nicht die einzigen Tiere, mit denen er nicht besonders gut auskam. André zuckte mit den Schultern, stand auf und begegnete Günters Blick, als er sich herumdrehte. Der Blick drückte Verwirrung aus. »Es wird Zeit«, sagte Tobias nun. »Ich muss gehen. Günter wird euch heute Abend bis zum Pass zurückbringen. Ich will, dass ihr bis Sonnenuntergang zurück im Kloster seid.« Er sparte es, sich hinzuzufügen. »Oder euer Freund wird dafür büßen.« Aber es war auch nicht nötig, das zu sagen. André war verwirrt. Bisher hatte der Geistliche alles in seiner Macht Stehende getan, um Andrés Vertrauen, wenn nicht gar seine Freundschaft zu erringen. Und plötzlich benahm er sich wie sein Feind. Warum? »Dann sollten wir keine Zeit mehr verlieren«, sagte er kühl. »Günter, in der Höhle sind Fußspuren. Sie sind mehrere Tage alt. Glaubt ihr, dass eure Hunde die Fährte dennoch aufnehmen können?« Ohne seine Frage zu beantworten, drehte sich der Hundeführer herum und verschwand zusammen mit seinen beiden Tieren in der Dunkelheit jenseits des Spaltes. André wollte ihm noch eine Warnung vor den Felszacken zurufen, die von der Decke hingen, aber in diesem Moment hörte er bereits einen dumpfen Knall, gefolgt von einem unterdrückten Fluch. Tobias entfernte sich ohne ein weiteres Wort des Abschieds und ohne einen besorgten Blick zur Eimhütte zu werfen. Auch Ludowig ließ es bei einem abschließenden Blick voller Groll, bevor er seinem Sohn folgte. André schüttelte den Kopf, aber er machte sich nicht die Mühe, sich weitere Gedanken über das sonderbare Verhalten der beiden zu machen. Ein junger Gelehrter und ein verbitterter alter Landpfarrer. Er konnte kaum von ihnen verlangen, dass sie angesichts des drohenden Unterganges so ruhig blieben wie er. Günter kam zurück, begleitet von seinen beiden Hunden, die schwanzwedelnd um seine Beine strichen. Auf seiner Stirn prangte ein roter Fleck, der binnen kürzester Zeit zu einer prachtvollen Beule anschwellen würde. »Was ich euch noch sagen wollte,« grinste André, »seid vorsichtig in der Höhle, die Decke ist sehr niedrig.« Günter warf ihm einen zornigen Blick zu, aber als er das Glitzern in Andrés Augen bemerkte, konnte auch er ein Grinsen nicht mehr ganz unterdrücken. Er schwieg. »Haben die Hunde die Fährte aufgenommen?« fragte André. »Ich hoffe es,« antwortete Günter. »Sie ist ziemlich alt, aber wenn es noch eine Spur zu verfolgen gibt, dann werden sie sie finden.« André war nicht sicher, ob es das war, was sie sich wünschen sollten. So dunkel, wie es hinter dem Felsspalt war, hatte Günter vermutlich nicht gesehen, welch grausiges Geheimnis der Berg bag. André fragte sich, was sie tun sollten, wenn sie die Kreatur wirklich finden würden. Oder gar mehrere seiner Art. Zwar hatte Tobias ihm sein Schwert zurückgegeben, aber er wusste nicht, ob diese Waffe ausreichen würde, um sich gegen ein Geschöpf zu verteidigen, das stark genug war, einer ausgewachsenen Kuh ein Bein auszureißen. Als hätten sie die Worte ihres Herrn gehört, senkten die beiden Hunde die Köpfe und begannen schnüffelnd in größer werdenden Kreisen und Linien zu laufen, ein nur scheinbar willkürlicher Kurs, der sie nach und nach immer deutlicher in östliche Richtung führte. In die Richtung, in der die Felswand allmählich in ein Gewirr von Schluchten und bizarren Spalten überging. »Sie haben die Spur,« rief Günter, »folgt mir.« Geführt von den beiden Hunden bewegten sie sich nach Osten. Sie kamen nicht besonders schnell vorwärts. Die Hunde hielten immer wieder an und liefen witternd im Kreis, bis sie die verlorengegangene Fährte wiedergefunden hatten. Weiterhin achtete André darauf, einen ausreichenden Abstand zu den Tieren zu bewahren und damit auch zu ihrem Herrn. André bedauerte diesen Umstand. Er hätte gern die Gelegenheit genutzt, mit Günter ins Gespräch zu kommen, um etwas mehr über Trendklamm und die Menschen dort zu erfahren. Aber er spürte, dass es besser war, wenn Günter auf ihn zukommen würde. Nach und nach wurden die Hunde sicherer. Sie verloren jetzt nur noch selten die Spur, und bald eilten sie so schnell und zielstrebig voraus, dass Günter sie ein paar Mal zurückpfeifen musste, weil André und er sonst nicht hätten Schritt halten können. Der Kurs, den sie einschlugen, wurde immer geradliniger. Als André ihnen Gedanken verlängerte, führte er zu einer besonders steilwandigen, tief eingeschnittenen Schlucht, die nur wenige Schritte breit war, aber so monströs, als hätte jemand den gesamten Berg in zwei Teile gebrochen und nicht ganz sauber wieder zusammengesetzt. Sie hatten sich dieser Schlucht auf zwei oder dreihundert Schritte genähert, als Günter zum ersten Mal stehen blieb und das drückende Schweigen brach. »Dort vorn ist ein Bach,« sagte er, ohne André dabei anzublicken. »Falls ihr durstig seid, dann solltet ihr besser hier noch einmal trinken. Weiter oben gibt es kein Wasser mehr.« André nickte dankbar. Er hatte das frische Wasser längst gerochen. Dennoch bat er, »Zeigt es mir!« Günter führte ihn zu einem schmalen, aber sehr schnell fließenden Bach, dessen Wasser so kalt war, dass André aufkeuchte, als er sich zwei Hände voll davon ins Gesicht spritzte. Er stillte seinen Durst und trank auch danach noch weiter. Sie waren möglicherweise noch lange unterwegs, ohne eine weitere Quelle zu finden. Anschließend ließ er sich mit untergeschlagenen Beinen ins Gras sinken und genoss das Gefühl, dass die Sonnenstrahlen auf seinem Gesicht hinterließen, während sie es trockneten. Auch Günter und die Tiere tranken. André beobachtete die Hunde aufmerksam, aber auch die Tiere behielten ihn ständig im Auge. »Es sind wirklich ausgezeichnete Pferdensucher,« lobte er sie. »Die meisten Hunde hätten die Spur längst verloren.« Seine Taktik, Günters Schweigsamkeit zu überwinden, indem er ihn auf etwas ansprach, was ihm wirklich am Herzen lag, schien aufzugehen. »Es sind die Besten,« bestätigte Günter. Dabei gelang es ihm nicht völlig, einen Unterton von Stolz aus seiner Stimme zu verbannen. »Ich weiß, dass Sie nicht viel hermachen, aber Sie finden jede Spur.« Er blickte zu der finsteren Schlucht hinüber, und ein Schatten legte sich auf sein Gesicht. »Was ist dort hinten?« fragte André. »Die Schattenklamm.« Günter hob die Schultern. »Sie führt ins Nichts.« »Ins Nichts?« »Höhe hinauf in die Berge,« antwortete Günter widerwillig. »Dort gibt es nichts außer Steinen und Geröll. Wenn sich das Raubtier wirklich dort oben verkrochen hat, wird es schwer für uns werden, es zu finden.« »Trotz der Hunde?« »Der Weg wird zu schwierig,« antwortete Günter. »Ich bin nie tief hineingegangen, aber ich habe gehört, dass er vor einer Felswand endet.« Er hob abermals die Schultern. »Ich frage mich, welches Raubtier sich dort verstecken würde.« »Vielleicht eines, das darauf hofft, dass wir uns genau diese Frage stellen und erst gar nicht nachsehen,« sagte André. Er betrachtete Günter aufmerksam, während er dies sagte, aber auf dem Gesicht des Hundeführers zeigte sich keine Reaktion. Er erwiderte Andrés Blick ruhig, dann stand er auf und stieß einen kurzen, so schrillen Pfiff aus, dass es in Andrés Ohren schmerzte. Die beiden Hunde hörten auf, ausgelassen herumzutollen, und nahmen die Fährte wieder auf. Sie setzten ihren Weg fort, und die Hunde führten sie tatsächlich in direkter Linie zur Schattenklamm. André verspürte bereits ein eisiges Frösteln, lange bevor sie den steil eingeschnittenen Spalt im Fels erreichten. Der Name Schattenklamm klang nach düsteren Mächten und uralten Flüchen. Doch je näher sie ihr kamen, desto klarer wurde ihm, dass die wirkliche Erklärung eine viel einfacherer war. Die Schlucht war so schmal, dass sie mit Mühe und Not nebeneinander hineingehen konnten, und ihre Wände wichen nach oben nicht nennenswert auseinander. Vermutlich gab es am Grunde dieser Schlucht nur wenig Sonnenlicht. Im Augenblick ihres Eintretens war sie von dem erfüllt, was ihr ihren Namen gegeben hatte. Schatten. Die Hunde liefen voraus, aber sie waren nicht mehr so ausgelassen wie bisher. Sie erfüllten ihre Aufgabe zuverlässig, aber nicht mit Begeisterung. Andrés Blick tastete misstrauisch über die Felswände und den schmalen, mit Geröll und Schutt übersierten Weg vor ihnen, und seine Hand lag griffbereit auf dem Schwert, ohne dass er selbst es auch nur wahrnahm. Vor ihnen rührte sich nichts, nur die Hunde und vielleicht ein paar Insekten, die sie aufgescheucht hatten. Vollkommen kahl lagen die Felsen vor ihnen. Die Herrschaft der Schatten war hier so vollkommen und das Sonnenlicht so spärlich, dass nicht einmal Flechten und Mose auf dem harten Steinfuß gefasst hatten. Dennoch war die Klamm nicht völlig ohne Leben. Etwas war hier. André hätte die Hunde nicht gebraucht, um zu wissen, dass sie noch immer auf der richtigen Spur waren. Das Raubtier, das die Kuh gerissen hatte, war hier entlang gelaufen. Er konnte seine Nähe beinahe körperlich spüren. Und nicht nur ihm schien es so zu ergehen. Auch Günther wurde zusehends unruhiger, obgleich er sich alle Mühe gab, sich seine Furcht nicht anmerken zu lassen. Sie hatten die Hälfte der Klamm durchmessen, und ihr jenseitiges Ende kam bereits in Sicht. Die Schlucht weitete sich dort auf ein Mehrfaches ihrer anfänglichen Breite, und die Wände rechts und links waren nicht mehr so hoch wie am Eingang der Schlucht. Dafür stieg der Boden in einem steiler werdenden Winkel an und war mit Trümmern und Felsborken übersät. Aber es gab wieder Licht und damit Vegetation. Moosflechten und üppig wucherndes Gebüsch hangelten sich an den Felswänden entlang. Günther blieb stehen. »Dort vorne kommen wir nicht weiter,« sagte er. »Nicht einmal eine Bergziege käme den Hang hinauf.« »Etwas ist dort hinaufgekommen,« antwortete André. »Wenn es dort oben ist, kann es uns nichts tun,« beharrte Günther. Er schüttelte den Kopf. »Wir müssen nur am Eingang der Klamm eine Bache aufstellen, dann erwischen wir es, sobald es sich zeigt.« André antwortete nicht gleich, sondern maß den Hundeführer mit einem langen, aufmerksamen Blick. Günther wirkte nicht nur ängstlich, sondern auch erschöpft, stärker, als er es nach dem Weg hätte sein dürfen, der hinter ihm lag. Seine Augen waren unnatürlich geweitet und seine Hände zitterten. Vielleicht rührte der Name der Klamm doch nicht nur daher, dass es hier so wenig Sonnenlicht gab. »Wir gehen noch bis zum Ende der Klamm. Wenn die Hunde der Spur bis dahin folgen, sehen wir weiter,« entschied André. Günther hatte nicht den Mut zu widersprechen. Mit einem müden Achselzucken wandte er sich um und setzte seinen Weg fort. Der Weg wurde zunehmend schwieriger, sodass sie noch langsamer vorankamen, und auch André fühlte sich müde und erschöpft, als das Ende der Klamm endlich vor ihnen lag. Zwei Schritte, bevor sich die Wände vor ihnen weiteten und sie wieder ins Sonnenlicht hätten hinaustreten können, blieben die Hunde stehen. Ihre Ohren stellten sich auf. Der Schäferhund erstarrte, während der andere die Lefzen zurückzog und ein drohendes Knurren hören ließ. »Sie haben die Spur verloren,« behauptete Günther. André sah ihn fassungslos an. »Das sieht mir aber ganz anders aus,« sagte er. Sein Blick tastete aufmerksam in die Richtung, in die auch die beiden Hunde sahen. Das Gewirr aus Felsen und wucherndem, dornigem Grün war vollkommen undurchdringlich, selbst für seine scharfen Augen, aber er spürte, dass dort vorne etwas war. Etwas starrte sie an, belauerte sie. »Ihr könnt hierbleiben, wenn ihr wollt,« sagte er. »Ich nehme die Hunde und gehe noch ein Stück weiter. Wartet hier auf mich.« Abermals hob Günther nur die Schultern und stieß ein halblautes Schnalzen aus, auf das hin die beiden Hunde, widerwillig aber gehorsam weitergingen. Nach einem Augenblick waren sie zwischen Felsbrocken und Gestrüpp verschwunden. André wartete noch ein wenig, dann nahm er die Hand vom Schwert und trat entschlossen in den hellen Sonnenschein hinaus. Die Hunde begann zu kläffen. Etwas bewegte sich. Blätter raschelten, plötzlich kollerten Steine und ein Ast zerbrach mit einem trockenen Knacken. Aus dem Gefühl des Belauertwerdens wurde für den Bruchteil eines Atemzuges Furcht, aus der rasender Zorn erwuchs. André wusste bereits, was geschehen würde. Doch bevor aus dem wütenden Gekläff der Hunde ein schrilles Heulen und Winseln wurde, seine Hand zuckte zum Schwert und riss die Klinge aus der Scheide. Ein dumpfer Schlag war zu hören. André vernahm das grässliche Geräusch sprechender Knochen und roch heißes, spritzendes Blut. Kurz darauf flog etwas in hohem Bogen aus dem Gebüsch und landete mit einem klatschenden Geräusch unmittelbar vor seinen Füßen. Es war nicht zu erkennen, welcher der beiden Hunde dieses blutige, zerfetzte Bündel einst gewesen war. André prallte mit einem entsetzten Laut zurück. Ein zweiter, noch dumpferer Schlag erscholl und auch das Winseln des anderen Hundes erstarb. André konnte spüren, wie etwas Großes, unvorstellbar Wildes und vor allem Wütendes auf ihn zukam. Etwas, das viel stärker war als er, gegen das er jeden Kampf verlieren würde und das Wild entschlossen war, ihn zu vernichten. Dennoch blieb er für die Dauer eines einzelnen dumpfen Herzschlages wie erstarrt stehen. Er war unfähig, sich zu rühren oder auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Alles, woran er denken konnte, war das zerfetzte, blutige Bündel Fleisch, das vor ihm lag. Er wollte das Schwert wegstoßen, die Zähne in das warme Fleisch graben und das süße, nach Leben schmeckende Blut trinken. Hinter ihm stieß Günther einen gellenden Schrei aus, und dieser Laut brach den Bann. André fuhr herum, und da sah er es aus den Augenwinkeln. Ein verzerrtes, grässliches Ding, halb Mensch, halb verkrüppeltes Tier, zu stark und zu tödlich, um sich ihm zu stellen. André führte seine begonnene Drehung zu Ende und war mit einem Satz neben Günther und an ihm vorbeigelaufen. Der Hundeführer schrie irgendetwas, aber André verstand die Worte nicht und hörte nur den Klang seiner Stimme, schrill, panisch, von einem Entsetzen erfüllt, das kein Mensch je erleben sollte. Hinter ihm raste das Ungeheuer heran, die gleiche, der Natur spottende Bestie, die er in jener Nacht getötet hatte, aber sie war wieder da, mörderischer und wilder denn je, und diesmal, diesmal würde sie zu Ende bringen, was sie damals begonnen hatte. André war blind vor Angst. Hinter sich hörte er Günther noch immer schreien, aber er hörte auch die stampfenden Schritte des Ungeheuers, das Poltern von Steinen, und dann wieder einen dumpfen Schlag, gefolgt von einem fürchterlichen Gurgeln und einem schweren Aufprall. André raste weiter. Er stolperte, fiel, rappelte sich hoch und fiel wieder. Das Schwert entglitt seinen Fingern und fiel scheppern zu Boden, und als er hochspringen wollte, beendete ein stechender Schmerz in seinem rechten Knie die Bewegung. Er stöhnte auf, biss die Zähne zusammen und quälte sich halbwegs hoch. Dann drehte er sich um, fest davon überzeugt, seinen dämonischen Verfolger heranrasen zu sehen. Das Ungeheuer verfolgte ihn nicht. Es hatte gut acht oder zehn Schritte hinter ihm angehalten und stand über etwas gebeugt, das André nicht erkennen konnte. Ein schreckliches Reißen und Malen ertönte. Dann richtete sich das entstellte Geschöpf auf und wandte ganz langsam den Kopf in seine Richtung. Seine missgebildete Hundeschnauze war rot von frischem Blut und seiner Augen schienen wie unter einem unheimlichen inneren Feuer zu glühen. André hatte nie zuvor einen Ausdruck so vollkommener Mordlust in den Augen eines lebenden Wesens gesehen. Und das war noch nicht das Schlimmste. Viel schlimmer war, es waren nicht die Augen eines Tieres. Was André anstarrte, das war kein stumpfsinniges Ungeheuer, in diesen schrecklichen Augen tief verborgen unter grenzenlosem Hass auf alles Lebendige, lauerte eine messerscharfe Intelligenz und ein beunruhigend großes, düsteres Wissen. Taumelnd stemmte André sich hoch. Das Ungeheuer folgte jeder seiner Bewegungen aus funkelnden Augen. Aber es machte keine Anstalten, sich auf ihn zu stürzen, sondern senkte nach einem Moment wieder den Schädel, um sein schreckliches Mal fortzusetzen. Während das Reißen und Schlürfen anhielt, bückte sich André nach seinem Schwert, hob es auf und humpelte davon. »Nein, ich weiß nicht, warum es mich nicht getötet hat.« André schüttelte zum wiederholten Mal den Kopf. »Es wäre dazu in der Lage gewesen, es hätte mich ebenso einholen und töten können wie Günther. Aber es stand einfach nur da und hat mich angestarrt.« »Vielleicht hatte es Angst vor eurem Schwert,« sagte Tobias nachdenklich. »Ihr sagt, es hätte nicht ausgesehen wie ein Tier?« Er sah André nicht an, während er sprach, sondern spielte gedankenversunken mit dem Becher, in dem er sich einen kräftigen Schluck Wein eingeschenkt hatte. Im Gegensatz zu André hatte er bisher aber noch nicht einmal daran genippt. »Angst?« André schüttelte heftig den Kopf, setzte seinen eigenen Becher an und leerte ihn in einem einzigen Zug. Tobias runzelte die Stirn, schenkte ihm nach und betrachtete André nachdenklich, als der auch diesen Becher ihn unterstützte. Tobias streckte die Hand nach dem Krug aus und stob ihn so weit von sich, wie er konnte. »Ich glaube nicht, dass dieses ... dieses Ding überhaupt weiß, was das Wort Angst bedeutet,« meinte André mit einiger Verspätung. Er warf einen sehnsüchtigen Blick in Richtung des Weinkruges, den Tobias aber nicht beachtete. André war erst vor kurzer Zeit ins Kloster zurückgekehrt, und er hatte in dieser Zeit gute fünf oder sechs Becher von dem schweren, süßen Messwein getrunken, ohne dass der Alkohol auch nur eine Spur seiner beruhigenden Wirkung entfaltet hätte. »Aber ihr habt es gesehen,« sagte Tobias noch einer Weile. »Immerhin.« »Ihr klingt, als wärt ihr froh darüber,« Tobias hob die Schultern. »In gewisser Weise, es tut mir leid um den armen Günther, aber ich bin dennoch froh, dass ich nicht der Einzige bin, der das Geschöpfen mit eigenen Augen gesehen hat.« »Darauf hätte ich gern verzichtet,« antwortete André. »Aber wir wissen jetzt, dass es noch lebt, und wir wissen auch wo.« Tobias hörte auf, mit dem Becher herumzuspielen und sah ihn nachdenklich an. »Dass es noch lebt?« »Wie?« fragte André. Er hätte sich am liebsten selbst geurfeigt. »Ihr sagtet, dass es noch lebt,« wiederholte Tobias. André hob die Schultern. »Welche Rolle spielt das schon. Es existiert, und wir müssen es vernichten.« Er atmete hörbar ein. »Was uns wieder zu einem Punkt zurückbringt, über den wir sprechen müssen.« »Abudun. Ich brauche ihn. In Freiheit, gesund und stark.« »Nein,« sagte Tobias ruhig. »Ich fürchte, ihr versteht mich nicht,« sagte André. »Ich allein werde mit diesem Ungeheuer nicht fertig.« »Ihr?« Tobias verzog spöttisch die Lippen, aber André blieb ruhig. »Nach heute Morgen hätte ich gedacht, dass es nichts auf der Welt gäbe, was mir Angst machen könnte,« sagte er, »aber das stimmt nicht.« »Dieses Geschöpf macht mir Angst, was immer so ist. Ich allein bin nicht in der Lage, es für euch zu töten.« »Ich gebe euch Männer mit,« sagte Tobias nach kurzem Überlegen. »Ihr könnt vier meiner Soldaten haben. Sie sind gut. Nicht so gut wie ihr, aber sie verstehen ihr Handwerk, und sie werden euch gehorchen, wenn ich es ihnen befehle.« »Abudun braucht Tage, um sich zu erholen,« fiel ihm Tobias ins Wort. Er stand auf und schüttelte den Kopf. »Nein, selbst wenn ich euch trauen würde, wir haben nicht die Zeit, um darauf zu warten, dass euer Freund wieder zu Kräften kommt. In einigen Tagen ist Vater Benedikt mit den Vollstreckern der Inquisition hier. Wir können ihm den Kadaver des Ungeheuers präsentieren, oder unsere Kadaver werden kurz darauf in der Sonne faulen.« Er sah André einen Moment lang abschätzend an, dann streckte er den Arm aus und schob ihm den Weinkrug hin. »Hier, betrinkt euch meinetwegen, wenn es euch hilft. Ich wollte, diese kleine Flucht wäre mir gestattet, aber Gottes Gebote sind in dieser Hinsicht eindeutig. Morgen bei Sonnenaufgang stehen die Soldaten zu eurer Verfügung.« Er macht eine Kopfbewegung auf den eisernen Ring im Fußboden. »Ist das noch notwendig?« André war im ersten Moment so überrascht, dass er gar nicht antwortete. »Habe ich euer Wort?«, fragte Tobias. André nickte. »Solange ihr Abudun am Leben lasst, dann sind wir uns einig.« Tobias wandte sich zur Tür, blieb aber noch einmal stehen, bevor er den Raum verließ. »Ich muss noch einmal fort und mit meinem Vater sprechen,« sagte er. »Ich werde euch etwas zu Essen bringen lassen. Ich selbst werde wohl kaum vor Mitternacht zurück sein.« »Ihr geht noch einmal nach Trennklamm?«, vermutete André. »Jemand muss den Menschen dort erklären, was mit Günther geschehen ist,« antwortete Tobias betrübt. »Er war ein tapferer Mann und im Dorf sehr beliebt.« »Und ich habe ihn im Stich gelassen,« dachte André. Tobias sprach die Worte zwar nicht aus, aber das war auch nicht nötig. Sie wussten beide, dass es so gewesen war. André versuchte, sich einzureden, dass er den Hundeführer nicht hätte retten können. Das Ungeheuer hätte ihn ebenfalls getötet, ebenso schnell und mühelos, wie es Günther erschlagen hatte. Aber dieses Wissen nutzte ihm nichts. Er fühlte sich trotzdem schuldig. Günther war tot, weil er darauf bestanden hatte, tiefer in die Schlucht vorzudrängen. »Hatte er Kinder?« »Günther?« Tobias nickte. »Drei.« »Und eine Frau, die das Vierte erwartet. Ich werde für Sie beten.« Damit ging er. André sah die geschlossene Tür hinter ihm einen Moment lang an und wartete auf den Laut, den der Riegel machte, wenn er vorgelegt wurde. Er ertönte nicht. Nachdem Tobias ihm vor wenigen Augenblicken gesagt hatte, dass er ihm nicht traute, erbrachte er ihm jetzt den zweiten Vertrauensbeweis. Keine Kette, kein Riegel vor der Tür. André konnte sich nur wundern. Immerhin hatte er den Wein da gelassen. André schenkte sich einen weiteren Becher ein, stürzte ihn diesmal aber nicht in einem Zug hinunter, sondern nippte nur vorsichtig daran und trat dann ans Fenster. Die Dämmerung war noch entfernt, aber es kam ihm so vor, als wären die Schatten bereits länger geworden. Über den Bergen im Westen schien etwas wie eine unsichtbare Düsternis zu legen. Das Versprechen auf kommendes Unheil ihm etwas Endgültiges anhaftete. Was immer geschehen würde, würde geschehen, und es gab nichts, was er dagegen tun konnte. André trank einen Schluck Wein, aber er schmeckte plötzlich nicht mehr. Seine Hand zitterte, als er den Becher auf dem Fenstersims abstellte. Was war mit ihm geschehen? Er kannte die Antwort. Es war das Ungeheuer. Der Werwolf. Er spielte keine Rolle, ob und aus welchem Grunde sich Bruder Tobias weigerte, diesen Ausdruck zu verwenden und welche natürliche Erklärung für das Vorhandensein dieses Wesens er sich zurechtgelegt hatte. André hatte es gesehen. Er hatte ihm Auge in Auge gegenübergestanden, dem Werwolf, dem mythischen Fabelwesen aus tausend düsteren Geschichten, das schreckliche Gestalt angenommen hatte. Er hatte es gesehen, und er war niemals zuvor einem lebenden Wesen begegnet, das ihm solche Angst eingejagt hatte. Es war ebenso einfach wie erschreckend. Er spürte, dass dieses Geschöpf ihn vernichten konnte. Es war stärker als er, bösartiger und rücksichtsloser. André hatte eine dieser Kreaturen getötet, aber er hätte um ein Haar mit dem Leben dafür bezahlt, und er wusste, dass dieser Sieg nicht seiner Stärke geschuldet war. Er hatte den Wehrwolf überrascht, indem er ihn auf eine Art angegriffen hatte, die diesem Wesen fremd war. Ein zweites Mal würde ihm der Sieg nicht gelingen. Das Geschöpf, dem er in den Bergen begegnet war, wusste um seine besonderen Fähigkeiten. Schon die Seele des ersten Wehrwolfes, die er in sich aufgenommen hatte, hatte etwas in ihm bewirkt, über dessen ganzes Ausmaß er sich noch immer nicht im Klaren war. Aber es hatte ihn geschwächt, statt ihm Kraft zu geben. Sollte er den Vampir in sich ein zweites Mal entfesseln, um sich dem Kampf mit einem weiteren Wehrwolf zu stellen, würde er nicht mehr als er selbst aufwachen. Wie um alles in der Welt sollte er das Ungeheuer besiegen. Während André weiter nach Westen blickte, hatte er das unheimliche Gefühl, die Nähe des Wehrwolfs noch immer zu spüren. Er war dort hinten, unerreichbar und sicher hinter der Schattenklamm und dem unpassierbaren Gelände, zu dem sie führte, und dennoch beschlich ihn das Gefühl, dass es zugleich hier war, in seiner unmittelbaren Nähe, in diesem Gebäude. Vielleicht sogar in diesem Raum. Vielleicht sogar in ihm selbst. Er schlief erst lange nach Einbruch der Dunkelheit ein, träumte schlecht, und erwachte kurz nach Mitternacht von dem Eindruck einer schrecklichen Gefahr, die sich über ihm zusammenweilte. André setzte sich mit einem Ruck auf, seine Hand schloss sich um das Schwert, das griffbereit neben seinem Bett an der Wand lehnte, und der Blick seiner weit geöffneten Augen tastete unstet durch das Zimmer, das sich ihm in denselben unheimlichen Grau- und Silberschattierungen darbot, wie die Höhle, in der sie den Kadaver gefunden hatten. Er war allein. Selbst ohne sein auf so unheimliche Weise verstärktes Augenlicht hätte er gewusst, wenn irgendjemand im Zimmer gewesen wäre, denn auch all seine anderen Sinne arbeiteten plötzlich mit nie gekannter Schärfe. Er konnte den Wein in dem Krug riechen, die Reste des längst kalt gewordenen Bratens, den ihm ein schweigsamer Soldat am Abend gebracht hatte, und er hörte ein ganz leises Tapsen, das er voller Erstaunen als das Huschen einer Maus identifizierte, die durch die Dunkelheit lief. Ein kleiner Appetit hatten aber nicht der Mühe, wert aufzustehen und danach zu jagen. André verscheuchte diesen erschreckenden Gedanken, schwang die Beine aus dem Bett und stand auf. Angestrengt versuchte er, sich darauf zu besinnen, weshalb er aufgewacht war. Er war nicht mehr allein. Das Ungeheuer war hier, nicht bei ihm im Zimmer. Aber in der Borg. Rasch bückte sich André nach seinen Kleidern, schlüpfte hinein und trat dann ans Fenster. Der Innenhof der Klosterfestung lag dunkel und unbeleuchtet unter ihm. Trotz der Finsternis war sein Sehvermögen nicht eingeschränkter als bei Tage. Er erkannte, dass die Mauer ohne Wache war, und er konnte sogar die Stimmen der beiden Soldaten hören, die unten im Torgewölbe Wache hielten. Auch das Gefühl der Bedrohung kam von dort. André lauschte in sich hinein. Es war kein Gefühl. Er konnte den Wehrwolf, wie dann. Wie am Tag zuvor wusste er, was geschehen würde. Und genau wie am Tag zuvor war es zu spät, um es zu verhindern oder auch nur einen warnenden Schrei auszustoßen. Die Unterhaltung der beiden Männer brach plötzlich ab. Für einen kurzen Moment herrschte Schweigen. Dann hörte André einen überraschten Ausruf und ein Schwert, das aus der Scheide gerissen wurde. Er wartete nicht darauf, was weiter geschehen würde, sondern rannte los. Mit zwei gewaltigen Sätzen durchquerte er den Raum, riss die Tür auf und stürmte den unbeleuchteten Gang hinunter, bis er die Treppe erreichte. Es war ein verzweifeltes Wettrenn gegen die Zeit, und er wusste von Anfang an, dass er es verlieren würde. Immer zwei oder drei Stufen auf einmal nehmend, hetzte er die Treppe hinunter durch die schmucklose Eingangshalle und hinaus auf den Hof. Eine Übelkeit erregende Woge aus Blut und Fäkaliengestank schlug ihm entgegen, als er das Torgewölbe erreichte. André blieb entsetzt stehen. Die beiden Soldaten waren tot, und obgleich sie einen entsetzlichen Anblick boten, begriff er doch, dass sie eines schnellen Todes gestorben waren. Der Wehrwolf hatte sich nicht lange mit ihnen aufgehalten, sondern sie blitzartig überwältigt und seinen Weg fortgesetzt. Aber wohin? André blickte mit wachsender Verzweiflung um sich. Er fand einen einzelnen blutigen Fußabdruck. Wie sich zeigte, war es jedoch nicht nötig, der Fährte des Ungeheuers zu folgen. Ein Schrei ertönte, gedämpft und sonderbar flach, als käme er aus dem Inneren der Erde. Dann folgte ein Splittern, wie von Holz oder Metall, das zerrissen wurde. Das verließ. Mit einem Schrei fuhr André herum und raste auf das Treppenhaus zu. Der Schrei wiederholte sich, während er die ausgetretenen Steinstufen hinunterstürmte. Er fand den ersten Toten noch, bevor er den winzigen Vorraum erreichte. Der Mann lag verkrümmt auf den Steinstufen. Offenbar war er nicht einmal dazu gekommen, seine Waffe zu ziehen. André überwand das letzte halbe Dutzend Stufen mit einem einzigen Satz. Die nach rechts führende Gittertür war aus den Angeln gerissen. Er stürmte hindurch. Flackerndes rotes Licht hüllte ihn ein wie der Schein der Hölle selbst, und er roch Blut und Tod. Die Schreie waren verstummt. André lief weiter und stürmte um die Gangbiegung. Unmittelbar vor ihm lag ein zweiter Tod, und ein dritter Mann, noch am Leben, aber so schwer verletzt, dass er binnen kurzer Zeit sterben würde, hockte vor der Wand und starrte aus weit aufgerissenen Augen in seiner Richtung, ohne ihn wirklich zu sehen. Das Ungeheuer stand geduckt am Ende des Ganges und zerfetzte mit gewaltigen Prankenheben die Tür zu einer der winzigen Kerkerzellen. Hinter dem splitternden Holz kam eine schwarzhäutige Gestalt zum Vorschein, die aufrecht an die Wand gekettet war. Lärm und Schreie hatten Abudun aus seiner Lethargie gerissen. Er sah dem Monstrum aus Blut unterlaufenen Augen entgegen, aber André bezweifelte, dass er wirklich begriff, was er sah. Ein letzter fürchterlicher Prankenhieb schlug die Tür vollends aus dem Rahmen, und die Bestie warf ihren missgestalteten Schädel in den Nacken und stieß ein schauriges Geheul aus. »Nein!« schrie André. »Nein! Lass ihn in Ruhe, du Ungeheuer!« Die Kreatur fuhr herum und bleckte wütend die Zähne. Seine schrecklichen, ungleichen Klauen öffneten sich, mörderische Krallen reckten sich in Andrés Richtung, und in den glühenden Dämonenaugen loderte ein wilder Triumph auf. André hatte Angst. Nackte Panik wischte jeden Ansatz vernünftigen Denkens beiseite. Er wusste, dass ihn ein Schicksal tausendfach schlimmer als der Tod erwartete, wenn er in den Griff dieser mörderischen Klauen gerät. Und dennoch rannte er weiter. Etwas war stärker als seine Angst. Vielleicht war es der Anblick Aboduns, der ihn weitertrieb. André überwand die wenigen Schritte Entfernung schreiend vor Angst und Zorn und schwang die damals Zähnenklinge mit beiden Armen. Aus dem lodernden Triumph in den Augen des Wehrwolfs wurde ungläubige Überraschung, dann Schrecken. Keine dieser Empfindungen hinderte ihn jedoch daran, mit unvorstellbarer Schnelligkeit zu reagieren. Andrés Hieb hätte ausgereicht, ihn auf der Stelle zu enthaupten. Aber der Wehrwolf schien sich plötzlich in einen Schatten zu verwandeln, der nicht mehr Substanz als flüchtiger Nebel hatte, und dann einfach verschwand. Der Hieb ging ins Leere. Die Schwertklinge bohrte sich knirschen zwei Finger tief in das steinharte Holz des Türrahmens und blieb stecken. Und André wurde vom Schwung seiner eigenen Bewegung nach vorne gerissen und prallte mit solcher Wucht gegen die Wand, dass ihm schwarz vor Augen wurde. Stöhnen ließ er das wertlos, drehte sich herum und kämpfte mit aller Macht dagegen an, in die Knie zu sinken. Wirbelnde schwarze und rote Schatten tanzten vor seinen Augen. Einer dieser Schatten hatte Klauen und Zähne und lodernde Dämonen-Augen. Andrés Sinne klärten sich rasch, aber nicht rasch genug. Der Schemen gerann vor seinen Augen zu einer verkrüppelten Gestalt und André hob schützend die Arme, um das Ungeheuer abzuwehren. Als gäbe es seine Abwehr gar nicht, fegte der Wehrwolf seine Arme beiseite und eine unvorstellbar starke Pranke schloss sich um Andrés Hals, schnürte ihm die Luft ab und riss ihn gleichzeitig in die Höhe. André bäumte sich auf, als er den Boden unter den Füßen verlor und hämmerte verzweifelt mit den Fäusten auf den Arm der Bestie ein. Zugleich trat er nach ihr. Er traf aber seine Hiebe und Tritte zeigt nicht die geringste Wirkung. Der Wehrwolf drückte ihn langsam weiter an der Wand nach oben, und Andrés Bewegungen wurden bereits schwächer. Wieder begannen rote Blitze vor seinen Augen zu tanzen, aber diesmal war es die Atemnot, die seine Sinne verwirrte. Irgendetwas in seinem Hals war zerbrochen, zerquetscht unter dem mörderischen Griff des Ungeheuers. Er würde sterben, aber er würde nicht ersticken, das begriff er mit entsetzlicher Klarheit. Das Ungeheuer hielt ihn mühelos mit nur einer Hand, die andere hatte es erhoben und zu einer tödlichen Kralle geformt. Vier verkrüppelte Dolche, die sich in seine Augen und seinen Schädel bohren würden, um das Leben aus ihm herauszureißen. Er hatte keine Wahl. André sammelte sein letztes bisschen Willenskraft, um den Vampir in sich zu entfesseln und die Bestie auf einer anderen Ebene zu einem Kampf herauszufordern, den er ebenso wenig gewinnen konnte wie diesen. Und das Ungeheuer erstarrte. Der tödliche Schlag erfolgte nicht. In den mörderischen Triumph, der noch immer in den Augen des Wehrwolfs lag, mischte sich etwas anderes. Verwirrung, aber auch Neugier und Staunen. Drei Herzschläge lang starrte er André mit schräg gehaltenem Kopf an. Dann ließ die fürchterliche Pranke seine Kehle los. André stürzte zu Boden und schlug mit dem Gesicht auf den harten Stein. Er war aus dem Griff der tödlichen Kralle befreit, aber noch immer konnte er nicht atmen. Sein Adamsapfel war zerquetscht. Nach kupferschmeckendes Blut ran seine Kehle hinab. Endlich umfing ihn gnädige Dunkelheit. Er konnte nicht sagen, wie viel Zeit vergangen war, bis die Verletzung geheilt war und das Leben wieder in seinen Körper zurückkehrte. Das Blut auf seinem Gesicht war noch nicht eingetrocknet und sein Hals schmerzte so sehr, dass der erste Laut, der über seine geschwollenen Lippen kam, ein gequältes Stöhnen war. Wieso lebte er noch? André blieb mit geschlossenen Augen liegen, dann hob er die Lieder und stemmte sich gleichzeitig an der Wand in eine sitzende Position hoch. Noch bevor er den Kopf hob und sich umsah, wusste er, dass das Ungeheuer fort war. André verharrte noch eine Weile, in der er voller Ungeduld darauf wartete, dass die Schmerzen verebten und neue Kraft aus jenem unerschöpflichen Geheimspeicher in seinen Körper floss, über dessen genauen Ursprung er sich immer noch im Unklaren war. Er wandte sich der Zelle Abuduns zu. Abudun stand noch immer in der gleichen qualvollen Haltung da wie vor zwei Tagen, und auch seine Wunden waren nicht behandelt worden. Es sah aus, als seien noch einige Prellungen und Schramm hinzugekommen. Seine Augen waren trüb vom Fieber. André las einen Ausdruck unerträglicher Pein darin, aber auch eine tiefe Erleichterung. Oh, wartest du, Hexenmeister, kriechtste Abudun. Hättest du vielleicht die Güte, mich loszumachen? Nur die Ruhe, Pirat, antwortete André. Vielleicht gefällst du mir ja ganz gut da, wo du bist. Nenn mich nicht so, antwortete Abudun. Und André erwiderte, wenn du aufhörst, mich Hexenmeister zu nennen. Er zog mit einiger Mühe das Schwert aus dem Türrahmen, steckte es ein und unterzog dann Abuduns Fessel einer flüchtigen Musterung. Die Handschellen, die seine Arme über den Kopf zwangen, waren mit einem einfachen Keil gesichert, den er ohne Mühe herausziehen konnte. Abudun stieß ein unendlich erleichtertes Seufzen aus und sagte zusammen. »Ich glaube, ich spare mir die Frage, ob du gehen kannst,« sagte André besorgt. »Warte ein Augenblick,« stöhnte Abudun. André verzichtete auf eine Entgegnung. Sie wussten beide, dass es wahrscheinlich Tage dauern würde, bis der nubische Riese wieder aus eigener Kraft laufen konnte. »Du bist so lange gewesen,« murmelte Abudun. Er versuchte sich hochzustemmen und sank mit einem wimmernden Laut zurück. »Ich habe Wölfe gejagt,« antwortete André. Seine Gedanken überschlugen sich. Dass er Tobias ein Wort gegeben hatte, war im gleichen Moment hinfällig geworden, in dem das Ungeheuer hier aufgetaucht war. Sie mussten von hier verschwinden, bevor Tobias zurückkehrte. »Warte hier auf mich,« sagte er. »Ich gehe nach oben und sehe nach, ob noch jemand lebt, und ich besorge uns Pferde.« Es lebte niemand mehr. Als André kurze Zeit später zurückkehrte, hatte er vier weitere Tote gefunden. Tobias war nicht unter ihnen. Oben im Hof warteten zwei hastig gesattelte Pferde auf sie. André brauchte seine gesamte Kraft, um Abudun die Treppe hinaufzutragen und auf eines der Pferde zu heben. Dem Nubier widerstrebte diese unwürdige Behandlung. Aber das änderte nichts daran, dass er so schwach war, dass er sich im Sattel festbinden ließ, bevor sie die Klosterfestung verließen. »Das ist die verwingste Idee, die du jemals gehabt hast, Hexenmeister. Und ich habe aus deinem Mund schon eine Menge arssträubenden Unsinn gehört.« Wenn man seine Verfassung betrachtete, dachte André, dann entwickelte Abuduns Stimme eine geradezu unglaubliche Lautstärke. Er saß an einen Baum gelehnt da und sah nicht nur aus, als könne er sich gerade noch mit letzter Kraft aufrecht halten, aber das hinderte ihn nicht, so lautlos zu brüllen, dass man ihn auch noch unten in Trendklamm hätte hören müssen. André lächelte, aber sein Blick blieb ernst und voller tief empfundener Sorge, während er das zitternde Häufchen Elend betrachtete, das von dem nubischen Riesen übrig geblieben war. Sie waren so lange nach Westen geritten, bis sie einen schmalen, aber schnell fließenden Bach erreicht hatten, dem sie tiefer in den Wald hinein folgten, bis André sicher war, einen möglichen Verfolger abgeschüttelt zu haben. Nicht, dass er ernsthaft damit rechnete, verfolgt zu werden, zumindest nicht sofort. Selbst wenn Bruder Tobias noch am Leben und mittlerweile zurückgekehrt war, hatte er gar keine Möglichkeit, ihn jagen zu lassen. In der Klosterfestung war nichts Lebendiges mehr gewesen, als sie sie verlassen hatten. Obwohl das Wasser eiskalt war, hatte Abudun darauf bestanden, sich ausgiebig zu reinigen. Jetzt saß er zusammengekauert und in zwei Satteldecken gehüllt und dennoch zittern vor Kälte da, und André hätte keinen Heller darauf verwettet, dass er sich jemals wieder aus dieser Stellung erheben würde. Du musst vollkommen übergeschnappt sein, fuhr Abudun fort, als er keine Antwort bekam. Was ist passiert? Haben sie dich gefoltert und dir das letzte bisschen Verstand auch noch aus dem Schädel geprügelt? Im Gegenteil, antwortete André ruhig. Er empfand Schuld, dass sie Abudun gefoltert hatten und nicht ihn. Ich gehe zurück nach Trenklamm, sobald wir einen Platz gefunden haben, an dem du in Sicherheit bist und dich erholen kannst. Ich brauche keine Erholung, behauptete Abudun. Ein paar Stunden Schlaf und eine kräftige Mahlzeit und ich bin wieder der Alte. André fragte sich, ob Abudun diesen Unsinn wirklich glaubte. Es grenzte an ein Wunder, dass der Pirat überhaupt noch lebte. Er würde Zeit brauchen, um wieder zu Kräften zu kommen. Ich muss es tun, beharrte er. Ich war der Lösung noch nie so nah wie jetzt, Abudun. Ich spüre es. Du warst dem Tod noch nie so nah wie jetzt, du nah, murrte Abudun. Er schüttelte den Kopf, stemmte die Hände gegen den Boden und versuchte, sich zu erheben, sank aber sofort mit einem grunzenden Schmerzlaut wieder zurück. Meine Beine, keuchte er. Sie fühlen sich an, als wäre jeder Knochen ein Dutzendmal gebrochen. Es wird dauern, bis du dich wieder bewegen kannst, ohne vor Schmerzen zu wimmern. André sah ihn an. Wie fühlt es sich an, Ketten zu tragen? Du wirst gleich wissen, wie es sich anfühlt, wenn man die Zähne ausgeschlagen bekommt, gräute Abudun. André grinste. Er trat zwei Schritte zurück und bot Abudun das erhobene Kinn da. Nur zu, ich verspreche dir nicht wegzulaufen, und ich werde mich auch nicht wehren. Du bist besessen, Hexenmeister, weißt du das? Abudun wurde wieder ernst. Du bist besessen von dem Gedanken, etwas herausfinden zu wollen, was du vielleicht nicht herausfinden solltest. Warum nimmst du nicht einfach hin, was du bist? Weil ich es nicht kann, antwortete André. Er kam wieder näher, zögerte kurz und ließ sich unmittelbar neben dem Nubia mit untergeschlagenen Beinen nieder. Deine Neugier wird noch einmal dein Verderben sein, sagte Abudun. Ich fürchte eher, dass Unwissenheit mein Verderben ist, antwortete André. Erinnerst du dich an Alessa? Tobias' Männer haben, meine Beine verletzt nicht, mein Schädel. Dann erinnerst du dich auch daran, was sie erzählt hat, fuhr André fort, über die Krankheit, das Fieber, an dem viele gestorben sind. Sie hat als einzige überlebt, und danach war sie so wie ich. Hier ist das Gleiche passiert, Abudun. Es kann kein Zufall sein. Er erzählte Abudun, was er von Tobias erfahren und vor allem mit eigenen Augen gesehen hatte. Abudun hörte zu, schweigend, aber mit größer werdendem Zweifel. Als André zu Ende berichtet hatte, schüttelte er den Kopf und stieß hörbar die Luft zwischen den Zähnen aus. Das klingt nicht nach dem Gleichen, sagte er vorsichtig. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass du jemals nachts zum Wolf geworden wärst und den Mond angeheult hättest. Aber es hat etwas damit zu tun, beharrte André. Ich kann es nicht genau erklären, Abudun, aber es kann kein Zufall sein. Es zeigt mir meinen Verstand und ich spüre es. Und da … Er brach ab. Abudun sah ihn erwartungsvoll an, aber André machte keine Anstalten weiterzusprechen, sondern starrte an ihm vorbei ins Lehrer.« »Und da?« fragte Abudun schließlich. »Nichts.« »Du wolltest sagen, und da ist noch mehr,« beharrte der Nubier. André seufzte. Natürlich hatte Abudun recht, und es tat ihm schon leid, dass ihm die Worte überhaupt herausgerutscht waren. Andererseits …« »Du hast recht,« sagte er noch immer, ohne Abudun anzusehen. Er vermied es auch weiterhin, während er sprach. »Vorhin, als das Ungeheuer mich gepackt hatte, es hätte mich töten können, weißt du? Es hatte mich in seiner Gewalt, es hätte mich ohne Zweifel töten können.« »Aber das hat es nicht getan.« »Nein,« antwortete André. »Das hat es nicht, und ich frage mich warum.« »Nein,« sagte Abudun. »Das tust du nicht. Du weißt es.« André sah den Nubier nun doch an. »Manchmal bist du mir unheimlich berat,« sagte er. »Liest du meine Gedanken?« »Nur wenn sie so deutlich auf deinem Gesicht geschrieben stehen wie jetzt, Hexenmeister.« »Vielleicht hat es mich nicht getötet, weil es mich erkannt hat,« murmelte André. »Vielleicht tötet es keinen seiner Art.« »Seiner Art?« »Du meinst, du wirst eines Tages so wie es, wie dieses Ungeheuer, das wir in jener Nacht getötet haben.« »Ich bin nicht einmal sicher, ob ich es wirklich getötet habe,« antwortete André. Er lachte bitte auf. »Vielleicht hat es in Wirklichkeit mich getötet, und ich habe es nur noch nicht bemerkt.« Abudun sah ihn nachdenklich an. »Ich glaube, ich verstehe, was du meinst,« sagte er. »Schön,« erwiderte André. »Ich verstehe es jedenfalls nicht. Nicht genau. Und aus diesem Grund muss ich hierbleiben und versuchen, das Rätsel zu lösen.« Er stand auf, straffte sich und sprach mit veränderter Stimme weiter. »Außerdem geht es um die Menschen in Trennklamm. Dieser wahnsinnige Benedikt wird den ganzen Ort auslöschen, wenn Tobias ihn nicht überzeugt. Ich kann das nicht zulassen.« »Weil die guten Leute dort sich uns gegenüber so gastfreundlich gezeigt haben,« sagte Abudun spöttisch. »Was hast du mit ihnen zu schaffen?« »Ich werde nicht tatnuss zusehen, wie hundert unschuldige Menschen umgebracht werden,« beharrte André. »Genauso wenig wie du. Jedenfalls würdest du das nicht tun, wenn du in besserer Verfassung wärst.« »Ich bin in guter Verfassung,« behauptete Abudun. »Etwas zu essen könnte ich gebrauchen. Ein Wildschwein oder eine halbe Kuh.« »Wildschwein? Ich dachte, der Prophet verbietet euch den Genuss von Schweinefleisch.« »Wer sagt, dass ich es genießen würde,« versetzte Abudun und tat gleichzeitig so, als lief ihm das Wasser im Munde zusammen. André stand auf. »Wenn ich dich eine Weile allein lassen kann, versuche ich ein Stück Wild zu jagen,« sagte er. »Lauf nicht weg.« Es dauerte nicht lange, aber die Beute, mit der André schließlich zurückkam, war mager, ein halb verhungertes Kaninchen, das zu schwach gewesen war, um davonzulaufen, und ein Eichhörnchen, das seine Neugier mit dem Leben bezahlt hatte. Da sie es nicht wagen konnten, ein Feuer zu machen, verzehrten sie das Fleisch roh. Abudun schlang den größten Teil des Eichhörnchens gierig hinunter, ohne sich um Andrés Warnung zu kümmern, und musste sich prompt übergeben. Als André ihm einige Blätter brachte, um sich den Mund abzuwischen, riss er sie ihm wütend aus der Hand. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie leid es mir tut, dass das Ungeheuer Tobias Männer getötet hat,« sagte er. »Wie?« Abudun fuhr sich mit den zusammengeknüllten Blättern über die Lippen und schleuderte sie angeekelt davon. »Bäh! Ja, er hätte sie zu gerne selbst umgebracht.« Er warf einen gierigen Blick auf das Kaninchen, das André mittlerweile ebenfalls abgezogen hatte, und griff schließlich danach. Diesmal aß er sehr viel vorsichtiger. Auch André war hungrig, aber er würde warten, bis Abudun fertig gegessen hatte und sich mit dem Rest zufrieden geben. Der Nubier benötigte die Nahrung dringender als er. Etwas in ihm schrie beim Anblick des blutigen, rohen Fleisches vor Gär. Am liebsten hätte er es Abudun aus den Händen gerissen, um es selbst zu verschlingen. Was hat Abudun gesagt? Dass du so wirst wie es? Nein, er hatte keine Angst davor, dass er so werden könnte. Er spürte, dass etwas in ihm bereits zu dem Ungeheuer wurde. Und es wurde stärker, jeden Tag, vielleicht nur ein winziges bisschen, aber es wurde stärker. Unaufhaltsam. Ich habe nachgedacht, begann er, während der Nubier weiter vom Kaninchenfleisch aß. Wir können nicht hierbleiben. Wir brauchen ein Versteck, ein Platz, an dem wir sicher sind, bist du wieder in der Lage, dich allein zu bewegen. Bürgers Haus steht im Moment leer, sagte Abudun spöttisch. Ich glaube nicht, dass es gebraucht wird oder jemand freiwillig dorthin kommt. Das ist nicht ganz das Richtige, stellte André fest. Abudun hörte auf zu kauen und sah ihn misstrauisch an. Der Friedhof, ergänzte André. Wieso habe ich gewusst, dass du das sagen würdest? fragte Abudun unglücklich. Tobias und vor allem Vater Ludowig waren sehr deutlich, sagte André. Die Leute fürchten diesen Ort. Es ist kein Friedhof, an den sie kommen würden, um ihre Verstorbenen zu besuchen. In der Kapelle sind wir sicher, wenigstens für ein paar Tage. Abudun verzog das Gesicht, ersparte sich aber jede Antwort und kaute stattdessen weiter. André konnte ihm ansehen, dass er immer wieder gegen Übelkeit und Brechreiz ankämpfte. Es gelang ihm jedoch, die Nahrung im Magen zu behalten. Sie blieben noch eine Weile sitzen, dann half André dem Nubier dabei, wieder in den Sattel zu steigen. Was er zwar nur mühsam, aber aus eigener Kraft schaffte. André musste ihn auch nicht mehr festbinden, bevor sie losritten. Sie kamen nur langsam vorwärts. Der Wald war sehr dicht und weder André noch Abudun kannten sich hier aus. Erst kurz vor Anbruch der Dämmerung erreichten sie das schmale Seitental, an dessen Ende der ummauerte Friedhof lag. Obwohl er wusste, wie schwer Abudun das Laufen fallen würde, bestand André darauf abzusteigen und die Pferde davon zu jagen, um keine verräterischen Spuren zu hinterlassen. Es fiel Abudun allerdings nicht schwer zu gehen. Es war ganz und gar unmöglich. Er machte einen einzelnen tastenden Schritt und brach mit einem Schmerzensschrei zusammen. André musste ihn tragen. Zwei oder dreihundert Schritte, von denen jeder einzelne schwerer wog als der zuvor. André setzte ein Dutzendmal ab und er war bald froh um jedes Pfund, das Abudun im Laufe der beiden letzten Wochen verloren hatte. Dennoch schien der Nubier mit jedem Schritt schwerer zu werden. Als André sich durch das geschmiedete Tor quälte, hatte er das Gefühl, eine Tonne auf den Schultern zu tragen. Dem Zusammenbruch nahe erreichte er die Kapelle und schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass die Tür nicht verschlossen sein würde. Sie war nicht verschlossen, aber die Angeln waren so alt und verrostet, dass sie sich schwer öffnen ließ. Nachdem André Abudun behutsam auf dem Boden abgelegt und kurz Atem geschöpft hatte, kostete es ihn alle Kraft, die er noch aufbringen konnte, die Tür zu öffnen und in die Kapelle zu stolpern. In ihrem Inneren war es so dunkel, dass er trotz seiner verstärkten Seekraft nur vage Umrisse erkannte. Auf den Fenstern lag eine fingerdicke Schmutzschicht und bei jedem Schritt, den er machte, wirbelten Staubflocken auf, die zum Husten reizten. Diesen Raum hatte seit Jahren niemand mehr betreten. André untersuchte ihn trotzdem, kurz, aber sehr gewissenhaft, dann ging er zurück und holte Abudun. Nachdem er ihn in einer einigermaßen bequeme Lage gebettet hatte, kehrte er zurück zum Anfang des Tals, um die Satteldecken und ihr übriges Gepäck zu holen, das sie dort zurückgelassen hatten. Als er zum zweiten Mal in die Kapelle trat, war er so erschöpft, dass er gerade noch die Tür hinter sich schließen konnte, ehe er sich auf dem nackten Boden ausstreckte und auf der Stelle einschlief. Er erwachte von lautstarkem Stirn und dem sauren Geruch von kaltem Schweiß. Abudun. André fuhr mit einem Ruck hoch und registrierte beiläufig, dass es ein wenig heller geworden war. Grau gefärbtes Sonnenlicht sickerte durch Löcher und Ritzen in der verkrusteten Staubschicht auf den Fenstern wie durch einen halbvermoderten Bretterzaun. Draußen herrschte heller Tag. Das Stirnen wurde lauter. Abudun lag auf Rücken und fantasierte lautstark in seiner Muttersprache. Sein Gesicht glänzte von kaltem, ungesundem Schweiß und er lag nicht still, sondern warf sich gequält im Schlaf hin und her. André ließ sich neben ihm auf die Knie sinken, zögerte noch einen Moment und rüttelte dann an seiner Schulter. Abudun brauchte Schlaf, aber dies war kein erholsamer Schlaf, sondern ein Fieber, das seinen Körper weiter auszehren würde. Drei oder viermal musste André an Abuduns Schulter rütteln, bevor der Nubier endlich die Augen aufschlug. André war dennoch nicht sicher, dass er wirklich wach war. Abuduns Augen blickten trüb und für einen Moment glaubte er tatsächlich, die verzehrende Flamme des Fiebers zu erkennen, das dahinter loderte und ihn langsam von innen heraus auffraß. Durst, krächzte Abudun. Ich habe Durst. Wir haben kein Wasser, sagte André bedauernd. Er verfluchte sich, und das nicht zum ersten Mal. Sie hatten nicht nur kein Wasser, sie hatten nichts. Ihre Flucht aus der Klosterfestung war mehr als überhastet gewesen. Dabei hätte es nur eines kurzen Aufschubs bedurft, um Vorräte und Wasser zu suchen. Dieser Fehler hätte ihm nicht unterlaufen dürfen. Früher wäre ihm dieser Fehler nicht unterlaufen. Ich gehe und suche Wasser, sagte er. Ich bin sicher, dass ich welches finde, keine Sorge. Er wollte aufstehen, aber Abudun griff nach seinem Arm und hielt ihn mit solcher Kraft fest, dass es wehtat. Nein, keuchte er. Lasse mich nicht allein. André versuchte sich loszumachen, aber Abudun hielt ihn mit so verzweifelter Kraft fest, dass er ihm die Finger hätte brechen müssen. Du brauchst Wasser, sagte er. Du hast hohes Fieber. Hilf mir, murmelte Abudun. Ich, ich brauche kein Wasser. Du kannst mir helfen. Aber dazu muss ich. Du kannst mir helfen, unterbrach ihn Abudun. Du weißt es. Mach, mach mich so wie, wie du. Du weißt, dass ich das nicht kann, sagte André leise. Du kannst es, beharrte der Nubier. Er stöhnte. Sein Körper zuckte unkontrolliert in Fieberkrämpfen. Ich sterbe, Hexenmeister. Ich will, dass du, dass du mich verwandelst. Mach mich zu einem wie dich. Mach mich zum Vampir. Du weißt nicht, was du da redest, sagte André, aber Abudun unterbrach ihn erneut, indem er ihn mit schriller Stimme anschrie. Du bist es mir schuldig. Sie haben mir das alles nur deinetwegen angetan. Das weiß ich, meinte André sanft. Und es tut mir unendlich leid, aber ich kann nicht tun, was du von mir verlangst. Du schuldest es mir, beharrte Abudun. Ich bin seit zehn Jahren bei dir. Ich habe dir hundertmal den Hals gerettet, und jetzt lässt du mich sterben. Ich verlange es. Hörst du, Hexenmeister? Ich verlange es. André befreite sich nun doch mit sanfter Gewalt aus Abuduns Griff. Er verzichtete auf eine Antwort. Sie wäre ohnehin sinnlos gewesen. Im gleichen Moment, in dem er seine Hand abgestrefft hatte, war der Nubier wieder zurückgesunken und hatte zu stören begonnen. Seine Augen waren noch immer weit geöffnet. André bezweifelte, dass er ihn noch gehört hätte. Er fantasierte und hatte hohes Fieber. Seine Stirn schienen zu glühen, als André vorsichtig die Hand darauf legte. Er brauchte dringend Wasser. André stand auf und verließ mit sehr schnellen Schritten die Kapelle. Auf diese Weise vergingen die nächsten drei Tage. André hatte sowohl Wasser gefunden als auch genügend Wilderlegt, und er hatte in den Jahren, die sie auf der Flucht vor dem Krieg und den heranrückenden Türken in den Wäldern gelebt hatten, gelernt, rauchloses Feuer zu machen, sodass sie nicht mehr gezwungen waren, das Fleisch roh zu verzehren. Als der ärgste Dreck aus der Kapelle geschafft war, hatte André es nach langem Zögern und mit einem schlechten Gefühl am Ende doch gewagt, nach Trenklamm zu gehen und Kleider für Abudun zu stehlen. Abgesehen davon hatte er fast die gesamte Zeit an Abuduns Lager verbracht. Der Nubier hatte beinahe ununterbrochen geschlafen, sein Fieber war nur langsam gesunken, aber es hatte schließlich nachgelassen, und schon am zweiten Tag hatte er aufgehört zu fantasieren und im Schlaf um sich zu schlagen. Kurz vor Sonnenaufgang des vierten Tages, noch drei Tage bis Vater Benedikt und die Inquisition hier sein würden, erwachte Abudun zum ersten Mal klar und ohne Fieber und verlangte mit schwacher, aber sehr klarer Stimme nach Wasser und etwas zu essen. André stand sofort auf, und brachte ihm beides. Sie hatten genügend Wasser, und vom Vortag war noch die Hälfte eines Hasen übrig, den André mit bloßen Händen erlegt und an einem Stock über dem Feuer gebraten hatte, das in einem sichtgeschützten Loch hinter der Kapelle angelegt war. Er sah mit großem Vergnügen zu, wie Abudun den gesamten Braten verzehrte und anschließend einen gierigen Blick auf den Haufen abgenagter Knochen warf, schüttelte aber bedauernd den Kopf. »Es ist nichts mehr da«, sagte er, »und du solltest auch nicht zu viel essen, sonst wird dir am Ende wieder übel.« »Du bist wie eine Mutter zu mir«, sagte Abudun, während er den letzten Bissen mit einem gewaltigen Schluck Wasser hinunterspürte und anschließend so kräftig röpste, dass man es noch auf der anderen Seite der Berge hören musste. André verzog das Gesicht. »Du bist wieder ganz der Alte«, sagte er, »zweifellos«. Abudun zog eine Grimasse, antwortete aber nicht, sondern warf einen neugierigen Blick auf den Stapel unordentlich gefalteter Kleider, der neben Andrés link im Knie lag. »Du hast Kleidung besorgt?« André schob ihm die Kleider zu. »Es beleidigt, mein Schönheitsempfinden andauernd deinen nackten, schwarzen Hintern ansehen zu müssen. Diese Hand durften dir passen, sie stammen aus Bürgers Truhe.« »Bürger?« André schlug bedeutungsvoll mit der flachen Hand auf einen Beutel unter seinem Hemd. Ein leises Klirren war zu hören. »Ich habe auch den Rest aus der Truhe mitgebracht. Man kann nie wissen, wofür man es braucht.« »Du warst ein Trennkram?« fragte Abudun nach. »Sei unbesorgt«, beruhigte ihn André. »Niemand hat mich bemerkt, und niemand wird merken, dass ich da war. Es war deine eigene Idee, hast du das schon vergessen? Bürgers Haus ist verlassen. Selbst wenn jemand merkt, dass die Truhe leer ist, werden sie glauben, dass Bürger die Sachen geholt hat.« »Bürger?« Abudun hielt das zerschlüssene, aber blütenweißgewaschene Hemd in die Höhe, das André ihm gebracht hatte, und betrachtete es missmutig. Es war lang genug, um ihm zu passen, aber er würde alle Mühe haben, seine breiten Schultern hineinzuquetschen. Selbst jetzt, wo er so abgemagert war. »Es war dein Vorschlag«, erinnerte André ihn erneut. »Ich erinnere mich, was ich gesagt habe«, antwortete Abudun. Er ließ das Hemd sinken. »Ich erinnere mich auch an einige andere Dinge, die ich gesagt habe.« »Du hattest hohes Fieber«, sagte André. »Die meiste Zeit hast du nur wüst vor dich hingesprochen, obwohl ich nicht sagen könnte, dass es ein großer Unterschied zu dem war, was du sonst redest.« Der Nubi blieb ernst. »Du weißt, was ich meine«, sagte er. »Ich...« »Ich wollte nicht«, André unterbrach ihn mit einer erschrockenen Geste. Er hatte etwas gehört. Ein Geräusch, das so leise war, dass es Abudun mit Sicherheit in Gang war, das aber eindeutig nicht hierher gehörte und näher kam. »Was?«, fragte Abudun. André wiederholte seine mahnende Geste und stand mit einer fließenden Bewegung auf. »Nichts«, flüsterte er. »Zieh die Sachen an. Ich seh nach.« Abudun wollte widersprechen, aber André beachtete ihn gar nicht, sondern drehte sich rasch herum und ging zur Tür. Alles war ruhig, als er die Kapelle verließ. Über dem Friedhof lag noch immer das silbergraue Licht der Nacht, an das André sich trotz allem noch nicht wirklich gewöhnt hatte, das ihm aber mit jedem Tag auf sonderbare Weise vertrauter wurde. Es war beinahe so, als verwandle er sich allmählich in ein Geschöpf der Dämmerung, das mehr in der Dunkelheit als im hellen Licht des Tages zu Hause war. Ohne auch nur einen Blick in den Himmel hinaufwerfen zu müssen, wusste er, dass die Morgendämmerung noch gute zwei Stunden entfernt war. Dennoch war der Himmel im Osten nicht vollkommen schwarz. Das düsterrote flackernde Licht von Fackeln war über der Mauerkrone zu sehen, und er hörte die Geräusche nun deutlicher, die ihn alarmiert hatten. Schritte, Stimmen, das Rascheln von Stoff und das Knistern brennender Fackeln. Menschen kamen. Viele Menschen. André huschte durch das geschmiedete Tor und wandte sich dem Eingang des Tals zu, aber er legte nicht einmal die Hälfte der Distanz zurück, ehe er wieder anhielt und sich in den Schatten eines Felsens kauerte. Es war eine ganze Prozession, die sich dem Friedhof näherte. Zwanzig, vielleicht dreißig oder mehr Gestalten, die Fackeln trugen und in drei Reihen marschierten. André hörte Stimmen, aber er konnte die Worte nicht verstehen, nur eine Art eintönigen Singsang, der klang wie ein Gebet. Er hatte genug gesehen. Lautlos von Schatten zu Schatten huschend kehrte er zur Kapelle zurück und schloss die Tür hinter sich. Was ist los? Abudun hatte sich mittlerweile angezogen und stand unsicher auf den Beinen. Er schwankte nicht, aber seine verkrampfte Haltung machte André klar, welche Mühe ihm diese einfache Handlung abverlangte. Es sah nicht so aus, als würde er ein nennswertes Stück gehen oder gar laufen können. Eine Beerdigung, antwortete André. Eine Beerdigung? Jetzt? André hob die Schultern. Die Leute hier haben eben andere Bräuche als bei uns. Eine Beerdigung Stunden vor Sonnenaufgang? Abudun runzelte die Stirn. Das sind wahrlich sonderbare Bräuche. Wir müssen von hier verschwinden. Dazu ist es zu spät, antwortete André kopfschüttelnd. Das Tal hat nur einen Ausgang. Wir würden ihn direkt in die Arme laufen. Er zwang sich zu einem aufmunternden Lächeln, spürte aber selbst, wie kläglich es misslang. Aber mach dir keine Sorgen, niemand wird hier hereinkommen. In diesem Raum ist seit mindestens zehn Jahren niemand mehr gewesen, bevor wir kamen. Wenn wir kein verräterisches Geräusch machen, passiert uns nichts. Und wenn sie doch hereinkommen? Na ja, dann lass ich mir Flüge wachsen und fliege davon, sagte André. Und du bist in Schwierigkeiten. Haha, sehr komisch, sagte Abudun. Er machte einen vorsichtigen Schritt, blieb stehen und lauschte einen Moment in sich hinein, bevor er einen weiteren Schritt tat. André war mittlerweile zum Fenster gegangen. Er befeuchtete seinen Daumen mit der Zunge und rieb ein winziges Kuckloch in den Schmutz auf der Scheibe, gerade groß genug, um ihn durchsehen zu können, aber um auf gar keinen Fall von außen bemerkt zu werden. Seine Mühe wurde belohnt. Von seinem Standpunkt aus konnte er sowohl das Tor als auch einen guten Teil des Friedhofgeländes überblicken. Es verging nicht mehr viel Zeit, bis der rote Feuerschein heller wurde und schließlich die ersten Mitglieder der Prozession durch das Schmiede eiserner Tor schritten. André war nicht so überrascht, Vater Ludowich an der Spitze der Prozession zu erblicken. Er trug keine Fackel, hatte aber beide Hände um ein hölzernes Kuzifix geschlossen, und seine Lippen bewegten sich unentwegt im Gebet. Hinter ihm traten vier Männer durch das Tor, die einen schlichten, aus frisch gehobelten Brettern gezimmerten Sarg zwischen sich trugen. Er war vollkommen schmucklos und offensichtlich in großer Hast gebaut, aber André fiel selbst über die große Entfernung auf, wie massiv die Bretter waren, aus denen er bestand, und wie viele Nägel man benutzt hatte, um den Deckel zu befestigen. Es war wie bei dem Grab, das sie vor ein paar Tagen besichtigt hatten. Jemand schien wirklich großen Wert darauf zu legen, dass der, der in diesem Sarg lag, auch darin liegen blieb. Den Sargträgern folgten fünf oder sechs Männer in einfachen Kleidern. Hinter ihnen gingen vier weitere Männer, die einen zweiten Sarg zwischen sich trugen. Zwei, flüsterte Abudun überrascht. Er stand neben André und hatte sich ein eigenes Kuckloch gemacht. Und sieh nur, am Ende der Reihe, das sind zwei weitere, nicht sehr alte Gräber. Nein, ein Drei. Und ich dachte, das Leben in den Bergen wäre so wohltuend. André brachte Abudun mit einer ärgerlichen Geste zum Verstummen. Der Nubi hatte recht. Die Grabreihe war deutlich länger geworden, seit er zusammen mit Tobias und Vater Ludowich hier gewesen war. Wieso war ihm das nicht aufgefallen? Er hatte die Kapelle im Laufe der zurückliegenden drei Tage häufig verlassen und wieder betreten. Die Prozession näherte sich dem Ende der Grabreihe. André gab den Versuch auf, die Männer zu zählen oder ihre Gesichter erkennen zu wollen, aber ihm fiel auf, dass es sich ausnahmslos um Männer handelte. Keine Frauen, keine Kinder. Die beiden Verstorbenen schienen keine besonders großen Familien gehabt zu haben. Die Säge wurden abgesetzt. Die Männer mit ihren Fackeln bildeten einen dichten Halbkreis, in dessen Zentrum einige Dörfler begannen, mit mitgebrachten Spitzhacken und Schaufeln eine Grube auszuheben. Mit vereinten Kräften ging die Arbeit schnell von der Hand. Trotzdem dauerte die gesamte Zeremonie eine gute Stunde. André war fremd in diesem Land und kannte weder seine Menschen noch deren Sitten und Gebräuche. Dennoch hatte er den Eindruck, keinem christlichen Begräbnis zuzusehen, obwohl viele Kreuze zu sehen waren und Vater Ludowich nahezu ununterbrochen betete. Endlich wandten sich die Trauergäste, falls es überhaupt solche waren, einer nach dem anderen um und gingen. Nicht mehr in einer geschlossenen Prozession, sondern in einzelnen kleinen Gruppen. Schließlich blieb nur noch Ludowich zurück. Bei ihm waren zwei Männer, die Fackeln trugen und es sich offensichtlich zur Aufgabe gemacht hatten, auf ihren Priester Acht zu geben. »Allah sei Dank«, murmelte Abudun, als endlich auch Ludowich und seine beiden Begleiter den Friedhof verlassen hatten. »Ich dachte schon, er wollte gleich hierbleiben.« »Wieso?« »Er ist ziemlich alt«, sagte Abudun mit tonernstem Gesicht. »Möglicherweise lohnt sich der weitere Rückweg gar nicht mehr.« »Du bist wieder ganz der Alte«, erwiderte André. »Zumindest deine Späße sind so schlecht wie eh und je.« »Wieso Späße?« Abudun sah ihn einen Moment lang so überzeugend ernst an, bis André tatsächlich Zweifel kam. Dann grinste er plötzlich und breit und wollte sich zur Tür wenden, aber André schüttelte den Kopf. »Noch nicht. Ich möchte sicher gehen, dass niemand zurückkommt.« Seine Vorsicht war völlig überflüssig. Niemand kam zurück, um noch einmal am Grab seines Bruders oder Vaters zu weinen, und es erschien auch niemand, um einen Drudenfuß abzulegen oder das Grab auf andere Weise magisch zu versiegeln. Nach einer Weile verließen sie die Kapelle und näherten sich vorsichtig den beiden frisch ausgehobenen Gräbern. André lauschte mit all seinen übermenschlich scharfen Sinn in die Nacht hinein, aber da war kein Geräusch mehr, das nicht hierher gehörte. Sie waren allein. Dennoch erlebten sie eine Überraschung. Es gab nicht zwei Gräber, sondern nur ein Einzelnes, breit genug, um zwei Särge nebeneinander aufzunehmen. Auf diesem Grab lag kein Stein, und es gab nur ein einfaches Holzkreuz ohne Beschriftung. »Was suchen wir hier?« fragte Abudun, nachdem sie eine ganze Weile schweigend nebeneinander dagestanden und den flachen Hügel aus frischer Erde angestarrt hatten. Das Grab roch gut, nicht so, wie ein Grab riechen sollte, sondern nach Leben. Sonderbar. »Ich weiß es nicht«, gestand André, »aber irgendetwas ist hier nicht so, wie es sein sollte, oder? Wie man uns glauben machen will, dass es ist.« »Also du bist auch ganz der Alte geblieben«, sagte Abudun spätisch. »Du liebst es noch immer, in Rätseln zu sprechen.« André machte eine unwillige Geste zu den frischen Gräbern ringsum. »Fünf Tote in weniger als zwei Wochen, das nenne ich auf jeden Fall nicht üblich«, sagte er. »Vielleicht ist deine Krankheit ausgebrochen«, sagte Abudun achselzockend. Nach einem kurzen Augenblick fügte er hinzu. »Oder sind sie Soldaten aus dem Kloster.« »Dem man extra den langen Weg hierher geschafft hat, um sie auf diesem Friedhof beizusetzen.« André schüttelte wenig überzeugt den Kopf. »Na dann doch, eine Krankheit«, sagte Abudun. »Wer weiß, vielleicht sogar die Pest. Wir sollten machen, dass wir von ihr verschwinden, bevor wir uns am Ende noch anstecken. Ach, Unsinn!« André sah sich suchend um, und er entdeckte fast sofort, wonach er Ausschau gehalten hatte. Die Dörfler hatten ihre Spitzhacken und Schaufeln nicht wieder mitgenommen, sondern in ein paar Schritten Entfernung liegen gelassen. Vielleicht hatte Abudun recht, und es standen tatsächlich noch mehr Beerdigungen an, sodass es die Mühe nicht lohnte, das Werkzeug ständig hin- und herzuschleppen. Er holte zwei Schaufeln und reichte eine davon Abudun. Den Nubier starrte sie an, als handel es sich um ein besonders ekliges Getier, das noch mit den Giftsähnen klapperte. »Was soll ich damit?« »Na ja, mir beim Graben helfen«, antwortete André. »Ich will wissen, woran diese Leute gestorben sind.« »Bist du verrückt?« Abudun verschränkte die Arme vor der Brust. »Außerdem bin ich krank und darf mich nicht so anstrengen, das hast du selbst gesagt.« Ohne ein weiteres Wort zu erwidern, begann André zu graben. Der lockere Boden machte es leicht, rasch vorwärts zu kommen. Abudun sah ihm eine Weile mit finsterer Miene zu, zog sich aber bald ein Stück zurück, auch weil die eine oder andere Schaufel erdreich ganz zufällig in seine Richtung flog. Zu Andrés Erleichterung, aber ebenso großen Überraschung, war das Grab nicht besonders tief. Er hatte kaum einen halben Meter gegraben, als die Schaufel auf Widerstand stieß. Er schaufelte schneller, legte nach einem Augenblick den ersten und weniger Augenblicke später den zweiten Sarg frei. »Mach nicht so viel Lärm«, sagte Abudun grinsend, »du wächst ja noch die Toten auf.« André warf die Schaufel nach ihm, ging in die Hocke und begutachtete die Särge aufmerksam. Seine erste Einschätzung war richtig gewesen. Die Särge waren roh und mit offensichtlich sehr viel mehr Hast als Sorgfalt zusammengezimmert, aber äußerst stabil. Ohne Werkzeug hatte er keine Möglichkeit, sie zu öffnen. André zog sein Schwert, schob die Klinge mit einiger Mühe in den schmalen Spalt zwischen Deckel und Sarg und benutzte die Waffe als Hebel. Im ersten Moment geschah nichts. André verstärkte seine Anstrengungen und fürchtete schon, seine Schwertspitze könnte abbrechen, dann aber gab der Sargdeckel nach. Die Nägel glitten mit einem sonderbar weichen, fast seufzenden Laut aus dem Holz. Im nächsten Augenblick folgte der Deckel, der zur Seite kippte, und zerbrach. André wusste nicht, was er erwartet hatte, aber darunter lag nichts anderes als das, was man in einem Grab gewöhnlich fand. Ein Toter. Der Mann konnte nicht viel älter gewesen sein als Tobias. Seinen eingefallenen Wangen und dem gequälten Ausdruck auf seinem Gesicht nachzuschließen, war er keines sehr leichten Todes gestorben. Und? Abudun kam näher, blieb aber in größerem Abstand stehen, als notwendig gewesen wäre, und beugte sich neugierig vor. André fegte die Reste des zerbrochenen Sargdeckels mit einer Handbewegung zur Seite und betrachtete den Toten genauer. Der Mann war vor nicht sehr langer Zeit gestorben. André nahm sogar an, erst im Laufe der zurückliegenden Nacht. Hm, ich weiß nicht, sagte er unentschlossen. Die Pest war es jedenfalls nicht. Er überlegte noch einen Moment, dann wandte er sich dem anderen Sarg zu und öffnete ihn auf die gleiche Weise wie den ersten, nur mit etwas weniger Mühe. Auch in ihm lag der Leichnam eines Mannes, der allerdings deutlich älter gewesen war als der erste. Wenn ihr damit fertig seid, die Totenruhe zu stören, dann sollten wir uns unterhalten, André. Obwohl André die Stimme sofort erkannt hatte, vergingen noch einige Augenblicke, bevor er sich langsam herumdrehte. Tobias war lautlos aus dem Schatten herausgetreten. Er trug eine gespannte Armbrust in der rechten und einen beidseitig geschliffenen Dolch in der linken Hand. Anscheinend war er allein gekommen, aber er schien keine Furcht zu empfinden. Auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck grimmiger Entschlossenheit. Eine beeindruckende Vorstellung, spottete Abudun. Es ist bisher nur wenigen Männern gelungen, sich an mich anzuschleichen. Er machte eine Kopfbewegung auf die Armbrust in Tobias' Hand. Kannst du damit umgehen, Münchlein? Auf diese Entfernung? Tobias hob die Schultern. Er stand keine fünf Meter von Abudun entfernt. Wollt ihr mich prüfen, Heide? Aber du kannst nicht uns beide töten, sagte Abudun. Mich vielleicht oder André, aber einer bliebe übrig und würde dich töten. Was macht das für einen Unterschied? fragte Tobias bitter. In drei Tagen lebt in diesem Tal ohnehin niemand mehr. Niemand muss sterben, Tobias, sagte André rasch. Er warf Abudun einen mahnenden Blick zu, aber er sah, wie sich der Nubier insgeheim zum Sprung spannte. Unter anderen Umständen hätte er Abudun durchaus zugetraut, mit Tobias fertig zu werden, trotz dessen Waffen, aber nicht in dieser Situation. Sehr vorsichtig, um Tobias nicht zu einer Unbesonnenheit zu treiben, richtete er sich auf und schob das Schwert in den Gürtel zurück. Hört mir zu, Tobias, sagte er. Ich weiß, was ihr denken müsst, aber es ist nicht so, wie es den Anschein hat. So, fragte Tobias bitter. Wie ist es dann? Welche Geschichte wollt ihr mir erzählen, André? Noch mehr Lügen? Ich hab eure Männer nicht getötet, Tobias, sagte André in beschwörendem Tonfall. Es war das Ungeheuer, dasselbe Geschöpf, das Günther getötet hat. Abudun und ich konnten ihm mit Mühe und Not entkommen. Lügen, sagte Tobias. Seine Stimme zitterte. Nichts als neue Lügen. Ihr wisst, dass es nicht so ist, sagte André ernst. Wenn ihr mir nicht glauben würdet, hättet ihr mich längst getötet. Ihr hättet aus dem Schatten heraus auf Abudun geschossen und ihn vermutlich auch getroffen. Und ihr hättet wahrscheinlich sogar noch die Zeit gefunden, auch noch einen zweiten Pfeil aufzulegen und mich zu töten. Aber ihr habt es nicht getan. Warum? In Tobias Gesicht zuckte es. Die Armbrust in seiner Hand schwenkte ganz langsam herum und richtete sich nun auf André. Sagt ihr es mir, verlangte er, weil ihr wisst, dass ich die Männer nicht getötet habe, antwortete André. Wäre ich es gewesen, dann wäre ich nicht geflohen, sondern hätte auf euch gewartet, um euch auch noch umzubringen. Es war das Ungeheuer. Der Wehrwolf. Tobias fuhr unmerklich zusammen. Die Armbrust in seiner rechten Hand und der Dolch in seiner linken Hand zitterten. Ich, ich glaube euch nicht, stammelte er. Und warum sind wir dann noch hier? André machte eine wedelnde Handbewegung zu den beiden aufgebrochenen Särgen. Warum tun wir das hier? Wir wären längst hundert Meilen weit weg, wenn ihr recht hättet. Und Tobias schwieg. Auf sein Gesicht hatte sich ein Ausdruck purer Qual gelegt, und dann öffnete der Jüngere der beiden Toten die Augen und stieß ein leises Winseln aus. André sprang mit einem entsetzten Keuchen zur Seite, aber seine Bewegung kam zu spät. Der vermeintliche Tote richtete sich auf mit einer sonderbar steifen, nicht wirklich lebendig wirkenden Bewegung. Seine Hand zuckte vor und umklammerte André's Fußgelenk mit solcher Kraft, dass er das Gleichgewicht verlor und fiel. Und noch während er stürzte, sah er, wie Tobias die Armbrust herumschwenkte und abdrückte. Die Sehne entspannte sich mit einem peitschenden Knall, und der gut handlange Bolzen traf den lebenden Toten präzise zwischen die Augen, durchbohrte seinen Schädel und trat am Hinterkopf wieder aus. Der Mann sank lautlos zurück in den Sarg, und der schreckliche Griff der toten Hand löste sich von André's Knöchel. Noch bevor sich André wieder in die Höhe gestemmt hatte, war Abudun über Tobias. Mit einer einzigen Bewegung entrang er ihm den Dolch und schlug ihm zugleich die Armbrust aus der Hand. Blitzschnell wirbelte er ihn herum, schlang den Arm von hinten um Tobias' Hals und riss ihn von den Füßen. Tobias bäumte sich auf, begann verzweifelt mit den Beinen zu strampeln und versuchte hinter sich zu greifen, um Abudun die Augen auszukratzen. Der Nubia lachte nur. Abudun mochte in einem bemitleidenswerten Zustand sein, aber er war immer noch stark genug, um Tobias mit einer beiläufigen Bewegung das Genick zu brechen. Abudun! rief André. Lass ihn los! Abudun drehte sich nur lachend zu ihm herum, wobei er Tobias wie eine gewichtslose Stoffpuppe herumschleuderte. Der Prediger hatte aufgehört, mit den Beinen zu strampeln, und aus seinem Schreien war ein halbersticktes Keuchen geworden. Lass ihn los, Abudun! ermahnte André in scharf. Du bringst ihn ja um! Genau das habe ich vor, antwortete Abudun. Allerdings nicht so schnell. So leicht werde ich es seinem Freund nicht machen. Er ließ Tobias fallen. Der junge Priester brach zusammen, stug beide Hände gegen den Hals und rang wirgend und hustend nach Luft. Abudun starrte ohne geringste Spur von Mitleid auf ihn hinab. Dann schob er den Dolch in den Hosenbund, bückte sich nach Tobias Armbrust und brach sie ohne besondere Anstrengung ins Stöcker. Mit schnellen Schritten war André bei Tobias und kniete neben ihm nieder. Ist alles in Ordnung? fragte er. Tobias wollte antworten, brachte im ersten Moment aber nichts als ein weiteres, qualvolles Husten heraus. Aber er nickte. Schon gut. Gib mir nur einen Augenblick. André sah wütend zu Abudun hoch. Du hättest ihn beinahe getötet. Gut, sagte Abudun. Schade, dass es nur beinahe war. Lass ihn, sagte Tobias. Es geht schon wieder. Ich kann auch einen Freund verstehen. Ich an seiner Stelle hätte wahrscheinlich auch nichts anderes getan. Er stand auf. Sein Atem ging noch immer schnell, aber er erholte sich rasch. Er schien viel zäher zu sein, als André angenommen hatte. Nachdem er einen letzten ängstlichen Blick auf Abuduns Gesicht geworfen hatte, setzte er sich in Bewegung und ging an André vorbei auf das geöffnete Grab zu. Abudun und André folgten ihm. Der Mann im Sarg war nun endgültig tot. Die Qual war von seinem Gesicht verschwunden und hatte einem Ausdruck fassungslosen Staunensplatz gemacht. Er würde sicher kein zweites Mal von den Toten auferstehen. Der Armbrustbolzen hatte seinen Schädel fast zur Gänze durchschlagen, nur das dreifach gefiederte Ende ragte noch wie ein barbarischer Kopfschmuck aus dem Schädelknochen über der Nase. Ein wahrer Meisterschuss, lobte Abudun. Früher konnte ich sehr gut mit der Armbrust umgehen, antwortete Tobias mit belegter Stimme. Aber ich dachte, ich hätte es verlernt. Ich hatte nur Glück. Wie mir scheint, hatten wir das alle, sagte Abudun. Aber wie kann das sein? Der Mann war doch tot. Das ist Zauberei. Er verstellte sich außerordentlich gut, fand André. Das Zittern in seiner Stimme hätte sogar ihn überzeugt. So etwas wie Zauberei gibt es nicht, antwortete Tobias. Auch seine Stimme klang erschüttert. Er starrte den zum zweiten Mal gestorbenen aus Schreck geweihteten Augen an, dann beugte er sich über das andere offene Grab. Sorgsam tastete er nach dem Puls des Toten, hob seine Augenlider und tat noch einige andere Dinge, die André nicht genau begriff. Schließlich richtete er sich auf und sah zuerst Abudun und dann André an. Es beginnt wieder. Was beginnt wieder? fragte Abudun. Statt zu antworten, bückte sich Tobias nach der Schaufel, die André fallen gelassen hatte, und ging zu dem benachbarten frischen Grab. Helf mir! André und Abudun tauschten einen verwunderten Blick, während Tobias bereits wie von Sinnen zu graben begann. Auch zu dritt benötigten sie über eine Stunde, um die Gräber zu öffnen und die darin befindlichen Sager ans Tageslicht zu bringen. Die Sonne ging auf, lange bevor sie mit ihrer Arbeit fertig waren. Die beiden ersten Sager enthielten die Leichen eines Mannes und einer Frau, die zweifellos tot waren und es auch bleiben würden. Der Mann, der in dem letzten Sarg lag, den André und Tobias aufbrachen, bot einen anderen Anblick, einen schlimmeren Anblick. Auch er war tot, die Verwesung hatte bereits eingesetzt, und er war offenbar keines friedlichen Todes gestorben. Sein Körper lag in einer derart verkrümmten Haltung im Sarg, als wäre in allen seinen Gliedmaßen mindestens ein Knochen gebrochen. Seine Haut hing in Fetzen. Er hatte sich selbst das Gesicht zerfleischt und alle seine Fingernägel waren zersplittert. »Rosser Gott!«, flüsterte Tobias. Er bekreuzigte sich, und auch André spürte, wie ihm alles Blut aus dem Gesicht wich. Selbst Abudun sog beim Anblick des Leichnams entsetzt die Luft zwischen den Zähnen ein. Es musste ein entsetzlicher Todeskampf gewesen sein, dachte André, der Stunden, wenn nicht Tage gedauert hatte. Der Mann musste am Schluss mit solcher Verzweiflung um sich geschlagen haben, dass es ihm tatsächlich gelungen war, eines der massiven Bretter zu zertrümmern, aus denen der Sarg bestand. Erdreich war eingedrungen und hatte seine Panik vermutlich noch gesteigert. »Ein Toter, der im Grab wieder erwacht«, murmelte Abudun. »Er war niemals tot«, antwortete Tobias. Langsam setzte er sich auf und fuhr sich mit dem Handrücken über das schweißnasse Gesicht, hinterließ eine schmierige, breite Schmutzspur, ohne es überhaupt zu bemerken. »Niemals tot«, fragte Abudun. »Warum haben Sie ihn dann begraben?« »Weil Sie geglaubt haben, dass er tot ist«, antwortete Tobias. »Ich habe von solchen Fällen gehört, während meines Anatomie-Studiums, aber ich habe es noch nie mit eigenen Augen gesehen.« Er erschauderte sich doch. »Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass es so grässlich ist.« »Was soll das heißen? Sie haben geglaubt, dass er tot ist«, fragte Abudun. »Ein Mensch lebt oder er ist tot. Sein Herz schlägt oder schlägt nicht. So einfach ist das.« »So einfach ist es leider nicht«, antwortete Tobias. Er sah wieder in den geöffneten Sarg hinab. Sein Gesicht war grau vor Entsetzen. Doch so sehr ihn der Anblick auch erschreckte, schien es ihm gleichzeitig kaum möglich zu sein, den Blick davon abzuwenden. »Es kommt vor«, fuhr er fort, »sogar öfter, als man glauben mag. Die Kranken hören scheinbar auf zu atmen, die Körpertemperatur fällt und das Herz schlägt nur noch unregelmäßig. Manchmal bluten sie nicht einmal mehr, wenn man in ihrer Haut schneidet.« »Das hast du dir ausgedacht«, behauptete Abudun. Seine Stimme zitterte leise. »Selbst ein erfahrener Arzt hätte große Mühe festzustellen, dass diese Menschen noch leben«, fuhr Tobias fort, ohne Abuduns Einwurf auch nur zu beachten. Vermutlich hatte er seine Worte gar nicht gehört. Er starrte den Tod noch immer an. »Sie werden für tot befunden und beigesetzt«. »Und wachen irgendwann wieder auf«, vermutete André. »Nach Stunden oder vielleicht auch Tagen«, ihn schauderte. »In einem Sarg, tief unter der Erde.« »Wir bin nicht begraben. Das ist eine entsetzliche Vorstellung«, Tobias nickte. »Manche haben vielleicht Glück und ersticken im Schlaf, aber die meisten«. Er brach ab und starrte wieder in den Sarg. »Unvorstellbar.« »Und danach werden sie zu lebenden Toten«, fragte André. »Von einer solchen Krankheit habe ich noch nie gehört.« »Das hat niemand«, antwortete Tobias. »Wir wissen so wenig über den menschlichen Körper und seine Geheimnisse. Niemand weiß etwas. Auch ich nicht, André. Vielleicht ist es eine Krankheit. Vielleicht auch etwas anderes. Oh Gott, vielleicht habe ich mich die ganze Zeit über geirrt. Und es ist doch das Werk des Teufels.« André tauschte einen verstohlenen Blick mit Abudun, auf den der Nubier mit einem ebenso verstohlenen Nicken antwortete. Die Geschichte, die Tobias gerade erzählt hatte, ähnelte auf beunruhigende Weise dem, was sie von dem Zigeunermädchen gehört hatten. »Gesetzt den Fall. Es ist eine Artkrankheit«, begann André vorsichtig, »und nicht das Werk des Teufels. Wieso ist die Welt da noch nicht von Wehrwölfen und Vampiren bevölkert?« Er behielt Tobias scharf am Auge, als er das Wort Vampir aussprach. Aber der Priester zeigte keine Reaktion. Er hob nur die Schultern und starrte weiter in den geöffneten Sarg hinab. »Das ... das weiß ich nicht«, antwortete er mit leiser, beinahe tonloser Stimme. »Vielleicht ist es nur das Endstadium einer Krankheit, André. Vielleicht sterben neun von zehn, vielleicht alle von tausend bis auf einen.« Er hob in einer Geste völliger Hilflosigkeit die Hände. »Ich weiß es einfach nicht, André.« Das glaubte André, aber er war dennoch erstaunt über das Ausmaß des Schreckens, der sich auf Tobias Gesicht abzeichnete. »Aber ist es nicht genau das, was ihr die ganze Zeit über vermutet habt?« fragte er. Endlich riss Tobias den Blick vom Gesicht des Toten los und sah André direkt an. »Vermutet, ja. Vielleicht. Aber es ist ein Unterschied, etwas zu vermuten und so etwas zu sehen.« »Und das sagt ein Mann der Wissenschaft?« wunderte sich André. »Wissenschaft?« Tobias lachte bitter. »Wir sind keine Männer der Wissenschaft, André. Wir stümpern herum, das ist alles. Wir wissen nichts.« Er blickte wieder in den Sarg hinab. »Und vielleicht sollten wir manches auch nicht wissen.« Der Unterton in Tobias Stimme entging André keineswegs. Der junge Prediger war nahe daran, endgültig die Kontrolle zu verlieren. Er musste irgendetwas tun, um Tobias wieder in die Wirklichkeit zurückzuholen. Jetzt. »Wir müssen die Gräber wieder schließen,« sagte er. »Wenn Vater Benedikt und die Inquisition kommen und das hier sehen, wird es schwierig sein, ihre Fragen zu beantworten.« »Es ist noch viel schlimmer,« sagte Tobias. »Was soll das heißen?« Tobias antwortete nicht sofort. »Es hat einen weiteren Toten im Dorf gegeben,« sagte er schließlich. »Gestern. Ein Bauer, der nicht von der Arbeit auf seinem Pferd zurückkam. Sie haben ihn gefunden. Etwas hat ihn regelrecht in Stücke gerissen.« André sah zu den geöffneten Gräbern hin, aber Tobias schüttelte den Kopf. »Er wurde verbrannt.« »War das eure Idee?« »Die, meines Vaters.« »Dann habt ihr einen, einen sehr klugen Vater,« sagte André. »Das habe ich,« sagte Tobias. »Aber es wird die Menschen in Trenklam auch nicht retten. So wenig wie meinen Vater oder mich selbst.« Sein Blick flackerte noch immer, aber er fand langsam zu seiner gewohnten Fassung zurück. »Wir könnten versuchen, Bürger und seine Brut zu finden und zu töten. Vielleicht verschont Benedikt die Menschen in Trenklam aber auch, wenn wir ihm etwas anderes geben, das er verbrennen kann. Ihr wisst, wo es sich verbirgt, André.« »In den Bergen,« sagte André, »jenseits der Schattenklamm.« »Halt«, mischte sich Aberdun ein. Auf seinem Gesicht begann sich eine Mischung aus Ungläubigkeit und Zornbreit zu machen, während er abwechselnd André und Tobias musterte. »Nur damit ich das richtig verstehe. Ihr erwartet, dass ich dort hinaufgehe und mich diesem, diesem Ding entgegenstelle, das ein Dutzend Soldaten getötet hat?« »Sag mir nicht, du hättest Angst,« sagte André. »Sag du mir einen einzigen Grund, aus dem ich das tun sollte,« erwiderte Aberdun. Er verzog die Lippen und wandte sich mit einem höhnischen Blick an Tobias. »Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Immerhin habe ich lange genug eure Gastfreundschaft genossen. Wie konnte ich das nur vergessen?« »Es war nicht seine Schuld,« sagte André. Abudun hörte ihm gar nicht zu, und auch Tobias starrte eine geraume Weile aus blicklosen Augen an ihm vorbei ins Leere. Schließlich wandte er sich mit leiser, beinah flehender Stimme direkt an den Nubia. »Ich weiß, wie sehr ihr mich hassen müsst, Abudun,« begann er. »Ich verlange nicht, dass ihr mir verzeiht oder auch nur versteht, warum ich euch das angetan habe.« »Wie großzügig,« hündete Abudun. »Ich bitte nicht für mich,« fuhr Tobias fort. »Ich bin bereit für das zu bezahlen, was euch angetan wurde, Abudun.« »Seid ihr sicher?«, fragte Abudun. Seine Augen wurden schmal. »Die Rechnung könnte höher ausfallen, als ihr ahnt.« »Macht mit mir, was ihr wollt,« sagte Tobias leise. »Ihr könnt mich töten, wenn es das ist, was euren Rachdurst stillt. Es ist mir gleich. Ich bitte für die Menschen unten im Dorf. Wenn ich mit meinem Leben für das von hundert Unschuldigen bezahlen kann, dann soll es mir recht sein.« »Niemand will euren Tod,« sagte André. »Vielleicht nicht euren Tod, Mönchlein, aber vielleicht einen Arm oder ein Bein oder beides,« gollte Abudun. »Abudun,« rief André scharf. »Ich bitte euch, sucht dieses Ungeheuer,« flehte Tobias. »Vernichtet es. Es ist der einzige Weg, die Menschen in Trennklamm zu retten und noch viele andere mehr.« André schwieg. Er sah Tobias an, dann länger und schweigend Abudun. Der Nubier hielt seinen Blick lange Stand, aber schließlich schüttelte er den Kopf. »Ich wusste ja schon immer, dass du verrückt bist, Hexenmeister.« »Und?«, fragte André. »Was meinst du damit?« Abudun seufzte tief. »Ich gebe es ungern zu,« sagte er. »Aber ich muss wohl ebenfalls verrückt geworden sein.« Die Schnelligkeit, mit der sich Abudun erholte, war geradezu unheimlich. Sie hatten die Gräber wieder geschlossen, soweit es ihnen möglich gewesen war. Anschließend war Tobias verschwunden, um mit zwei gesattelten Pferden zurückzukommen. Zusätzlich hatte er saubere Kleider, Lebensmittel für mehrere Tage und zwei warme Kapuzenmäntel aus grober brauner Wolle mitgebracht. »Die werdet ihr brauchen,« erklärte er, als Abudun die Stirn runzelte. »Oben in den Bergen ist es kalt.« »Woher habt ihr diese Kleider?«, fragte André misstrauisch. »Die Zeit, die Tobias fortgewesen war, hätte vielleicht ausgereicht, nach Trennklamm und zurückzugehen und die Pferde zu holen, aber kaum, um all diese umfangreichen Vorbereitungen zu treffen.« Statt zu antworten, holte Tobias ein in Lumpen eingeschlagenes Bündel aus dem Gepäck hervor, dass er Abudun reichte. Als der Nubier es auswickelte, kam sein eigener Krummsäbel zum Vorschein. »Was hattet ihr eigentlich vor?«, fragte André. Er schwankte zwischen Überraschung und Wut. »Und? Uns umzubringen oder euch wieder unserer Dienste zu versichern?« Das Letzte, womit er gerechnet hatte, war eine Antwort, aber er bekam sie. Tobias zuckte mit den Achseln und wich seinen Blick aus. »Ich … ich weiß es selbst nicht genau. Ich war … ich weiß nicht, was ich wollte.« »Woher wusstet ihr überhaupt, dass wir hier sind?«, fragte Abudun. »So groß ist die Auswahl an Verstecken nicht,« antwortete Tobias. »Seid froh, dass ich gekommen bin und nicht die Soldaten des Landgrafen.« Er machte eine Kopfbewegung zu den Pferden. André war nicht ganz sicher, aber er glaubte, eines davon wiederzuerkennen. Wenn es nicht der Rappe war, mit dem er vor vier Tagen aus der Klosterfestung geflohen war, dann dessen Zwillingsbruder. »Ihr solltet aufbrechen. Mein Vater erwartet euch in der Almhütte. Ihr findet den Weg?« André tauschte einen überraschten Blick mit Abudun, nickte dann aber. »Wozu?« »Wir warten auf Nachricht von Vater Benedikt,« antwortete Tobias. »Euch bleibt nur sehr wenig Zeit, um das Ungeheuer zu stellen. Vielleicht zwei Tage.« »Wer sagt euch, dass wir nicht einfach auf die Pferde steigen und unserer Wege gehen?«, fragte Abudun. »Niemand,« antwortete Tobias. »Tut, was immer ihr mit eurem Gewissen vereinbaren könnt.« »Na ja, ich bin Heidemönchlein,« sagte Abudun, während er den Mantel zurückschlug und den Krummsäbel umwandt. »Und ein Moor dazu. Ich habe kein Gewissen.« »Wir haben vor allem keine Zeit für diesen Unsinn.« André drehte sich um und ging zu seinem Pferd. Er war jetzt sicher, dass es der Rappe war. Ohne ein weiteres Wort stieg er in den Sattel und wartete voller Ungeduld darauf, dass Abudun es ihm gleichtat. Auch der Nubier saß auf, allerdings mit bedächtiger Langsamkeit. Er warf Tobias einen herausfordernden Blick zu. Sie ritten los. André war davon ausgegangen, dass sie wegen Abuduns Verletzungen nicht besonders schnell vorwärts kommen würden, aber das Gegenteil war der Fall. Vielleicht, um seinem Ärgerausdruck zu verleihen, legte Abudun ein Tempo vor, bei dem sich André sputen musste, um überhaupt mithalten zu können. Erst als sie das Seitental verlassen hatten, an dessen Ende der Friedhof lag, hielt er an. »Was sollte das?«, fragte André, während er an ihm vorbeiritt und die nach rechts führende Gabelung des Weges nahm. Seine Versicherung, Tobias gegenüber den Weg zur Bergweide hinaufzufinden, war etwas zu vorschnell gewesen. Er kannte die Richtung, aber er war dennoch fremd hier und letztendlich sah ein Baum aus wie der andere. »Was?«, fragte Abudun arglos. »Du weißt genau, was ich meine«, erwiderte André. »Ich erwarte nicht, dass du Tobias in dein großes schwarzes Herz schließt.« »Das ist gut«, sagte Abudun. »Ich hätte auch viel mehr Lust, ihn in meine große schwarze Faust zu schließen.« »Aber er hat Recht, weißt du«, fuhr André fort. »Wir müssen Bürger stellen und alle, die bei ihm sind. Und vorher müssen wir das Ungeheuer finden.« »Du meinst, du musst ihn stellen und du musst das Ungeheuer finden«, fasste Abudun Andrés Äußerung genauer zusammen. André riss mit einem so heftigen Ruck am Zügel, dass das Pferd unwillig schnaubte und den Kopf zurückwarf. »Du musst nicht mitkommen«, sagte er scharf. »Es ist ganz allein meine Sache. Ich habe kein Recht, dich in Gefahr zu bringen. Geh deiner Wege oder warte hier auf mich. Vielleicht komme ich ja zurück.« Auch Abudun zügelte sein Pferd. Sein Gesicht verfinsterte sich, aber nur für einen Moment. Dann konnte André sehen, wie sein Zorn verrauchte und etwas anderem Platz machte. »Es tut mir leid«, sagte er. »Ich wollte nicht.« Er überlegte kurz und setzte dann neu an. »Vermutlich hast du recht, aber ich kann diesem Mönchlein einfach nicht vertrauen. Könntest du es an meiner Stelle?« »Wahrscheinlich nicht«, bestand André. Er ritt weiter, und er konnte fast körperlich spüren, wie sich die Spannung zwischen ihnen auflöste, wie die letzten Wolken eines Hochsommergewitters. Es war nicht das erste Mal, dass sie nahezu grundlos in Streit zu geraten drohten. Bisher hatte André angenommen, dass es an Abuduns Zustand lag. Ein Mann, der dem Tod so knapp entkommen war, war nicht sehr duldsam. Aber das war nur ein Teil der Wahrheit. Der andere, unangenehmere, war, dass auch er ungerechter geworden war. Er veränderte sich weiter. Nachdem sie eine geraume Weile schweigend nebeneinander hergeritten waren, ergriff Abudun erneut das Wort. »Was ich vor ein paar Tagen gesagt habe, André, dass du mir etwas schuldig bist.« »Ich sagte dir doch bereits, das ist vergessen«, unterbrach ihn André. »Du musst ihn nicht entschuldigen, du hast im Fieber geredet, da reden die Leute oft wirres Zeug.« »Aber es war die Wahrheit«, sagte Abudun leise. André wandte den Kopf und sah ihn an. Abudun wirkte nicht niedergeschlagen oder verlegen, und auch sein Tonfall war nicht der einer Rechtfertigung. Er wirkte sehr ernst. Was soll das heißen? »Jedenfalls war das am Anfang so«, sagte Abudun. »Das ist die Wahrheit, Hexenmeister.« »Ich bin damals bei dir geblieben, weil ich insgeheim die Hoffnung hatte, eines Tages so zu werden wie du.« »Einsam«, fragte André, »immer gehetzt, ohne einen Ort, an den ich gehöre, oder einen Menschen, den ich lieben kann?« »Hey«, wandte Abudun ein, »du hast auch mich, ich sollte dir böse sein.« »Zwecklos«, antwortete André, »stell dir nur vor, wie unsere Kinder aussehen würden.« Abudun blieb ernst. »Wie alt bist du, Hexenmeister?« »Sechzig? Siebzig?« »Ich weiß es nicht genau«, antwortete André wahrheitsgemäß. »Ungefähr.« »Du siehst aus wie dreißig«, sagte Abudun. »Eines Tages wirst du sechs oder siebenhundert Jahre alt sein, und du wirst immer noch aussehen wie fünfunddreißig. Du wirst nie krank, deine Wunden heilen wie durch Zauberei, und du, du bist so stark wie zehn Männer. Kannst du es einem Mann verdenken, dass er auch so werden will?« Vermutlich hätte André an Abuduns Stelle nicht anders gedacht. Niemand, der ein solches Leben nicht selbst gelebt hatte, konnte ermessen, welchen Preis er dafür zahlte. »Und jetzt?«, fragte er. »Jetzt willst du nicht mehr so werden wie ich?« »Natürlich will ich das«, antwortete Abudun. »Und eines Tages werde ich dich dazu bringen, es zu tun, Hexenmeister. Aber nicht jetzt.« »Dann ist es ja gut«, sagte André abweisend. Er mochte diese Gespräche nicht, und Abudun wusste das. Eines Tages würde Abudun in seinen Armen sterben, hoffentlich erst in vielen Jahren, grau geworden und friedlich. Und auch er selbst würde nicht sechs oder siebenhundert Jahre alt werden. Er würde auf dem Scheiterhaufen enden, wenn er nicht Glück hatte und zuvor einem Schwert begegnete, das besser geführt wurde als das seine. Die Welt war nun einmal so. Er war anders, und die Menschen und das Schicksal billigten auf Dauer nichts, was sie nicht verstehen konnten und was ihnen Angst machte. Er verscheuchte den Gedanken. Im Moment gab es anderes zu tun. »Vielleicht sollten sie versuchen, die nächsten drei Tage zu überleben und sich danach Gedanken um die nächsten drei Jahrhunderte machen.« Allmählich ritten sie höher in die Berge hinauf. Es wurde kälter, obwohl die Sonne ihr Licht mit geradezu verschwenderischer Freigebigkeit über den Himmel verteilte. André war schon bald froh, dass Tobias ihnen die warmen Mäntel gegeben hatte. Dabei war das Land rings um sie herum noch grün. Der Winter kam früher in diesem Teil der Welt, als er es gewohnt war. »Was ist mit Ludowig?«, fragte Abudun. »Traust du ihm?« »Tobias Vater?« André dachte über diese Frage nach, ohne zu einer wirklichen Antwort zu gelangen. Er hob die Schultern. »Schon.« »Einem Pfaffen?«, Abudun schüttelte ungläubig den Kopf. »Ausgerechnet du traust einem Kuttenträger? Wie kommt das?« Sie hatten die Bergwiese erreicht. Statt einer Antwort machte André eine Kopfbewegung zu der kleinen Hütte an ihrem jenseitigen Rand hin. »Er wartet dort drüben auf uns.« Abudun sah ihn mit wachsender Verwunderung an, aber er belies es bei einem Achselzucken. Sein Blick verharrte noch einen Moment auf Andrés Gesicht und begann dann, misstrauisch das weite Grün der Alm abzutasten. Sie ritten weiter. Nichts schien sich geändert zu haben, seit André das letzte Mal hier gewesen war. Selbst die Kühe waren noch da. Neben der Hütte war jedoch jetzt ein Maulesel angebunden, auf dessen Rücken eine zerschlissene Decke lag. Vermutlich das Tier, mit dem Vater Ludewig gekommen war, obgleich die Vorstellung Ludewigs auf dem Rücken eines störrischen Maulesels André ein Lächeln abrang. Als sie sich der Hütte auf zwanzig Schritte genähert hatten, hielt André das Pferd an und hob die Hand. »Was?«, fragte Abudun knapp. Seine Rechte senkte sich auf den Griff des Krummsäbels. André konzentrierte sich für einen Moment. »Hier stimmt etwas nicht«, sagte er. »Da ist Blut.« »Blut?«, Abudun sah ihn verständnislos an. »Was meinst du damit?« »Blut«, wiederholte André. Er machte eine Kopfbewegung zur Hütte hin. »Dort drinnen. Ich kann es riechen.« »Riechen? Auf diese Entfernung?« Abuduns Stimme ließ keinen Zweifel daran aufkommen, was er von dieser Behauptung hielt. »Irgendetwas stimmt ja nicht«, wiederholte André. »Bleib zurück.« »Dein Vertrauen irrt mich zutiefst«, sagte Abudun, erntete damit aber nur einen weiteren ärgerlichen Blick André's. »Ich brauche jemanden, der mir Rückendeckung gibt«, schnappte André. »Ihr stinkt es geradezu nach einer Falle.« Der spöttische Ausdruck verschwand von Abuduns Zügen. Stattdessen sah der Nubier plötzlich angespannt und aufs Höchste konzentriert aus. Gleichzeitig mit André schwang er sich vom Pferd und zog seine Waffe. Er musste einen Schmerzensschrei unterdrücken, drehte sich aber herum, um die Wiese und den mit Felsbrocken und Trümmern durchsetzten Waldrand auf der anderen Seite im Auge zu behalten. André näherte sich der Hütte mit äußerster Vorsicht. Der Blutgeruch wurde stärker, aber aus der offenstehenden Tür drang nicht der mindeste Laut. Er ging schneller, blieb dicht vor der Tür noch einmal stehen und trat dann ein, das Schwert halb erhoben und die linke Hand abwehrend vorgestreckt. Da die Hütte keine Fenster hatte und er direkt aus dem grellen Licht der Mittagssonne kam, benötigten selbst seine überscharfen Augen einige Sekunden, bis er sich so weit an die Dunkelheit gewöhnt hatte, dass er wenigstens Schemen erkennen konnte. Die Hütte war winzig, ein einziger dreimal fünf Schritte messender Raum, dessen spärliche Einrichtung vollkommen zertrümmert war. Er musste ein gnadenloser Kampf getobt haben. Aber er war vermutlich nicht von langer Dauer gewesen. Vater Ludowig lag verkrümmt in einem Winkel der Hütte. Er lebte noch, wie seine röchelnden Atemzüge bewiesen. Aber schon das war ein Wunder. Selbst ein viel jüngerer und kräftigerer Mann hätte die furchtbaren Verletzungen und den schrecklichen Blutverlust kaum überleben können. André schob das Schwert in die Scheide, ging zu ihm und kniete neben dem sterbenden Pfarrer nieder. Ludowigs Augen waren geschlossen. Aus den tiefen Schnitt und Risswunden an seinem Hals und in seinem Gesicht lief noch immer das Blut. Er würde sterben. André streckte die Hand nach dem so zerbrechlich aussehenden Hals des alten Mannes aus, um ihm eine letzte Gnade zu erweisen und sein Leiden zu beenden, fühlte die Bewegung aber nicht zu Ende. Er sagte, es war nicht notwendig. Er sah, dass Ludowig nicht noch einmal erwachen würde. Erfüllt von Trauer und Zorn richtete André sich auf und suchte den Boden mit Blicken ab. Er fand die Spur fast sofort. Ein verschmierter, blutiger Abdruck, der zu einem Wesen gehörte, das nicht ganz Mensch, aber auch nicht vollständig Tier war, sondern eine widernatürliche Mischung aus beidem. Sie führte vom Leichnam des Priesters fort zur Tür und brach dann ab, aber André wusste, wohin sie führen würde. Dennoch ließ er sich noch einmal in die Hocke sinken und streckte die Hand aus. Die Spur war noch frisch, das Blut noch nicht eingetrocknet. Rasch stand er auf und trat wieder aus der Hütte. Abudun war mittlerweile näher gekommen und führte die beiden Pferde an Zügeln hinter sich her. Er stellte keine Frage. Ein Blick in Andrés Gesicht reichte, um zu wissen, was geschehen war. Abudun saß auf, als André noch zehn Schritte entfernt war und zu laufen begann. Er drehte die Pferde in die Richtung, in die sie nun reiten würden, und hielt André den Zügel hin. Sie sprengten los, kaum dass André in den Sattel gesprungen war. »Wie lange ist es her?« schrie Abudun über das Donnern der Pferdehufe hinweg. »Nicht lange!« rief André zurück. »Nur ein paar Minuten. Vielleicht holen wir ihn noch ein, bevor er die Schattenklammer reicht.« Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte er das Gefühl, zu Abudun zu gehören. Es waren nur Winzigkeiten, die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich verständigten, und mit der jeder zu wissen schien, was der andere dachte und von ihm erwartete. Für die Strecke, die Günther und ihn fast einen halben Tag gekostet hatte, brauchten sie kaum eine Stunde. Zwei- oder dreimal glaubte André eine geduckthuschende Gestalt im hohen Gras zu säen, aber jedes Mal erwies es sich nur als Täuschung oder als Schatten, der ihnen Bewegung vorgaukelte. André ließ sein Pferd in einen raschen Trab und schließlich in Galopp fallen, nahm das Tempo aber schließlich wieder zurück, als deutlich wurde, dass Abudun nicht mithalten konnte, ohne sich über die Maßen zu verausgaben. In Gedanken ermahnte er sich zur Vorsicht. Auch wenn Abudun sich bemühte, es sich nicht anmerken zu lassen, befand er sich doch in einem Zustand, in dem jeder andere Mann schon längst vor Erschöpfung zusammengebrochen wäre. Er aber war viel zu stolz, um das zuzugeben. André musste auf ihn Acht geben. »Und jetzt?« fragte Abudun, als sie endlich am Eingang der Schattenklamm angelangt waren. Vor ihnen hörte der Grasboden auf und ging in den steinigen Untergrund der Schlucht über. André schwieg einen kurzen Moment, dann schwang er sich aus dem Sattel und ließ sich in die Hocke sinken. Es war unheimlich. Der Geruch war ganz schwach, nur ein Hauch. Aber er war wahrnehmbar, als Mischung aus Fäulnis, altem Blut und Wildaroma. »Es ist hier entlanggekommen«, sagte er, »vor nicht allzu langer Zeit. Er war fast sicher, dass die Fährte alt war, möglicherweise mehrere Tage. Es war der Geruch von etwas Gefährlichem und Wildem.« Abudun runzelte die Stirn. »An dir ist ein Bluthorn verloren gegangen«, sagte er. André sah zornig zu ihm hoch. Abudun grinste noch einen Moment lang weiter, dann erlosch sein Grinsen und machte einem ernsten Ausdruck Platz. »Entschuldige«. André stand auf, drehte sich herum, um wieder in den Sattel zu steigen, und beließ es bei einem Kopfschütteln. Mit den Pferden würden sie noch zwanzig Schritte weit kommen. Ohne dass es eines weiteren Wortes bedurft hätte, stieg auch Abudun ab und ließ sich vorsichtig zu Boden sinken. Sie nahmen ihr Gepäck, wandten sich um und drangen Seite an Seite tiefer in die Schattenklamm ein. André beobachtete Abudun aus den Augenwinkeln. Der Nubier hielt scheinbar mühelos mit ihm Schritt, aber seine Bewegungen waren längst nicht so forsch und sicher, wie er es von früher kannte. André konnte riechen, dass Abudun nicht gesund war. Sie brauchten annähernd doppelt so lange, um das Ende der Klamm zu erreichen, als André erwartet hatte. Abudun wollte sofort weitergehen, aber André schüttelte den Kopf und ließ das Gepäck von der Schulter gleiten. Wir machen eine Pause, sagte er. Die Kletterei wird anstrengend genug. Und du bist der Meinung, dass ich es nicht schaffe, ergänzte Abudun ärgerlich. Ich bin nicht einmal sicher, dass ich es schaffe, antwortete André mit einer Geste auf den steil ansteigenden, mit Geröll und Felstrümmern übersähten Hang. Wenn ich dieses Monstrum wäre, dann würde ich genau dort oben warten. Sollten wir vollkommen erschöpft dort oben ankommen, dann gäbe es keine Fluchtmöglichkeit, falls wir in einen Hinterhalt geraten. Abuduns Gesichtsausdruck machte deutlich, was er von dieser Erklärung hielt. Er schwieg jedoch, ließ sich in den Schatten eines Felsens sinken und schloss die Augen. Im nächsten Augenblick war er eingeschlafen und begann lautstark zu schnarchen. André gönnte ihm zwei Stunden Ruhe, bevor er ihn wieder weckte und sie ihren Weg fortsetzten. Abuduns Dankbarkeit drückte sich in einem Schwall bissiger Bemerkungen über die verlorene Zeit aus. Seine Bewegungen waren weder kraftvoller noch sicherer geworden, aber wenigstens war er nicht noch schwächer geworden. Erst am späten Nachmittag erreichten sie das obere Ende des Hanges, eine felsige Hochebene ohne Vegetation, über die der Wind pfiff und die so öde und feindlich wirkte, wie sich André die Rückseite des Mondes vorstellte. Der Weg den Hang hinauf war kaum länger als eine halbe Meile gewesen, aber viel steiler als André befürchtet hatte. Nicht nur Abuduns, sondern auch seine eigenen Kräfte hatten mehrmals versagt und sie hatten in immer kürzeren Abständen anhalten und sich ausruhen müssen. Jetzt blieb ihnen nur noch wenig Tageslicht und André hatte das Gefühl, dass sie weiter von ihrem Ziel entfernt waren denn je. Abudun sprach aus, was André nur dachte. »Wenn deine Ungeheuer wirklich hier oben sind, dann müssen sie sehr genügsam sein«, sagte er, während sein Blick sich langsam und sehr misstrauisch über die kahle Weite vor ihnen tastete. »Die Hochebene war nicht endlos, aber doch groß genug, um die verschwommenen Schatten an ihrem Ende wie ein neues Gebirge aussehen zu lassen, das in einem anderen Land lag.« Als er nicht antwortete, sah Abudun ihn stirnrunzelnd an und fragte, »Hast du die Fährte wieder aufgenommen?« »Ich bin kein Hund«, sagte André verärgert. Er wollte noch weit mehr sagen, aber er beherrschte sich. Sie waren beide müde, erschöpft und reizbar. Außerdem kam Abuduns Bemerkung der Wahrheit näher, als André zugeben wollte. Die unheimliche Verbesserung seiner Sinneswahrnehmungen hatte ihn bisher allenfalls verwirrt, aber mittlerweile machte sie ihm Angst. »Das ist schade«, sagte Abudun noch einer Weile. »Dann werden wir sie wohl kaum finden«, erschüttelte müde den Kopf. »Nimm es mir nicht übel, Hexenmeister, aber das war keine von deinen besseren Ideen. Lass uns zurückgehen.« André blickte zweifelnd den Hang hinab. Der Abstieg würde noch schwieriger werden, als es der Aufstieg gewesen war, und damit noch länger dauern. Er schüttelte den Kopf. »Morgen«, sagte er, »bei Sonnenaufgang.« »Du scheinst ganz versessen darauf zu sein, hier oben zu übernachten. Wie?« »Ich bin überhaupt nicht versessen darauf, auf halber Strecke zu übernachten«, antwortete André, »oder mir zwischen den Felsen den Hals zu brechen.« »Und ich«, er brach ab. »Und was?«, fragte Abudun. André schwieg. Abudun wollte seine Frage wiederholen, aber André machte eine rasche, mahnende Geste und legte mit geschlossenen Augen den Kopf zur Seite, um zu lauschen. Er hörte nur das Geräusch des Windes, der fast ungehindert über die Ebene strich und sich heulend an Felsen und Findlingen brach. »Und trotzdem.« »Sie sind hier«, sagte er. Abudun blickte ihn zweifelnd an, aber André wiederholte sein Nicken und deutete in die Leere hinaus. Nichts rührte sich, und er konnte auch nichts von ihnen hören, so angestrengt er auch lauschte. Aber er konnte sie spüren. Sie waren da, und es waren mehrere Wehrwölfe. Zwei, vielleicht sogar drei. »Bist du sicher?«, fragte Abudun, und seine Stimme klang brüchig. »Ja«, antwortete André. »Sie kommen näher.« Mahnend hob er die Hand, damit Abudun zurückblieb. Vielleicht zum ersten Mal, seit er Abudun kannte, musste er nicht fürchten, dass der Nubier ungestimmt voran und vielleicht mit offenen Augen ins Verderben lief, zog sein Schwert und machte einen vorsichtigen Schritt. Er strengte seine Augen so sehr an, dass es schmerzte, aber er sah dennoch nicht mehr als Schatten und eingebildete Bewegungen, die nur eine Ausgeburt seiner überreizten Nerven waren. »Ich sehe nichts«, sagte Abudun nach einer Weile. »Bist du ganz sicher?« »Sie können sich doch nicht unsichtbar machen zum Teufel«, mummelte André, »aber konnten sie das wirklich nicht?« Er wusste so entsetzlich wenig über die Geschöpfe, mit denen sie es zu tun hatten, nicht mehr als das, was sie von Bruder Tobias erfahren hatten. »Da«, Abuduns Schreiber gellend, die drei Schemen tauchten wie aus dem Nichts auf, struppig geduckte Schatten mit glühenden Augen und messerscharfen gekrümmten Reißzähnen, die sich mit absoluter Lautlosigkeit bewegten und mit einer Schnelligkeit, dass Andrés Bicke ihnen kaum folgen konnten. »Was immer passiert, Sie dürfen dich nicht verletzen«, rief er. Dann waren die Ungeheuer nähergekommen und ihm blieb keine Zeit für weitere Erklärungen. André empfing den ersten Wehrwolf mit einem wuchtigen, beidhändig geführten Schwertstreich, von dem er fürchtete, dass er ins Leere gehen würde, noch bevor er die Waffe ganz gehoben hatte. Er wusste aus leidvoller Erfahrung, wie übermenschlich schnell und stark die unheimlichen Monster waren. Dennoch erfüllte der Schwertieb seinen Zweck. Der Angreifer duckte sich mit geradezu spielerisch anmutender Leichtigkeit unter Andrés Klinge weg, aber er war für den Bruchteil einer Sekunde abgelenkt. Mehr brauchte André nicht. Er vollführte eine blitzartige halbe Drehung, riss den Fuß in die Höhe und fegte dem Ungetüm die Beine unter dem Leib weg. Gleichzeitig warf er sich zur Seite und führte das Schwert in einer komplizierten, nach oben gerichteten Drehbewegung, um den zweiten Gegner in Empfang zu nehmen. André hatte weder damit gerechnet, den ersten Wehrwolf mit seinem Tritt tatsächlich zu Boden zu werfen, noch damit, dass sein Schwertstreich treffen würde. Aber er warf den Angreifer zu Boden und seine Klinge traf und bohrte sich knirschend in Fleisch und zerbrechende Knochen. Ein markerschütterndes, schrilles Heulen erklang, Blut spritzte und die furchtbare Wucht, mit der die Klinge aufprallte und den Widerstand nicht nur traf, sondern zerschmetterte, hätte ihm die Waffe um ein Haar aus der Hand gerissen. André stolperte haltlos nach vorn und machte einen raschen Ausfallschritt, um sein Gleichgewicht wiederzufinden. Gleichzeitig fuhr er herum, um sich dem dritten Monster zuzuwenden. Es war nicht mehr nötig. Seine Abwehr hatte wenig Zeit in Anspruch genommen, doch diese kurze Spanne hatte auch Abudun gereicht, um mit seinem Gegner fertig zu werden. Er richtete sich gerade wieder auf. Sein Atem ging schwer und die Klinge seines Krummsäbels schimmerte im Mondlicht schwarz vom Blut des getöteten Wehrwolfs. Der Ausdruck auf seinem Gesicht glich eher Verblüffung als Schrecken. Der Wehrwolf, den André zu Boden geschleudert hatte, kam umständlich wieder auf die Beine. Seine Bewegungen wirkten fahrig und fast kraftlos. Sie hat nichts mehr von der schattenhaften Anmut und Schnelligkeit, die André bei seiner ersten Begegnung mit einem dieser Ungeheuer so erschreckt hatten. Die Begegnung, die ihm fast zum Verhängnis geworden wäre. Abudun hob sein Schwert, aber André machte eine rasche Geste und der Nubier erstarrte mitten in der Bewegung. Warte, meinte André. Irgendetwas stimmt nicht. Abudun murrte, aber er blieb stehen und betrachtete das struppige Geschöpf stirnrunzelnd, statt es sofort anzugreifen. Der Wehrwolf hatte sich taumelnd erhoben und bleckte drohend die Zähne, nur dass die Geste nicht wirklich drohend wirkte, sondern ängstlich. André war fassungslos. Das Geschöpf wirkte so abstoßend, wie nichts anderes, das André je zu Gesicht bekommen hatte. Aber es hatte Angst. Und es war krank. André konnte es riechen, einen sachten, aber wahrnehmbaren Geruch nach Krankheit und Tod, der sich unter den Raubtiergestank des Wehrwolfs gemischt hatte und ihn an das Fieber und die Schmerzen erinnerte, die er selbst für endlose Tage kennengelernt hatte. Er wiederholte seine mahnende Geste in Abuduns Richtung, raffte all seinem Mut zusammen und trat der Bestie einen Schritt entgegen. Das Schwert hatte er gesenkt, hielt es aber immer noch zur Verteidigung bereit in der rechten Hand. »Hör mir zu«, sagte er langsam und fast übermäßig betont, damit die Kreatur ihn verstand. »Du kannst mich verstehen. Habe ich recht?« Der Wehrwolf fauchte, ein Laut, der katzenhaft klang, sein schreckliches Gebiss schnappte in Andrés Richtung, aber auch diesmal wirkte die Bewegung eher mitleiderregend. André senkte das Schwert weiter. »Wir wollen dich nicht töten«, fuhr er fort. »Es ist nicht notwendig, dass wir gegeneinander kämpfen. Hast du das verstanden?« Das Ungeheuer starrte ihn noch einen Moment lang aus brennenden Augen an und fuhr mit einer rasenschnellen Bewegung herum, um in der Dunkelheit zu verschwinden. Abudun riss mit einem Fluch das Schwert hoch und setzte ihm nach. Er schaffte jedoch nur zwei Schritte, ehe er mit einem gemurmelten Fluch die Verfolgung abbrach und zurückkam. »Das war wirklich klug von dir, Hexenmeister«, wollte er. »Wir hätten das Biest erwischen können.« André antwortete nicht gleich, sondern sah einen Moment konzentriert in die Richtung, in die der Wehrwolf verschwunden war. Er konnte den schwächer werdenden Geruch des Geschöpfes noch immer wittern. Es war ein vertrauter Geruch. Und doch etwas hatte sich geändert. Zu all der unstillbaren Blutgier, dem Zorn und Hass auf alles Lebendige und Atmende war etwas Neues hinzugekommen. Ein Empfinden, das alles andere überlagerte und mit jedem Atemzug stärker wurde. Verzweiflung. Eine dumpfe, bohrende Verzweiflung. Ein Gefühl jenseits aller Hoffnung und allem Selbstbetrugs, das aus dem unumstößlichen Wissen um den bevorstehenden Untergang gespeist wurde. »Sie haben Angst«, sagte er leise. »Angst?« Abudun sprach das Wort auf die gleiche Art aus, auf die er vielleicht einen Schluck kostbaren Wein auf der Zunge zergehen lassen würde. Dann nickte er. »Wenn die andere nicht besser sind als diese drei, dann haben sie allen Grund, Angst zu haben.« André warf ihm einen verärgerten Blick zu, auf den Abudun mit einem breiten Grinsen antwortete. André schürzte wütend die Lippen und drehte sich mit einem Ruck herum. Mit zwei schnellen Schritten war er neben dem Wehrwolf, den er mit dem Schwert niedergeschlagen hatte, und ließ sich neben der verwundeten Kreatur auf ein Knie hinabsinken. Das Geschöpf hatte das Bewusstsein verloren, und André musste kein zweites Mal hinsehen, um zu wissen, dass es auch nicht wieder erwachen würde. Sein Schwerthieb hatte dem Ungeheuer eine tiefe Wunde zugefügt. Sie blutete so stark, dass der sterbende Wehrwolf in einer Blutlache lag. Warmes, pulsierendes Rot, das nach Verfall und Tod zugleich roch, abstoßend und... und so unglaublich verlockend, dass er all seine Willenskraft aufbieten musste, um sich nicht vorzubeugen und die Lippen in den warmen Strom zu tauchen, die Lebenskraft des Geschöpfes in sich aufzunehmen und... André! Irgendetwas war in Abuduns Stimme, das ihn aufschrecken ließ. André fuhr hoch und blinzelte verständnislos in Abuduns Gesicht, das mit einer Mischung aus Sorge und mühsam unterdrücktem Entsetzen auf ihn hinab sah. Er wusste nicht mehr, was er gesagt hatte, was er gedacht hatte, was er getan hatte. Ist alles in Ordnung? Allein das Zittern in Abuduns Stimme verriet, dass ganz und gar nichts in Ordnung war. Trotzdem nickte André, stemmte sich hoch und blickte einen Herzschlag lang verständnislos seine eigenen Hände an. Sie waren schmutzig und dunkelrot und schwarz von halb eingetrocknetem Blut. Nicht von seinem Blut. Er fuhr sich mit einer fahrigen Geste über das Kinn und spürte eine klebrige Wärme, die an seinen Wangen und auf seinen Lippen haftete. In seinem Mund war süßlicher Kupfergeschmack und er fühlte sich so lebendig und stark wie seit Ewigkeit nicht mehr, aber zugleich auch von einem Entsetzen gepackt, das nicht zu beschreiben war. Großer Gott! Hatte er das Blut getrunken? Er starrte Abudun an, las die Antwort auf seine unausgesprochene Frage in dessen Augen und fuhr herum, um so schnell in die Dunkelheit zu stürmen, wie er nur konnte. Selbst einem Menschen, der nicht über André's besondere Fähigkeiten verfügte, wäre es vermutlich nicht besonders schwer gefallen, der Spur der Kreatur zu folgen. Die Hochebene war nicht so kahl, wie es im ersten Moment den Anschein gehabt hatte. Es gab dünnes Moos und niedrige, dornbesetzte Büsche, durch die der flüchtende Wehrwolf rücksichtslos gebrochen war. Obwohl sich André nicht erinnern konnte, auch dieses Geschöpf verwundet zu haben, gab es eine dünne, aber deutliche Blutspur. Abudun hielt die ganze Zeit Abstand zu André. Die wenigen Maler, als sich ihre Blicke trafen, wich Abudun ihm aus, als hätte er Angst, dass André etwas in seinen Augen lesen könnte, das er dort nicht lesen sollte. Sie erreichten ihr Ziel schnell, eine große, unregelmäßig geformte Höhle, die im schrägen Winkel in den Berg hineingestanzt zu sein schien. Steintrümmer und Geröll bildeten einen asymmetrisch geformten Fächer auf dem Boden direkt vor der Höhle. Ein leichter, aber sehr unangenehmer Geruch wehte ihnen entgegen und wies ihnen den Weg. Es war der Geruch von faulendem Fleisch, Blut, aber auch von etwas anderem, Schlimmeren. André blieb drei Schritte vor dem Eingang stehen und zog sein Schwert wieder aus dem Gürtel, bevor er sich zu Abudun umwandte. Der Nubier war vier Schritte hinter ihm stehen geblieben und musterte ihn auf eine Art, die André eine Schauer über den Rücken laufen ließ. Auch er hatte seine Waffe wieder gezogen, aber André war plötzlich nicht mehr sicher, warum. Sie sind doch drin, sagte er. Abudun nickte, er sagte nichts. Vielleicht wäre es besser, wenn… André zögerte einen Moment und setzte dann mit festerer Stimme noch einmal an. Vielleicht sollte ich besser allein gehen. Abudun grinste. Hast du Angst, ich könnte etwas sehen, was mir schadet? fragte er. Vielleicht, antwortete André ernst. Nein, erwiderte Abudun grimmig. Wir gehen beide dort hinein. Oder keiner. Sein Grinsen wurde breiter und erinnerte für einen winzigen Moment wieder an den alten Abudun, den André kannte. Hm, glaubst du, ich habe Lust, mir die nächsten fünf Jahre die Geschichten deiner ausgedachten Heldentaten anhören zu müssen? Auch meine Geduld kennt Grenzen, Hexenmeister. Wie du meinst, antwortete André leise und sehr ernst. Aber ich warne dich, wenn eines dieser Ungeheuer dich verletzt, werde ich dich töten. Wenn ich dadurch so werde wie du, dann würde ich nichts anderes von dir erwarten, antwortete Abudun immer noch grinsend, aber im gleichen ernsten Tonfall wie André. Und ich verspreche dir dasselbe, fügte er leise hinzu. Dazu ist es zu spät, mein Freund, dachte André bitter, aber vielleicht werde ich dieses Versprechen dennoch von dir einfordern. Er sah Abudun noch einen Moment lang durchdringend in die Augen, dann wandte er sich um und trat gebückt durch den niedrigen Höhleneingang. Er hätte es niemals laut ausgesprochen, aber er war unendlich froh, Abudun bei sich zu wissen. André lauschte mit angehaltenem Atem. Da waren Geräusche, die nicht natürlichen Ursprungs waren, aber sie waren zu leise und zu weit entfernt, um sie einordnen zu können. Er hob die Hand, damit Abudun zurückblieb, bis sich seine Augen an das blasse Licht in der Höhle gewöhnt hatten. Es dauerte nur wenige Momente, bis sich ihr Inneres in ein unheimliches Labyrinth aus grauen und silberfarbenen Schatten verwandelte und er wenigstens einige Schritte weit sehen konnte. Dort hinten! Seine Schwertspitze deutete auf einen unregelmäßig geformten Spalt am hinteren Ende der Höhle, der tiefer in den Berg hinein führte. Er war sehr schmal. André war nicht sicher, ob es sich wünschen sollte, dass Abudun hindurch passte. Er lauschte einen Moment. Die Geräusche wurden deutlicher und er ging mit klopfendem Herzen weiter. Er hatte Angst. Nicht Angst vor dem Tod oder Angst davor, angegriffen oder verletzt zu werden, sondern Angst vor dem, was er vielleicht entdecken würde, wenn er durch diesen Spalt ging. Das Erste, was er sah, war trübrotes, blasses Licht, das hinter der Biegung eines steilen, nach unten führenden Ganges flackerte, in den der Spalt mündete. An manchen Stellen war er so niedrig, dass André sich auf Hände und Knie niederlassen musste, um seinen Weg fortzusetzen. Mindestens einmal hörte er Abudun hinter sich schmerzerfüllt grunzen, als er versuchte, seine breiten Schultern mit aller Gewalt durch den schmalen Spalt zu quetschen. André spürte die Nähe des Wehrwolfs, lange bevor er ihn sah. Das Geschöpf lauerte hinter der Gangbiegung. Er konnte seinen Zorn spüren, seinen grenzenlosen Hass auf alles Lebendige und vor allem Schöne, der das Geschöpf zerfraß. Aber vor allem spürte er seine Angst. Es kostete André nicht die geringste Mühe, dem Krallenhieb der Bestie auszuweichen, als er sich auf Händen und Knien um die Gangbiegung schob. Blitzschnell packte er den zuschlagenden Arm der Bestie, verdrehte ihn mit einem harten Ruck und warf sich gleichzeitig zur Seite. Der Angreifer stieß ein schrilles, hündisches Heulen aus, verlor den Boden unter den Füßen und prallte mit furchtbarer Wucht gegen den Felsen. Aus dem erschrockenen Heulen wurde ein fast menschliches Kreischen, das in ein Wimmern überging. Der Kampf wäre vorüber gewesen, noch bevor er wirklich begonnen hatte, wäre der Gang nur ein wenig höher gewesen. Als André auf die Füße sprang und sein Schwert hob, prallte sein Kopf so heftig gegen die Höhendecke, dass ihm für einen Moment die Sinne schwanden. Er sank auf die Knie, bis die Zähne zusammen, um einen Stöhnen zu unterdrücken, und kämpfte mit aller Macht darum, nicht das Bewusstsein zu verlieren. Bittere Galle sammelte sich unter seiner Zunge. Das Schwert in seiner Hand wurde schwerer und schwerer. Er nahm nur noch Schatten und tuschende Bewegungen war. Als sich sein Blick klärte und der pochende Schmerz in seinem Hinterkopf nachzulassen begann, hatte sich der Wehrwolf wieder in eine halbhockende Stellung erhoben. Seine schrecklichen, fingerlangen Reißzähne waren drohend gebleckt. Die Augen des Wesens glühten düster und unheimlich. Bruder Tobias hätte vielleicht eine natürliche Erklärung dafür gefunden, aber André schien es, als blicke er direkt in die Hölle. Die Kreatur versuchte sich aufzurichten, aber ihre Bewegungen waren fahrig und hatten keine Kraft mehr. Die furchtbaren Klauen, die Fleisch und Knochen so mühelos zerreißen konnten, kratzten hilflos über den Stein. Statt sich abzustoßen und auf seinen Gegner zu stürzen, fiel der Wehrwolf nach vorn. Sein missgestalteter Kiefer schlug mit solcher Wucht auf dem Stein auf, dass einer seiner Zähne abbrach und Blut aus seiner durchgebissenen Zunge über seine Lippen sprudelte. Aus dem drohenden Knurren wurde ein mitleiderregendes Winseln. Andrés Gedanken klärten sich allmählich. Er hörte, wie sich Abudun hinter ihm durch den Felsspalt schob und der Lärm, den er dabei verursachte, verriet ihm, dass der Nubier versuchte, sein Schwert zu heben und sich aufzurichten. Nicht, sagte er hastig. Er wusste nicht, ob Abudun auf seine Warnung reagierte, aber der Wehrwolf hob ruckartig den Kopf und starrte ihn an. Ein Ausdruck unsagbarer Qual erschien in seinen Augen und plötzlich war alles, was André empfand, tiefes, schmerzerfülltes Mitleid. In der Qual dieses bedauernswerten Geschöpfes erkannte er seine eigene wieder. Nicht, sagte er noch einmal. Diesmal gab das Wort dem Wehrwolf und in den Schmerz des Geschöpfes mischte sich verzweifelte Hoffnung. André senkte langsam und zitternd das Schwert. Die Spitze der hundertfach gefalteten scharfen Waffe aus damals Zähnenstahl deutete nun nicht mehr auf das Gesicht der Kreatur. Die dunkelrot glühenden Augen des Geschöpfes flackerten. Noch immer waren sie von Misstrauen und brodelndem Hass erfüllt. Nicht, sagte André zum dritten Mal. Wir müssen nicht kämpfen. Es ist nicht nötig, dass wir uns gegenseitig töten. Es war nicht zu erkennen, ob das Geschöpf seine Worte tatsächlich verstand oder nur auf den beruhigenden Ton oder seine Gesten reagierte. Aber als der Wehrwolf sich das nächste Mal in die Höhe stemmte, waren seine Bewegungen nur noch abwehrend. Seine Fänge und Krallen blitzten drohend, aber er würde nicht mehr angreifen. André konnte seine Angst riechen. Was bedeutet das? fragte Abudun hinter ihm. Seine Stimme zitterte vor Anspannung. Still, sagte André erschocken. Er wird uns nichts tun. Aber mach jetzt keinen Fehler. Ich flehe dich an. Langsam senkte er weiter das Schwert. Die Spitze der Klinge berührte den Felsboden mit einem klirrenden, nachhallenden Laut und ein Zucken durchlief den Wehrwolf. Der Zorn in seinen Augen war nun endgültig erloschen. André sah nur noch Angst und vollkommene Hoffnungslosigkeit. Da fasste er einen Entschluss. Sehr viel vorsichtiger als beim ersten Mal richtete er sich auf, schob das Schwert in den Gürtel und streckte dem Wehrwolf die nackte Hand entgegen. Abudun sog entsetzt die Luft zwischen den Zähnen ein. Wir sind nicht deine Feinde, sagte André langsam, laut und übermäßig betont, damit das Geschöpf seine Absicht verstand, wenn schon nicht die Worte. Der Wehrwolf winselte, in einer verkrümmten Haltung, zu der er weniger durch die niedrige Höhlendecke als vielmehr durch seinen missgestalteten Körper gezwungen wurde, stand er da. Bei Allah, keuchte Abudun. Was tust du? Nicht, sagte André erschrocken. Bitte, Abudun, schweig. Ich hoffe, ich weiß, was ich tue. Der Wehrwolf blickte Abudun und ihn abwechselnd und mit flackerndem Blick an. Seine schrecklichen Klauen öffneten und schlossen sich ununterbrochen, aber trotz der dolchlangen, mörderischen Krallen hatte diese Geste nichts Bedrohliches mehr. André konnte nicht sagen, wie viel Abudun sah, aber was er erblickte, zog sein Herz zu einem harten Stein zusammen. Das Geschöpf sah entsetzlich aus. André fragte sich, ob es der Wehrwolf war, der Abudun und ihn attackiert hatte, aber er bezweifelte es. Das Wesen sah nicht so aus, als sei es in der Lage, sich schnell zu bewegen. Seine Beine waren ungleich lang und das linke Knie war so unförmig angeschwollen, dass es fast unmöglich schien, dass das Wesen mehr als einen oder zwei Schritte tun konnte, ohne zu stürzen. Dasselbe galt für die Arme. Wo Ellbogen, Schulter und Handgelenke sein sollten, waren grässlich angeschwollene, nässende Geschwüre und verhärtete Knorpel. Der Körper des bemitleidenswerten Geschöpfes war mit zahllosen, eiternden Geschwüren und Wunden übersät, und auch das Blut, das über seine Lippen quoll, schien nicht allein aus seiner zerbissenen Zunge zu stammen. Bei Allah, mummelte Abudun, seine Stimme bebte. Was? Was ist das? Statt zu antworten, trat André mit ausgestreckter Hand einen halben Schritt weiter auf die Kreatur zu. Der Werwolf schnappte nach ihm, seine Zähne schlugen mit einem alarmierenden Laut zehn Zentimeter vor André's Fingern zusammen, aber selbst diese Bewegung war lediglich ein weiterer Ausdruck seiner Furcht. »Verstehst du mich?« fragte André. »Gott im Himmel, wenn es dich gibt, dann mach, dass es mich versteht. Lass es nicht so enden.« Das Geschöpf verstand ihn. Es konnte nicht antworten. Wenn es jemals menschliche Stimmbänder gehabt hatte, dann waren sie längst nicht mehr in der Lage, verständliche Laute oder gar Worte zu bilden. Dennoch verstand André es. Vielleicht, weil etwas in ihm schon zum Teil der Welt dieses entsetzlichen Geschöpfes geworden war. »Ich gehe jetzt weiter,« sagte André betont. »Ich will dir nichts tun. Und ich glaube, du willst mir auch nichts tun. Habe ich recht?« »Du bist völlig wahnsinnig,« murmelte Abudun. »Es wird dich zerreißen, sobald du ihm auch nur eine Sekunde lang den Rücken zudrehst.« Noch vor wenigen Augenblicken hätte André diese Einschätzung geteilt, aber seit er die grenzenlose Verzweiflung in den Augen des Geschöpfes erblickt hatte, war sein Misstrauen verschwunden. Er machte erneut eine besänftigende Geste in Abuduns Richtung, dann nahm er die Hand vom Schwertgriff und schob sich langsam mit angehaltenem Atem und ohne die Kreatur auch nur einen Sekundenbruchteil aus den Augen zu lassen. »An dem Wehrwolf vorbei!« Der Gang war so schmal, dass sie sich fast berührten, obwohl André sich mit dem Rücken an der Wand entlang schob. Er konnte den sauren Schweiß des Ungeheuers riechen, seine Krankheit und die rasende Furcht, die in ihm wühlte. Endlich hatte er das Ende des niedrigen Stollens erreicht. Vor ihm weitete sich der Fels zu einer gut zehn Meter hohen und mindestens fünfmal so langen, steinernen Kathedrale, die von zwei fast erloschenen Feuern in düsteres, blutfarbenes Licht getaucht wurde, das so schwach war, dass selbst er Mühe hatte, mehr als Schatten zu erkennen. André richtete sich auf und trat zwei Schritte in die Höhle hinein. Es waren fünf, und André konnte nicht sagen, wie viele von ihnen noch am Leben waren oder wie lange sie es noch sein würden. Die Hölle tat sich auf, aber vielleicht war es auch nur ein Blick in seine eigene Zukunft, den er erharschte. Bei Allah, keuchte Abudun hinter ihm. Was? Was ist das? Ich... Er begann zu wirken. Offensichtlich konnte er mehr sehen, als André angenommen hatte. Langsam und mit zitternden Knien trat André an die größere der beiden Feuerstellen heran. Die fünf Gestalten waren in einem unregelmäßigen Halbkreis darum verteilt. Es waren zwei Ausgewachsene und drei kleinere Gestalten, aber es war André unmöglich, mehr über sie zu sagen. Nicht einmal ihr Geschlecht ließ sich bestimmen, auch nicht, welcher Art sie angehörten. Was André erblickte, das war eine grässliche Mischung aus Mensch, Tier und... und noch etwas, für das ihm die Worte fehlten. Aber das... Das kann es nicht geben, stammelte Abudun. Das... Das kann nicht sein. André wollte antworten, aber seine Kehle war wie zugeschnürt. Er hatte gedacht, dass das Geschöpf draußen im Gang das entsetzlichste wäre, was er je gesehen hatte. Doch diese fünf Gestalten hier waren bemitleidenswerte Missgeburten, die einfach nicht leben konnten. André sank erschüttert auf die Knie und streckte die Hand nach einer zarten, kindergroßen Gestalt aus, wagte es aber nicht, die Bewegung zu Ende zu führen. Seine Finger zitterten nur Zentimeter von einem Gesicht entfernt, das einmal menschlich gewesen sein mochte. André schloss stöhnend die Augen. Großer Gott, flüsterte er. Gott, murmelte Abudun mit mühsam beherrschter, aber trotzdem hörbar zitternder Stimme. Wenn euer Gott so etwas zulässt, Hexenmeister, dann bin ich froh, nie zu ihm gebetet zu haben. André riss sich mühsam von dem entsetzlichen Anblick los, und es kostete ihn noch einmal unendlich viel Kraft, sich dazu zu zwingen, auch die anderen Gestalten aufmerksamer zu betrachten. Eine war offensichtlich tot, die anderen lagen im Sterben. André war sicher, dass keine von ihnen die Nacht überstehen würde. Er betete, dass es so sein würde. Schlürfende Schritte näherten sich. Schritte wie von jemandem, der nur mühsam sich zu bewegen imstande war und dem jede noch so kleine Regung, unendliche Mühe und grenzenlose Pein bereitete. André wandte den Kopf und warf einen raschen Blick in Abuduns aschfahles Gesicht, ehe er den Wehrwolf erkannte, der sich mühsam in ihre Richtung schleppte. Es war das Geschöpf aus dem Gang, aber etwas an seinem missgestalteten Gesicht kam André plötzlich auf so grässliche Weise bekannt vor, dass er fast in Panik den Blick abwandte und den Gedanken tief in sich erstickte, noch bevor er wirklich Gestalt annehmen konnte. André, was bedeutet das? stammelte Abudun. André konnte sich nicht erinnern, ihn jemals so erschüttert erlebt zu haben, wie jetzt. Auch er hatte sich auf die Knie herabsinken lassen, er hielt das Schwert noch immer in beiden Händen, aber er tat es auf eine Art, als wäre es keine Waffe mehr für ihn, sondern etwas, woran er sich mit verzweifelter Kraft festklammerte, um nicht endgültig den Halt zu verlieren. Sie sterben, antwortete André leise. Er war nicht einmal sicher, ob er die Worte wirklich aussprach oder nur dachte. »Hilfen«. André und Abudun fuhren im selben Moment wie unter einem Schlag zusammen und herum, als sie die zu einem furchtbaren Krächzen verzerrte Stimme hörten. Der Wehrwolf war herangekommen und dicht neben Abudun zu einem zitternden Bündel zusammengesunken. Sein Gesicht lag im Schatten, sodass der furchtbare Anblick André erspart blieb, aber die Stimme. Sie war kaum menschlich, ein gurgelndes Krächzen, Stimmbändern abgerungen, die nicht dazu geschaffen waren, von Laute einer menschlichen Sprache hervorzubringen. Aber er erkannte sie. »Bürger«, murmelte er fassungslos. »Das kann doch nicht sein.« Aber es war Bürgerstimme, so wie das schrecklich entstellte Gesicht immer noch Bürgers Gesicht war. Hätte er sich nicht geweigert, es sich einzugestehen, hätte er ihn schon draußen auf der Ebene erkannt. »Live uns«, krächtste Bürger. »Du kannst uns helfen.« Abuduns Augen quollen vor Entsetzen fast aus den Höhlen, aber er schwieg, und auch André ließ eine geraume Weile verstreichen, bevor er antwortete. »Helfen.« »Aber ich wüsste nicht wie, was ist hier geschehen?« Das etwas, dessen Gestalt Bürger angenommen hatte, hob mühsam den Arm und streckte eine zitternde Klaue in Andres Richtung aus, eine Geste unendlicher Hilflosigkeit und so flehend, dass André mehrmals schlucken musste, um den bitteren Kloß loszuwerden, der sich plötzlich in seiner Kehle gebildet hatte. »Bruder«, krächtste Bürger, »du bist wie wir, aber du lebst, du kennst das Geheimnis.« »Bruder«, André spürte, wie ihm ein eisiger Schau über den Rücken lief. »Ich, ich kann das nicht«, antwortete er leise, »ich weiß nicht, was mit euch geschehen ist und ich weiß auch nicht, wie ich euch helfen könnte. »Du hast mich«, krächtste Bürger. Er sprach langsam Mühe, vor allem mit großen Pausen und einer Stimme, die immer schwächer wurde, weil ihm das Sprechen so große Anstrengung abverlangte. Er brauchte Minuten, um wenige Sätze hervorzubringen, aber André zwang sich, ihm ruhig zuzuhören. »Du hast mich, ich kann das verstehen. Ich habe versucht, dich umzubringen und deshalb kannst du mir nicht helfen. Ich, ich wusste nicht, wer du bist.« »Das hat nichts damit zu tun«, widersprach André, aber Bürger schien seine Worte gar nicht gehört zu haben. »Ich bitte nicht für mich«, fuhr er stockend fort. »Töte mich, wenn es deinen Rache-Durst befriedigt. Töte mich oder oder sieh zu, wie ich sterbe, aber rette die anderen. Die anderen rette, rette meine Tochter.« André starrt entsetzt auf das Zitternde, kaum noch lebendig zunehmende Fellbündel, vor dem er kniete. »Das ist im Rett?« »Ist im Rett?« keuchte er. »Sie, sie ist unschuldig«, fuhr Bürger fort. »Ich habe den Tod verdient, aber sie hat ihr nichts getan. Rette sie, sie ist von deinem Blut.« »Was sagst du da?« murmelte Abudun. »Wir alle sind von deinem Blut«, stammelte Bürger. »Du bist wie wir, aber du wirst leben. Du weißt, wie man den zweiten Tod überwindet. Rette meine Tochter, ich nähe dich an.« Der Kloß in seinem Hals war wieder da, härter und bitter als zuvor. Plötzlich fiel es auch André schwer zu sprechen. »Es tut mir leid«, flüsterte er. »Aber ich kann das nicht. Ich würde es tun, wenn ich es könnte, aber weiß nicht, was ich tun kann.« Bürger wimmerte. André konnte sehen, wie auch noch das letzte bisschen Kraft aus seinem Körper wich und er ein zweites Mal und endgültig in sich zusammensackte. »Dann erweise uns eine letzte Gnade und töte uns, Bruder«, krächzte er. »Lass uns, lass uns nicht qualvoll sterben.« André schloss die Augen, nickte und legte die Hand auf den Schwertgriff, aber die Waffe schien plötzlich in ihrer ledernen Umhüllung festgewachsen zu sein. Es gelang ihm nicht, sie zu ziehen. »Ich kann es nicht«, sagte er. »Bitte verzeih mir, Bürger, aber ich kann nicht«. Er atmete tief und hörbar ein und aus. »Aber ich werde bei euch bleiben, bis es vorbei ist. Es wurde morgen, bevor André soweit war, sein Versprechen zur Gänze einzulösen. Bürger war nach einer Stunde gestorben und fast zur gleichen Zeit auch die anderen, aber der Todeskampf des bemitleidenswerten Geschöpfes, das noch vor wenigen Tagen seine zwölfjährige Tochter gewesen war, dauerte fast bis zum Sonnenaufgang. Vielleicht war es Zufall, vermutlich aber die Grausamkeit des Schicksals, das ihr nicht nur dieses unsagbare Leid angetan hatte, sondern ihr auch die Kraft und Zähigkeit der Jugend gab, mit der sie bis zum allerletzten Moment gegen das Unausweichliche kämpfte. Die Feuer waren längst heruntergebrannt und erloschen, aber von irgendwoher kam nicht ein flackernder grauer Schein, der alle Farben auslöschte und fast noch unheimlicher war als das rote Blutlicht der Feuer. Draußen musste bereits wieder heller Tag geworden sein, als sich Imrit ein letztes Mal aufbäumte und einen gellenden Schrei ausstieß, um dann endgültig zu erschlaffen. André atmete hörbar auf, als der Kopf des Mädchens zum letzten Mal in seinen Schoß sank. Neben ihm regte sich auch Abudun, zum ersten Mal seit Stunden, wie es ihm vorkam. Es ist vorbei. Allah sei Dank, sagte Abudun grimmig. Ich wusste nicht, dass du so grausam sein kannst. Grausam? Ich hätte es nicht mehr lange mit angesehen, antwortete Abudun. Warum hast du den Wunsch ihres Vaters nicht erfüllt und ihre Leiden beendet? André kannte die Antwort auf diese Frage. Tatsächlich war seine Hand im Laufe der Nacht mehr als einmal wie von einem eigenen Willen beseelt zum Gürtel gekrochen und hatte sich um den Schwert griff gelegt, aber jedes Mal hatte er den Arm wieder zurückgezogen, ohne die Waffe zu ziehen. Das Mädchen hatte sich mit dem Tod einen unglaublichen Kampf geliefert und jedes Mal, wenn sich ihr Körper erneut aufbäumte, jedes Mal, wenn sie dem Tod erneut getrotzt und einen weiteren qualvollen Atem zugenommen hatte, war die wahnsinnige Hoffnung in André stärker geworden. Die Hoffnung, dass sie es am Ende vielleicht doch schaffen könnte, dass etwas in ihr stärker war als das grausame Schicksal, das ihr ein zweites Leben geschenkt hatte, nur um es ihr nach kurzer Zeit erneut zu nehmen. Ich verstehe das nicht, sagte Abudun kopfschüttelnd. Das können nicht die Ungeheuer sein, vor denen Vater Ludowig und die gesamte heilige römische Inquisition zittern, oder? André schwieg. Abudun hatte nur ausgesprochen, was er die ganze Zeit über gespürt hatte, auch wenn dieser Gedanke noch nicht so klar formuliert gewesen war. Trotzdem nur schwachen Beleuchtung konnte er die Höhle weit genug übersehen, um zu erkennen, dass dies nicht einmal die schrecklichen Ungeheuer waren, vor denen Trendklamm zitterte. Er sah die kümmerlichen Überreste eines halb verhungerten Kaninchens, das wahrscheinlich schon zu Lebzeiten zu schwach gewesen war, um auf den Beinen zu halten. Sie hätten es sicherlich nicht geschafft, einer ausgewachsenen Kuh ein Bein auszureißen oder Vater Ludewig so zuzurechten, wie sie ihn gefunden hatten. André stand auf. Auch Abudun erhob sich und sah ihn auffordernd an, aber André machte keine Anstrengten, sich herumzudrehen und zum Ausgang zu gehen, sondern starrte weiter aus blicklosen Augen ins Leere. Wir können sie nicht begraben, sagte Abudun nach einer Weile. Ich weiß, antwortete André. Der Gedanke, die Toten einfach hier liegen zu lassen, war ihm zu wider, aber sie hatten keine andere Wahl. Sie verfügten weder über die Zeit, noch über die notwendigen Werkzeuge, um die Toten zu begraben. Und was machen wir jetzt? fragte Abudun, als André wieder schwieg. Was wir jetzt machen? André wusste genau, was Abudun meinte, aber er wollte nicht sprechen. Begriff der Nubier denn nicht, dass er im Moment überhaupt nichts tun wollte? Wir können unsere Wege gehen, antwortete Abudun. Er machte eine ausholende Handbewegung. Unsere Aufgabe ist erfüllt. Tobias wollte, dass die Ungeheuer vernichtet werden. Sie sind vernichtet. Diese bemitleidenswerten Geschöpfe sind tot, antwortete André. Das Ungeheuer, tja, erschüttelte den Kopf. Nein. Wiederwillig drehte er sich um und sah Abudun an. Ich fürchte, irrst dich, mein Freund. Es ist noch nicht vorbei. Abudun runzelte die Stirn. Du meinst, ich meine, dass hier irgendetwas nicht stimmt, sagte André lauter. Sieh dich doch um. Du glaubst doch auch nicht, dass das hier die blutgierigen Bestien sind, die seit Wochen die Menschen in Trennklammern Angst versetzen und das Vieh auf der Weide reißen. Sie waren krank, gab Abudun zu bedenken. Es muss nicht immer so gewesen sein und gestern haben sie uns angegriffen. Aus Verzweiflung, antwortete André heftig, sie hatten Angst, das ist alles. Hier stimmt etwas nicht, Abudun. Bruder Tobias hat sich entweder geirrt oder er hat uns belogen, führte Abudun den Satz zu Ende. Er grinste kalt. Obwohl ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, ich meine, er ist ein Mann der Kirche, die erwählten Verkünder des göttlichen Willens würden doch niemals absichtlich die Unwahrheit sagen, oder? Sein Zynismus, so vertraut er ihm auch war, brachte André schier zur Raserei. Als er auch diesmal nicht antwortete, geschah es aus dem einzigen Grund, dass er Abudun sonst beschimpft hätte. Du willst also wirklich zurück nach Trenklamer? fragte Abudun Kopfschüttelnd. Warum? Rechnest du damit, dass sie uns dankbar sein werden? Vermutlich konnten sie froh sein, wenn man ihnen nicht auf der Stelle die Kehlen durchschnitt, dachte André bitter. Laut sagte er, willst du die Menschen im Ort einfach ihrem Das ist deine Entscheidung, erwiderte André kühl. Er hob die Schultern. Bald geht die Sonne auf. Wenn wir uns beeilen, können wir noch vor Sonnenaufgang wieder ein Trennklamm sein. Du musst nicht mitkommen, wenn du nicht willst. Und dich alleine dein Unglück laufen lassen? schnaubte Abudun. Wenn ich dich länger als eine Stunde unbeobachtet lasse, machst du doch wieder nur irgendwelchen Unsinn. Versuch es nicht, mein Freund, sagte André leise. Was soll ich nicht versuchen? Mich aufzuheitern. Wer sagt, dass ich das vorhabe? Gegen sein Willen musste André lächeln. Er führte das Geplänke nicht weiter fort, sondern ging an Abudun vorbei zum Gang, blieb aber noch einmal stehen, bevor er die Hölle verließ. Selbst seine übermenschlich scharfen Augen sahen nicht mehr als ein Durcheinander aus Schatten und Umrissen, aber mehr musste er auch nicht erkennen. Er würde den Anblick nie wieder im Leben vergessen. Du hast den Versprechen nicht vergessen, fragte André leise. Unsinn, sagte Abudun. Dir wird nichts geschehen. Du bist unsterblich, hast du das schon vergessen? Das dachten Birger und die anderen auch, antwortete André leise. Ich will nicht enden Abudun. Das wirst du auch nicht, erwiderte Abudun. Du wirst nichts spüren. Das verspreche ich dir. Er gab sich einen sichtbaren Ruck. Schon weil ich dir gar nichts antun werde. Und jetzt komm, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Ganz wie André befürchtet hatte, gestaltete sich der Rückweg deutlich schwieriger als der Aufstieg. Sie brauchten länger als bis zur Mittagsstunde, um wieder zur Schattenklamm hinabzuklettern. Unten angekommen, waren beide so erschöpft, dass sie eine ganze Weile rasten mussten, ehe sie wieder genug Kraft gesammelt hatten, um ihren Weg fortzusetzen. Am Eingang der Schattenklamm erlebten sie eine unangenehme Überraschung. Die Pferde waren nicht mehr da. Na, genau das habe ich befürchtet, nörkelte Abudun. Und was machen wir jetzt? würden, bis sie irgendwann zurückkommen würden. Sie hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Tiere anzubinden. Er hob noch einmal die Schultern. Was sollen wir schon tun? Wir gehen zu Fuß. Dann erreichen wir Trennklamm heute nicht mehr, jedenfalls nicht vor Einbruch der Dunkelheit. Und ganz bestimmt nicht, wenn wir hier rumstehen und reden. André ging mit schnellen Schritten voran, noch bevor Abudun auch nur die Möglichkeit hatte zu antworten. Er mahnte sich selbst zur Mäßigung. Abudun hatte seine Anordnungen bisher mit Gleichmut ertragen, aber auch seine Geduld musste Grenzen kennen. Er hatte nicht das Recht, den Nubier für etwas zu bestrafen, woran diesen keine Schuld traf. Für die Strecke, die sie zu Pferde in weniger als einer Stunde zurückgelegt hatten, brauchten sie zu André entschied sich dafür, in der Almhütte zu übernachten. Abudun schwieg zu diesem Vorhaben, aber man musste keine Gedanken lesen können, um zu erkennen, wie wenig ihm die Vorstellung behagte. Aber sie waren beide erschöpft. Sie brauchten eine Rast und einen Ort, an dem sie wenigstens ein paar Stunden schlafen konnten. Die Hütte war verlassen. Jemand hatte Ludowigs Leichnam fortgeschafft barten ihm noch mehr. Zwei, vielleicht sogar drei Männer waren hier gewesen, um Vater Ludowig zu holen. Es konnte noch nicht lange zurückliegen. Einer von ihnen hatte draußen hinter der Hütte gegen die Wand uriniert und ein anderer hatte ganz leicht nach Weihrauch gerochen. Vielleicht war es Bruder Tobias gewesen. Es war unheimlich, aber André konnte sogar sagen, wie lange sie sich in der Hütte aufgehalten hatten. Wohlweislich erwähnte er Abudun gegenüber nichts davon. Stattdessen bedeutete er dem Nubier das einzige unbequeme Bett in der fensterlosen Hütte für sich zu nehmen und er stickte seinen Widerspruch mit der Ankündigung, dass er ohnehin noch nicht müde sei und bis Mitternacht draußen wache halten würde. Der Nubier wusste so gut wie André dass er nichts dergleichen vorhatte, aber er ließ es bei einem Kopf schütteln und war eingeschlafen noch bevor er sich ganz auf der Pritsche ausgestreckt hatte. André verließ die Hütte, entfernte sich ein paar Schritte und ließ sich mit untergeschlagenen Beinen ins Gras sinken, um dem Sonnenuntergang zuzusehen. Im Gegensatz zu dem, was er Abudun gegenüber behauptet hatte, war er furchtbar müde und zugleich von einer kribbelnden Unruhe erfüllt, die es ihm fast unmöglich machte, stillzusetzen. Nach einer Weile legte er den Kopf in den Nacken und sah in den Himmel hinauf. Die Sonne war mittlerweile vollkommen untergegangen, aber es war nicht wirklich dunkel geworden. Der Mond war am wolkenlosen Himmel zu einer nahezu perfekten Scheibe geworden. Morgen Nacht würde Vollmond sein, ob die Unruhe und die fremdartige erschreckende Gier, die er verspürte, damit zu tun hatten. André merkte nicht, dass sich seine Lippen zu einem bitteren gezogen. Er hatte immer geglaubt, dass es nichts gäbe, was ihn erschrecken könnte und nichts, was er wirklich fürchtete. Und nun tat er alles in seiner Macht stehende, um die Augen vor einer Wahrheit zu verschließen, die sich so überdeutlich offenbart hatte, dass auch Abudun sie längst erkannt hatte. Es hatte alles mit dem Mond zu tun. Er hob die Hand, hielt sie ins Mondlicht und betrachtete die feinen Härchen auf seinem Handrücken, die im kalten Licht der Nacht schimmerten wie Spinnweben aus Silber. War die Behaarung dichter geworden? Nein, entschied André, ihm wuchsen auch keine spitzen Ohren, und er musste auch nicht die Hand heben und sein Kinn betasten, um sich davon zu überzeugen, dass sich sein Gesicht noch nicht in eine spitze Wolfsgrimasse verwandelt hatte. Nein, so einfach war es nicht. Er würde sich gewiss nicht in eine missgestaltete Wolfskreatur verwandeln, und er würde auch nicht den Mond anheuen und nachts scharf auf den Weiden reißen. Was mit ihm geschah, war viel schrecklicher. Das Ungeheuer hatte ihn verändert, entweder als es ihn verletzt hatte, oder als er dessen Seele in sich aufgenommen und seine Lebenskraft verzehrt hatte, und diese Veränderung war noch immer nicht abgeschlossen. André wusste jetzt weniger denn je, was am Ende dieser Verwandlung stehen würde, aber er hatte entsetzliche Angst davor. Morgen, dachte er, morgen Nacht, war Vollmond. Spätestens dann würde er erfahren, was es ihm geworden war und wer den Kampf damals auf dem Weg zum Kloster wirklich gewonnen hatte. Er hörte ein Geräusch und reagierte mit einer Schnelligkeit, die ihn selbst verblüffte. Blitzschnell und dennoch lautlos sprang er auf die Füße und huschte geduckt zur Hütte zurück. Er konnte das Geräusch noch nicht zuordnen, wusste aber sofort, dass es nicht in diese Umgebung gehörte. Es bedeutete Gefahr. Mit angehaltenem Atem presste er sich in den Schatten der Almhütte und blickte aus eng zusammengekniffenen Augen in die Richtung, aus der das verräterische Geräusch gekommen war. Es waren Hufschläge. Er hörte den Hufschlag von mindestens drei, wenn nicht vier Pferden, obwohl der jenseitige Waldrand mehr als hundert Schritte entfernt war. Metall klirrte und er vernahm das Knarren von eingefettetem Sattelleder. Metall eine Waffengurte und Schwertscheiden, die gegen gepanzerte Oberschenkel und die Flanken der Pferde schlugen waren auszumachen, dazu das Brechen von Zweigen. Nur noch wenige Augenblicke und die Reiter würden die Alm erreicht haben. Aber wenn er nur ein winziges Quäntchen Glück hatte, würde die Zeit reichen. André huschte durch die Tür und setzte dazu an, Abuduns Namen zu rufen, doch es erwies sich nicht als notwendig. Obwohl er Nubia tief geschlafen hatte, waren seine Reflexe so gut wie eh und je. Doch bevor André den zweiten Schritt in die Hütte hineingetan hatte, fuhr er mit einer gleitenden Bewegung in die Höhe. Metall schimmerte in seiner Hand. André hatte nicht einmal gemerkt, dass er mit dem Schwert in der Hand eingeschlafen war. Was? fragte er knapp. Seine Stimme war klar, vollkommen wach und angespannt. Sie klang nicht wie die Stimme eines Mannes, der aus tiefstem Schlaf hochgeschreckt war. Soldaten, antwortete André ebenso knapp. Ohne ein weiteres Wort der Erklärung fuhr er wieder herum und blieb auf der Türschwelle stehen. Am Waldrand auf der anderen Seite der Alm waren zwei Pferde aufgetaucht. Die Reiter in ihren Sätteln waren hochgewachsen und dunkel gekleidet. Auf ihren Körpern brach sich schimmerndes Mondlicht. Sie trugen Rüstungen oder zumindest Brustharnische und Helme. Noch während André hinsah, gesäten sich ein weiterer und schließlich ein vierter Reiter zu den beiden Ersten. Verdammt, fluchte Abudun hinter ihm. Was um alles in der Welt suchen die hier? Na, was glaubst du wohl? murmelte André. Seine Gedanken überschlugen sich. Er zweifelte nicht daran, dass Abudun und er ohne größere Probleme mit diesen vier Männern fertig werden konnten, aber er wollte einen Kampf vermeiden. Sie waren nicht hier, um noch mehr Blut zu vergießen. Die vier hatten am Waldrand Halt gemacht und machten nicht nur keine Anstalten weiter zu reiten, sondern stiegen jetzt einer nach dem anderen aus dem Sattel. Sie blickten in Richtung der Hütte. André konnte zwar keine Einzelheiten erkennen, wohl aber die hellen Flächen ihrer Gesichter, denen das Mondlicht auch noch den letzten Rest von Farbe genommen hatte. Sie waren nicht zufällig hier. Aber André wusste auch, dass sie von ihrer Position aus so gut wie nichts erkennen konnten. Selbst er hätte die Hütte nur als schwarzen Schatten vor noch schwärzerem Hintergrund erkannt. Nuss, befahl er, und keinen Laut. Hintereinander huschten sie aus der Hütte. André verbarg das Schwert unter seinem Mantel, damit sich kein verirrter Lichtstrahl auf dem Metall der Klinge brechen und sie verraten konnte, behielt die Waffe aber in der Hand, während sie um das kleine Gebäude eilten und Schutz im tiefen Schatten auf seiner Rückseite suchten. Hier konnten sie nicht bleiben. Noch bevor sich André herumdrehte, spürte er, dass sich die Soldaten auf die Hütte zu in Bewegung gesetzt hatten. Sie gingen in gerader Linie, Stirn. Was er sah, gefiel ihm ganz und gar nicht. Wer immer diese Männer waren, sie schienen ganz genau zu wissen, wo und nach wem sie zu suchen hatten. Sie verstanden ihr Handwerk. André hatte eine genaue Vorstellung davon, wie es weitergehen würde. Die Männer würden sich der Hütte in einer weit auseinandergezogenen Linie nähern und das Gebäude in einer Zangenbewegung umgehen, bevor zwei oder vielleicht auch drei von ihnen die Tür einschlugen und mit gezückten Schwertern eindrangen. Ich nehme die beiden auf der rechten Seite, du die auf der anderen, flüsterte Abudun. André hob als Antwort nur die Schultern. Auch wenn er sich widerwillig eingestand, dass Abudun vermutlich recht hatte, hätte er einen Kampf dennoch lieber vermieden. Nicht nur, weil er jedem Kampf lieber aus dem Weg ging, statt ihn zu suchen. Diese Männer waren ihm vollkommen unbekannt. Er hatte keinen Grund, sie zu töten, und er hatte fast panische Angst vor dem, was vielleicht geschehen würde, wenn er das nächste Mal Blut vergießen würde. Diese mörderische Gier war noch immer in ihm, vielleicht nicht mehr ganz so wütend wie bisher, vielleicht aber auch nur schlafend. Er hatte vor nichts mehr Angst als davor, sie mit dem Geruch von Blut zu wecken. Machen wir es so, flüsterte Abudun, als er keine Antwort von André erhielt. Abermals hob André nur die Schultern. Mit seiner Frage erinnerte Abudun ihn an etwas, was ihm immer schmerzhafter deutlich wurde. Er begann Fehler zu machen, schwer wiegende Fehler. Es war, als müsse er für die zunehmende Schärfe seiner Sinne mit dem Verlust seiner Denkfähigkeit bezahlen. Zwar hatte er instinktiv richtig entschieden, die Hütte zu verlassen, in der Abudun und er in der Falle gesessen hätten, aber Schutz im Schatten auf ihrer Rückseite zu suchen, war ein großer Fehler gewesen. Es war dunkel, aber die Farbe der Felswand hinter ihnen war selbst in der Nacht hell genug, so dass sich ihre Gestalten deutlich davon abheben mussten. Trotzdem kam es nicht zum Kampf. Die Soldaten hatten die Hälfte der Bergwiese überwunden, als eine fünfte Gestalt am Waldesrand auftauchte, auch sie nur ein beinahe substanzloser Schatten. Dieser Reiter saß auf einem gewaltigen weißen Schlachtross. Unmittelbar vor dem dunkleren Hintergrund des Waldrandes hielt er sein Pferd einen Moment lang an, als lege er Wert darauf, gesehen zu werden. Dann ritt er los, im ersten Moment fast gemächlich, dann schneller und schließlich in rasendem Galopp. Aus dem Schatten wurde ein Umriss, der Tiefe gewann. Trotzdem blieb der Reiter ein Schemen in der Nacht, hinter dem die Schöße eines schwarzen Kapuzenmantels herflatterten. In seiner Hand blitzte ein Schwert, als er sich dem ersten, der noch immer ahnungslosen Soldaten näherte. Abuduns Augen wurden groß. Er sog scharf die Luft ein. Aber das ist doch … Er wollte aufspringen, aber es war viel zu spät. Die Männer waren noch mindestens dreißig oder vierzig Schritte entfernt, und der schwarz gekleidete Riese näherte sich ihnen unaufhaltsam und mit furchteinflößendem Tempo. Ja, du hast recht, Abudun, murmelte André. Das bist du. Erst im allerletzten Moment bemerkten die Männer die Gefahr, die sich ihnen näherte, und fuhren herum. Zu spät. Der Krummsäbel des Reiters fuhr herab und tötete den ersten Soldaten so schnell, dass er nicht einmal dazu kam, einen Schrei auszustoßen. Ohne auch nur einen Deut langsamer zu werden, riss der Angreifer sein Pferd herum, sprengte auf den nächsten Soldaten zu und schlug auch ihn zu Boden. Der Mann hatte nicht die geringste Möglichkeit, sich zu wehren. Trotzdem riss er sein Schwert in die Höhe, als der Krummsäbel des Angreifers niedersauste, aber das verlängerte sein Leben nur um den Bruchteil eines Herzschlages. Die Klinge des Soldaten zerbrach, und der Krummsäbel setzte seine tödliche Bahn fort und enthauptete den Mann. Die beiden überlebenden Soldaten taten das einzig Mögliche und suchten ihr Heil in der Flucht. Ihre Taktik, sich der Hütte in einer Angreifer verteidigen können, so aber hatte er leichtes Spiel mit ihnen. Nicht mal eine Minute, nachdem der erste Krieger gefallen war, sank auch der dritte unter einem furchtbaren Schwertieb des schwarz gekleideten Reiters zu Boden. Dann riss der unheimliche Angreifer sein Pferd herum und sprengte auch hinter dem letzten überlebenden Soldaten her. Erneut wollte Abudun aufspringen und wieder legte André ihm die Hand beschwichtigend auf den Unterarm. Warte! Abudun riss sich los, aber er lief nur wenige Schritte weit, ehe er stehen blieb und das Schwert sinken ließ. Aus der grenzenlosen Wut, die sich auf seinem Gesicht abzeichnete, wurden Überraschung und Unglauben und dann fassungsloses Staunen. Der schwarzgekleidete Riese hatte ohne Mühe auch den letzten flüchtenden Soldaten eingeholt und schwang sein Säbel. Aber der Hieb war schlecht gezielt, die Klinge streifte den Flüchtenden nur und schleuderte ihn nicht zu Boden, ließ ihn aber taumeln. Für den Angreifer selbst war sein eigener Hieb ungleich verheerender. Von der schieren Kraft seines eigenen Schlages nach vorne gerissen, verlor er den Halt im Sattel und wäre um ein Haar vom Pferd gestürzt. Der Krummsäbel entglitt seinen Fingern und verschwand in der Dunkelheit. Sein Pferd bäumte sich erschrocken auf, stieg wierend auf die Hinterläufe. Der Reiter klammerte sich mit verzweifelter Kraft an die Zügel, fügte dem Tier damit aber noch mehr Schmerzen zu, sodass es in Panik mit den Vorderhufen ausschlug, den Kopf zurückwarf und seinen Peiniger abschüttelte. Der Reiter sprang sofort wieder auf die Füße, machte aber nur einen einzelnen taumelnden Schritt, ehe er benommen stehen blieb, sich vorbeugte und die Handflächen auf die Oberschenkel stützte. Er brauchte nur einen Moment, um wieder zu Kräften zu kommen. Die wenigen Augenblicke reichten dem Soldaten jedoch, um seinen Vorsprung auszubauen. Er war verletzt und taumelte, aber die Todesangst gab ihm die Kraft, sein Tempo zu steigern. Der unheimliche Angreifer bückte sich nach seinem Schwert, er humpelte leicht, als hätte er sich bei seinem Sturz aus dem Sattel verletzt und er voller weitere kostbare Zeit damit, sein Pferd wieder einzufangen und aufzusitzen. Genug Zeit für den flüchtenden Soldaten, um den Waldrand zu erreichen und auf eines der dort angebundenen Pferde zu steigen. Keine Sorge, sagte André, murmelte Abudun. Sonst könnte er niemand davon berichten, dass hier ein großer schwarz gekleideter Moor sein Unwesen treibt und ahnungslose Soldaten abschlachtet. Er knoschte so laut mit den Zähnen, dass andere damit rechnete, Blut auf seinen Lippen zu säen, als er sich zu ihm umwandte. Ich nehme meinen Vorschlag zurück. Welchen? Unsere Wege zu gehen, sagte Abudun grimmig. Ich möchte jetzt doch deinem Freund Tobias die eine oder andere Frage stellen. Seltsam, antwortete André, aber ich hätte gerade dieselbe Idee. Er machte eine Kopfbewegung zum Waldrand und den dort angebundenen Pferden. Wenigstens müssen wir nicht zu Fuß gehen. Sie hatten den Feuerschein schon von weitem gesehen, ein unheimliches rotes Lodern, als wäre der Himmel mit Blut getränkt. Aber André hatte sich bis zum Schluss geweigert, seine Bedeutung zu verstehen. Ein brennender Heuhaufen, ein Lagerfeuer, um das sich die Dorfbewohner versammelt hatten, um ein Fest zu feiern oder Gäste willkommen zu heißen, ein Holzstapel, der Feuer gefangen hatte. Es war erstaunlich, auf wie viele überzeugende und auch abwegige Erklärungen sein Hirn kam, um nicht sehen zu müssen, was offensichtlich war. Es war einem Ende zum anderen. Obwohl sie am weiteren Halt gemacht hatten und auf die grausige Szene aus der gleichen Entfernung wie am Tag ihrer Ankunft hinabblickten, hatte André das schreckliche Gefühl, die Hitze der brennenden Häuser auf dem Gesicht zu spüren und den Gestank von brennendem Holz und Stroh und vor allem Fleisch zu riechen. Er spürte weder die Hitze noch roch irgendetwas anderes als die kalte klare Luft, die von den Bergen herabströmte und Rauch und Brandgeruch von ihnen vortrug. Lange Zeit sahen sie schweigend nebeneinander in den Sätteln und sahen auf den brennenden Ort hinab. Winzig erscheinende Gestalten bewegten sich zwischen den brennenden Gebäuden. André erkannte sehr wohl, dass sie viel zu weit entfernt waren, um Einzelheiten zu sehen, aber es war wie mit dem Gestank und der Hitze, er wusste, was dort unten geschah. Da scheint jemand vorschnell gewesen zu sein, sagte Abudun nach einer Weile, die vermutlich nur Augenblicke gewährt hatte, André aber wie eine Ewigkeit vorkam. Oder waren wir drei Tage länger in den Bergen als ich dachte? Auf jeden Fall zu lange, antwortete André ohne den Blick von der brennenden Ortschaft zu nehmen. Seine überempfindlichen Augen schmerzten und begannen allmählich zu tränen, aber er war nicht in der Lage, den Blick von der schrecklichen Szenerie abzuwenden. Er konnte nicht sagen, wie viele der winzigen, um ihr Leben rennenden Gestalten wirklich dort unten zu sehen waren und wie viele seiner Einbildung entsprangen. Oder gerade lange genug bisperte eine dünne Stimme irgendwo in seinen Gedanken. Dann schaudert durch vor ihn. Er hatte das Gefühl, dass jetzt alles einen Sinn ergab. Alle Antworten lagen vor ihm, aber er fand die richtigen Fragen nicht. Was sollen wir tun? fragte Abudun. André hob die Schultern. Er kannte auch diese Antwort. Wir könnten immer noch davon reiten, schlug Abudun vor. Schon der Ton, in dem er diese Worte aussprach, trug die Antwort in sich. André machte sich nicht einmal die Mühe, etwas zu entgegnen. Dort unten sind mindestens fünfzig Soldaten, sagte Abudun, was nach André's Einschätzung übertrieben war. Trennklamm hatte zwar an die hundert Einwohner, aber es brauchte keine fünfzig Soldaten, um ein Bauerndorf dieser Größenordnung auszulöschen. Wenn die Männer dort unten ihr Handwerk verstanden, woran André keine Sekunde lang zweifelte, dann reichten fünfzehn Männer. Mehr nicht, fragte er kalt, wenn es so ist, dann reicht es, wenn du mir Rückendeckung gibst, Abudun sefftste. Du meinst das ernst, wie? Du willst tatsächlich dort hinunter gehen und sie alle erschlagen. André versuchte mehr Einzelheiten in dem Gewirr aus loderndem roten und gelbem Licht und vollkommener Dunkelheit unter ihnen zu erkennen, aber es gelang ihm nicht. Immerhin sah er, dass es ein Gebäude in Trennklamm zu geben schien, das die Angreifer bisher verschont hatten, die Kirche. Aber vielleicht brannte die Kirche nicht, weil sie das einzige Gebäude des ganzen Ortes war, das aus Stein gebaut war. Ich weiß nicht, was ich meine, sagte er leise, mehr an sich selbst gewandt als an Abudun. Mit einer fast übermenschlichen Anstrengung riss er sich vom Anblick des brennenden Dorfes los und sah den Nubia an. Ich weiß nicht, was ich will. Sag du es mir. Das eben holzfarbene Gesicht des nubischen Riesen blieb vollkommen ausdruckslos. Wir haben deine Heimat verlassen, weil du des Krieges müde warst, Hexenmeister, erinnerte er André leise, fast sanft. Bist du sicher, dass wir hierher gekommen sind, nur um gleich einen Neuen anzufangen. Er ist doch längst im Gange, antwortete André leise, ob mit oder ohne uns. Ohne uns wär mir lieber, sagte Abudun, aber er klang nicht überzeugend. Der Soldat wird geredet haben, gab André zu bedenken. Wer immer in deine Verkleidung geschlüpft ist, um die drei Soldaten zu erschlagen, wollte, dass er entkommt. Du fällst auf, mein Freund, man wird käme. Wäre ein reicher Mann, sagte er. Dann schürzte er die Lippen. Andererseits hast du recht, Hexenmeister. Weißt du, dieser Kerl hat meinen Mantel, und den hätte ich gerne zurück. Er hob die Schultern. Ich hänge daran. Nach André's Meinung war dies kaum der richtige Moment für Scherzer, nicht einmal, wenn man Abuduns Humor kannte, der mindestens so schwarz war wie sein Gesicht. Statt zu antworten, schloss André für einen langen Moment die Augen und legte den Kopf in den Nacken, bevor er die Lieder wieder hob. Der Himmel war noch immer wolkenlos und der Mond schien größer geworden zu sein. Mitternacht war längst vorüber. Er schätzte, kaum mehr als drei oder vier Stunden bis Sonnenaufgang blieben. Vier Stunden, in denen Trennklamm bis auf die Grundmauer niederbrennen würde. Es gab nichts, was sie dagegen tun konnten. Aber vielleicht gab es noch ein paar Leben, die sie retten konnten. Du reitest zum Kloster, sagte er. Bruder Tobias wird bestimmt erfreut sein, dich wiederzusehen, aber lass ihn am Leben. Ich muss ihm ein paar sehr wichtige Fragen stellen. Das werde ich nicht tun, Abudun klang bestimmt. Tobias am Leben lassen? Dich allein dorthin untergehen allein haben willst, aber diesmal fall ich nicht darauf rein. André starrte ihn an. Abuduns breites Grinsen hielt noch einen Moment lang an. Du wirst es nicht allein schaffen dort unten, sagte er. André schwieg beharrlich weiter, und nach einem weiteren Moment begann sich Abuduns Gesicht zu verdüstern. Wahrscheinlich lag es nun am schwachen Licht der Nacht, aber André kam es plötzlich schwärzer vor als sonst. Ich weiß, wie zäh du bist, erwiderte Abudun. Aber du bist weder wirklich unsterblich noch unbesiegbar. Er hob die Schultern. Muss ich dich daran erinnern, dass selbst ich dich schon einmal besiegt habe? André schwieg. Ich verstehe, seufzte Abudun. Du willst sterben. Du weißt doch, dass ich das gar nicht kann. Du willst sterben, weil du Angst hast. Abudun überhörte seine Antwort. Du fühlst dich für das alles hier verantwortlich und außerdem hast du Angst vor Morgen Nacht. Er macht eine Kopfbewegung zum Himmel. Morgen ist Vollmond. Du glaubst doch nicht etwa all diesen Unsinn, den man sich über Wehrwaffe erzählt. So wenig wie ich an Vampire glaube, sagte Abudun. Das ist ein Unterschied, unterbrach ihn Abudun. Ich denke nicht. Und selbst wenn, für dich ist es keiner. Du willst sterben, aber das würde ich nicht zulassen, verstehst du? Sich einfach aus dem Staub zu machen, ist feige. Selbst wenn es so wäre, glaubst du, dass es mir hilft, wenn du ebenfalls umgebracht wirst? Was glaubst du, wie lange ich noch lebe ohne dich? Abudun schüttelte grimmig den Kopf. Du hattest viele Gelegenheiten, Hexenmeister, jetzt wirst du mich nicht mehr los. Rasende Wut kochte in André hoch. Er musste sich mit aller Macht beherrschen, um nicht herumzufahren und Abudun niederzuschlagen. Statt ihn anzuschreien, sagte er jedoch nur mit leiser, vor Anspannung zitternder Stimme, ich hab dich für klüger gehalten, Pirat. Willst du sterben? Hm, früher oder später tun wir das doch alle, oder? Abgesehen von dir vielleicht. Wenn du jetzt mit mir kommst, wird es eher früher der Fall sein als später, sehr viel früher. Um seine Wut zu beherrschen, zwang er sich Abudun mit einer vernünftigen Begründung zu überzeugen, als ob Begründungen noch von Bedeutung gewesen wären. Sollte der Soldat wieder zurückgekehrt sein, überlebst du nicht einmal die erste Minute. Abudun schwieg. André konnte sehen, wie es hinter seinen dunklen Augen arbeitete, aber er schluckte jede Erwiderung hinunter, die ihm auf der Zunge lag. Vielleicht sah er das, was André gesagt hatte, tatsächlich ein. Wahrscheinlicher aber war, dass er seine Wut spürte und genau wusste, dass jede denkbare Antwort zu einem Streit führen konnte. Es ist wichtig, Abudun, fuhr André fort. Ich muss mit Tobias reden. Du kannst hinterher Leben könnte davon abhängen und das Leben anderer auch. Dafür, dass du so sehr an deinem Leben hängst, gehst du ziemlich leichtfertig damit um, gräute Abudun, zuckte zugleich aber mit den Schultern und machte sich daran, das Pferd auf dem schmalen Weg zu wenden. Es war nicht einfach, ebenso viel das andere schwer, dem Tier, das sie am weiteren gefunden hatten, seinen Willen aufzuzwingen, die Pferde waren erstaunlich widerspenstig. Ich warte bis zum nächsten Sonnenaufgang auf dich, sagte Abudun, kein Augenblick länger. André nickte ihm nur zum Abschied zu. Er wartete, bis der Nubir verschwunden war, dann drehte auch er sein Pferd herum und ritt langsam weiter, hin und ins Tal, dem brennenden Ort entgegen. Die Stadt loderte nicht von einem Ende zum anderen, wie es vom Berg hinab den Anschein gehabt hatte, aber die Zerstörung des Dorfes war dennoch weit fortgeschritten. Etwa ein Drittel der Gebäude stand in hellen Flammen oder war bereits niedergebrannt und zu rauchenden Ruin geworden. Skelette aus schwarz gewordenen Mürben Balken, die noch immer mörderische Hitze und Gestank verströmten oder auch manns hohe Aschehaufen, denen es hier und da noch rot glühte, säumten seinen Weg. Trümmer lagen verstreut auf der schmalen Straße, die sich zwischen den Häusern hindurch schlängelte, aber André fiel auf, dass es einzig Trümmer und Überreste der brennenden Gebäude waren, verkohlte Balken, hölzerne Dachschindeln und verbrannte Stroh. Keine Möbelstücke, keine Kleider, keine weggeworfenen oder verlorenen Habseligkeiten, die von dem verzweifelten Versuch der Menschen kündeten, wenigstens einen Teil ihres Besitzes aus den Flammen zu retten. Was über Trennklamm gekommen war, war kein Unglücksfall gewesen. Den ersten Toten fand André kaum, dass er die Ortsgrenze überquert hatte. Der Mann lag mit ausgestreckten Gliedern mitten auf dem Weg. Er war kein Opfer der Flammen geworden, auch wenn sein Körper schlimme Verbrennungen aufwies. Was ihn getötet hatte, war jedoch zweifelsfrei der Armbrustbolzen gewesen, der zwischen seinen Schulterblättern herausragte. André machte sich nicht die Mühe, aus dem Sattel zu steigen, um den Toten zu untersuchen. Er kannte den Mann nicht, schloss jedoch aus seiner Kleidung, dass er zu den Dorfbewohnern gehört haben musste. Er konnte nichts mehr für ihn tun. Selbst ohne seine unheimlichen Instinkte hätte er auf Anhieb gesehen, dass er tot war. Nachdem ihn der Bolzen niedergeworfen hatte, waren brennendes Holz und Stroh auf ihn hinabgeregnet und hatten seine Kleider und sein Haar in Brand gesetzt und ihm weitere Wunden zugefügt, die kein Mensch hätte überleben können. Der Ausdruck auf seinem geschwärzten Gesicht verriet, dass er schnell gestorben war, ohne lange leiden zu müssen. André mutmaßte, dass dies längst nicht für alle Bewohner des Dorfes galt. Spätestens jetzt wurde ihm klar, wie schrecklich sich Bruder Tobias geirrt hatte. Vater Benedikt hatte keine zehn Tage gebraucht, um zum Landgrafen und zurückzureiten. Er war längst wieder heimgekehrt, und er war nicht allein gekommen. André konnte die Spuren der Inquisition erkennen. Wieder begann sich Dumfer Zorn in ihm bereit zu machen, aber diesmal versuchte er nicht, ihn niederzukämpfen. Während er langsam weiter in den Ort hineinritt, wuchs in ihm eine kalte Entschlossenheit, Benedikt und die Männer, die mit ihm gekommen waren, zu töten. Sie hatten kein Recht, so etwas zu tun. Niemand. Niemand hatte das Recht. Plötzlich wurde ihm deutlich, was er gerade gedacht hatte, und ein eisiger Schauer lief ihm über den Rücken. Sein Zorn war verständlich, aber es war noch gar nicht so lange her, da hatte ein anderes Dorf gebrannt, auf der anderen Seite der Berge und in einem anderen Land. Aber aus demselben Grund. Wer war er, dass er sich anmaßte, entscheiden zu können, was richtig war und was falsch? Vielleicht war diese Frage falsch gestellt. Vielleicht musste sie lauten. Wer war er geworden? Er verscheuchte den Gedanken und konzentrierte sich mit aller Macht auf die Straße, die er entlangritt. Seine Augen tränten von dem grellen Licht und von dem beißenden Rauch, den die brennenden Häuser verströmten. Das Prasseln der Flammen war so laut, dass es jedes andere Geräusch übertönte. Das Feuer machte das Pferd so unruhig, dass andere immer größere Mühe hatte, das Tier unter Kontrolle zu halten. Aber Lärm, Licht und Hitze, die ihm so große Schwierigkeiten bereiteten, waren zugleich auch seine Verbündeten. Er musste sich keine Gedanken darüber machen, frühzeitig gesehen zu werden, denn das Wüten der Zerstörung gab ihm zugleich auch Deckung. Weiter zur Dorfmitte hin nahm die Anzahl der brennenden Gebäude sogar noch zu. Lärm und Licht würden dort vermutlich unerträglich sein. Das Pferd scheute, als ein brennender Strohhalm auf seine Mähne fiel und der Schmerz tief in seinen Hals biss, diesmal so überraschend und heftig, dass André es nicht sofort wieder an seine Gewalt brachte. Das Tier versuchte auszubrechen, stieg auf die Hinterläufe und schlug wild mit den Vorderhufen aus, aber André zwang es mit roher Gewalt wieder an seinen Willen. Erst danach stug er mit dem Handrücken nach dem brennenden Stroh und fegte es davon. Das Pferd nutzte die winzige Unaufmerksamkeit, um erneut auszubrechen. Diesmal versuchte es nicht, seinen unwillkommenen Reiter abzuschütteln, sondern ging einfach mit ihm durch, und dieser zweite Ausbruchsversuch war selbst für André nicht aufzuhalten. Er versuchte hastig, sich an Zaumzeug und Sattel festzuklammern, aber seine Reaktion kam zu spät. Er verlor den Hals, stürzte rücklinks aus dem Sattel und landete so heftig auf dem Bauch, dass er einen Moment lang benommen war und mit geschlossenen Augen und stöhnend liegen blieb. Sein rechtes Knie fühlte sich an, als hätte jemand einen glühenden Nagel hindurchgetrieben, und er spürte, wie warmes Blut an seinem Bein hinunterlief. Als seine Gedanken aufhörten, sich wie wild im Kreise zu drehen, hörte er ein gehässiges Lachen. Hinter ihm ertönte dumpfes Hufscharren. »Ich sage doch immer, dass du ein miserabler Reiter bist, Hässler«, sagte eine Stimme. »Du hast dein Tier einfach nicht unter Kontrolle und«. André stemmte sich mühsam und mit zusammengebissenen Zähnen hoch und drehte sich in der gleichen Bewegung herum. Die Worte brachen mitten im Satz ab und gingen in einen überraschten Laut über. Hinter ihm war ein Reiter aufgetaucht. Der Mann war ein gutes Stück größer als er und fast so breitschulterig wie Abudun, wirkte aber viel plumper. Sein Pferd war auf die gleiche Art gezäumt wie das, von dem André gerade heruntergefallen war, und auch seine Kleidung lichtär, die André trug. Sie hatten beide dunkle Hosen und helle Hemden an, aber wo André ein schwarzes Wams über dem Hemd trug, hatte der André eine mit ledernen Nieten besetzte Weste. Er trug schwere Lederbänder um das Handgelenk und eine ebenfalls lederne Kappe, die mit zahlreichen Nieten verstärkt war, sodass sie ihren Träger fast so zuverlässig schützte wie ein Helm, aber nicht dessen hinderliches Gewicht besaß. Das Ganze sah aus wie ein Uniform und in dem schlechten Licht, und bei all dem Rauch war die Ähnlichkeit wohl gerade groß genug gewesen, André mit einem seiner Kameraden zu verwechseln. Und vielleicht war das auch der einzige Grund, aus dem er nicht angegriffen worden war, dachte André. Er hatte sich zu sehr darauf verlassen, dass ihn seine neu erworbenen wölfischen Instinkte vor jedem Hinterhalt warnen würden, ein Fehler, der ihm bestimmt nicht noch einmal unterlaufen würde. Auch der André hatte seinen Irrtum schnell erkannt. Aus der Schadenfreude, die er auf seinem Gesicht gelegen hatte, war Überraschung geworden, die je in Misstrauen und Wut umschlug, als er in André's Gesicht blickte, und er begriff, dass er nicht seinem Kameraden gegenüberstand. Einen Herzschlag lang saß er reglos im Sattel und starrte auf ihn hinab, und André konnte in seinen Augen lesen, wie er ihn einzuschätzen versuchte. »Wer bist du?« fragte er. Seine rechte Hand glitt zum Griff des plumpen Schwertes, das er im Gürtel trug, und André musste sich beherrschen, um nicht dasselbe zu tun. Der Mann unterschätzte ihn, was jedem passierte, der André zum ersten Mal sah. Er war weder besonders groß, noch von außergewöhnlich kräftiger Statur. Außerdem war der Reiter Zeuge gewesen, wie André ungeschickt vom Pferd gestürzt war. Wenn er sein Pferd herumriss und davonspringte, hatte André keine Möglichkeit, ihn einzuholen. Er stand drei oder vier Meter entfernt, und André's Knie pochte noch immer vor Schmerz. Es würde Minuten dauern, bis er wieder in der Lage war, zu laufen oder auch nur normal zu gehen. »Wer du bist, habe ich gefragt,« wiederholte der Soldat. Dann beging er ein Fehler, der ihn das Leben kosten sollte. Er schwang sich mit einer zornigen Bewegung aus dem Sattel, zog das Schwert halb aus dem Gürtel und ließ den Griff dann mit einem verächtlichen Laut wieder los, während er auf André zutrat. Bei einem Gegner, der sich nur mühsam auf dem Bein halten konnte und kaum halb so viel wog wie er, glaubte er, keine Waffe nötig zu haben. »Hast du deine Zunge verschluckt, Bauerntöpel?« fragte er. »Wie kommst du an Hesslers Pferd? Hast du es ihm gestohlen, wie?« »Nein, Herr,« antwortete André leise. Er tat so, als ob er eingeschüchtert den Blick senken würde, und machte zugleich einen humpelnden Schritt zurück, der keinen anderen Sinn hatte als den, sein Knie auf die Probe zu stellen. Es hat noch immer weh, aber er konnte sich bewegen. »Ich hab es nicht gestohlen.« »Wie kommst du dann an das Pferd?« wollte der Soldat wissen. Das Misstrauen in seinem Gesicht war mittlerweile vollends erloschen und hatte einer boshaften Vorfreude Platz gemacht. »Hä, das spielt keine Rolle. Ich werd ihn fragen. Oder besser noch, ich heb dich für ihn auf, damit er dich fragen kann, wenn er zurück ist. Ich fürchte nur«, er lachte hart. »Ha, ha, ha, dass er nicht besonders guter Laune sein wird, wenn er den ganzen Weg von der Alm hinab zu Fuß laufen musste.« »Das muss er nicht«, antwortete André. Der Soldat blieb stehen. »Wie? Wie meinst du das?« »Weil er tot ist«, sagte André. »Und du wirst es auch gleich sein.« Diese Unverschämtheit verstug dem Soldaten die Sprache. Einen Augenblick lang starrte er André mit offenem Mund an, dann verzerrte sich sein Gesicht vor Wut und er stürzte sich mit hochgerissenen Fäusten auf seinen viel kleineren Gegner. André empfing ihn mit einem Fußtritt, der zwar eine neue Woge heißer Schmerzen durch sein Knie jagte, den Burschen aber auch stolpern und mit einem hilflosen Krächzen auf die Knie fallen ließ, wo er sich würgend krümmte. Vermutlich wurde ihm bereits in diesem Moment klar, dass er seinen Gegner falsch eingeschätzt hatte. André trat ruhig auf ihn zu, wartete, bis er wieder zu Atem gekommen war und nach dem Schwert zu greifen versuchte, und entrang ihm die Waffe ohne die geringste Anstrengung. Mit der linken Hand schleuderte er das Schwert über die Schulter davon, mit der anderen schlug er dem Soldaten gleichzeitig so hart ins Gesicht, dass dieser nach hinten geworfen wurde und endgültig auf den Rücken fiel. »Um deine Frage zu beantworten, mein Freund«, sagte er, »mein Name ist André Delany. Ich stamme nicht aus dem Dorf, ich bin hier nur zu Gast, genau wie du. Aber ich habe den Eindruck«, er sah sich um, »dass ihr euch nicht wie Gäste benehmt.« »Habt ihr das Dorf angezündet?« Der Soldat stemmte sich stöhnt auf die Ellbogen hoch. Sein Gesicht war grau vor Schmerz und Blut überströmt, und er bekam immer noch nicht richtig Luft. Aber das Flackern in dem Blick, mit dem ihr André maß, zeugte von viel mehr Wut als Schmerz oder gar Angst. Der Soldat hatte keineswegs aufgegeben, sondern betrachtete ihn mit neuem Respekt, während er vermutlich überlegte, auf welche Weise er ihn angreifen würde. Er beantwortete Andrés Frage auch nicht, sondern stellte selbst eine. »Hast du Hessler getötet?« »Nein«, antwortete André wahrheitsgemäß. »Aber ich war dabei, als er starb«, er wich einen halben Schritt zurück, um nicht in unmittelbarer Reichweite des Soldaten zu sein, falls dieser überraschend aufspringen sollte, und zog nun sein eigenes Schwert. Die Blicke des Mannes streiften kurz die Waffe, ehe sie sich wieder auf sein Gesicht richteten. André sah, wie er vorsichtig die Muskeln anspannte und versuchte, die Beine auf eine Art anzuwinkeln, die nicht sofort auffiel. »Wer? Wer bist du?« fragte der Soldat noch einmal. »Was willst du hier?« André seufzte. »Also so geht das nicht, mein Freund«, sagte er. »Du stellst mir nur Fragen, aber du gibst mir keine Antworten.« Vorsichtig ließ er sich in die Hocke sinken und streckte das Schwert vor. Er hatte nicht vor, ihn zu treffen, aber der Mann prallte erschrocken zurück. Ich schlage vor, du fängst damit an, meine Fragen zu beantworten. »Du bist tot, Teufel«, zischte der Soldat. Seine Stimme zitterte vor Wut, immer noch nicht vor Furcht. Er hatte keine Angst, sondern wartete nur auf eine Gelegenheit, sich zur Wehr zu setzen. André konnte all dies in seinen Blicken lesen, aber viel deutlicher noch konnte er es riechen. Er musste vorsichtig sein. Wenn er den Mann töten musste, dann schnell. Der Wolf in ihm begann immer stärker zu erwachen. Er durfte ihm kein Blut zu schmecken geben. »Ich will dir nichts antun«, sagte er ruhig. Er zog das Schwert zurück, zögerte einen winzigen Moment und schob es dann in den Gürtel. Der Soldat hielt dies vermutlich für einen Fehler, aber für André war es überlebenswichtig. Die Dunkelheit in ihm wurde machtvoller. »Beantworte meine Fragen und ich lasse dich am Leben.« »Du bist von Sinnen«, antwortete der Soldat. Er lachte hässlich. »Du wirst sterben, ganz egal, mit welchem Teufel du im Bunde bist. Du bist schon tot. Wir werden dich vernichten, dich und deine Teufelsbrut.« »Weil ihr so viele seid?« »Genug für dich«, entgegnete der Soldat. Jede Spur von Furcht war aus seiner Stimme gewichen, jetzt da André das Schwert eingesteckt hatte. »Wir haben dieses Teufelsnest ausgebrannt und du wirst ebenfalls brennen.« »Wir? Du gehörst zu den Leuten des Landgrafen?« Der Soldat richtete sich erneut auf. Die Bewegung war langsam aber sehr zielgerichtet. André wollte nicht mit ihm kämpfen, aber er spürte, dass er es musste. Einer von ihnen würde diesen Ort nicht lebend verlassen. Langsam stand auch er auf und verschränkte die Arme vor der Brust. »Geh«, sagte er ruhig, »Steig auf dein Pferd und reite davon, dann bleibst du am Leben.« Statt zu antworten, stieß der Soldat ein wütendes Knurren aus und stürzte sich auf ihn. André empfing ihn auf die gleiche Art wie das erste Mal mit einem Fußtritt in die Weichteile. Aber damit hatte der Soldat gerechnet. Mit einer blitzschnellen Bewegung fing er Andrés Fuß ab und drehte ihn mit einem Ruck herum, der seinen Knöchel gebrochen hätte. Hätte André nicht genau das erwartet und sich herumgeworfen. Er belies es nicht mit einer halben Drehung. Für einen Sekundenbruchteil lag sein Körper nahezu waagerecht in der Luft. Dann stieß er mit dem linken Bein zu, rammte dem Soldaten den Fuß mit solcher Gewalt ins Gesicht, dass sein Kiefer brach. Der Soldat kippte mit einem gurgelnden Schrei um, schlug die Hände vor das Gesicht und begann zu wimmern, während André mit einer fast anmutig erscheinenden Rolle wieder auf die Füße kam und über ihm war, noch bevor er wirklich begriff, wie ihm geschah. »Ich sag es noch einmal«, sagte André mit leiser, mühsam beherrschter Stimme. »Geh«, dachte er verzweifelt, »steig auf dein Pferd und geh. Ich will dich nicht töten. Ich darf es nicht. Steig auf dein Pferd und verschwinde, solange du es noch kannst.« Der Soldat kämpfte sich taumelnd auf die Füße. Sein Gesicht war zu einer verzerrten, blutigen Fratze geworden. In seinen Augen loderte der Wahnsinn. Er hatte nicht gehört, was André sagte. Blut lief in Strömen aus seinem zerschmetterten Mund, und André sah, dass ihm mehrere Zähne fehlten. Er musste allein vor Schmerzen fast verrückt werden, aber er gehörte nicht zu den Männern die Aufgaben, wenn sie begriffen, dass sein Kampf verloren war. Dennoch versuchte es André. Als der Soldat heranstürmte, machte er einen Schritt zur Seite und ließ ihn über sein vorgestrecktes Bein stoipern. Während der Angreifer fiel, rammte er ihm den Ellbogen in den Nacken. Der Soldat stürzte mit weit vorgestreckten Armen zu Boden und schlitterte meterweit davon. »Bleib liegen«, dachte André fast verzweifelt, »bleib in Gottes Namen liegen«. Sein Gebet wurde nicht erhört. Der Soldat stemmte sich wimmernd in die Höhe, spuckte Blut und Zähne und versuchte, sich zu ihm herumzudrehen. André hämmerte ihm die Faust gegen die Schläfe, war mit einem Satz hinter ihm und schlang dem Mann den Arm um den Hals, bis dieser in seinem Griff zusammensackte. Eine schnelle Drehung, ein Ruck, und es wäre vorbei gewesen. Zweifellos hatte der Mann den Tod verdient, aber er wollte ihn nicht töten, noch immer nicht, er durfte es nicht. Wenn er jetzt Blut vergoss, dann hatte der Wolf in ihm gewonnen. Der Mann regte sich nur noch schwach, aber er bewegte sich, und das Schicksal war grausam genug, ihn nicht das Bewusstsein verlieren zu lassen, was ihm möglicherweise das Leben gerettet hätte. Seine Sinne klärten sich rasch, er bäumte sich in André's Griff auf und schlug ziellos nach hinten. André's Fingernägel schrammten über die Wange des Soldaten und hinterließen vier brennende Spuren aus blutigem Schmerz, und etwas in André zerbrach. Blut. Er roch das Blut des Mannes und spürte seinen Schmerz, und der Wolf in ihm stürzte sich mit einem gierigen Heulen auf die hilflose Beute, fegte den jämmerlichen Rest von André's freiem Willen davon und übernahm endgültig die Kontrolle. Es war wie in jener Nacht vor dem Kloster, nur hundertmal schlimmer. Er wusste nicht, was er tat und wie lange es dauerte, aber die Schreie des Soldaten heilten lange, endlos lange und unmenschlich schrill über die Straße. Und als es vorbei war, lebte der Mann immer noch, aber er konnte nicht mehr schreien. Alles, was er hervorbrachte, war ein gurgelndes Röcheln. Entsetzt von seinem eigenen Tun sprang André hoch und prallte zwei taumelnde Schritte zurück. Seine Hände waren voller Blut, sein Mund war voller Blut, aber die Gier in ihm war noch immer nicht gestillt, sondern schien mit jedem Herzschlag schlimmer zu werden. Der grausige Trank hatte seinen Durst nicht gestillt, sondern ihn noch geschürt. Was hatte er getan? Gott im Himmel, was war aus ihm geworden? Töte mich, stöhnte der Soldat. Ich flehe dich an, hab Erbarmen, töte mich. André starrte ihn an. Der winzige menschlich gebliebene Teil in ihm krümmte sich vor Entsetzen, als er sah, was er dem Mann angetan hatte. Aber der Wolf triumphierte. Er trank den Schmerz des Mannes, labte sich an seinem Leid und seinem Sterben, und er hinderte André daran, seine Fassungslosigkeit abzuschütteln und dem Sterbenden die letzte Gnade zu erweisen und ihn von seiner Pein zu erlösen. Töte mich, gurgelte der Sterbende, hab Erbarmen. Das werde ich nicht tun, antwortete André kalt, aber ich lasse dir deine Seele, wenn du mir sagst, wie viele ihr seid und wo ich die anderen finde. Zwanzig, stöhnte der Soldat. Wir sind zwanzig, dazu der Inquisitor und Vater Benedikt. Der Inquisitor? André trat wieder auf den Soldaten zu und streckte die Hände aus. Wer ist er? Wo finde ich ihn? Sprich! Oder ich fresse deine Seele. Das konnte er nicht. André, der Vampir, hätte es vielleicht gekonnt, aber das, das Ding, in das er sich verwandelt hatte, hatte keine Verwendung für eine Seele. Es wollte Blut. Das war sein Lebenselixier. Der Sterbende bäumte sich auf und versuchte vor ihm davon zu kriechen, aber sein zerschundener Körper hatte nicht mehr die Kraft dazu. In der Kirche, keuchte er. Sie, sie sind in der Kirche. Und die anderen? André machte eine drohende Bewegung. Die Leute aus dem Dorf. Wo sind sie? Habt ihr sie alle umgebracht? Sie, sie haben viele verbrannt, gurgelte der Soldat. Aber nicht alle. Noch nicht. Sie machen ihnen den Prozess. Jedem. Aber das Urteil steht schon fest, nicht wahr? André verzog die Lippen zu einem kalten Grinsen. Alles muss eine Ordnung haben. Schließlich bekommt jeder seinen gerechten Prozess. Sie, sie sind mit dem Teufel im Bunde, stöhnte der Mann. Jeder weiß, dass alle hier sind, sind Teufelsjünger. André wollte widersprechen, aber in diesem Moment fiel sein Blick auf seine eigenen, zu Klauen gekrümmten Hände. Sie hatten sich nicht wirklich in Klauen verwandelt, wie die Gliedmaßen der bedauernswerten Kreaturen, die Abudun und er in der Höhle gefunden hatten. Aber der Anblick war fast schlimmer. Sie waren so rot vom Blut des Soldaten, dass es aussah, als trüge er dunkelrote, nasse Handschuhe, die bis an die Ellbogen hinaufreichten. Es hätte des bitteren Kupfergeschmacks auf seiner Zunge nicht mehr bedurft, um ihm zu beweisen, wer das schlimmste Ungeheuer war. Dieser Anblick war es, der ihm noch einmal die Kraft gab, der brennenden Gier zu widerstehen. Vielleicht zum letzten Mal. Ich halte mein Wort, sagte er. Ich werde deine Seele nicht nehmen. Töte mich, flehte der Sterbende. Hab doch, hab doch Erbarmen. Das war ein Wort, das André nichts mehr bedeutete. Er starrte noch einen Moment mitleidlos auf den Soldaten hinab. Dann drehte er sich um und ging langsam weiter. Er musste nur wenige Schritte weit laufen, bevor das Prasseln der Flammen die Schreie des sterbenden Mannes verschlungen hatte. Es war André klar, dass er nicht auf direktem Weg zur Kirche gehen konnte. Wenn der sterbende Soldat die Wahrheit gesagt hatte, woran er nicht zweifelte, dann hatte er es immer noch mit mindestens 16 Gegnern zu tun, den Inquisitor nicht mitgerechnet. Es waren selbst für einen Mann mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten eindeutig zu viele Soldaten, um ohne Strategie gegen sie zu kämpfen. Er war nahezu unsterblich, aber nahezu bedeutete nicht vollkommen. Wenn er blieb, lindlingslos stürmte, dann würde er in sein Verderben laufen. Vielleicht wäre das das Beste, dachte André finster, für Abudun, für die Menschen hier und vor allem für ihn selbst. War das vielleicht der wirkliche Grund, aus dem er zurückgekommen war? fragte er sich. Nicht, um die Menschen hier zu retten oder das Geheimnis seiner Herkunft zu lüften, sondern weil er den Tod suchte. Beunruhigt schüttelte er den Gedanken ab. Er hätte zu einer Antwort kommen können, die ihm nicht gefiel. Auf dem Weg zum Dorfplatz begegneten ihm keine weiteren Menschen mehr, weder Soldaten noch Trennklammer, und auch der Kirchplatz selbst bot einen anderen Anblick, als er erwartet hatte. Die Handvoll Häuser, die den runden Platz säumten, waren nicht niedergebrannt, zeigten aber deutliche Spuren der Gewalt, die er auch hier gewütet hatte. Eine eingetretene Tür hier, ein zertrümmertes Fenster dort, ein paar geschwärzte Dachschindeln, wo die Flammen von einem der benachbarten Gebäude übergegriffen hatten und in aller Hast wieder gelöscht worden waren. Dennoch ließ ihn der Anblick für einen Moment erstarren, vielleicht, weil er zu sehr dem jenes anderen Dorfes ähnelte, in dem sie Alessa gefunden hatten, nur dass die Vorzeichen hier genau umgekehrt waren. In jenem Dorf auf der anderen Seite der Berge waren es die Fremden gewesen, die ahnungslos in ihr Verderben gelaufen waren. Hier hatten die Fremden den Tod gebracht. Und er hatte eine blutige Spur gezogen. André sah keine Toten, aber unmittelbar vor der offenstehenden Kirchentour waren zwei gewaltige Scheiterhaufen errichtet worden. Einer davon schwelte noch, der zweite brannte lichterloh, was aber gewiss nicht mehr lange so bleiben würde. Und nur einige Schritte entfernt waren vier Soldaten damit beschäftigt, einen dritten Scheiterhaufen zu errichten. Sie machten sich allerdings nicht die Mühe, reisig oder Feuerholz herbeizuschaffen, sondern verwendeten Materialien, die sie kurzerhand aus den benachbarten Häusern geholt hatten, zerbrochene Möbel, Teile von Fensterrahmen und Bodendielen. Weit mehr als das Vorhandensein der Scheiterhaufen selbst, machte dieses Vorgehen André klar, dass die Soldaten nicht vorhatten, in diesem Ort noch irgendjemanden am Leben zu lassen. Er fragte sich, warum Vater Benedikt und der Inquisito überhaupt über die Trennklammer zu Gericht saßen, anstatt sie gleich zusammen mit ihren Häusern zu verbrennen. Zwei Soldaten lösten sich von ihren Kameraden und kamen auf ihn zu. André fuhr erschrocken zusammen, wich geduckt ein paar Schritte zurück und senkte die Hand auf das Schwert. Schnell musste er aber erkennen, dass sie nicht einmal in seine Nähe kommen würden, sondern unterwegs zu einem der Gebäude auf der linken Seite des Platzes waren, vermutlich um weiteres Brennmaterial zu holen. Das Haus stand ein wenig abseits, sämtliche Fenster und die Tür standen offen, aber dahinter brannte kein Licht. Es war leer, und seine Bewohner vermutlich zusammen mit allen anderen in der Kirche, dem einzigen Gebäude im Dorf, das groß genug war, um so viele Gefangene aufzunehmen. Wahrscheinlich war das auch der einzige Grund, aus dem die Ungeheuer in den schwarzen Roben es nicht ebenfalls angezündet hatten. André's Hand schloss sich fester um das Schwert, während er die beiden Soldaten beobachtete, die nebeneinander und ohne sichtbare Eile auf das Haus zugingen. Sie unterhielten sich, aber André sah nur die Gesten, mit denen sie ihre Worte begleiteten. Obwohl in seiner unmittelbaren Nähe kein Haus brannte, war das Tosen der Flammen, selbst hier noch deutlich genug zu hören. Es übertönte nahezu jedes andere Geräusch. Für André wäre es ein leichtes gewesen, den beiden Männern zu folgen und sie zu töten, ohne dass ihre Kameraden es auch nur bemerkt hätten. Seine Hand zuckte so erschrocken vom Schwertgriff weg, als hätte er glühendes Metall berührt. War das wirklich er, der diesen Gedanken gehegt hatte? Wie viel von ihm war noch er selbst? Er schüttelte den Gedanken ab und konzentrierte sich stattdessen auf die Kirche. Das zweigeteilte Portal stand offen, aber dahinter waren nur flackerndes Licht und unruhige Bewegung zu erkennen. Für einen kurzen Moment blitzte ein Lichtstrahl auf, als jemand, wohl ein Soldat, an der Tür vorbeiging, aber André konnte keine Einzelheiten erkennen, so sehr er seine Augen auch anstrengte. Ihm war klar, dass sich die meisten Soldaten im Inneren der Kirche aufhalten mussten. Er konnte nicht einfach zur Tür hineingehen, sondern musste einen unauffälligeren Weg wählen. Die einzige Möglichkeit bestand darin, die Kirche und damit den gesamten Platz in weitem Bogen zu umgehen und sich dem Gebäude von der Rückseite her zu nähern. André warf einen letzten prüfenden Blick in den Himmel hinauf, bevor er losging. Bis Sonnenaufgang waren es noch gute zwei Stunden. Sicherlich eineinhalb, ehe es auch nur zu dämmern begann. Dennoch war der Mond bereits untergegangen, der Himmel war leer, bis auf das glitzernde Band aus Sternen. Diamantsplitter, die ein nachlässiger Gott auf seinem Weg über das Firmament verloren hatte. Konnte das der Grund sein, aus dem die grausame Gier in ihm nicht mehr ganz so quälend war wie bisher? Sein Blutdurst war noch lange nicht gestillt, aber noch vor einer halben Stunde wäre es ihm nicht möglich gewesen, die Mordlust zu zügeln, die ihn beim Anblick der beiden Soldaten überfallen hatte. Vielleicht, überlegte er, wäre es klüger, bis zum Sonnenaufgang abzuwarten. Aber wie viele Leben würden diese zwei Stunden kosten? Er entschied sich gegen das Warten und sah es nur, weil er diese Wartezeit bewiesen hätte, dass er endgültig begonnen hatte, die Nacht zu fürchten. Um den Dorfplatz und die Kirche in sicherem Abstand zu umgehen, legte er weitere zwei oder drei Dutzend Schritte des Weges zurück, den er gekommen war, und schlug dann einen großen Bogen. Es dauerte eine ganze Weile, bis er auf die Rückseite des Gotteshauses gelangte, denn er bewegte sich sehr vorsichtig und hielt immer wieder an, um zu lauschen oder sich aufmerksam umzusäen. Einige Male unterbrach er seinen Weg, um eines der leerstehenden Gebäude zu durchsuchen. In keinem der Häuser fand er ein lebendes Wesen, aber er konnte die Gewalt und den Tod, die hier getobt hatten, riechen. Als er endlich die Rückseite der Kirche erreichte, musste er feststellen, dass seine Mühe vollkommen umsonst gewesen war. Das Gotteshaus war zwar erstaunlich groß für einen Ort wie Trennklamm und so wuchtig und wehrhaft erbaut, dass es schon fast einer Festung glich, aber es besaß keinen zweiten Eingang. Die Fenster der Kirche waren schmal und zusätzlich vergittert, sodass es vollkommen unmöglich war, auf dieser Seite hineinzugelangen. Die Ähnlichkeit mit einer Festung war beabsichtigt. Wie in vielen Orten dieser Größe diente die aus massivem Stein erbaute Kirche den Dorfbewohner nicht nur als Versammlungsort und Gebetshaus, sondern auch als Zuflucht bei einem Unwetter oder einem Angriff. Im Augenblick hatte sie allerdings die Funktion eines Gefängnisses übernommen. André schlicht geduckt an das Gebäude heran, presste sich mit klopfendem Herzen und angehaltenem Atem unter einem der schmalen Fenster gegen die Wand und lauschte. Die Geräusche, die durch das Fenster zu ihm drang, ergaben in ihrer Gesamtheit ein Bild, so klar, als könnte er es sehen. Dort drin waren Menschen, viele Menschen. Niemand schien zu beten, aber er hörte ein dumpfes, an- und abschwellendes Raunen und Murmeln, dessen Tenor eher von Leid und Angst als von der geflüsterten Zwiesprache mit Gott kündete. Ein Kind weinte, und die halblaute, zitternde Stimme einer Frau versuchte es zu trösten. Daneben vernahm er schwere Schritte, wie sie die genagelten Stiefel eines Soldaten hervorriefen. Der sterbende Soldat hatte die Wahrheit gesagt. Die Gefangenen und ihre Wächter befanden sich in der Kirche. André richtete sich vorsichtig auf, legte den Kopf in den Nacken und blickte an der rauen Wand des Kirchenschiffes empor. Die Verlockung, einen Blick durch das Fenster zu werfen, war groß, aber er widerstand ihr. Zu gefährlich war es, dass genau in diesem Moment einer der Soldaten zufällig in seine Richtung sah oder gar ins Fenster trat. Stattdessen suchte er sehr aufmerksam das gesamte Gebäude nach einer Möglichkeit ab, ungesehen hinein zu gelangen. Und seine Mühe wurde belohnt. Sämtliche Fenster auf dieser Seite waren vergittert, aber das galt nicht für den Turm. Der Einstieg lag gute acht oder neun Meter über ihm, und die Fugen im Mauerwerk des Turms waren so schmal, dass es schon großen Geschicks und einer Menge Kraft bedurfte, um an der Wand emporzuklettern. Aber André war ein geschickter Kletterer, und nun kam ihm zugute, dass er nicht bis Sonnenaufgang gewartet hatte. Bei hellem Tageslicht hätte er es nicht gewagt, an der Wand hinaufzusteigen, aber in der noch immer vorherrschenden Dunkelheit und auf der Rückseite der Kirche würde ihn niemand sehen. Er überzeugte sich sorgsam davon, dass er nichts bei sich trug, was ihm aus den Taschen fallen oder auch nur ein verräterisches Geräusch verursachen würde, zurrte den Schwertgurt fester um die Hüfte und griff nach oben. Seine Fingerspitzen tasteten über die rauhe Wand und suchten nach Halt. Die Mauer war nicht so glatt, wie es auf den ersten Blick den Anschein gehabt hatte, aber dennoch verging eine ganze Weile, bis er eine geeignete Stelle gefunden hatte und mit dem Aufstieg begann. Er brauchte länger, um die wenigen Meter in die Höhe zu steigen, als er erwartet hatte, und oben angekommen stieß er sofort auf die nächste und möglicherweise unüberwindliche Schwierigkeit. Obwohl Trennklamm ein so winziger Ort war, dass man auf den meisten Karten vergebens danach gesucht hätte, wartete seine Kirche mit einem erstaunlichen Luxus auf, einer bronzenen Glocke, welche die Möglichkeit, im Turminneren hinabzuklettern, erschwerte. André fluchte in sich hinein. Die Geräusche aus dem Inneren der Kirche waren nun deutlicher wahrzunehmen. Es waren mindestens zwei Stimmen darunter, die er kannte, die von Tobias und die von Vater Benedikt. Beide schienen in einem heftigen Disput mit einer dritten Person verwickelt zu sein. André konnte jedoch nicht verstehen, worum es dabei ging. Vorsichtig, um nicht die Glocke zu berühren und damit sein eigenes Ende einzuleuten, schlängelte sich André in den Turm hinein. Seine Finger tasteten vergeblich nach einer Fuge im Stein, einer Lücke, irgendetwas, woran er sich festhalten konnte. Das Innere des Turms war verputzt, als hätten seine Erbauer gewusst, dass jemand auf diesem Weg eindringen würde und alles in ihrer Macht Stehende getan, um ihm den Weg zu erschweren. André schlingelte sich weiter, presste sich mit dem Rücken gegen die eine und mit durchgedrückten Knien gegen die andere Wand und fand mit dieser Methode unsicheren Halt. Einen Moment lang überlegte er genau auf diese Weise, bis ganz nach unten zu steigen. Eine Technik, die eine Menge Kraft beanspruchen würde, aber durchaus erfolgversprechend schien. Dann sah er nach unten und stellte fest, dass auch das unmöglich war. Der Turm war nur hier oben so schmal. Zwei Meter unter ihm wichen die Wände jäh auseinander. Ganz kurz erwog er die Möglichkeit, nach oben zu greifen und den Klöppel aus der Glocke zu entfernen, um einfach am Glockenseil hinunterzuklettern. Aber diesen Gedanken verwarf er sofort wieder. Er befand sich nicht in der Lage, handwerkliche Meisterstücke zu vollbringen, und er würde dafür Werkzeug benötigen, das er nicht hatte. Ihm lieb nur noch eine Wahl. Er stürzte sieben oder acht Meter weit in die Tiefe und versuchte erst gar nicht, seinen Sturz abzufangen. Der Aufprall war so hart, dass er auf der Stelle das Bewusstsein verlor, allerdings nur für einen Augenblick. Von Schmerzen gepeinigt erwachte er, das Blut rauschte in seinen Ohren, und seine Fantasie quälte ihn mit tausend Schreckensbildern. Möglicherweise war er Tobias und den anderen direkt vor die Füße gefallen, und wahrscheinlich war das Erste, was er sah, wenn er die Augen aufschlug, ein halbes Dutzend Speerspitzen, die auf sein Gesicht gerichtet waren. Stöhnend wälzte er sich auf den Rücken und hob die Leder. Er war allein. Das Ende des Glockenseils baumelte einen halben Meter über seinem Gesicht, und der Boden, auf dem er lag, war nass und glitschig von seinem eigenen Blut. Weit entfernt und verzerrt vom dumpfen Hämmern seines eigenen Herzens, das noch immer überlaut in seinen Ohren dröhnte, konnte er die Stimmen von Tobias und den anderen hören. Niemand hatte etwas von seinem Eindringen bemerkt, so unglaublich es ihm auch selbst erschien. André blieb eine geraume Weile reglos auf dem Rücken liegen und wartete darauf, dass sich sein Körper erholte und die Verletzungen heilten, die er sich bei dem Sturz aus sieben oder acht Metern Höhe zugezogen hatte. Es dauerte wahrscheinlich nur Minuten, aber für ihn schienen Ewigkeiten zu vergehen. Irgendwann spürte er, dass die Regeneration abgeschlossen war. Aber er war schwach, unglaublich schwach. Schon die kleinste Bewegung kostete ihn fast mehr Kraft, als er hatte. »Flehe euch noch einmal an, Hochwürden«, hörte er Tobias' Stimme. Immerhin konnte er jetzt die Worte verstehen, wenn auch nicht sehr klar. »Im Namen Gottes, ihr könnt das nicht wirklich wollen. Es sind mehr als sechzig Menschen, noch immer.« André stand auf. Er war so schwach, dass er taumelte. Um ein Haar hätte er das Glockenseil ergriffen, um sich daran festzuhalten. »Bruder Tobias, ich kann eure Gefühle verstehen«, antwortete eine andere, andere unbekannte Stimme. »Auch wenn ich sie nicht gutheißen kann, so mag doch zu euren Gunsten sprechen, dass diese Menschen hier eure Brüder und Schwestern sind. Ihr seid mit ihnen aufgewachsen und haltet sie für eure Freunde, und früher einmal waren sie das sicher auch.« André wartete mit geschlossenen Augen, bis das Schwindelgefühl hinter seiner Stirn verebte. Dann blickte er sich um. Er befand sich in einer kleinen, vollkommen leeren Kammer, die nur eine einzige Tür hatte. Sie war grob aus kaum bearbeiteten Brettern zusammengenagelt, durch deren Ritzen nicht nur die Stimmdrangen, die er hörte, sondern auch flackerndes gelbes Licht. André spählte durch eine der fingerbreiten Ritzen. »Das ist nicht der Grund, Exzellenz«, hörte er Tobias sagen. Er lief aufgeregt in dem kleinen, bescheiden eingerichteten Raum auf und ab, der auf der anderen Seite der Tür lag, und er war nicht allein. Der Mann, den er mit Exzellenz angesprochen hatte, stand aufgerichtet neben einer anderen Tür, die vermutlich ins eigentliche Kirchenschiff führte, und trug ein schlichtes, schwarzes Gewand. Er war allerhöchstens dreißig, schätzte André, und hatte ein offenes Gesicht, aber mitleidlose, harte Augen. Sein Haar war so schwarz wie sein Gewand, ein goldenes Kruzifix hing an einer Kette um seinen Hals. Es musste der Inquisitor sein, von dem Tobias gesprochen hatte. Sein bloßer Anblick versetzte André in Zorn. Dabei merkte er eine weitere Person im Raum. Vater Benedikt. Er stand mit dem Rücken zu André, aber er erkannte die gebeugte Gestalt und das schüttere graue Haar. »Doch, Tobias, das ist der Grund«, antwortete der Inquisitor ruhig. Seine Hand tastete nach dem Kruzifix auf seiner Brust und schmiegte sich darum. »Ich will offen sein, Bruder Tobias. Ihr habt es nur, Benedikts Fürsprache zu verdanken, dass ihr nicht ebenfalls in Ketten auf der anderen Seite der Anklagebank steht. Vielen von uns ist das, was ihr in den letzten Jahren dort oben in eurem Kloster getan habt, ein Dorn im Auge.« »Und euch ganz besonders, nicht wahr?« Tobias' Stimme zitterte vor Aufregung. Er war unruhig, aber André lauschte vergebens auf einen Unterton von Angst. Vater Benedikt fuhr erschrocken zusammen und sog hörbar die Luft zwischen den Zähnen ein. »Was ich denke, steht nicht zur Debatte«, antwortete der Inquisitor ungerührt. »Was zählt, ist, was ich sehe. Und ich sehe einen Ort, dessen Menschen sich offensichtlich von Gott abgewandt haben und an dem schwarze Magie und Teufelswerk die Stelle von Gottesfurcht und Demut einnehmen.« »Nicht alle, Exzellenz«, sagte Tobias verzweifelt. »Ihr mögt recht haben. Es sind schlimme Dinge geschehen, das will ich nicht bestreiten, aber es war nicht die Schuld der guten Leute hier. Es ging von den Fremden aus. Alles begann, nachdem dieser André und der Heide, der bei ihm war, hierhergekommen sind.« André runzelte die Stirn. Er hatte keine Dankbarkeit von Tobias erwartet, aber das. »Wie bedauerlich, dass sie nicht mehr hier sind, um Stellung zu diesen Vorwürfen zu nehmen, nicht wahr?« sagte der Inquisitor. Tobias wollte antworten, aber Vater Benedikt kam ihm zuvor. »Verzeiht, Exzellenz«, mischte er sich ein. Seine Stimme war voller Angst, auch wenn sie kaum mehr als ein Flüstern war. »Aber Bruder, Tobias hat recht. Ich selbst habe mit diesem André gesprochen und ich habe das Böse gespürt, das ihn umgibt. Dieser Mann ist der Teufel. Tobias hätte sich nicht mit ihm abgeben dürfen, das ist wahr, aber er ist jung und sein Glaube an die Wissenschaft hat ihn blind gemacht.« Der Inquisitor seufzte. »Ich bitte euch, Vater Benedikt, wofür haltet ihr mich? Für ein Ungeheuer? Ich bin nicht hergekommen, um unschuldige Menschen umzubringen, sondern um sie zu retten.« Er wandte sich an Tobias. »Ich kann und will nicht darüber urteilen, ob euer blinder Glaube an die Wissenschaft Ketzerei ist oder nicht, Tobias. Das sollen und werden andere entscheiden. Aber wenn das, was hier geschieht, nur eine Krankheit ist, müsstet ihr die Menschen dann nicht teilen? Und sagt, wenn ich ein übles Geschwür hätte, würdet ihr es nicht ausbrennen, damit es nicht meinen ganzen Körper vergiftet?« »Natürlich«, antwortete Tobias. »Aber und würdet ihr nicht in Kauf nehmen, auch ein wenig gesundes Fleisch mit zu verbrennen, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern?« »Das habt ihr doch hundert Unschuldige opfert? Selbst wenn es so wäre, wäre ihnen Gottes Lohn gewiss,« wandte der Inquisitor ein. »Es geht um ihre Seelen.« Sein Lächeln wurde noch härter. »Und auch um eure Bruder Tobias. Auch wenn ihr das immer wieder zu vergessen scheint.« »Warum sprecht ihr nicht offen?«, fragte Tobias höhnisch. »Wir sind allein. Niemand hört uns zu. Niemand wird erfahren, was hier gesprochen wird. Wenn es mein Leben ist, das ihr wollt, dann nehmt es. Stellt mich vor Gericht, bezichtigt mich der Ketzerei. Ich werde alles zugeben. Tötet mich, wenn ihr wollt, aber lasst die unschuldigen Menschen hier am Leben.« Der Inquisitor musterte ihn kühl, dann schüttelte er den Kopf, seufzte hörbar und sagte, »Gebt Acht, dass ich euch nicht beim Wort nehme, mein Freund. Es ist mir gleich, was mit mir geschieht. Mein Schicksal ist doch ohnehin schon entschieden,« schnappte Tobias. Seine Stimme bebte vor Zorn. Die Tür wurde aufgerissen und traf den jungen Inquisitor mit solcher Wucht im Rücken, dass er haltlos nach vorn stolperte und gestürzt wäre, hätte Tobias ihn nicht im letzten Moment aufgefangen. Ein junger Soldat stürmte herein und erstarrte vor Schreck, als er sah, was er angerichtet hatte. Er begann zu zittern und fiel mit gesenktem Haupt auf die Knie. Ein Gebaren, das André weit mehr über den Inquisitor verriet als alles, was er bisher gesehen und gehört hatte. »Verzeiht, Herr,« stammelte er, »ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass...« Der Inquisitor brachte ihn mit einer herrischen Geste zum Verstummen. »Schon gut,« sagte er, »was ist los? Warum stürmst du so einfach hier herein?« »Der Heideherr,«, antwortete der Soldat. Andres Herz machte einen schmerzhaften Sprung. »Der Moor! Wir haben ihn gefangen!« Nicht nur André erschrak bis ins Mark. Auch Vater Benedikt fuhr sichtbar zusammen und Bruder Tobias wurde kreidebleich und tauschte einen raschen Blick mit Benedikt, der dem Inquisitor aber offensichtlich entging. »Ihr habt ihn gefangen?«, vergewisserte der sich ungläubig. »Wo? Wo ist er?« »Er war auf dem Weg zum Kloster,« antwortete der Soldat. »Er hat zwei von uns erschlagen und drei weitere verletzt, bevor wir ihn überwältigen konnten. Sie bringen ihn gerade her.« »Lebt er?«, fragte Tobias. »Ja,« bestätigte der Soldat. »Wir haben ihn gefestet, die anderen bringen ihn her. Ich bin vorausgeeilt, um euch Bescheid zu geben. Er wird in einer halben Stunde hier sein.« »Gut,« sagte der Inquisitor. »Dann werden wir jetzt vielleicht endlich erfahren, was hier wirklich vorgeht.« Er sturmte so schnell aus dem Raum, dass er den völlig eingeschüchterten Soldaten um ein Haar von den Knien gerissen hätte und war verschwunden. Der Soldat rappelte sich mühsam auf und folgte ihm und auch Vater Benedikt wollte sich ihm anschließen, aber Tobias hielt ihn mit einer Handbewegung und einem angedeuteten Kopfschütteln zurück. Er wartete einige Momente ab, dann ging er wieder zur Tür, warf einen Blick nach draußen und schloss sie schließlich wieder. »Das hätte nicht passieren dürfen,« zischte Vater Benedikt aufgebracht. »Wieso lebt er noch? Du hast mir gesagt, er und dieser André wären tot.« »Ich war sicher,« sagte Tobias. Er hob die Schultern. »Anscheinend habe ich meine Brüder und Schwestern überschätzt.« »Oder diesen André unterschätzt,« fügte Vater Benedikt düster hinzu. »Was, wenn auch er noch am Leben ist, wenn er gar zurückkommt?« »Was sollte er schon ausrichten können?«, fragte Tobias. Er fand seine Beherrschung rasch wieder, und als er weitersprach, lächelte er sogar. »Und wer würde ihm glauben? Mach dir keine Sorgen. Morgen Nacht, wenn der Mond aufgeht, wird jeder begreifen, dass der Teufel in Trendkamp stärker ist denn je.« Er seufzte, drehte sich halb herum und sah für einen Moment so genau in Andrés Richtung, dass dieser davon überzeugt war, dass er seine Anwesenheit entdeckt hatte. Aber dann irrte sein Blick weiter und blieb schließlich auf Benedikts Gesicht hängen. »Bis dahin haben wir noch viel zu tun und nur noch sehr wenig Zeit.« Nichts von alledem, was André gehört hatte, schien irgendeinen Sinn zu ergeben. Er war noch immer bestürzt über die Erkenntnis, dass Tobias ganz offensichtlich vorhatte, Aboudun und ihn für die unheimlichen Vorfälle der letzten Tage verantwortlich zu machen. Aber er konnte ihn sogar verstehen. Aboudun und er waren Fremde für ihn, und wenn er die Wahl hatte, sie zu opfern, um das Leben der Menschen hier zu retten, dann konnte er gar nicht anders entscheiden. André wartete, bis Tobias und Vater Benedikt den Raum verlassen hatten, dann versuchte er, die Tür zu öffnen. Es ging nicht. Die Tür war verschlossen. André zwingte die Finger in den schmalen Spalt zwischen den Brettern und zog mit aller Kraft. Das Holz knirschte, hielt dem Druck aber stand, und als er sich in die Hocke sinken ließ und die Tür genauer untersuchte, sah er den Schatten eines wuchtigen Regels, der von der anderen Seite vorgelegt war. Es gab keine Hoffnung, sie gewaltsam aufzubrechen, jedenfalls nicht, ohne dass der Lärm jeden alarmiert hätte, der draußen in der Kirche war. André richtete sich auf, trat einen Schritt zurück und zwang sich, seine Möglichkeiten in aller Ruhe abzuwägen. Es waren nicht besonders viele. Er verstand noch nicht das ganze Ausmaß dessen, was er gerade gehört hatte, doch ihm wurde klar, dass nichts so war, wie er bisher geglaubt hatte. Tobias hatte ihn anscheinend von Anfang an belogen. Aber warum? Hätte André es nicht besser gewusst, dann wäre er spätestens, nachdem er das Gespräch von Tobias und Benedikt gehört hatte, überzeugt gewesen, dass dieser alles in seiner Macht stehende tat, damit der Inquisitor Trenklamm auslöschte. Er verscheuchte den Gedanken. Vielleicht hatte Abudun von Anfang an recht gehabt, und das alles hier ging sie nichts an, aber dazu war es jetzt zu spät. Es überraschte ihn nicht, dass Abudun erneut in Gefangenschaft geraten war. Er hatte nicht damit gerechnet, dass der Nubier sein Wort halten und oben am Kloster auf ihn warten würde. Vermutlich hatte er einfach abgewartet und war dann umgekehrt, um ihm zu folgen. Wenn André überrascht war, dann darüber, dass die Soldaten nur zwei Männer bei dem Versuch verloren hatten, Abudun zu überwältigen. Offensichtlich war der Nubier noch lange nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Abudun würde in einer halben Stunde hier sein, und Tobias schien daran interessiert zu sein, den Inquisitor in Trenklamm ein Blutbad anrichten zu lassen, und er war in diesem Glockenturm gefangen, so zuverlässig und sicher, wie es Abudun in Tobias Kerker gewesen war. André sah nach oben, musterte die glatt verputzten Wände des Glockenturms mit wachsender Ungeduld und griff schließlich nach dem Glockenseil. Ein kurzer Zug reichte, um den Klöppel in Bewegung zu setzen. Das Ergebnis war ein dumpfes, lang anhaltendes und überraschend lautes Dröhnen, das in dem eng gemauerten Schacht fast schmerzhafte Lautstärke erreichte. André ließ das Seil los, überlegte es sich dann anders und zog noch einmal daran. Während er weiter läutete, wurden draußen aufgeregte Stimmen laut, polternde Schritte näherten sich. André löste die Hand vom Seil, drehte sich um und verschränkte die Arme vor der Brust. Er hörte Schritte von mindestens zwei, vielleicht drei Männern, dann wurde die Tür aufgestoßen, und derselbe aufgeregte Soldat stürmte herein, der gerade mit dem Inquisitor gesprochen hatte. Ich bitte um Verzeihung, wenn das frühe Glockenläuten stören sollte, sagte André lächelnd, aber ich bin auf der Suche nach einem Freund. Sein Name ist Abudun, und er ist ziemlich groß und ziemlich schwarz. Habt ihr ihn gesehen? Er erwachte in vollkommener Dunkelheit. Wie immer, wenn er wirklich schwer verletzt worden war, hatte er im ersten Moment Mühe, sich zurechtzufinden. Es fühlte sich an wie das Auftauchen aus einem tiefen, klaren und unendlich kalten See, auf dessen Grund etwas Unsichtbares lauerte, das ihn wieder in die Tiefe zu ziehen versuchte. Nicht mit Gewalt, sondern mit der flüsternden Stimme des Versuchers. Manchmal war es schwer, ihr zu widerstehen, und manchmal fast unmöglich. Während er allmählich dem heller werdenden Licht hoch über sich entgegenglitt, verspürte er eine Müdigkeit, wie er sie nie zuvor empfunden hatte. Keine körperliche Schwäche, sondern etwas, das schlimmer war. Die Frage, warum das alles? Es wäre so leicht, einfach aufzugeben und sich der Verlockung zu ergeben, die am Grunde der großen Dunkelheit lauerte, die er so oft ertastet, aber noch nie vollends erforscht hatte. Der Grund, aus dem er sich jetzt auch entschloss, den ewigen Kampf wieder aufzunehmen und dem Tod erneut zu trotzen, war die Schwärze, die ihn umgab. Sie erinnerte ihn an etwas. Abudun. Etwas war mit Abudun passiert. Er musste etwas für ihn tun, für ihn und die Menschen hier. Er wusste nicht mehr, was oder gar warum, aber der Gedanke war stark genug, sich wieder dem Licht zuzuwenden und den langen, qualvollen Weg zur Oberfläche fortzusetzen. Und da war noch etwas, die Dunkelheit, durch die er glitt. Enthielt etwas. Es war ein unheimliches Gefühl, völlig neu und erschreckend, und seine ganze Tiefe sollte ihm erst später zu Bewusstsein kommen, lange nachdem er wirklich aufgewacht war. Er war nicht mehr allein. Der große Abgrund enthielt plötzlich mehr als das letzte Geheimnis, das er noch lange nicht zu erkunden bereit war. Etwas war bei ihm. Etwas Düsteres, Lauerndes und unglaublich Starkes. Es machte ihm Angst. Er schlug die Augen auf und sah im ersten Moment nichts. Völlige Dunkelheit umgab ihn, aber er hörte Geräusche und Stimmen, und der zweite, fast unerträglich starke Eindruck, den er hatte, war der süßliche Geruch von Blut, der aber seltsamerweise die unheimliche Gier in ihm nicht weckte. Er war nicht allein, dennoch war nichts Lebendiges an seiner Seite. André lauschte noch einen Moment, dann setzte er sich auf und betastete seinen Körper. Er spürte den breiten Riss in seinem Gewand und klebriges, erst halb eingetrocknetes Blut, was ihm bewies, dass er noch nicht lange hier liegen konnte, wo immer dieses hier war. Und Erleichterung. Eine tiefere und weit größere Erleichterung, als er sich eingestehen wollte. Was er getan hatte, war es Kant gewesen. Die drei Soldaten hatten ihren Schrecken erstaunlich schnell überwunden, und sie hatten nicht anders reagiert, als andere erwartet hatte. Mit gezogenen Schwertern hatten sie sich auf ihn gestürzt. Manchmal, dachte er spöttisch, während er sich vorsichtig weiter in die Höhe stemmte, war es beinahe schwerer, einen Kampf zu verlieren, als ihn zu gewinnen. Zumindest, wenn man nicht wollte, dass der andere merkte, dass man absichtlich unterlag. Er war zwei- oder dreimal getroffen worden, bevor es ihm gelang, sich derart in die Klinge eines der Angreifer zu werfen, dass an der Tödlichkeit der Verletzung kein Zweifel mehr bestehen konnte. Als André's Hände weitertasteten, spürte er auch an seinem Hals halb eingetrocknetes, klebriges Blut, obwohl er ganz eindeutig tödlich getroffen worden war, hatten die Soldaten es für nötig gehalten, ihm noch die Kehle durchzuschneiden. Ein Umstand, der viel darüber verriet, wie sehr sie ihn fürchteten. André spürte einen eisigen Schauer, als ihm klar wurde, wie riskant sein Plan gewesen war. Sie hatten es dabei belassen, dem vermeintlich Toten die Kehle durchzuschneiden. Ebenso gut hätten sie auf den Gedanken kommen können, ihm den Kopf abzuschneiden oder seinen Leichnam auf einen der Scheiterhaufen zu werfen, die draußen vor der Kirche aufgebaut waren. Er stemmte sich weiter in die Höhe, erstarrte aber mitten in der Bewegung, als seine tastenden Finger auf etwas Weiches stießen. Angeekelt zog er die Hand zurück, schüttelte den Kopf über seine eigene, ungewohnte Schreckhaftigkeit und tastete erneut in die Dunkelheit hinein. Seine Finger fuhren über ein kaltes, erstarrtes Gesicht, Raunstoff und etwas, das sich wie bröseliger Stein anfühlte, Blut, das zu scharf eingetrocknet war. Neben ihm lag ein Toter. Er war schon geraume Zeit tot, Stunden, wenig Tage. War das der Grund, aus dem sich der Wolf in ihm nicht gemeldet hatte, dachte er schaudert, weil die Bestie nach frischer Beute gierte. André schüttelte den Gedanken mühsam ab, richtete sich weiter auf und drehte sich mit weit vorgestreckten Armen einmal im Kreis, um sich zu orientieren. Er war vollkommen blind, was bedeutete, dass er entweder wirklich nichts mehr sehen konnte, eine Möglichkeit, über die er lieber nicht nachdachte, oder in einem fensterlosen Raum war, vielleicht tief unter der Erde. Hatte man ihn in die Krypta gebracht? Das hätte die Anwesenheit des zweiten Toten erklärt. Aber diese Kirche war nicht groß genug, um eine Krypta zu haben, überlegte André, und hätte man sich die Mühe gemacht, ihn bis zum Friedhof am anderen Ende des Tals zu schaffen, wäre er unterwegs aufgewacht. Er glaubte nicht, dass er lange bewusstlos gewesen war, trotz der Schwere seiner Verletzungen, denn das Blut auf seiner Kleidung war noch nicht ganz getrocknet. Draußen war es noch immer dunkel, und der Raum, in dem er sich befand, hatte keine Fenster. So musste es sein. Aber wo war er? Er hörte ein Geräusch. Ein schwerer Riegel wurde scharrend zurückgeschoben, und André reagierte sofort. Blitzschnell ließ er sich zurücksinken, rollte halb auf die Seite und schloss die Augen. Der Riegel wurde vollends zurückgeschoben. Die Tür sprang mit einem Knarren auf, und Fackellicht und das Murmeln gedämpfter Stimmen drang zu ihm herein. André blieb vollkommen reglos liegen, aber er wusste trotzdem, wer zu ihm kam. Bruder Tobias, der Inquisitor, und Benedikt. Vielleicht hatte er die Schritte der Männer erkannt, aber er hatte das Gefühl, dass er sie eher witterte. Die Schritte kamen näher, und eine brennende Fackel warf rötliches Licht und unangenehm trockene Wärme auf sein Gesicht. André spürte, wie sich jemand über ihn beugte und ihn musterte, und er versuchte, so flach wie möglich zu atmen. Während der Inquisitor oder einer seiner Begleiter auf die Idee gekommen, ihn mehr als nur flüchtig zu untersuchen, so wäre seine Verstellung aufgefallen. »Ist er das?« fragte der Inquisitor. »Ja.« Das war Tobias Stimme, sie klang. »Sonderbar.« Und André. »Verändert.« »Ängstlich.« »Das also ist André,« murmelte der Inquisitor. Die Fackel kam näher, und die Hitze des brennenden Holzes wurde unangenehm. Funken fielen auf Andrés Gesicht und fraßen sich zischend in seiner Haut. »Nach allem, was ihr mir erzählt habt, Tobias, habe ich ihn mir anders vorgestellt. Gefährlicher.« Die Fackel wurde zurückgezogen, und der Inquisitor fuhr nach einer Pause und mit leicht veränderter Stimme fort. »Aber der Teufel verbirgt sich oft in der Maske des Harmlosen, nicht wahr?« »So ist es, Exzellenz«, bestätigte Tobias. Der Inquisitor seufzte. Die Wärme und das Licht der Fackel entfernten sich weiter von Andrés Gesicht, und er wagte es, einen vorsichtigen Atemzug zu tun. Gebannt lauschte er weiter, während er gleichzeitig versuchte, die Geräusche zuzuordnen, die durch die offenstehende Tür hereindrangen. »Es ist bedauerlich, dass die Soldaten ihn erschlagen haben,« sagte der Inquisitor noch eine Weile. »Ich hätte ihn gern verhört.« »Sie hatten vermutlich keine andere Wahl,« gab Benedikt zu bedenken. »Wie sie sagten, hat er sie angegriffen.« »Es ist ein Wunder, dass er sie nicht alle getötet hat,« pflichtete ihm Tobias bei. »Glaubt mir, Exzellenz, ich habe diesen Mann kämpfen sehen. Ich wäre nicht erstaunt gewesen, hätte er eure Krieger überwältigt.« »Ich auch nicht,« sagte der Inquisitor. Etwas nachdenklicher fügte er hinzu. »Ich frage mich nur, warum er zurückgekommen ist.« »Zweifellos, um seinen Kameraden zu befreien,« erwiderte Benedikt. »Warum sonst?« »Und zu diesem Zweck lässt er sich im Glockenturm einsperren und läutet Alarm, damit ihn die Soldaten finden und niederstrecken?« André konnte das Kopfschütteln des Junggeistlichen beinahe sehen. »Wohl kaum.« »Vielleicht hat er sich überschätzt,« wandte Tobias ein. »Überschätzt?« »Die Männer, die er im Kloster getötet hat, waren keine wirklichen Soldaten. Es waren Bauern und Tagelöhner, die der Landgraf mit Uniform ausgestattet und zu mir geschickt hat, um mir Schutz zu geben. Keine gut ausgebildeten Krieger wie die, die in eurer Begleitung gekommen sind, Herr. Wenn André geglaubt hat, er hätte es hier mit der gleichen Art von Männern zu tun, dann hat er eine tödliche Überraschung erlebt.« Der Inquisitor schwieg zu diesen Worten. Schließlich entfernte er sich raschend einige Schritte und blieb vor der Tür noch einmal stehen. Es war André unheimlich, wie genau er nur anhand von Geräuschen und Gerüchen erkennen konnte, was rings um ihn herum vorging. »Das mag so gewesen sein,« sagte der Inquisitor seufzend. »Dennoch ist es bedauerlich, dass wir nicht mit ihm sprechen konnten.« Obwohl er vermutlich ohnehin nicht geantwortet hätte, wenn er wirklich der ist, für den ihr ihn haltet, Tobias. Seine Kleidung raschelte erneut, als er mit den Schultern zuckte. »Wir haben noch immer den Mohren. Ich werde hinausgehen und ihn verhören, auch wenn ich nicht glaube, dass er reden wird.« Er machte einen einzelnen Schritt und blieb widerstehen. »Begleitet ihr mich nicht?« »Sofort, Exzellenz,« antwortete Tobias. »Es ist nur...« »Ich verstehe,« sagte der Inquisitor. Seine Stimme wurde leiser und ein Unterton von Mitgefühl lag plötzlich darin, den André bei diesem Mann niemals erwartet hätte. »Ihr wollt Abschied nehmen, das gestehe ich euch gerne zu. Aber bedenkt, es gibt noch viele Fragen, die auf eine Antwort warten.« Er verließ den Raum. Die Tür wurde nicht hinter ihm geschlossen und es wurde auch nicht dunkel. Als André unendlich behutsam die Augen einen schmalen Spalt öffnete, sah er, dass der Inquisitor die Fackel an Benedikt weitergegeben hatte. Sowohl er als auch Tobias blickten seine Richtung, aber nicht direkt auf ihn, sondern auf das, was neben ihm lag. Der Leichnam, den er gespürt hatte. »Das war riskant,« sagte Benedikt nach einer Weile und erst, als er anscheinend sicher war, dass sich niemand mehr in unmittelbarer Nähe befand, der seine Worte hätte hören können. »Was?« fragte Tobias. André hatte die Augen wieder geschlossen, aber er konnte den verächtlichen Gesichtsausdruck des Junggeistlichen ahnen. »Hin darum zu bitten, dass ich noch einen Moment hier verweilen darf. Ein Inquisitor würde selbst einem verurteilten Verbrecher nicht die Gnade verweigern, ihn Abschied von seinem toten Vater nehmen zu lassen.« Diesmal konnte André ein fast unmerkliches Zusammenzucken nicht mehr verhindern. Es wurde nicht so sehr von der Erkenntnis, dass der Tote neben ihm Tobias' Vater war, verursacht. Es war die vollkommene Kälte und Gefühllosigkeit in Tobias' Stimme. Egal, ob er sich gut mit Ludwig verstanden hatte oder nicht, dieser Mann war sein Vater gewesen. Gott im Himmel, was für ein Ungeheuer war Tobias. »Glaub mir, ich kenne Marzius. Ich war es, der ihn zur Inquisition gebracht hat, vergiss das nicht. Er ist ein harter Mann, aber er verschließt sich nicht der Logik, wie viele seiner Brüder«, sagte Benedikt. »Und?« fragte Tobias. »Was ist, wenn er dir am Ende glaubt und von ihr fortgeht, ohne seine Arbeit zu Ende zu bringen?« fragte Benedikt. »Darum sorge dich nicht«, antwortete Tobias abfällig. »Dieser Narr denkt genau das, was er denken soll. Wenn die Sonne das nächste Mal aufgeht, wird hier niemand mehr am Leben sein. Marzius ist zufrieden, und wir, wir können endlich in Frieden und Sicherheit leben.« Er kam wieder näher. André konnte spüren, wie er erst seinen toten Vater dann ihn musterte. »Ich verstehe nicht, warum er zurückgekommen ist«, sagte er. »Ich hätte ihn für klüger gehalten.« Er seufzte, bewegte sich einen Moment unruhig auf der Stelle und wandte sich dann um. »Ich möchte, dass du bei ihm bleibst, Benedikt. Falls er aufwacht, muss jemand da sein, der es ihm erklärt.« Benedikt sog hörbar die Luft ein. »Du glaubst?« »Nein«, sagte Tobias noch, ehe sein Onkel die Frage ganz aussprechen konnte. »Aber ich will kein Risiko eingehen, nicht jetzt, wo wir dem Ziel so nahe sind. Und was soll ich ihm sagen, wenn er erwacht?« fragte Benedikt unsicher. »Dir wird schon etwas einfallen«, antwortete Tobias leichthin. »Immerhin bist du sein Bruder.« »Ich muss jetzt gehen. Marzius wird diesen Heiden verhören, und ich fürchte, dass selbst er sich den Fragen eines Inquisitors nicht lange widersetzen kann. Wir wollen doch nicht, dass am Ende noch alles herauskommt, oder?« »Aber«, begann Benedikt, brach dann aber mitten im Wort ab. Tobias' Schritte entfernten sich, und nur einen Moment später fiel eine Tür zu, nicht die des Raumes, in dem sie sich befanden, sondern weiter entfernt. André wagte es, erneut die Augen zu öffnen. Er konnte Benedikt nicht genau erkennen, sondern sah nur einen Schatten, aber früher oder später musste er seine Maskerade aufgeben. Unendlich langsam drehte er den Kopf. Benedikt stand unmittelbar neben ihm, hatte ihm aber den Rücken zugedreht und sich halb über die harte Pritsche gebeugt, auf der Ludowigs Leichenarm aufgebaut war. Die brennende Fackel in seiner Hand zitterte so stark, dass der gesamte Raum von unheimlich huschenden Schatten erfüllt war. Die rassenden Atemzüge Benedikts waren deutlich zu hören. André richtete sich langsam auf. Er brauchte mehr als eine Minute für die Bewegung und noch einmal die gleiche Zeit, um die Beine von der Liege zu schwingen und ganz aufzustehen. Benedikt regte sich nicht, sondern starrte weiter reglos und wie gebannt auf den nackten Leichnam des alten Mannes vor sich hinab. André trat vollkommen lautlos einen Schritt von der Liege weg und drehte sich herum. Dann war er mit einer einzigen Bewegung bei der Tür und warf sie zu. Benedikt fuhr herum, seine Augen wurden groß und ein Ausdruck vollkommener Fassungslosigkeit erschien in seinem Blick. Dann schlug dieses Erstaunen je in Schrecken um. »Aber«, kriegste er. »Aber das wie?« »Nur damit ich das richtig verstehe, Vater«, sagte André spöttisch, während er die Arme vor der Brust verschränkte und sich gegen die Tür lehnte. »Ihr seid zurückgeblieben, um die Totenwache an Ludewigs Bett zu halten und nicht etwa an meinem. Jetzt müsste ich eigentlich erzurnt sein.« Er bezweifelte, dass Benedikt seine Worte überhaupt hörte. Die Augen des grauhaarigen Geistlichen quollen vor Entsetzen schier aus den Höhlen, und sein Gesicht hatte alle Farbe verloren und war nun tatsächlich grau. Sein Blick war der eines Mannes, der allmählich begreift, dass er dem Leibhaftigen selbst gegenübersteht. »Nein«, stammelte er, Speicher lief aus seinem Mundwinkel und hinterließ eine glitzernde Spur auf seinem Kinn, ohne dass er es bemerkte, und in seinen Augen loderte der beginnende Wahnsinn auf. André war alarmiert. Er hatte kein Mitleid mit diesem ungeheuer in Menschengestalt und würde ihn töten, bevor er diesen Raum verließ. Aber zuvor musste er ihm noch einige Fragen beantworten, zumindest eine. »Teufel«, stammelte Benedikt. »Du, du bist der Teufel!« »Nicht mehr als ihr«, antwortete André, »vermutlich noch nicht einmal annähernd so sehr wie ihr.« Er trat einen halben Schritt auf Benedikt zu, mit dem Ergebnis, dass diese einen spitzen, halberstickten Schrei ausstieß und so heftig zurück und gegen die Liege mit Ludowigs Leichen anprallte, dass diese bedrohlich zu wanken begann. »Komm mir nicht zu nahe«, wimmerte er. »Du bist tot! Du kannst nicht mehr leben!« »Wie ihr seht, kann ich das sehr wohl«, antwortete André ruhig. »Und ich nehme an, ich bin nicht der Einzige in diesem Raum, der dieses Kunststück beherrscht.« »Was meint ihr, Vater Benedikt? Wollen wir herausfinden, ob ihr ebenso schwer umzubringen seid wie ich?« Er war mit einem einzigen Schritt bei Benedikt, riss ihm die Fackel aus der Hand und schleuderte ihn zu Boden. Der alte Mann fiel, krümmte sich und begann zu wimmern. Auf seinem Gewand erschien ein dunkler Fleck und Gestank erfüllte den Raum. »Ich lasse dich am Leben, wenn du mir eine einzige Frage beantwortest«, sagte André. »Warum?« Benedikt wimmerte noch lauter, und André versetzte ihm einen harten Tritt in die Seite. Ein Teil von ihm empfand eine Mischung aus grenzenloser Verachtung und Mitleid mit dieser jämmerlichen Gestalt, die sich da in ihrem eigenen Schmutz vor ihm auf dem Boden krümmte. Aber ein anderer, immer stärker werdender Teil genoss den Schmerz, den er dem Mann zufügte. »Warum?« fragte er noch einmal. »Warum das alles, Benedikt? Nur aus Grausamkeit? Waren Aboudun und ich nur Spielbälle für euch, so wie all die Menschen hier?« Er kannte die Antwort auf seine Fragen längst, aber er wollte sie aus Benedikts Mund hören. Vielleicht, weil die Erklärung, auf die er selbst gekommen war, zu ungeheuerlich klang. »Geh«, wimmerte Benedikt. »Geh weg! Lass mich! Du, du kannst nicht mehr leben! Ich habe gesehen, wie du gestorben bist! Du gehörst nicht zu uns!« André senkte die Fackel. Gierige Flammen leckten nach Benedikts Hand und fraßen sich zischend in seine Haut. Und plötzlich roch es durchdringend nach verbranntem Fleisch. Der Geistliche kreischte, warf sich herum und presste die verbrannte Hand gegen die Brust. Seine Schreie waren laut genug, um auch draußen gehört zu werden, aber das war André gleich. Das Mitleid, das er für einen Moment empfunden hatte, war erloschen. Er spürte den Schmerz und vielmehr noch die Angst des Mannes, und er sog beides mit großen, gierigen Zügen auf, wie einen kostbaren Wein. Es war nicht der Vampir in ihm, der sich am Entsetzen des Mannes labte, sondern etwas anderes, Schlimmeres. Was hatte Tobias gesagt? Wenn der Mond das nächste Mal aufgeht? Großer Gott, in was würde er sich verwandeln, wenn es so weit war. Warum? Wir wollen doch nur leben, schluchzte Benedikt. Ist das denn ein Verbrechen? Wir? Wer ist wir? Bürger und die anderen, meinst du? André stocherte mit der Fackel in Benedikts Richtung, um seiner Frage Nachdruck zu verleihen, achtete aber darauf, ihn nicht noch einmal zu treffen. Sprich, Tobias, keuchte Benedikt. Tobias und ich. Tobias war der Erste, der die Verwandlung überlebt hat. Alle anderen vor ihm sind gestorben, so wie Bürger und seine Familie. Sie wären ohnehin gestorben, André. Sie sterben alle. Nur Tobias hat es überlebt. Und du, sagte André hart. Benedikt schüttelte den Kopf. Er richtete sich halb auf und kroch mit kleinen, zitternden Bewegungen von André fort. In seinen Augen flackerte die Todesangst. Doch nur, weil er mir geholfen hat, stammelte er. Er besitzt die Macht, verstehe doch. Er ist etwas Besonderes. Ja, dachte André finster, das ist er. Ganz zweifellos. Er schwieg. Er hat mich gerettet, fuhr Benedikt fort. Ich war tot wie alle anderen. Ich bekam das Fieber und starb daran, aber Tobias hat mich zurückgeholt, so wie er auch seinen Vater zurückholen wird. Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Sein Blick irrte und steht zwischen Andrés Gesicht und der Fackel in seiner Hand hin und her. Verstehe doch, stammelte er. Tobias ist nicht wie Bürger und all die anderen. Ihr besitzt Macht über den Tod. Er kann ihm trotzen, ihr. Er könnte auch dir zur Unsterblichkeit verhelfen. Ich bin sicher, er würde es tun. Denke darüber nach. Ihr könntet Unsterblichkeit erlang, du und dein Freund, ihr würdet. André versetzte ihm einen Faustschlag, der ihm auf der Stelle das Bewusstsein raubte. Benedikt erschlaffte und sank reglos zurück, und André richtete sich schwer atmend auf und maß ihn mit einem verächtlichen Blick. Danke, murmelte er. All das habe ich schon, weißt du. Aber nicht um den Preis, den du dafür bezahlt hast. Der Wolf in ihm wurde stärker. Es kostete ihn all seine Kraft, sich nicht auf die reglos daliegende Gestalt des Geistlichen zu stürzen und die Zähne in seinen Hals zu schlagen, um sein warmes, süßes Blut zu trinken. Beute, mehr war der Mann in diesem Moment nicht mehr für ihn, und vielleicht würden Menschen nie wieder irgendetwas anderes für ihn sein, wenn der Mond das nächste Mal aufgegangen war. Er wollte den Raum verlassen, wollte weg von hier, fort aus dieser Nähe, dieses Dings, das unmenschlicher war als all die vermeintlichen Ungeheuer, die Abudun und der oben in der Höhle gefunden hatten, trotz seiner menschlichen Gestalt. Stattdessen machte er einen Schritt weiter in den Raum hinein und trat an die schmale Pritsche mit Dudowigs Leichnam. Der Anblick versetzte ihm einen tiefen Stich. Der alte Mann, seiner Kleidung beraubt, war fast zum Skelett abgemagert, und sein ausgezehrter Körper war von zahlreichen Narben übersät, Spuren überstandener Verletzungen und schlecht verheilter Geschwüre. Er hätte so oder so nicht mehr lange gelebt, begriff André, auch wenn ihm der Wehrwolf nicht den halben Arm abgerissen hätte. Ein Wehrwolf, der niemand anderer als sein eigener Sohn gewesen war. Er fragte sich, ob Ludowig gewusst hatte, wer ihn umbrachte, oder ob Tobias wenigstens das letzte bisschen Barmherzigkeit aufgebracht haben mochte, es schnell und so zu tun, dass der alte Mann nicht sehen konnte, wer ihn angriff. Barmherzigkeit gehörte nicht zu den Tugenden des Wesens, in das sich Tobias verwandelt hatte. Er hörte, wie Benedikt hinter ihm wieder zu Bewusstsein kam, überraschend schnell, wenn er bedachte, wie hart er zugeschlagen hatte, verzichtete aber darauf, sich umzudrehen und ihn ein zweites Mal zu schlagen. In wenigen Augenblicken würde er die Kirche verlassen haben, und dann war es vollkommen gleich, ob Benedikt ihm Verfolger hinterherhetzen konnte oder nicht. Er war mittlerweile sogar froh, den Geistlichen nicht getötet zu haben. André empfand Genugtuung darüber, ihn und vor allem Tobias nicht selbst zu töten, sondern ihn der Gerechtigkeit der Inquisition zu überlassen. Er war sicher, dass Marzius, vielleicht zum ersten und einzigen Mal seit es die heilige römische Inquisition gab, tatsächlich Gerechtigkeit walten lassen würde, und er … Der Angriff kam selbst für ihn zu schnell. Benedikt stöhnte und zugleich erscholl ein grässlicher, reißender Laut, und André spürte, wie etwas gegen ihn prallte und ihn mit grausamer Wucht von den Beinen riss. Die Fackel entlitt seinen Händen und rollte davon, Funken sprühten, und irgendetwas begann zu brennen. André stürzte über den toten Vater Ludowig, stieß ihn mitsamt der Pritsche zu Boden und ächzte vor Schmerz, als ein harter Schlag an seinem Hals explodierte und ihm den Atem nahm. Blindlings riss er die Arme in die Höhe, stieß mit der Fackel zu und wurde mit einem schmerzerfüllten Jaulen belohnt, das nun endgültig nichts Menschliches mehr hatte. Der Schatten, der ihn angesprungen und zu Boden geschleudert hatte, verschwand für einen Moment. Nicht lange, aber gerade lange genug, um André erkennen zu lassen, dass es Benedikt war. Nur dass Benedikt nicht mehr Benedikt war. Er war überhaupt kein Mensch mehr. Sein Gewand war zerrissen, und darunter war ein missgestalteter, fellbedeckter Körper zum Vorschein gekommen, verkrüppelter und erbärmlicher, als es Birger und seine Familienangehörigen jemals gewesen waren. Ein grauenerregendes Ding, voller nässender Geschwüre und Wucherungen, das nicht so aussah, als könne es sich überhaupt bewegen. Was es aber dennoch tat, und das mit entsetzlicher Geschwindigkeit. André warf sich zur Seite, konnte aber trotzdem nicht verhindern, dass ihn ein fürchterlicher Fußtritt traf, der ihm nicht nur den Atem nahm, sondern ihm mehrere Rippen brach und ihn an den Rand der Bewusstlosigkeit schleuderte. Er krümmte sich, riss schützend die Arme über das Gesicht und versuchte, auf die Beine zu kommen. Aber es blieb bei dem Versuch. Unmenschlich starke Hände packten ihn, rissen ihn in die Höhe und schmetterten ihn mit so grausamer Wucht gegen die Wand, dass er haltlos daran zu Boden sank und nun tatsächlich das Bewusstsein verlor, wenn auch nur für zwei oder drei Sekunden. Als sich die Dunkelheit wieder von seinen Sinnen hob, stand das grauenhafte Wesen, in das sich Benedikt verwandelt hatte, breitbeinig über ihm. Sein Gesicht war ein Albtraum aus Zähnen und schaumigem Geifer, und in seinen Augen loderte die gleiche furchtbare Gier, die André auch in sich spürte, aber ungezügelter, böser. Dieses Wesen hatte längst aufgehört, gegen den Wolf in sich zu kämpfen. André fragte sich, warum er noch am Leben war. Sein ganzer Körper schien ein einziger pulsierender Schmerz zu sein, und die bloße Nähe des unheimlichen Geschöpfes allein schien ihn zu lähmen. Es war vorbei. Er hatte schon einmal am eigenen Körper gespürt, wie unvorstellbar stark diese Geschöpfe waren, viel stärker als er selbst. Die einzige andere Waffe, die ihm zur Verfügung stand, der Vampir in ihm, der Leben nehmen konnte, ohne sein Opfer auch nur zu berühren, war in diesem Moment zu seinem größten Feind geworden. Er zweifelte nicht daran, dass er auch diesen Wehrwolf auf die gleiche Weise wie den ersten hätte vernichten können, aber um den Preis, selbst zu einem dieser Ungeheuer zu werden. Er hatte bereits Kämpfe gegen diese unheimlichen Wesen ausgefochten, und einen weiteren würde er ganz bestimmt nicht gewinnen. Wieso also tötete ihn das Wesen nicht? Dann begriff er. Der Wehrwolf war nicht gekommen, um ihn zu töten. Er war gekommen, um ihn zu einem Wesen zu machen, wie er selbst eines war. André keuchte vor Entsetzen, als sich die schreckliche, mit fingerlangen und messerscharfen Klauen bewährte Hand des Ungetüms nach seinem Gesicht ausstreckte. Verzweifelt presste er sich gegen die Wand und versuchte, vor der näher kommenden Bestie zurückzuweichen. Aber das Ungeheuer folgte ihm mit Leichtigkeit. Er spielte mit ihm, genoss seine Angst und wurde mit jedem Augenblick stärker, den es sein Entsetzen spürte. Seine mörderische Klaue strich über André's Stirn und Wange, sanft, fast liebkosend und ohne seine Haut auch nur zu ritzen. André trat nach ihm, er traf, aber das Monstrum wankte nicht einmal, sondern stieß nur einen schrecklichen, bellenden Laut aus, der wie die grässliche Verhöhnung eines menschlichen Lachens klang. André wich weiter vor ihm zurück, bis er das Ende des Raums erreicht hatte und es nichts mehr gab, wohin er fliehen konnte. Verzweifelt unternahm er einen erneuten Verteidigungsversuch und schrie vor Entsetzen auf, als sich die mörderische Klaue zum entscheidenden Hieb hob. Ein peitschender, heller Laut erklang. Einen Sekundenbruchteil, bevor die Stirn des Wehrwolfs in einer sprudelnden Wolke aus Knochensplittern und Blut auseinanderflog. Das Ungeheuer brach wie vom Blitz getroffen zusammen und begrub André unter sich. Die Krallen der starbenden Bestie fuhren mit einem scharrenden Geräusch über die Wand und bohrten sich unmittelbar neben seinem Gesicht in den festgestampften Lehm des Bodens. André baumte sich auf, stieß den starbenden Wehrwolf von sich und sprang auf die Füße. Noch bevor er die Bewegung halb zu Ende gebracht hatte, erklang das peitschende Geräusch ein zweites Mal. Ein dumpfer Schlag traf seine Schulter und der Armbrustbolzen riss ihn mitten in der Bewegung herum und nagelte ihn an die Wand. Moment. Seltsamerweise spürte André in diesem Moment nicht den geringsten Schmerz, aber jegliche Kraft wich aus seinen Gliedern. Durch sein Gewicht wurde die eiserne Spitze des Geschosses knirschend aus dem Stein gelöst. Er kippte nach vorn, schlug auf das Gesicht und kämpfte zum wiederholten Male innerhalb kürzester Zeit gegen einen Sog aus wirbelnder Schwärze, der sich in seinem Inneren auftat und ihn verschlingen wollte. Plötzlich setzte der Schmerz ein. Stöhnen tastete André nach seiner Schulter, schloss die Hand um den gefiederten Schaft des Geschosses und versuchte es herauszuziehen. Es gelang ihm nicht. Schritte näherten sich und ein harter Tritt traf seine Hand und schleuderte sie zur Seite. Hör auf! Marzius hatte nicht einmal die Stimme gehoben, aber die Worte klangen so scharf, dass der Mann, der über André gebeugt stand, einen halben Schritt zurückwich, statt ihn erneut zu treten. Dann fühlte sich André gepackt und in die Höhe gerissen. Der Soldat warf ihn mit solcher Wucht gegen die Wand, dass ihm erneut die Luft wegzubleiben drohte. Kraftlos sank er wieder in die Knie, hatte aber dieses Mal genug Kraft, um die Augen offen zu halten. Vor ihm stand ein Soldat des Inquisitors. Es war einer der drei Männer, die ihn im Glockenturm überwältigt hatten. Er wirkte ebenso fassungslos wie zuvor Benedikt. »Geh zur Seite! Lass ihn!« Der Soldat trat nicht zur Seite, er floh vor André, und an seiner Stelle trat Marzius in Andrés Blickfeld. Sein Gesicht wirkte ungerührt. Aber sein Blick flackerte. Er hatte die linke Hand so fest um das goldene Kruzifix vor seiner Brust geschlossen, dass die Knöchel wie weiße Narben durch die Haut stachen. In der anderen Hand trug er Andrés Schwert. Hinter ihm standen weitere Soldaten. Einer von ihnen hatte bereits einen neuen Bolzen auf seine Armbrust gelegt und trat unruhig von einem Bein auf das andere, um in eine Position zu gelangen, aus der heraus er auf André anlegen konnte, ohne den Inquisitor zu gefährden. Auch Tobias war unter den Anwesenden. In sein Gesicht stand das blanke Entsetzen geschrieben. Aufgeregte Stimmen und polternde Schritte drangen durch die Tür hinein. Mühsam versuchte André, sich aufzurichten. Die Bewegung ließ einen grässlichen Schmerz in seiner Schulter explodieren. Stöhnend hob er die Hand, presste sie auf die noch immer blutende Wunde und versuchte erneut, den Pfeil herauszuziehen. »Unglaublich!«, murmelte Marzius. Er sah kopfschüttelnd auf André herab, und allmählich erschien ein Ausdruck von Verwirrung auf seinen Zügen. »Das ist...« hinter ihm erscholl ein überraschter Schrei, als Tobias die umgestürzte Pritsche sah, auf der zuvor sein Vater gelegen hatte. Er stürzte an Marzius vorbei, fiel neben dem misshandelten Körper des alten Mannes auf die Knie und streckte die Hände nach ihm aus, schien es aber doch nicht zu wagen, ihn zu berühren. Marzius sah kurz in seine Richtung, wandte sich aber sofort wieder zu André um und betrachtete ihn argwöhnisch. Wortlos trat er zurück und gab dem Soldaten einen Wink. Der Mann, der gerade damit beschäftigt war, ein neues Geschoss auf die Armbrust zu legen, spannte die Waffe zu Ende und wechselte sie von der rechten in die linke Hand, bevor er Marzius' Befehl nachkam und André darb in die Höhe zerrte. Der stöhnte vor, diesmal vorgetäuschtem Schmerz, und presste wieder die Hand gegen die Schulter. »Unglaublich«, murmelte Marzius noch einmal. »Das ist wirklich unglaublich.« »Ich verstehe das nicht, Herr«, stammelte der Soldat, der unmittelbar neben ihm stand. Sein Blick flackerte unstet zwischen André und dem Inquisitor hin und her. Seine Hände zitterten so stark, dass er sichtbare Mühe hatte, die Waffe, die er wieder auf André gerichtet hatte, zu halten. »Ich schwöre euch, dass wir ihn für tot gehalten haben, Herr, wir«, Marzius unterbrach ihn mit einer Geste, ohne den Blick von Andrés Gesicht zu wenden. »Schon gut«, sagte er, »du hast dir nichts vorzuwerfen. Ich weiß, dass er tot war.« Er schwieg einen Moment. Ein nachdenklicher Ausdruck machte sich auf seinen Zügen breit. »Ich frage mich allerdings, ob er jetzt lebt oder ob er überhaupt jemals gelebt hat.« Offensichtlich erwartete er eine Antwort von André. Als er keine bekam, scheuchte er den Soldaten zur Seite und trat dichter an André heran. Er war entweder ein sehr mutiger Mann, dachte André, oder ein sehr dummer, denn in seinen Augen war keinerlei Furcht zu erkennen. Langsam hob er die Hand, schloss die Finger um den Schaft des Armbrustbolzens, der aus Andrés Schulter ragte, und riss ihn mit einem Ruck heraus. André brüllte vor Schmerz und fiel wieder auf die Knie. Für einen Moment trübten sich seine Sinne, und der Wolf in ihm wurde übermächtig. Wut, blanke, rote Wut verschleierte sein Denken. Er verspürte ein einziges Verlangen, sich auf Marzius zu stürzen und ihm das Herz aus dem Leib zu reißen. Stattdessen presste er die Hand auf die Schulter und schob sich schwankend an der Wand in die Höhe. Es kostete ihn unendliche Überwindung, die lodernde Gier niederzukämpfen, aber es gelang ihm. Noch. Marzius betrachtete ihn aus mitleidlosen, kalten Augen, trat einen Schritt zurück und prüfte die Spitze des Armbrustbolzens mit dem Zeigefinger. »In der Tat«, hörte er, »ein echter Pfeil. Jetzt verratet mir doch, warum ihr keine echte Wunde habt!« Die letzten Worte hatte er geschrien, während er gleichzeitig die Hand ausstreckte und Andrés ohnehin zerstörtes Gewand über der Schulter weiter aufriss. Das Fleisch darunter war voller Blut, aber die Wunde begann bereits, sich zu schließen, so schnell, dass Marzius es sehen musste. »Er ist der Teufel«, keuchte Tobias. »Tötet ihn! Ihr müsst ihn verbrennen, Marzius, ich beschwöre euch! Verbrennt ihn, ehe er uns alle ins Verderben reißt!« Er lag neben Marzius auf den Knien und hatte den Kopf und Oberkörper seines Vaters in seinen Schoß gebettet. »Verbrennt ihn!« »Später«, antwortete Marzius kühl, während er sich bereits wieder zu André umdrehte. »Der Teufel? Wenn das stimmen sollte, gäbe es eine größere Herausforderung für einen Mann Gottes, als mit dem alten Widersacher selbst zu sprechen.« Sagt André, »Seid ihr der Teufel?« Er schüttelte den Kopf, trat einen weiteren halben Schritt zurück und maß André mit einem neuerlichen langen Blick von Kopf bis Fuß. »Nein, ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ihr der Teufel seid, aber wer seid ihr dann, André Delany? Ein Mensch doch wohl kaum.« Statt zu antworten, sah André ihn nur an, während er zugleich versuchte, sich einen Überblick über den Raum zu verschaffen. Abgesehen von Marzius und Tobias befanden sich zwei Soldaten mit ihnen hier drin, aber draußen vor der Tür liefen immer mehr Männer zusammen, die wahrscheinlich durch den Lärm und Benedikt Schreier angelockt worden waren. Er war wieder weit genug bei Kräften, um sich einen Kampf mit Marzius und den beiden Männern durchaus zuzutrauen, aber mit einem Dutzend Krieger. »Vielleicht gibt es hier tatsächlich einen Teufel«, sagte er nach einer Weile. »Aber ich bin es nicht.« »Wie meint ihr das?«, fragte der Inquisitor. »Sprecht nicht mit ihm, Marzius. Ich beschwöre euch«, keuchte Tobias. Er stand auf, wobei er den reglosen Körper seines Vaters ohne die geringste Mühe in den Armen hielt. Er brachte es sogar noch fertig, in der gleichen Bewegung die Pritsche aufzurichten, die André umgeworfen hatte. Marzius betrachtete sein Tun stirnrunzelnd, aber schweigend, und Tobias fuhr aufgeregt fort. »Hört ihm nicht zu! Er verwirrt eure Sinne. Ich beschwöre euch. Er hat auch Benedikt und mich getäuscht. Er redet mit der Zunge des Teufels. Verbrennt ihn!« »Das ist seltsam«, erwiderte Marzius nachdenklich, während sein Blick unablässig von Tobias zu André glitt. »Es ist noch nicht lange her, da wart ihr der Meinung, dass das alles hier nichts mit dem Teufel zu tun hat. Oder irre ich mich?« »Ich habe mich getäuscht«, stammelte Tobias. »Dieser Teufel hat meine Sinne verwirrt, so wie er es jetzt mit euren versucht. Glaubt mir, ich sehe es jetzt ganz klar. Teufelsbrut. Sie alle sind des Teufels. Dieser ganze Ort ist ein Höllenpfuhl. Ihr müsst ihn ausbrennen. Tötet sie alle, solange ihr es noch könnt.« Marzius wollte geradezu eine Antwort ansetzen, aber in diesem Augenblick geschah etwas Schreckliches. Der Leichnam des alten Mannes in Tobias' Armen bewegte sich. Marzius' Augen wurden groß. Er sog scharf die Luft ein, und der Mann neben ihm hob instinktiv seine Armbrust und zielte auf Tobias. Auch der zweite Soldat fuhr herum und riss seine Waffe in die Höhe. »Nicht«, keuchte Tobias. »Es ist nicht so, wie ihr glaubt. Ich kann das erklären.« Für einen unendlich kurzen Moment schien die Zeit stillzustehen. Angst lag wie etwas körperlich Greifbares in der Luft, und André wusste, dass die Männer schießen würden. Sie hatten einen Mann gesehen, der offensichtlich von den Toten auferstanden war, und nun erwachte ein weiterer vermeintlich Toter unmittelbar vor ihren Augen. Sie konnten gar nicht anders, als mit Entsetzen zu reagieren und ihre Waffen abzufeuern. Und André begriff auch, dass dies seine vielleicht einzige und allerletzte Möglichkeit war, hier herauszukommen. Aber er regte sich nicht, und auch die Männer feuerten ihre Armbrüste nicht ab. Etwas geschah. Die Zeit floss weiter, aber André war plötzlich nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen, als wäre die Verbindung zwischen seinen Gedanken und seinem Körper auf geheimnisvolle Weise unterbrochen. Den beiden Soldaten und auch Marzius erging es sichtlich nicht anders. Ich flehe euch an, Exzellenz! Tobias sah den Inquisitor beschwörend an und bettete den Körper seines Vaters zugleich behutsam auf die Pritsche. Der alte Mann stürnte, er begann am ganzen Leib zu zittern, und selbst die schreckliche Wunde in seiner Schulter blutete nun wieder. Was bedeutet das? stieß Marzius mühsam hervor. Das ist Zauberei! Seine Stimme schwankte, und sein Gesicht war weiß vor Entsetzen. Er umklammerte das Kruzifix vor seiner Brust mittlerweile so fest, dass Blut unter seinen Fingernägeln hervorquoll. Trotzdem lockerte er seinen Griff nicht, als wäre der Schmerz, den er sich selbst zufügte, das Einzige, was ihn noch davon trennte, endgültig den Verstand zu verlieren. Nein, das ist es nicht, antwortete Tobias. Ich kann es erklären. Wenn ihr mir die Gelegenheit dazu gebt, Marzius, bitte! Der Inquisitor begann stärker zu zittern. Seine Hand hatte plötzlich nicht mehr die Kraft, André schwer zu halten. Es polterte zu Boden. Niemand reagierte darauf. Was? Was geschieht hier? stöhnte Marzius. Sprecht! Tobias beugte sich über seinen Vater und legte ihm die Hand auf die Stirn. Der alte Mann keuchte, bäumte sich wie unter Krämpfen auf und sank mit einem gurgelnden Laut wieder zurück. Die Wunde in seiner Schulter begann zu schäumen, und plötzlich roch es nach verbranntem Fleisch. Marzius stöhnte erneut auf, und einer der Soldaten begann zu würgen. Allein, stammelte Tobias, ich erkläre es euch, aber allein, nur ihr und ich. Seid ihr von Sinnen, murmelte Marzius, aber seine Stimme klang falsch. Die Worte sollten Empörung zum Ausdruck bringen, aber seine Stimme verriet ihn, als koste es ihn all seine Kraft, die Worte auch nur auszusprechen. Glaubt mir, Marzius, was ich euch sagen werde, ist nur für eure Ohren bestimmt. Ihr wollt bestimmt nicht, dass jedermann es hört. Marzius starrte Tobias an. Sekundenlang spiegelte sich der innere Kampf, den er ausfrocht, deutlich auf seinem Gesicht. Dann nickte er langsam und widerwillig. Also gut, presste er mühsam hervor. Ebenso mühsam drehte er sich zur Tür und hob die Hand. Schließt die Tür. Niemand kommt herein, bevor ich ihn rufe. Ihr beide, bleibt hier. Der letzte Satz galt den beiden Soldaten, die mit ihm hereingekommen waren. Beide Männer waren bereits auf dem Weg zur Tür gewesen und hielten jetzt mit leeren, schreckensbleichen Gesichtern inne. Ganz wie ihr wünscht, Herr, sagte Tobias mit seltsamer Betonung. Er legte den Riegel vor, drehte sich ohne die mindeste Hast herum und trat auf einen der beiden Soldaten zu. Ein sonderbarer Ausdruck, fast ein Lächeln erschien auf seinem Gesicht, als er die Hand hob und auf den zweiten Soldaten deutete. Töte ihn, befahl er. André wollte sich auf ihn stürzen, aber er hatte die Herrschaft über seinen Körper noch nicht wiedererlangt. Ebenso wenig wie der bedauernswerte Soldat. Der Mann starrte Tobias aus aufgerissenen Augen an. Er begann zu zittern. Ein gequälter Ausdruck erschien auf seinen Zügen, als er die Armbrust hob und sich halb herumdrehte. Unendlich langsam, wie gegen einen furchtbaren, unsichtbaren Widerstand ankämpfend, richtete er die Waffe auf seinen Kameraden. Nein, wimmerte er. Ich, ich kann das nicht. Tu es, sagte Tobias lächelnd. Der Soldat wimmerte wie unter unerträglichen Schmerzen, hob die Armbrust weiter und betätigte den Abzug. Sein Kamerad wurde nach hinten geschleudert und brach lautlos zusammen, und der Soldat ließ keuchend die Waffe fallen. Er krümmte sich. Gut gemacht, lobte Tobias. Jetzt du, dein Dolch. Herr, stammelte der Mann. Ich. Tobias stieß einen unwilligen Laut aus, riss den Dolch aus dem Gürtel des Mannes und stieß ihm die Klinge bis ans Heft in die Brust. Er seufzte. Lächelnd drehte er sich zu André und Marzius um, schüttelte bedauernd den Kopf und warf den Dolch zu Boden. Das helle Klirren brach den Bann. Von einem Herzschlag auf den anderen reagierte André. Mit einer blitzschnellen Bewegung bückte er sich nach dem Schwert, das Marzius fallen gelassen hatte, riss es hoch und stürzte weiter. Nicht doch, sagte Tobias. André erstarrte. Mit einem ungläubigen Keuchen taumelte er zurück, blieb stehen und blickte seine rechte Hand an, die einen eigenen Willen entwickelt zu haben schien, und sich langsam senkte. Die Finger öffneten sich, und das Schwert klirrte ein zweites Mal zu Boden. »Das ist schon besser«, lobte Tobias. »Ihr seid stark, André, erstaunlich stark. Ich muss euch besser am Auge behalten, scheint mir, aber ihr werdet einen umso wertvolleren Verbündeten abgeben, wenn euch das ein Trost ist.« Verzweifelt stemmte sich André gegen die unsichtbaren Fesseln, die seinen Willen gefangen hielten, aber es gelang ihm nicht, sie auch nur zu lockern. Der fremde Wille, der den Befehl über seinen Körper übernommen hatte, war nicht Tobias' Wille. Es war etwas anderes, stärkeres, etwas, das tief in ihm geschlummert und auf seine Gelegenheit gewartet hatte. Der Wolf war endgültig erwacht. »Kämpfe nicht dagegen an, André«, sagte Tobias sanft. »Es ist sinnlos, du gehörst schon mir. Hör auf, dich zu wehren. Du bereitest dir nur selbst Qual, und es gibt nichts, was du fürchten müsstest, glaub mir. Was bist du?«, stammelte Marzius. Er umklammerte immer noch das Kruzifix. Blut lief über seinen Handrücken und zeichnete eine gezackte rote Spur bis in seinen Ärmel hinein. »Du bist der Teufel, nicht doch«, sagte Tobias kopfschüttelnd. Er warf einen raschen, prüfenden Blick auf seinen Vater. Der alte Mann zitterte immer noch wie unter Krämpfen, aber die schreckliche Schulterwunder hatte sich mittlerweile fast ganz geschlossen. Darunter war etwas Dunkles zum Vorschein gekommen, das sich allmählich über seine Haut auszubreiten schien. »Kein Schorf.« »Fell«, dachte André entsetzt. Tobias ging auf Marzius zu, hob den Arm und löste die Hand des Inquisitors gewaltsam von dem goldenen Kruzifix. Mit einem Ruck riss er die Kette in zwei und schleuderte das Kruzifix davon. Dann hob er Marzius' Hand langsam vor sein Gesicht und betrachtete aus glitzernden Augen das Blut, das darauf schimmerte. Er schnüffelte wie ein Hund, der Witterung aufgenommen hatte, und begann langsam, das Blut von Marzius' Handrücken zu lecken. Der Inquisitor stöhnte. »Teufel«, keuchte er. »Du, du Teufel!« Tobias ließ seine Hand los und trat einen Schritt zurück, sein Lächeln erlosch. »Warum musstet ihr hierher kommen? Was haben wir euch getan, euch und eurer allwissenden Kirche Exzellenz?« Seine Augen blitzten und für einen Moment schien etwas Dunkles Tierisches durch seine Züge zu schimmern. Wir wollten nichts weiter als das, was alle wollen, in Frieden unser Leben leben. »Warum konntet ihr uns nicht einfach in Ruhe lassen?« »Teufelsbrut«, keuchte Marzius. »Ihr werdet brennen. Ihr werdet für alle Ewigkeiten in der Hölle brennen.« »Ja, das mag sein«, sagte Tobias. Er schüttelte den Kopf, als hätte er eingesehen, wie sinnlos es war, das Gespräch fortzuführen. Einen Moment lang musterte er Marzius noch nachdenklich. Dann trat er wieder an die Liege seines Vaters heran. Ludowig hatte die Augen geöffnet. Sein Blick flackerte. Es waren die Augen eines Mannes, der die Hölle gesehen hatte, dachte André schaudernd. Mit verzweifelter Kraft bäumte er sich gegen den fremden Willen, auf der sein Körper beherrschte, aber es war sinnlos. »Gebt euch keine Mühe, André«, sagte Tobias, ohne ihn auch nur anzusehen. Er hob die Schultern. »Oder versucht es meinetwegen weiter. Vermutlich seid ihr es eurem Stolz schuldig. Es macht keinen Unterschied.« Er beugte sich tiefe über seinen Vater und legte ihm die flache Hand auf die Stirn. Ein beruhigendes Lächeln erschien auf seinen Zügen, und als er weitersprach, war seine Stimme sanft, als rede er mit einem kranken Kind. »Es wird alles gut. Beweg dich nicht. Die Schmerzen werden gleich vergehen.« »Was? Was hast du getan?«, keuchte Ludowig. Seine Stimme klang verzerrt, gequält und kaum noch wie die eines Menschen. »Es wird alles gut, Vater«, sagte Tobias. Er seufzte, richtete sich wieder auf und sah erst André, dann Marzius an. »Bist du zufrieden, Pfaffe?«, fragte er böse. »Freut es dich zu sehen, was du diesem alten Mann angetan hast. Einem Mann, der sein Leben in den Dienst desselben Gottes gestellt hat, in dessen Namen du, seine Brüder und Schwestern umbringst.« »Hör auf, Gott zu lästern!«, schrie Marzius. »Mach ein Ende, du Monstrum! Töte mich! Aber ich werde am Ende doch triumphieren, denn meine Seele wird an Gottes Seite sein, während deine für alle Ewigkeiten in der Hölle brennt.« »Töten«, sagte Tobias stirnrunzelnd. »Nein, hab keine Angst, Marzius. Ich habe nicht vor, dich zu töten.« »Tobias«, stöhnte Ludowich. »In Gottes Namen, was, was tust du?« Tobias wandte seine Aufmerksamkeit für einen kurzen Moment wieder seinem Vater zu. Der alte Mann war mittlerweile wieder so weit zu Kräften gekommen, dass er sich aufsetzen konnte. Aber er hatte sich auch weiter verändert. Seine Schulter war unförmig angeschwollen. Schwarzes, borstiges Fell begann, aus seiner Haut zu sprießen, und etwas stimmte mit seinem Gesicht nicht mehr. Er schien auf einer Seite auseinanderzufließen, wie eine Maske aus weichem Wachs, die zu lange in der Sonne gelegen hatte. »Gleich, Vater«, sagte Tobias. »Ich erklär's dir gleich. Du wirst alles verstehen, glaub mir, aber im Moment ist keine Zeit dafür.« Er schüttelte den Kopf und sah André vorwurfsvoll an. »Irgendwann werdet ihr begreifen, was für Schwierigkeiten ihr mir bereitet habt, mein Freund. Alles wäre so einfach gewesen. Wettet ihr euch nicht eingemischt?« Er seufzte erneut. »Nun zu euch, Exzenens. Ihr werdet hinausgehen und genau das tun, weshalb ihr hergekommen seid. Sagt euren Männern, dass dieser ganze Ort vom Teufel besessen ist. Ihr müsst diesen Höllenpfuhl auslöschen, das waren doch eure eigenen Worte, oder?« Er lachte hässlich. »Wie ich die Männer einschätze, die ihr mitgebracht habt, wird es euch keine besondere Überredungskunst kosten. Tötet sie alle. Vernichtet, trennt Klamm. Niemand darf überleben.« »Tobias«, keuchte Ludowig. »Was tust du?« »Was notwendig ist,« antwortete Tobias hart. »Nein«, rief Ludowig. »Das kannst du nicht. Nicht alle diese Menschen. Sie sind deine Schwestern und Brüder. Du kannst nicht alle diese Menschen umbringen wollen.« »Es muss sein,« befand Tobias. »Nur so können wir Ruhe finden, Vater. Aber du, sie werden nicht aufhören,« fuhr Tobias in verächtlichem Ton und mit einer Kopfbewegung auf den Inquisitor fort. »Glaubst du, wenn er geht, kommt an seiner Stelle nicht ein anderer? Trenka muss vernichtet werden. Nur wenn sie glauben, dass wir alle tot sind, werden sie uns in Frieden lassen.« »Nein«, keuchte Ludowig. Er zitterte am ganzen Leib, aber nun nicht mehr vor Schmerz, sondern vor blankem Entsetzen über das, was er hörte. »Das kann nicht sein. Tu das nicht, Tobias. Im Namen Gottes, wir. Wir können weggehen, wir können fliehen, irgendwo hin, wo sie nicht nach uns suchen. Sie würden uns überall finden,« erwiderte Tobias. »Wir hätten nirgendwo Ruhe. Aber...« »Gebt euch keine Mühe, Vater Ludowig,« sagte André. Selbst das Reden fiel ihm schwer. Alles würde so kommen, wie Tobias es geplant hatte. Und vielleicht war das sogar gut so. André schauderte. Das war nicht er, der diesen Gedanken hegte. Der Wolf begann nicht nur von seinem Körperbesitz zu ergreifen, sondern schlich sich bereits in seine Gedanken ein. »Ihr werdet euren Sohn nicht umstimmen, Vater. Er hat das von Anfang an so geplant. Nicht wahr?« Die letzte Frage war an Tobias gerichtet, der sie mit einem Nicken und einem kalten, nur angedeuteten Lächeln beantwortete. »Ihr und euer schwarzer Freund wart ein Geschenk Gottes. Ich habe lange auf jemanden wie euch gewartet, André. Jemanden, dem ihr die Schuld an allem geben könnt,« vermutete André. »Euer Plan ist aufgegangen. Jetzt müsst ihr nur noch abwarten, bis Marziusmänner den Rest der Stadt niedergebrannt und alle Männer, Frauen und Kinder erschlagen haben.« Tobias lächelte, und sein Vater richtete sich weiter auf. Er hatte sich erneut verändert. Sein gesamter rechter Arm war mittlerweile von schwarzem Fell überzogen, und die Hand begann sich zur Kralle zu biegen. Sein Gesicht war zur Grimasse geworden, nur noch zur Hälfte menschlich. »Nein!«, wimmerte er. »Nein!« und damit warf er sich auf Tobias. Der Angriff kam völlig überraschend. Tobias taumelte haltlos einen Schritt nach vorn und versuchte, sich aus dem Griff Ludowigs zu befreien. Für einen Moment lockerte sich der Würgegriff des fremden Willens, der André gefangen hielt. Er versuchte nicht, sich nach dem Schwert zu bücken. André blieb nur Zeit für eine einzige Bewegung. Er ergriff die brennende Fackel, die noch immer zwischen ihm und der Pritsche lag, und stieß sie Tobias mit aller Macht ins Gesicht. Tobias brüllte vor Schmerz und Wut. Seine Faust schmetterte André die Fackel aus der Hand, und ein zweiter, ungleich härterer Schlag mit dem Handrücken schleuderte ihn vollends zu Boden. Benommen blieb André liegen und versuchte dann, in die Höhe zu kommen. Als er die Augen öffnete, bot sich ihm ein schrecklicher Anblick. Tobias rang noch immer mit seinem Vater, der sich weiter veränderte. Das Ungeheuer in ihm hatte Überhand genommen. Aber auch Tobias war verwandelt. Auch er war zum Wehrwolf geworden, aber was André erblickte, war nicht die schrecklich missgestaltete Kreatur, die er erwartet hatte, sondern ein auf eine wilde Art beinahe schönes Geschöpf, eine unglaubliche Mischung aus Mensch und Tier. An diesem Wehrwolf, dem ersten wirklichen Wehrwolf, den er sah, wie André jenseits aller Zweifel begriff, war nichts Dämonisches oder Abstoßendes. Es war ein Geschöpf von so unvorstellbarer Fremdheit, dass André bei seinem bloßen Anblick von etwas wie Rührung ergriffen wurde. Die Kleider des Geschöpfes brannten, Andrés Fackel hatte sein Gesicht verfehlt, aber sie hatte den Stoff seiner schwarzen Priesterrobe in Brand gesetzt, und die Flammen bereiteten sich rasend schnell aus. Der Wehrwolf schrie vor Schmerz und Wut, versuchte Ludowig abzuschütteln und gleichzeitig mit der anderen Hand die Flammen zu ersticken, die aus seinem Gewand schlugen, aber es gelang ihm nicht. Ludowig klammerte sich mit der Kraft der Verzweiflung an das unheimliche Wesen, das einst sein Sohn gewesen war, und es gelang ihm, Tobias aus dem Gleichgewicht zu bringen, sodass sie aneinandergeklammert gegen die Pritsche stolperten und zu Boden fielen. Tobias schrie lauter, die Flammen leckten über sein Gesicht, versenkten sein Fell und mussten ihm heftige Schmerzen zufügen, aber Alder steigerte seine Wut noch. Messerscharfe Krallen fuhren aus seinen Fingern, schlugen auf Ludowig ein und rissen Fleischfetzen und Blut aus seinem Rücken und der Schulter. Auch Ludowig schrie vor Schmerz, aber er ließ nicht von seinem Opfer ab, sondern klammerte sich mit immer größerer Kraft an Tobias. André ergriff sein Schwert, blitzschnell rollte er sich herum und rammte es dem Wehrwolf bis ans Heft in den Rücken. Das Ungeheuer schrie. Es war ein unmenschlich hoher, spitzer Laut, voller Schmerz und noch größerer Wut. In Todesangst löste er Ludowigs Griff, fuhr herum und streckte die schrecklichen Klauen nach André aus. Plötzlich erstarrte er. Aus seinem Schrei wurde ein Krächzen, dann ein Wimmern. Er machte einen letzten taumelnden Schritt, griff mit beiden Händen nach der Schwertklinge, die aus seiner Brust ragte, und fiel auf die Knie. Sein Wimmern erstarb. André schoss in die Höhe, zog das Schwert aus dem Rücken des Wehrwolfs und wich hastig einen halben Schritt zurück, die Waffe mit beiden Händen zum Zuschlagen bereit erhoben. Aber er wusste, dass er sie nicht mehr nötig hatte. Der Wehrwolf war tot. Die Dunkelheit in ihm war im gleichen Moment erloschen, in dem das Leben Tobias verlassen hatte. »Gott, im Himmel«, murmelte Martius. »Was?« Er erwachte urplötzlich aus der Lähmung, in der er die ganze Zeit verharrt und dem schrecklichen Geschehen zugesehen hatte, war mit einem Satz neben Ludowig und schlug mit bloßen Händen die Flammen aus, die aus dem schwarzen Fell auf seinem Arm und seiner Schulter züngelten. »Vater Ludowig, was ist mit euch? Was hat euch dieses Ungeheuer angetan?« Ludowig wälzte sich stöhnt auf den Rücken und schob Martius' Hände fort. Sein Gesicht war zu einer Grimasse verzerrt, aber André ahnte, dass es nicht der körperliche Schmerz war, der ihn wimmern ließ. »Wir müssen raus hier«, entschied André. Er steckte das Schwert ein und hob den Fuß, um die Flammen auszutreten, die aus Tobias' Gewand leckten. Das Feuer hatte bereits auf die Tür und den Rahmen übergegriffen, und in dem alten, trockenen Holz breiteten sich die Flammen mit unheimlicher Schnelligkeit aus. Die Luft war schon jetzt heiß und so voller Qualm, dass man kaum noch atmen konnte. »Martius! Ludowig! Schnell!« Tatsächlich wollte Martius nach dem alten Mann greifen, aber Ludowig schlug seine Hand beiseite und richtete sich in eine halbsitzende Position auf. »Geht«, flüsterte er, »bringt euch in Sicherheit.« »Ihr versteht anscheinend nicht«, rief André verzweifelt, »die Kirche wird niederbrennen.« »Lasst mich«, beharrte Ludowig. Sein Blick suchte den verkrümmt daliegenden Körper dessen, der einst sein Sohn gewesen war, und plötzlich erschien ein Ausdruck in seinen Augen, der André einen Schauer über den Rücken laufen ließ. Ludowig würde sie nicht begleiten, das begriff er. »Ich bleibe hier.« »Dann werdet ihr sterben«, sagte Martius leise. Er bekreuzigte sich. Ludowig sah ihn an. »Ihr wisst, dass ich bleiben muss«, sagte er. »Geht aber. Verschont die anderen. Ich beschwöre euch.« »Die anderen?« »Die Menschen hier im Ort sind unschuldig«, flüsterte Ludowig. Seine Stimme wurde schwächer und mit seinem Körper begann eine unheimliche Veränderung von Schatten zu gehen. André konnte spüren, wie sich Ludowigs Seele auflöste. Martius musste es wohl auch spüren, denn obwohl die Hitze immer größer wurde und die Flammen immer rascher um sich griffen, machte er keinen Versuch, sich in Sicherheit zu bringen, sondern starrte nur aus dunklen Augen auf den sterbenden alten Mann herab. »Ihr verlangt viel von mir, Vater Ludowig«, sagte er heiser. »Vielleicht mehr, als ich euch versprechen kann.« »Es ... es ist vorbei, Martius«, murmelte Ludowig. Seine Stimme wurde leiser, fast mit jedem Wort, das er sprach. »Tobias und ich waren die Letzten. Gefährdet nicht euer Seelenheil, indem ihr Unschuldige tötet. Und jetzt geht. Schnell.« Martius schien noch etwas erwidern zu wollen, aber André ließ ihm keine Zeit dazu. Ludowig hatte recht, alles brannte lichterloh. Doch während der Inquisitor versuchte, sich zu bekreuzigen, packte André ihn am Arm und riss ihn mit sich. Als sie die Tür erreichten, fing die Decke Feuer. Eingehüllt in Flammen und dicken, erstickenden Qualm stolperten sie aus dem Raum und noch einige Schritte weiter, bis Martius endgültig das Gleichgewicht verlor und auf die Knie fiel. Auch seine Robe hatte Feuer gefangen. André beförderte ihn mit einem Stoß endgültig zu Boden, warf sich über ihn und versuchte, die Flammen mit seinem eigenen Körper und bloßen Händen zu ersticken. Drei Soldaten eilten herbei packten ihn und zerrten ihn mit grober Gewalt von Martius weg. Er wurde zu Boden geworfen, und eine Speerspitze richtete sich drohend auf sein Gesicht. »Aufhören!« André atmete erleichtert auf. Als er sich hochzustemmen versuchte, stieß die Speerspitze erneut nach seinem Gesicht, schrammte über seine Wange und hinterließ einen tiefen, blutigen Kratzer darauf. André hob hastig die Hand an die Wange, um die Wunde zu verbergen, ließ sich aber zugleich wieder zurücksinken, um dem übereifrigen Soldaten keinen Vorwand zu liefern, ihn endgültig niederzustechen. Aus den Augenwinkeln sah er, wie zwei, drei Männer zugleich auf die Flammen in Martius' Gewand einschlugen und sie endgültig erstickten. Mühsam, aber sehr schnell stemmte sich der Inquisitor in die Höhe und scheuchte die Männer davon. »Verschwindet, mir fehlt nichts! Raus hier! Und bringt die Menschen in Sicherheit! Sofort!« Nicht alle Soldaten gehorchten. Die meisten eilten hastig davon, aber zwei oder drei blieben stehen und starrten abwechselnd André und den Inquisitor an. Einer versuchte sogar, sich der Tür zu nähern und die Flammen zu ersticken, die mittlerweile auch die Außenseite des Rahmens in Brand gesetzt hatten und gierig nach den Stützbalken leckten. Nur noch wenige Minuten, dachte André, und die gesamte Kirche würde in Flammen aufgehen. Keine Macht der Welt konnte das noch verhindern. »Habt ihr mich nicht verstanden?« schnappte Martius. »Raus hier! Draußen im Kirchenschiff sind Menschen, die eure Hilfe brauchen. Bringt sie in Sicherheit!« Auch die letzten Soldaten suchten nun das Weite. Und endlich wagte es André, vorsichtig aufzustehen. Seine Finger fuhren über das Blut auf seiner Wange. Die Schnittwunde darunter war verschwunden. Auch Martius war diese weitere schnelle Heilung nicht entgangen, wie sein Blick deutlich machte. André begann zu einer Erklärung anzusetzen, beließ es dann aber bei einem angedeuteten Achsel zucken. Aus der offenstehenden Tür hinter ihnen schlugen weitere Flammen und dahinter tobte ein Sturm aus weißer und gelber Glut. Für einen entsetzlichen Moment glaubte André, eine Bewegung inmitten der tobenden Hüllengluten zu sehen. Aber vermutlich hatte er sich getäuscht, und es war nichts anderes als ein Trugbild, entstanden aus dem Tanz der Flammen und seiner eigenen Furcht. »Werdet ihr euer Wort halten?« fragte er leise. Er war nicht sicher, ob Martius seine Stimme überhaupt hörte, aber er bekam eine Antwort. »Ich habe ihm mein Wort nicht gegeben, André.« André fuhr herum. Seine Hand schloss sich um das Schwert. »Ihr wisst, was ich meine, Inquisitor«, sagte er wütend. »Soll dieser alte Mann wirklich umsonst gestorben sein?« Martius starrte an ihm vorbei. Das gleißende Licht der Flammen spiegelte sich in seinen Augen, und wahrscheinlich war es nur die unerträgliche Helligkeit, die die Tränen verursacht hatte, die jetzt über seine Wangen liefen. »Also«, fragte André, als Martius nicht antwortete. »Was werdet ihr tun?« Der Inquisitor schwieg noch immer. Sein Blick war starr in die Flammen gerichtet, und seine linke Hand tastete nach der Stelle auf seiner Brust, an der bisher das goldene Kruzifix gehangen hatte. Aber sie stieß ins Leere. »Geht«, flüsterte er. André war nicht sicher, was Martius meinte. »Geht, André Delany«, wiederholte Martius. »Euer Begleiter ist unversehrt. Nehmt ihn mit und verschwindet. Und sorgt dafür, dass sich unsere Wege nie wieder kreuzen.« »Ihr lasst uns gehen«, vergewisserte sich André. Martius riss seinen Blick von den Flammen los. Sein Gesicht wirkte versteinert. »Wer seid ihr, André?«, fragte er. »Was seid ihr?« »Wollt ihr das wirklich wissen?«, fragte André. Martius schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er. »Ich will es nicht wissen. Ich könnte euch nicht gehen lassen, wenn ich es wüsste. Aber ihr lasst uns gehen.« »Eine Stunde«, sagte Martius. »Ihr und dieser Moor. Ihr habt eine Stunde Vorsprung, nicht mehr. Das ist alles, was ich für euch tun kann.« Und mehr, als sie brauchten. André drehte sich um, machte zwei Schritte und blieb dann noch einmal stehen. »Und die Menschen hier?«, fragte er. »Werdet ihr sie in Frieden lassen?« »Wofür haltet ihr mich, André?«, fragte Martius kalt. »Für ein Ungeheuer?« »Nein«, antwortete André. »Für einen Inquisitor.« Martius schwieg. Er starrte ihn nur an, und André erwiderte seinen Blick und wartete darauf, Triumph oder wenigstens Zufriedenheit zu verspüren. Aber er empfand weder das eine noch das andere. Die fremde Macht in ihm war erloschen. Er war wieder er selbst. Sie lebten, und Abudun und er hatten eine Stunde Vorsprung, mehr als genug, um sich in Sicherheit zu bringen. Selbst wenn Martius Männer danach Jagd auf sie machen würden, was André nicht einmal glaubte. Er hatte allen Grund, zufrieden zu sein, aber dieser Sieg schmeckte schal. Es war nicht die Art von Sieg, auf die er Wert legte. Er drehte sich um und ging mit schnellen Schritten nach draußen, wo Abudun auf ihn wartete. Untertitelung im Auftrag des NDes Rashidens phucch rider. Vielen Dank.